Ja, das war Surah, nochmal bitte. Surah Al-Azad, Vers 50. 33 Vers 50. Surah Al-Azad. Ich schreibe dann auf Arabisch besser. Ja, mach mal, Al-Azad. Ja, Stenkeha. Ja, Stenkeha. Ja, guck mal, dass wir das Wort verwendet. Und wie kann ich das übersetzen? Du kannst doch viele Frauen heiraten. Ja, Stenkeha. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, das ist kein Zawaj, sondern das ist ein was anderes. Das ist Sex mit Frauen. Ja, Stenkeha. Ja, Stenkeha. Ja, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage. Jaa, Amir, du magst dieses Wort, gell? Wie man sich traurig findet, um den Koran zu übersetzen. Wenn die den ehrlich übersetzen, steht da, oh Prophet, wir haben dir erlaubt, mit so vielen Frauen zu pumpen, wie du möchtest. Amir, kennst du diese Ayah? Inna Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, yaehi wa ladina amanu, sallu alaihi wa sallamu taslima. Aslima, ja. Genau, ja. Oh, ihr, ihr glaubt, und betet für den Propheten. Die sagen, weißt du, Amir, die sagen, das ist Segen, und das stimmt überhaupt nicht. Auf Arabisch yusallun, yusallun, das heißt beten. Natürlich, ich hab den Leuten das erklärt, ich hab gesagt, nimm das Wort und mach mal eine Wortstudie. Das kommt nur beten raus. Genau, Segen. Die machen ja die Christen an und sagen, ja, dein Gott betet, ja, dein Gott betet doch genauso. Zu wem betet der? Zu dich selber oder zu wem? Ja. Aber weißt du, weißt du, Segen, das ist al-baraka. Das hat nicht mit dem, zum Beispiel, al-rabbu yubarik hayatak, Allah yubarik hayatak. Das heißt, baraka, Segen. Und salun, weißt du, das ist ein Beten. Aber die sagen Segen, die lügen einfach. Das, was ich meine. So, jetzt bin ich bei dir. Surat al-Ahzab war 33, gell? Surat 33 vers 50. 31. 31. 31. 31 vers 50 war 8. Ja, jetzt hab ich bestand. Naam, naam. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja. Tafsir Surat al-Ahzab. Ah, Tafsir al-Saadi, ist besser. Nicht Tafsir, nicht den Tafsir. Du sollst den Fers erstmal den Koran-Fers lesen, bitte. Ja. يا Nesal-Nabe, الا sind wir als Nummer als Nummer, einer eines unserer Nes笑ten Aceh der erwarteten durch denンド good of eineneronमabethmat Non hatten. Kannst du nicht. Und da sind die Frage zu einem den kleinen Mutanten. Was ist das? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Also genau die Musik auf YouTube Wheel una selten. shut ich hablade. Sorte all- joyful die Musik erwähnte. twisted derภ Rah dall-Ich inde деле nicht million. 33 bis 50 50 50 genau ich verzeihe das niemals meine fröhne hat gesagt wachung hast du nur deine augen gemacht habe ich gesagt ja waddi mich mit tuten weißt du Sorte Lachza 33 Oh So Ja Mhm weißt du das problem bei mir ist ich habe meine worte ich habe gerade runtergeladen und das ist so schwierig oder warte ich habe auch 33 55 siehst du jetzt kommt so schnell siehst ja ich bin bei G-Unit G-Unit bleibst du Jonstan wie lange darfst du dich fertig finden fahrrad warte mal ich bin jetzt fertig warte mal habibi ich bin nicht da kriegst du doch schon tausend ergebnisse ja genau oh prophet wir haben dir deine gattinnen zu frauen gegeben bla 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 du darfst mir aussuchen von welchen du gerne möchtest guck hier ja genau ja habib ja habib ja ja habib 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 ja ja habib ja habib das heißt ja das heißt zum Beispiel Moment bitte Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel freiwillig zu Nebi gehe und sage, ich komme doch, machen wir zusammen. Ja, das heißt mit ihr geschlafen. Wir haben die Muslime das übersetzt. Guck mal, wie die Muslime das übersetzt haben. Mit heiraten. Heißt das, da steht das Zawar? Nein, da steht Jastankihaha. Weißt du, wie hält uns das? Jastankihaha, das heißt, weil das Problem, das Wort Arabisch, es bedeutet viele Sachen. Die meinten, wenn zum Beispiel, wenn ich heirate, ich würde mit meinem Mann Sex machen. Verstehst du? Und deswegen, ja. Und deswegen, ja. Deswegen der Grund, die sagen, ja, die zum Beispiel TikTok-sportlich, weißt du, die sagen, pass auf, A-Fahrer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann heirate und dann TikTok-sportlich mache, das heißt, es ist Zawar, heiraten. Aber normalerweise, das ist keine Zawar. Zawar kann man sein, heiraten. Ich könnte sagen, ja, eyyuhal Nabi, ja, eyyuhal Nabi, konnte man so schreiben, ja, eyyuhal Nabi, ja, wa emraaten mu'minatan, in wahabat nafsihal Nabi, an araden Nabi, an yatazawwajaha. Ja, siehst du, dass sie wieder heiraten, die du möchtest, aber da steht Jastankihaha. Ja, aber hier, genau, genau, Amir, aber hier zum Beispiel, Jeder Araber, wenn du ihm das Wort sagst, Jastankihaha, ja, das ist ein Aib. Ja, das ist ein Aib, das ist ein Aib, darf man nicht zum Beispiel dieses Wort benutzen, weil es ist, was bedeutet, heißt, ohne heiraten, er will mich mit, so sagt man, nicht losbordlich, aber ohne heiraten. Ja, genau. Aber zum Beispiel kann man hier nicht sagen, das heißt, Jastankihaha ist ein heiraten, weil Jastankihaha ist ein heirat. Jastankihaha ist ein heirat. Aber Jastankihaha, nein. Für die Leute sind das nicht. Okay, Pfarrer, danke dir. Okay, mein Lieber. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich habe auch voll gefreut, weil ich so lange nicht mit dir geredet und unterhalten, weil deswegen, ja. Aber Gott mir segne dich, Amir, und ich habe voll gefreut, mit dir heute die Zeit gehabt und mit dir Hallo sagen. Und falls du mir so Hilfe brauchst, ich versuche dran, gearbeitet, dass ich schnelles Sucher rauskomme. Ja, danke dir viel. Aber du kannst schon Arabisch bisher, ich höre manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin. Gott mir segne dich und schönes Wochenende mit dir. Alles gut, Pfarrer. Ciao, ciao, meine. Ciao. Jetzt kann ich dich sehen. Hi. Hörst du mich? Ja. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Danke schön, dich auch. Danke, danke. Ja, du hast Isam Bayan auseinander, genau, hast du gesehen? Wie der lügt von 2000 Leuten. Ja, genau. Ist das ein Gauner oder ist das ein Gauner? Heftig, ne? Wie die Leute vorgucken. Absolut. Ja, Leute, das ist die, die das Video erstellt hat, als sie den Isam Bayan beim Lügen erwischt hat, die Deborah. Danke. Ja, sehr gut. Ja, das ist das. Die meisten Muslime klicken dann nicht auf diesen Artikel, den er erwähnt hat bei National Geographic oder bei CNN, weil da geht es ja darum, dass es nur um 16 Fragmente gibt, aber die Authentischen sind ja alle im Jerusalemer Museum. Ganz genau. Aber das kannst du noch mal erläutern. Ja, ich habe das von ihm gehört live und dann habe ich mir schon gedacht, das kann ja nicht sein. Er hat da alle Kumran-Funde für Fake erklärt. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Woher hat er diese Info? Und dann hat er ja diese Seite eingeblendet und dann habe ich mir das halt einfach mal in Ruhe angeschaut und schon die erste, also schon die Überschrift eigentlich hat es ja schon gezeigt, dass es nur um dieses Museum geht. Und dann habe ich das einfach mir angeschaut, durchgelesen und habe gemerkt, ey, come on, was hat der da gelesen? Weil der hat ja selber den Leuten gesagt, hey, ihr müsst Englisch verstehen, lest euch das durch, aber anscheinend, also wie erklärst du dir das? Ich kann das auch scrollen, damit die Leute das nicht lesen. Ja, aber denkst du, der hat bewusst gelogen oder hat der das nicht gerafft oder was ist das? Ich gehe davon aus, dass er das schon mal gelesen hat, aber das ganz schnell noch mal so für die Leute, weil der dachte, die meisten gucken sich das eh nicht an. Deswegen lügt er einfach so rum, weißt du? Muslime sind ja so, die lügen ja, um ihren Hintern zu retten. Im Islam geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern alles zu vertuschen und zu verheimlichen, damit noch sehr viele im Islam drinnen bleiben. Islam without lies dies. Ja, genau. Also in drei Fällen darf man ja lügen. Im Krieg, in der Ehe und um Frieden herzustellen. Und da hatte ich auch schon mal in der Debatte mit Kalima TV und auch Joker gesprochen, die mich dann beide gefragt haben, wo man denn lügen darf. Man dürfe nicht lügen im Islam. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, in drei Fällen. Und das haben die auch irgendwie entweder nicht gewusst oder tatsächlich da auch bewusst gelogen. Und nicht nur das, du kannst sogar Menschen anlügen, um sie hinterrückst zu Nackentherapien. Das sagt der Imam Bukhari überliefert uns eine Überlieferung gegenüber Kabe bin Aschaf in Sai Bukhari 3032. Das kann sich jeder mal durchlesen. Da hat der Kabe bin Aschaf dem Mohammed so mit einem Gedicht geschmäht, anstatt der Mohammed so darüber hinweg sieht, weil es sowieso nur ein Gedicht war. Da sagt er, wer ist bereit, Kabe bin Aschaf zu Nackentherapien? Dann stand so ein Sahabi auf und sagt, möchtest du das, als ich das mache? Ja, Rasulallah. Hat er gesagt, ja, mach das. Dann hat der Sahabi zu ihm gesagt, dann erlaube mir, ihm etwas zu erdichten, das heißt, ihn anzulügen, um sein Vertrauen zu gewinnen, um ihn hinterrückst zu Nackentherapien. Wahnsinn, ne? Da siehst du mal, zu was er bereit ist. Da siehst du mal, zu was er bereit ist. Ja. Ja, ich verstehe das halt auch nicht, wie man Mohammed folgen kann. Das ist halt so gut, ein bösartiger Mensch sein. Oder du hast dein Leben ausgeblendet. Das ist das. Hm. Ja. Ja, ich wollte ja bei ImanTV auch rein, beim letzten Livestream, ne? Aus, äh, ganz am Ende. Das hat mich so aufgeregt, weil die ja so viele Falschaussagen da tätigen. Und dann haben sie mich kurz reingenommen, ne? Haben ja eigentlich gesagt, jeder darf rein. Wir machen heute fünf Stunden, Finale und so weiter. Und dann haben sie mich kurz reingenommen und sofort wieder rausgekickt. Nee. Das war unfassbar. Ja, sobald du Ahnung hast von der Materie, und die wissen ganz genau, dass du dich schon sehr gut damit beschäftigt hast und dich nicht so ganz schnell einlullen lässt von dieser islamischen Propaganda, Unsinn, Blöthaufen. Und das ist dann schwer, ihre Propaganda durchzusetzen, wenn sich jemand damit auseinandergesetzt hat. Ja. Warte mal, Mohammed hat aber das Gegenteil gesagt. Oder die Bibel sagt etwas ganz anderes zu dem Thema als das, was ihr da von euch gibt. Verstehst du? Ja. Da ist es. Ja, auch da. Also ich meine, Sertac müsste es eigentlich besser wissen, aber er sagt zum Beispiel, ja, Aisha hat mit Puppen gespielt, aber Erwachsene spielen ja auch mit Puppen. Das kommt jedes Mal, ne? Dieses Argument. Aber da gibt es ja das Bilderverbot. Also die Aisha war ja eine Ausnahme, weil sie ja ein Kind gewesen ist, ne? Was soll das denn? Bebot, guck dir das mal an, zu was die fähig sind. Wenn etwas eine Lüge ist, dann ist es eine Lüge. Du brauchst doch nicht das schön so auszuschmücken mit so List und Taktiken, um das den Leuten so schmackhaft zu machen. Wenn es schlecht ist, dann sag es doch. Ja, dann erklärt doch nicht, Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis. So wie in Jesaja 25 steht. Wehe euch, die Licht zu Finsternis erklärt und Finsternis zu Licht, ne? Also ich meine, heute im Scheitalter vom Internet, ne? Kann man wirklich online recherchieren, selber, ne? Mal einen Tag sich hinsetzen, einfach recherchieren, von mir aus islamka.info und da kann man das doch selber lesen. Überall steht es doch, dass sie ein Kind gewesen ist, dass sie noch nicht in der Pubertät war. Weißt du, was dem Ganzen noch einen draufsetzt? Das habe ich dem Muslimen auch gezeigt. Im Jahre 620 hat Mohammed sie geheiratet. Da war sie sechs Jahre alt. Im Jahre 623 war sie neun und da hat er die Ehe mit ihr vollzogen. Und dann im Jahre 630, als die Schlacht von Tabuk war, hat sie immer noch mit Puppen gespielt und da war sie 16 Jahre alt. Und du weißt, was das bedeutet, wenn jemand mit Puppen spielt, ne? Mhm. Ja, und das Ganze findet sich in Fatal Bari von Ibn Hajjad al-Askalani im Band 10 auf der Seite 544. Da geht er auf diese ganze Thematik ein. Mhm. Die hat sie noch nichtmals mit 16 ihre Menstruation erreicht und Mohammed hat mit ihr verkehrt. Unglaublich, ne? Ja, also bei jemand.tv wird wirklich offenkundig sozusagen eine Ehe mit Minderjährigen propagiert, ne? Also die sagen halt, man muss in die Pubertät gekommen sein, aber selbst ein Mädchen, was gerade in die Pubertät gekommen ist, ist doch noch überhaupt nicht ready, jemanden zu heiraten, vor allen Dingen nicht einen 40 Jahre älteren Mann, ne? Also es ist alles abstrus, ja? Ja. Ein Kind, was gerade vielleicht in die Pubertät kommt, ist ja auch nicht der Fall bei Ishan, ne? Muss man ja auch sagen, wie du gerade gesagt hast. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es ja immer noch verwerflich. Also die kommen ja aus der Nummer nicht raus, egal wie. Ja. Ja, das ist das, ne? Die versuchen dann halt, so gut es geht, den Islam in ein gutes Licht zu rücken, obwohl es da gar nichts mehr zu sagen gibt. Im Zeiter des Internets, hast du ja gesehen. Genau. Genau. Alles ist ja offen. Sie übersetzen ja alles auch schon in ihren Internetseiten. Also man muss wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, um eine Entscheidung für den Islam zu treffen, ne? Du hast dich also täuschen lassen. Das ist das. Hm. Ja, was ich auch hammermäßig fand, ist, dass da so bei EMA TV ganz offensichtlich gesagt wurde, Sexsklavinnen sind erlaubt, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Die prägen da eine Generation von jungen Leuten und sagen, das ist erlaubt. Ja. Ja, was sollen die da? Ja, da sind die wieder ehrlich. Weil der Koran dazu aufruft, ne? In Surah 4, Vers 24. Verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Sie können sogar Frauentausch machen. In Surah 33, Vers 52. Ja. Der Mohammed hat das ja gemacht mit seinen Dschihadisten. Die haben also Dörfer angegriffen, Frauen erbeutet. Und vorher haben sie ihre Frauen gegenseitig miteinander getauscht. Und da hat Allah ihnen das auf einmal verboten. Und hat er gesagt, mit Ausnahme denen, die ihr von rechts wegen besitzt, das heißt eure SEX-Sklavinnen. Ja, und dann siehst du, dass die so Frauentausch betrieben haben. Ja. So wie der IS. Hast du gesehen? Den SX-Sklavenmarkt? Hast du das mitbekommen? Ja, ja, genau. Das, siehst du, wie authentisch diese Gruppierung ist? Und die ganze Welt empört war über den islamischen Staat? Das ist so kriminell. Ja, ich hab das dann halt auch nochmal recherchiert. Und da kommt man eben auf, diese Seiten, die vor dem IS warnen, die haben auch Sexsklavinnen. Da fragt man sich dann schon, was wird da bei ImanTV propagiert, ne? Ja, wenn das so, wenn so was propagiert wird, dann muss der Staatsschutz da auf jeden Fall hinter. Wenn du so was lehrst mit SEX-Sklavinnen und dass du diese Dörfer angreifen willst oder beziehungsweise Deutschland eines Tages dann, du weißt ja, wozu die fähig sind. Der Mohammed hat sogar in Surin 9, Vers 49, hat der so einen Mann dazu aufgerufen, ein Dorf anzugreifen, um dort Blondinen klarzumachen. Surin 9, Vers 29. Lass uns die Stadt Tabuk angreifen. Dort sind bleichhäutige Frauen, also so auch Blondinen. Und dann hat er gesagt, verführ mich nicht mit diesen Blondinen, Mohammed. Heftig, ne? Und der Typ hieß Al-Jad. Musst du mal den Tafsih von At-Tabali durchlesen. Da kriegst du das Grauen. Der Mohammed versucht, so seine ganzen Leute eine Stadt anzugreifen, um dort Frauen zu erbeuten. Wundervoll, ne? Crazy. Crazy. Und dieser Typ, der dann von Mohammed dazu so angestachelt wurde, hat natürlich so eine Art Herz noch gezeigt. Er hat gesagt, Mohammed, verfülle mich nicht mit diesen Frauen. Ich möchte das nicht. Übel, ne? Mhm. Tja. Da fehlen dann die Worte. Ja. Und ich stelle dir mal vor, auf der anderen Seite der Herr Jesus Christus mit seinen wundervollen Worten. Genau. Genau. Absolut. Allein nur diese zwei Personen nebeneinander mal so zu betrachten, wem man eigentlich folgen will. Du wirst zu keinem anderen Entschluss kommen. Wenn du jemandem folgen willst, dass du auch selbst auswanderst und an Kriegen teilnimmst, dann bist du bei Mohammed sehr gut aufgehoben. Aber wenn du in Frieden leben willst mit deinen Mitmenschen und in Liebe und Wahrheit dann sein möchtest, dann kannst du zu Jesus Christus kommen. Amen. Amen. So sieht's aus. Genau. Wir folgen Jesus nach. Amen. Amen. So ist das. Siehst du, deswegen muss sich jeder Muslim einmal selbst den Gedanken darüber machen. Wem willst du folgen? Willst du Mohammed folgen? Der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, die Zunge in den Mund von einem Kleinkind gesteckt hat, den PINIS von einem Kleinkind geküsst hat, unzählige Männer und Frauen versklavt hat und nackentherapiert hat, Dörfer angegriffen hat, obwohl sie ihm nichts getan haben, gar nicht. Also, was ist das für ein Vorbild? Ja. Verrückt. Verrückt. Ihn auch noch als den besten Menschen zu bezeichnen. Also unfassbar eigentlich. Ja. Also, ich lese auch manchmal so ein bisschen Hadiths und so weiter. Ich meine, wenn Muslime das auch mal machen würden, auch mal den Koran lesen, kann man ja machen, dann wird man das eigentlich schon auch erkennen eigentlich. Natürlich. Natürlich. Aber viele, ja, viele sind halt auch nur so Namensmuslime, die sind da reingeboren, das ist kulturell, Familie ist das und dann lehnt man das halt auch nicht gleich so ab. Aber man kann da nur auffordern, hey, schau dir mal an, vergleich mal Jesus mit Mohammed, du bist mit deiner eigenen Quellen und dann entscheide dich jetzt bitte für den besseren Weg. Weil in der Ewigkeit, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, da kann man auch nicht sagen, ja, meine Familie war halt so, deswegen habe ich das gewählt. Genau so sieht es aus, als wenn du versuchst, die Muslime auch immer zu motivieren, auch mit den Worten des Herrn. Glückselig sind diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen leiden. Wenn du alles für den Herrn Jesus Christus aufgehst, und er weiß, wie schwer das ist, auch gerade in den Familien, die in so Religiosität so aufwachsen, nicht nur bei den Muslimen, auch bei Hindus oder Buddhisten oder was auch immer. Du siehst, als wenn du in so einer religiösen Familie aufwächst, es ist ein Ultra, also ultra schwer, da so rauszufinden und deinen Verstand zu benutzen und das Ganze mal zu vergleichen. Verstehst du? Allein der Druck von der Familie, das ist so heftig. Ja. Ja. Deswegen muss man immer ins Gebet gehen, die Leute ermutigen und ihnen sagen, Leute, ihr müsst ein Vergleich ziehen zwischen Jesus Christus und Mornel. Absolut. Wem wollen wir nachfolgen? Absolut. Ja, genau. Wir müssen alle für die Muslime beten. Gebet hat Kraft. Jakobus 5,16. Genau. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Ganz genau. Moment. Und du bist jetzt hier fleißig am Videos machen gegen diese ganze Dauer. Gummig verwandeln. Ja. Ja, 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 ja. Dauergummig verwandeln. Jetzt das heftig. Da sagt der Hansi, ich habe mich totgelacht, als er mit diesen Hansi und allen debattiert, wo er gesagt hat, zeigst du mir eine Fest, wo sagt Jesus, ich bin für Sünden von Menschen gestorben. Ich werde Christ. Ich werde Christ. Und dann zeigst du dem Matthäus 26,28, wo der Herr den neuen Bund einleitet, mit seinem Blut, das vergossen wird, für die Sünden der Menschen. Und dann sagt er so, nein, wo sagt Jesus. Ja, ja. Also, wie unehrlich kann man nur sein, das ist so krank. Ja, ja. Du hast das auch sehr gut gesagt, wie kann man sein Glauben so billig verkaufen, so nach dem Motto, ja komm, zeig mir das und dann verlasse ich so den Islam. Siehst du? Ja. Unglaub. Ich habe mich totgelacht. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach. Ja, ich bin gestorben vor Lachen. Zeig mir, zeig mir so. Ja, ich kriege ganz schön Hate von denen ab, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also, mir macht es nichts. Also, ich bin da wirklich so sicher in meiner Identität, in Gott und ich weiß, dass ich in Jesus mein ewiges Leben gefunden habe, dass er mein Herr ist, mein Gott, mein Freund, mein Hirte ist mit mir. Das macht mir nichts. Ich weiß ja, woher das auch kommt. Jesus hat ja auch seinen Feinden vergeben. Also, wir haben ja Jesus als Vorbild und von daher mache ich einfach weiter. Wir müssen weitermachen. Ja. Ich muss mal hier ein paar Leute, die sind mal stumm. diese blöde Beleidigung direkt hier. Ja, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Das war sehr, sehr gut. Es ist ja schön auf den Boden eine Tatsache angeholt. Also, wie kann man sagen, dass Jesus Christus nicht sagte, dass er für die Sünden der Menschen gestorben wäre? Das ist Quatsch. Hat man die Bibel ja nicht gelesen, oder was? Hm. Hör mal, ich habe mal eine kurze Frage. So als letztens hätte ich noch mal eine Frage. Ich bin letztens auf ein Hadith gestoßen und habe jetzt auch ein Video tatsächlich zufällig darüber gesehen. Da gibt es so ein Hadith, dass der Allah, also da geht es um die Liebe und den Hass von Allah gegenüber seinen Dienern. Und da kommt der Engel Gabriel quasi zu Allah und Allah sagt, den und den Diener, den lieb ich, lieb du ihn auch. Ja. Kennst du diesen Hadith? Den habe ich noch nicht gesehen. Worum geht es denn da so? Ja, eben. Und dann geht dieser Engel Gabriel dann quasi zu dem Diener und liebt ihn und alle sollen ihn lieben sozusagen, weil Allah ihn liebt. Aber wenn Allah ihn hasst, dann geht der Engel Gabriel und hasst ihn und alle sollen ihn hassen. Aber das ist total kurios, weil was macht das für einen Sinn? Also wenn quasi dann alle dich hassen, dann zeigt das, dass Allah dich hasst. Aber in der Bibel ist es ja genau andersrum. Jesus sagt, wenn sie euch hassen, sozusagen dann liebt Gott euch, weil das ist das Normale, dass sie euch hassen, weil die Welt ist böse. Also es macht einfach, dieser Hadith macht gar keinen Sinn. Das würde ja dann bedeuten, wenn Muslime irgendwie Hass erfahren, dass sie dann auch gleichzeitig von Allah gehasst sind. Total kurios. Ja, die Doktrin Liebe und Hass in Allah, wenn die Muslime sich auch damit auseinandersetzen, dann ist es sehr, sehr heftig. Du wirst also komplett gehirngewaschen, programmiert und dann, wenn du an Vorträgen teilnimmst und diese ganzen Bücher liest, Liebe und Hass in Allah, dann musst du halt Liebe für die empfinden, die Allah und seinen Gesandten gehorsam sind und Hass gegen diejenigen pflegen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Das heißt auch die Juden und Christen, die Mohammed als Propheten ablehnen und ihn nicht akzeptieren, die müssen ja dementsprechend dann auch sofort bedrängt werden. Und da gibt es ganze Vorträge, die gehalten werden. Liebe und Hass in Allah. Und wenn der Muslim sich mit solchen Texten oder mit solchen Vorträgen dann vergiften lässt, dann weißt du, wohin diese Reise geht. Ja, das war ja jetzt so interessant, dass der Hamdi sich ja gegen Issam und Enes gewendet hat. Der hatte ihnen ja vorgeworfen, sie wären nicht hart genug. Und dann hat er ja das eingeblendet da. Er seid hart zu den Ungläubigen. Da gibt es ja auch ein Tafir davon. Also crazy. Ja, weil Mohammed so war. Der Mohammed hat ja gesagt, ich wurde mit dem Schwert entsandt, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Erst wenn sie die Schahade aussprechen, hat er erst aufgehört, in die Menschen so reinzudonnern. Heftig. Ja, der hat ihm ja auch vorgeworfen, dass er den Stürzenberger da umarmt hat, der Enes. Wo wir ja sagen würden, wir können ja noch froh sein, dass es solche Muslime gibt. Ja, genau. Aber der handelt so wieder. Das wollte der Hansi sagen. Der Hansi hat recht. Der Anas öffnet seine Brust für so, indem seine Augen so ein Ungläubigen weiß. Und das darf er nicht. Sura 9, Vers 23 verbietet ihm das absolut. Ja, ja, das ist halt die softe, so eine softe Version vom Islam. Und die hat dann gesagt, in dem Moment mal, das läuft ja anders. Ja, genau. Das ist die softe Version des Islam. So, komm, wir machen Kuschel-Islam. So, das ist Bidda. So, was nennt man Erneuerung, Bidda machen? Oder vielleicht macht er auch Takiyah, weiß man ja nicht, um ihn sein Herz zu gewinnen. Sheikh Al-Husaymin, sagt zum Beispiel, das ist ein Salafi-Gelehrter, es ist kein Problem, den Nicht-Muslim zu schmeicheln, um sein Herz zu gewinnen. Verstehst du? So, ihn anzulügen, um sein Herz zu gewinnen. Oh, du bist aber ein toller Tür und so, ihn zu schmeicheln, um ihn in den Islam reinzuholen. Das ist erlaubt im Islam. Heftig, ne? Ja, ja, und innerlich verfluchen, ne? Ja, genau, innerlich verfluchen. Sehr gut. Ja, ja. Das ist heftig, ne? Ja. Was für eine Religion, ne? Und was sagt der Apostel Paulus? Darum legt die Lüge ab und sagt gegeneinander die Wahrheit. Und der Apostel Paulus wurde ja die ganze Zeit bedrängt, weil er ja das ausgesprochen hat, was auszusprechen werden musste. Siehst du? Ja. Ja. So einfach ist das. Na ja. Aber ich bin ja eigentlich froh, dass man bei Ennis zum Beispiel so manchmal diese Züge sieht, ne? Dann, vielleicht sind sie ja dann doch irgendwann nochmal offen für die Wahrheit, ne? Ja, kann sein. Also der hat so eine sehr liberale Auffassung. Ich weiß auch nicht, ob das gespielt ist oder ob der das so, keine Ahnung. Also nach dem, was ich alles so herausgefunden habe, würde ich sagen, dass der islamische Staat die wahrhaftigste Gruppierung des Islams ist. Die wahrhaftigste, die den letzten Teil in Mohammeds Leben praktiziert, ne? Die Suche 9. Alle Kufat vor die Wahl zu stellen, vor den Jizia zu nehmen, die haben ja einen ganzen Staat gegründet, der hat ja funktioniert. Auf Grundlage der Texte des Islam, islamischen Texte, Koran, Hadith, und nach Aussagen der Gelehrten bei jedem Akt, bei jedem Nackentherapie oder was auch immer. Die haben ja hochheftige 4K-Videos erstellt, wie sie da die Leute am, du weißt schon, ich kann das hier nicht ausbrechen, sonst habe ich Angst, dass gesperrt wird. Ja, und dann siehst du, dass sie zum Beispiel so Zitate bringen von Koran und Zitate bringen von so Gelehrten, ne? In ihren Büchern. Ja, und dann holen sie sich ihre Legitimation daraus und die ganzen Leute sind auch zockiert, ne? Naja. Ja, also auch diese ganze Unterscheidung, dieses mit denen, ja, wir sind nur gegen die Zionisten, aber nicht gegen die Juden, ist auch irgendwie total lächerlich eigentlich, weil in den Hadithen steht ja von den Juden, ne? Also überall sind ja dann immer die Juden verflucht und so und Isan Bayern hat tatsächlich den Hadith erklärt, der ja auch in dieser Charta der Hamas steht und hat dann gesagt, dass damit tatsächlich Gebiet Israel gemeint ist, ne? Unglaublich. Ja, natürlich, der Allah verspricht ihnen sogar, dass das Land gehört ihnen, in Suche 17 Vers 101 bis 103. Der Allah hat ihnen das Land gegeben und die Muslime sagen, ne, das Land gehört nicht den Juden, obwohl Allah ihnen das Land gegeben hat. Ja, super. Ja, und dann wirst du jetzt auf einmal, wie die immer lautstarker werden, hier auch in Hamburg hast du das ja mitbekommen, was dort abgibt. Und das schwillt so in den Klöpfchen der ganzen Muslime, der Traum eines Kalifats, dass ein muslimischer Führer über die Muslime herrscht und dass die hier muslimische Oma alles nach Scharia herrscht und alles mögliche und dann, ja, super. Was passiert dann mit den Andersgläubigen? Wie muss man denn den dann verfahren in einem islamischen Staat? Das haben wir gesehen in Israel und Syrien. Als der Islam sein hässliches Gesicht gezeigt hat, ne? Sein wahres Gesicht. Ja, da hat Enes ja auch so einen Stream dazu gemacht. Ich habe da nur ein bisschen reingeguckt. Der hat ja das da so ein bisschen, ja, reacted da drauf. Aber man kann das ja als Muslim eigentlich nicht ablehnen, dass man einen Kalifat möchte, ne? Das geht ja nicht. Das geht nicht. Das ist der Traum eines jeden Moslems. Das ist in ihren Köpfen drin. Klar will der Muslim unter der Scharia ein muslimischer Führer, der die Muslime führt und der der Nachfolger des, der Herr von Mohammed ist, ne? Der auf der Grundlage der Scharia alles so leitet, lenkt und alles, ja. Also auch verrückt, dass man zurück will, ne? Zu diesen Methoden wie Steinigung und so, wo wir einfach froh sind, dass wir einen Erlöser haben, der die Todesstrafe für uns auf sich selbst genommen hat, ne? Und den neuen Bund uns geschenkt hat, wollen die da zurück zu diesen Methoden, die ja den Menschen einfach auch nicht verbessern können, ne? Weil der Mensch braucht eine innerliche Erlösung. Er muss ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen. Das ist das, was uns Menschen hilft und erlöst und freimacht von der Sünde, ne? Nicht noch härtere Gesetze. Ja, genau. Sehr gut, ja. Ja, der Jesus Christus hat ja alles auf sich genommen, ne? So, dass wir leben dürfen, ne? Der hat ja das Gesetz erfüllt, was die Propheten über ihn gesprochen haben. Hat alles perfekt erfüllt. Und dann hat er den neuen Bund eingeleitet, ne? Wo du schon sagst, also dann haben sie das gezeigt, dass Matthäus 26, 28, ne? War das? 26, 28, ne? Ja, glaube ich schon, ja. Ja, dies ist der neue Bund, den ich mit allen schließe. Und dies, das ist der neue Bund, wo ich, äh, das, die, wie heißt das, warte mal ganz kurz? In meinem Blut, genau. In meinem Blut, genau. Zur Vergebung der Sünden. Der Sünden, genau. Wie hieß es, mein Blut, dass ich das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden? Matthäus 28, äh, Matthäus 26, Vers 28, ne? War das? 26, 28, äh, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Amen. So ist das. Jesus Christus mit seinem Blut, was er am Kreuze von Golgatha vergossen hat, hat er den neuen Bund eingeleitet, ne? Nach Eremia 31, 31, richtig? Mhm, genau. Und es ist ja so schön, dass wir wissen dürfen, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, dass wir nach Hause gehen, ne, eines Tages nach Hause gehen. Und, äh, der Muslim weiß nicht, wohin er geht, ne? Also jeder Muslim muss damit rechnen, dass Allah ihn in die Hölle wirft. Und Abu Uwara das ja auch auf gelehrten Basis gesagt hat, dass noch 99 von 100 Muslimen in die Hölle geworfen werden, ne? Und selbst wenn es Zeitreise ist, wer will denn in die Hölle? Wer will denn da hin? Jesus ist doch gekommen, um uns vor der Hölle zu erretten. Das sagst du auch sehr gut. Ich glaube, wer hat das zusammengeschnitten? Ja, das habe ich auch gemacht. Jemand anderes, ne? Wer war das nochmal? Ja doch, ich habe da auch, weil die ImanTV mich ja da verleumdet und hatten mich als Lügnerin hingestellt, weil ich Abu Uwara zitiert hatte und die so, äh, 99 von 100, das kann nicht sein und so. Das war auch so eine fette Geschichte, ey. Crazy. Du bist eine Lügnerin, du bist eine Lügnerin. Obwohl du nur sagst, da hat doch Abu Uwara gesagt, was, ich bin ein Lügner, ich zitiere doch nur. Die kommen auf ihre eigenen Lehren nicht klar. Die kommen auf ihre eigenen Lehren nicht klar. Ja genau, der Abu Uwara hat das bestätigt, der hat gesagt, von 100 Muslimen werden 99 erstmal in die Hölle fahren und einer wird nur gerettet werden. Ja, das ist die Akhida, der Ahl al-Sunda wal-Jamaha, heftig, ne? Ja, genau. Also der macht den Muslimen, ja, was ist das für eine Hoffnungslosigkeit? Echt? Also von 100 Muslimen fahren erstmal alle in die Hölle, was ist das für ein Glaube, Mann? Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Ich würde die ganze Zeit nur so Angst kriegen, Panik, wenn ich jetzt gerettet, war ich zur Hölle, bin ich einer von den einen von den 100, was soll das, Mann? Genau. Und vor allen Dingen, wenn du dich als das 1% siehst, was direkt ins Paradies geht, ganz ehrlich, dann hast du ja voll den Hochmut in dir. Und da sagen die Hadiese wieder, wenn du nur einen Funken Stolz hast, dann siehst du sowieso das Paradies nicht. Genau, sehr gut. Du brauchst gar nicht so groß aus der Nummer. Und jetzt kommt Allah und sagt, ja, es gibt einen Weg, wie du sicher ins Paradies kommst. Und zwar, wenn du mit mir den Vertrag eingehst, deine Seele gegen das Paradies eintauschst. Du kämpfst auf meinem Weg, auf Allahs Weg. Und so nackentherapierst du andere und wirst nackentherapiert. Das ist der Vertrag, den du mit Allah eingehst. Und Allah ist der Beste, der die Verträge einhält. Du erkaufst dir das Paradies mit deinem eigenen Blut und mit deiner eigenen Seele. Wahnsinn, ne? Das ist der einzige Weg. Du kannst jeden Muslim fragen, der authentisch ist und ehrlich ist. Er wird dir sagen, Amir hat recht. Das ist der einzige Weg. Nur fiesabilillah kämpfen zu gehen für Allahs Sache. Weil bei dem ersten Bluttropfen, der aus deiner Haut rausgeschossen kommt, werden dir alle Sünden vergeben. Und du wirst die Krone der Ehre auf deinem Haupt haben. Heftig, ne? Ja, es ist die Doktrin des Islams und des Dschihads. Heftig, ne? Nur da ist es nur die Sicherheit. Was für eine emotionalen Schieflage sie kommen. Ja, warte mal, wenn mein Gott sagt in Suche 66, Vers 8, dass er vielleicht uns vergibt. Gibt es denn eine Möglichkeit, wirklich Vergebung zu erlangen von ihm? Ja. Und dann kommst du auf einmal zur Suche 9, Vers 111. Und da kannst du den Vertrag mit Allah eingehen, deine Seele gegen das Paradies einzutauschen. Und was ist das für ein Paradies, Deborah? Ja, mit Huris. Und Knaben. Und Knaben. Und Zelten. Und Zelten. Und grünen Stoffen. Und alle in Reihen, sagt der Koran ja. In Reihen. Auf hohen Betten. Für was die aber auch... Da gibt es so richtige Naschids. Damals, als der Syrien-Krieg anfing, Da hat sich sogar jemand so ein Stein um seine Genitalien gebunden, damit er mit seine... Falls er im Krieg stirbt oder irgendwie in die Luft gejagt wird. Und wenn seine Genitalien noch irgendwie bestätigt, damit er in den Jannah kommt. Das war so krass. Oh meine... Ich bin gestorben vor Lachen. Oh meine Güte. Ja, und dann singen diese ganzen Mujahideen. Ja, wir freuen uns. Zu unseren Huris wollen wir gehen. Und das ist das Schönste. Glückselig jeden Tag SEX machen. Das ist abgefahrener Unsinn. Ich verstehe auch nicht, wie man das glauben möchte. Erzähl mal den Leuten, wenn die Muslime, diese ganzen Dauerteams, mal ehrlich wären und denen sagen würden, ja, Allah hat uns ein Himmelreich versprochen, Wäsche voll mit Alkohol, kleine Knaben, die uns bedienen und wir auch mit denen SEX haben dürfen, weil im islamischen Himmelreich ist alles erlaubt. Und dann siehst du auf einmal, wie diese ganzen Hulis zu dir kommen mit 1,6 Kilometer breiten Hintern und du einen Palmen-Pi-Yenis bekommst, der so dick und so lang ist wie eine Palme und du damit beschäftigt bist, deine Tanten, Oma, Nichten, zwei Schwestern, alles auseinanderzunehmen. Wer kann an so einen Unsinn denn glauben, Mann? Ich verstehe nicht, wenn man denen das so ehrlich präsentiert. Wer kann denn da noch Muslim sein? Ich habe irgendwie mal gehört, dass das mit diesem großen Penis irgendwie nicht authentisch sein soll. Aber ich sage mal so, selbst wenn man das weglässt, es ändert nichts daran, dass das einfach verwerflich ist und dass diese Hulis hier nur dafür geschaffen wurden, um diese Männer dort zu erfreuen. Und die sind so durchsichtig, dass der Mann sich in ihnen spiegelt auch. Und er sieht quasi sich die ganze Zeit in diesen Frauen. Das finde ich auch total kurios. Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist heftig, ne? Ja, und die leben in Zelten. In Zelten. In Zelten, schön. Da ragt der Palmenpeer jetzt immer raus. Oh Mann. Das ist gut zu sein. Es ist die Sprache der Verbindung und des Plurals. Und daraus entstandene Bäume, die heiraten, als sie sich schwanken und einander verbanden und ein Vertrag gesetzlich verankert wurde, der die Erlaubnis zum Verkehr mit dem Wort Ehe oder Ehe oder seiner Übersetzung beinhaltete. Und die Araber verwenden es in dieser Bedeutung eines Vertrags und Verkehrs für alle, für uns alle und für unsere Gefährten in dem Bereich. Er führte Gottesdienste ein, weil sie wichtiger sind als Transaktionen. Da ihr Bedarf wichtiger ist, erwähnten sie zu Beginn der zweiten Hälfte die obligatorischen Pflichten, um anzuzeigen, dass es sich bei ihnen um die Hälfte des Wissens handelt. Wie im Hadith, dann um die Ehe. Denn wenn die Wünsche des Körpers erfüllt sind, werden die Verbrechen begangen, weil es auftritt, nachdem die Wünsche des Magens und der Vulva erfüllt sind. Die Ehe ist eines der alten Gesetze Adams und ihre Wirkung wird auch im Paradies erhalten bleiben. Mit der Ehe ist ein Vertrag gemeint, der aus einem Angebot und einer Annahme besteht und dessen Ursprung in der Zulässigkeit liegt. Und aus diesem Grund ist sein Gelübde nicht gültig, selbst wenn suggeriert wird, dass es wünschenswert ist. Es kann über die Zulässigkeit des Eheversprechens hinausgehen. Rest der Urteile. Ich möchte, warte ganz kurz, ich gehe mal zu diesem Teil, wo der sagt, guck mal hier. Hier. Und wenn er nicht ein besonderes Kind auf dieser Welt geboren wird, ist es für sie nicht richtig. Und es ist nicht wahr. Und sie sind in dieser Welt nicht verboten. Genau wie Seide. Wein und die Vereinigung zweier Schwestern. Al-Kurtevi erklärte vielmehr, dass es erlaubt sei, alle Maharams im Paradies außer die Mutter und die Tochter zu heiraten. Denn der Grund dafür ist Hass und Trennung von Verwandtschaftsbanden, die es dort nicht gibt. Siehst du, Allah erlaubt dir, mit deinen eigenen weiblichen Verwandten es X zu haben. Außer deiner Mutter und deiner Tochter. Pass auf. Wie ANAL-Verkehr. Einschließlich Verkehr mit den Genitalien. Wie etwa Verkehr mit der eigenen Tochter seiner Mutter. Es wurde berichtet, im Paradies wird einer von euch, ein P-I-N-I-S wie eine Palme bekommen. Und eine Vulva, die groß genug dafür ist. Aber hier... Was für ein Müllhaufen ist das, Mann? Aber was mir auch gerade einfällt ist, dass man ja im Paradies auch so ein Riese ist. Da gab es doch auch so ein Paradies, dass man Meter hoch groß ist. Ich meine, dann passt das ja wie dann zusammen. Ja, natürlich im Paradies wirst du riesig sein, sagte Allah. Ich war ja beim islamischen Unterricht. Und damals hat er uns das erklärt. Der hat uns die Paradies-Vorstelle erklärt, dieser Chef. Und da hat er gesagt, dass wir ungefähr so 70 bis 80 Ellen lang sind. Das ist dann so ungefähr... Ja, so 30, 40 Meter oder was sind wir dann. Ja, genau. Dann passt es ja wieder zusammen. Siehst du? Also, habe ich recht, wenn ich das sage. Und ich zitiere diese ganzen Gelehrten. Hm. Heftig, ne? Guck mal, ich lese das nochmal vor. Das ist krass. Guck mal, was der Allah im Himmelreich verspricht. So einen heiligen Ort. Trennung von Verwandtschaften, die es dort nicht gibt. Und nicht etwas, was ein Laster mit sich bringt. Wie ein ANAL-Verkehr, einschließlich Verkehr mit den Genitalien, wie etwa Verkehr mit der eigenen Tochter seiner Mutter. Es wurde berichtet, im Paradies wird einer von euch einen PIN-IS wie eine Palme bekommen und eine Vulva, die groß genug, also dass der PIN-IS dafür bereit ist. Passt. Heftig, ne? Oh Mann. Das ist so krass. Stell dir mal vor, Iman-TV würde das so thematisieren. Und den Leuten sagen, ja, in unserem Himmelreich, wenn die ehrlich wären. Und sagen, ja, wir stehen dazu. Was meinst du, wie die Leute lachen würden? Und sagen, okay, du stehst dazu, okay, wenigstens bist du ehrlich. Aber jetzt wissen wir die Wahrheit über den Islam. Das war's. Ja, aber weißt du, ich merke halt, es ist immer ein Stück nur so eine Teilwahrheit, die da gesagt wird, damit halt Menschen konvertieren. Und das geht ja auch, insbesondere bei der Erlösung, auch darum, dass sie immer nur propagieren, naja, wenn du gesündigt hast, Allah vergibt dir einfach. Das ist so das Einzige, was die Leute sich merken und dann denken, ah, okay, dann konvertiere ich. Aber das Erlösungskonzept im Islam, das ist auch total chaotisch. Weil mal vergibt Allah alle Sündenberge, mal hast du Juden und Christen, die da einen Höllenplatz einnehmen, mal ist es aber eine Sünde, die zu viel ist und dann gehst du doch in die Hölle. Dann sind es auch wieder 99 Prozent, die in die Hölle gehen und danach erst wieder, also es ist einfach ein Chaos. Chaos, genau. Siehst du, diese Religion hat keinen, also keinen inneren Frieden in sich. Und deswegen sagt der Herr Jesus Christus, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Das gehört zu Weltreligionen, Weltanschauungen und hast du nicht gesehen. Siehst du, wie präzise der Herr ist? Ja, nur Jesus gibt Frieden. Amen. So ist das. Das ist das. Das hilft nicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Bestandteile, was dann auf einmal zog. Weißt du, wie ich mich damals damit beschäftigt habe? Was für einen Schock ich hatte, als ich diese ganzen Sachen herausgefunden habe. Das ist doch keine normale Religion mehr. Das ist ein riesen Wirrwau-Chaos. Der Koran ist nicht mehr chronologisch geordnet. Also es ist ein kompletter Chaos, das ist doch im Koran drin. Ja, ja, genau. Nach Längen ist er ja geoffenbart worden. Jetzt zur Zeit ist er gerade nicht nach zeitlich chronologisch geordnet, sondern einfach nur nach Längen der Surah. Super. Ja, ich habe den komplett gelesen. Ich habe den Koran komplett gelesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Also am Ende tatsächlich mich ein bisschen durchgequält, weil es ist ja auch ein sehr, sehr dunkles Buch, so habe ich das empfunden. Also ich als Ungläubige, in denen ihren Augen oder im Augen des Korans, werde ja immer nur irgendwie bedroht. Da kommt nicht keine Liebe rüber. Da kommt nicht rüber, dass Allah mich retten will, dass er ein Interesse daran hat, dass ich eines Tages Wahim bin oder so. Wie die Bibel uns das ja sagt. Der Heilandgott, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das findest du im Koran ja nicht. Allah möchte die Hölle mit Menschen füllen. Was ist das für ein Gott? Ist das der Herr Jesus Christus, der die Hölle mit Menschen füllen will? Ist das der Satan, Mann? Ja, ja. Allein, wenn man sich nur darüber Gedanken macht, dass Gott ein Verlangen hat, die Hölle mit Menschen zu füllen, so wie er das sagt, also der Allah, da weißt du ganz genau, irgendwas stimmt hier nicht. Er hat auch ein Anliegen, Hass und Zwietrach zwischen den Menschen zu stiften. Obwohl im Koran im gleichen Kapitel, im Vers 91 steht, dass Satan Hass und Zwietrach zwischen den Menschen stiften will. Also klar, da geht es ja gar nicht mehr. Dann wird bei uns halt auch immer dann gesagt, ja, aber euer Gott wirft doch auch Menschen in die Hölle. Aber wir sagen, ja, aber sein Wille ist unsere Rettung. Nicht er will die Hölle füllen. Nein, will er eben gerade nicht. Deswegen ist ja Jesus gekommen, um uns zu retten, hat einen teuren Preis bezahlt, um uns aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts zu holen. Und das ist das Schöne am Herrn Jesus Christus. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist und darfst deine Sünden bei ihm ablegen und dich von ihm retten lassen. Das ist das Geschenk der Gnade. Wunderbar. Amen. Ja, du hast teuer erkauft, der Herr. Absolut. Sein Teil ist gut. Ja, dafür danke ich ihm jeden Tag. Also wenn ich bete, dann bin ich immer berührt. Das hört auch nicht auf. Ich glaube, wir werden in Ewigkeit Jesus dafür danken, was er für einen großen Preis für uns bezahlt hat. So ein Gott der Liebe, so eine starke Liebe, so vorbildlich. Da kann Allah überhaupt nichts bieten dagegen. So sieht es aus. Was will Allah dir bieten? Frau Huris mit Schwellen, du weißt schon was? Nein. Du wirst also, wie dein Name schon ist, in die Glückseligkeit eingehen beim Herrn. Du wirst dann bei ihm sein, alle Zeit, alle Tage und nicht bei Urelem. Amen. Maranatha, Jesus komme bald. Ich komme bald, ja. Ja, Armin, danke für das Gespräch auf jeden Fall. Gott segne dich, Deborah. Gott segne dich und deine Arbeit. Lass dich niemals einschüchtern von dieser ganzen Muslime. Mach immer weiter, der Herr wird dir schon beistehen. Mach dir keine Sorgen. Amen, danke. Du auch. Alles klar, mach's gut. Wenn was ist, kannst du mich immer kontaktieren. Danke sehr. Tschüss. 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 Ja, sieh die. Ein Geside. Das ist Camilorienleitung. Amir, Leonidas Spartaner. Ja, sieht echt so aus an sich, Leonidas. Ich bin nochmal da bei dir. Ja, hallo. Gott segne dich und deine Familie. Kann man jetzt mit dir vernünftig reden? Ich hab vernünftig geredet, aber du lässt mich ja nicht reden. Du hast einfach nur geredet. Du hast einfach nur geredet. Ja, aber ich hör dir auch zu. Weißt du, das ist Respekt. Und ich bin zu Besuch bei dir auf dem Programm. Okay, ich habe doch gesagt, kein Problem. Du hast doch ein Vers aus dem Koran genannt. Dann hab ich gesagt, können wir das zusammen ja durchgehen. Hör mal bitte deinen Koran her. Und wann wolltest du das? Du wolltest einfach nicht den Koran holen. Ich hab dir gesagt, ich hab das jetzt nicht verraten. Um Koran auswendig lernen. Du brauchst du jahrelang, um das auswendig lernen, um die Geisse dir vorzulesen. Ich hab doch so einen Kopf. Nein, mir geht's darum. Mir geht's darum, um die... Du weißt, um was es geht hier. Du siehst nur deinen Punkt und die Kreis drumherum siehst du nicht. Verstehst du? Du machst hier mit dem Himmel lächerlich und so. Und du weißt nicht, was davor für Religionen waren, was davor für Propheten waren. Du weißt nichts, verstehst du? Du erzählst nur nicht mal davon und so. Fangen wir mal an. Was ist das Leben vor dem Sinnflut? Du kennst dich doch aus, sagst du. Was ist das Leben vor dem Sinnflut? An die Arschenor glaubst du ja. Als Christ muss man ja an die Arschenor glauben, oder? An Noor. An Nuh. Oder? An Christ. Oder ist das nicht so? Was ist das Leben davor? Schalom, Amir. Hallo. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe eine Frage, also ich bin seit 2017 Christ, mir ist Jesus erschienen, ich habe gebetet, er ist in meine Träume gekommen und so. Und ich habe auch damals das nicht verstanden mit Heilig Geistisch und das und so. Und der Herr hat mir sogar einen Traum gegeben, wo ich den Sohn und den Heiligen Geist gesehen habe. Der Heilige Geist war wie so ein unsichtbares Licht. Ich war im Haus des Vaters, der öffnet Türen und schließt und wirkt. Ich meine, es ist mir seit Tag 1 klar, dass es Vater gibt, Sohn gibt und auch den Heiligen Geist, sieben Geister Gottes stehen vor dem Thron des Lammes, welches die sieben Augen sind und so weiter. Und so und jetzt habe ich vor kurzem hier mal einen Modalisten kennengelernt und so. Das habe ich ja auch noch nie mein Leben gehört. Also ich habe alle verrückten Irrlehrer auf TikTok schon kennengelernt und gehört, alle unbiblisch und so. Die Bibel redet ja klar und deutlich und so. Ich wollte mal dich fragen, was ist deine Meinung zu einem Modalisten oder Modalismus? Ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber der Gott, der Bibel besteht aus einem drachigen Gott und jeder von ihnen ist gleich ewig, gleich, wir haben die gleichen Wesen, Wesen teilen sich das eine Wesen zusammen und der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen als ein Mensch und hat die zwei Hypostasen angenommen, sowohl 100% Mensch als auch 100% Gott. Dem Geist nach ist der 100% Gott, dem Fleisch nach ist der 100% Mensch. Nicht Gott ist auf Kreuze gestorben, sondern der Menschensohn ist am Kreuze gestorben. Der Süppel ist der Perfektor, der Heilige, der Messias. Ja, da macht sich jemand drüber lächerlich und so. Ich glaube, die Modalisten sagen, dass Jesus und der Vater ein und dieselbe Person werden. Ist das so? Das ist eine Katastrophe. Das ist eine einzige Katastrophe. Das ist wie wenn ich sage, Materie kann ja auch fest, flüssig, gasförmig sein. Das ist ja wie wenn ich sage, ist alles das Gleiche. Und das zeigt ja auch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Raum ist auch dreidimensional. Man kann ja auch Gott an der Schöpfung erkennen, weißt du? Und so weiter. Der Jesus spricht doch zum Vater in Johannes 17, 4, als er sagte, Vater, verherrlichst du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Sie waren also zwei Personen und der eine hat den anderen verherrlicht, genau wie der eine den anderen verherrlicht hat. Ganz einfach. Und sie sind nicht eine Person, nein. Sie teilen den gleich ewigen Gott. Sie sind der gleich ewige Gott, sowohl der Sohn, als auch der Vater und der Heilige. Amen. Ich habe das früher nicht verstanden und dann habe ich zu Gott gebetet und dann hat Gott mir einen Traum gegeben, wo mir das erklärt. Und ich habe mich so gesehen, ich laufe durch den Wald, da war ich ungläubig und dann komme ich an den Wald raus und dann sehe ich das Haus des Vaters. Und ich habe einfach gewusst, dass der Vater sein Haus, und es war mit Gottes, einfach so, du fühlst jetzt Gott, es ist einfach so wunderschön gewesen. Ich habe drinnen den Hausherrn, den Menschensohn gesehen, Jesus. Ich habe ihn von hinten gesehen. Und dann habe ich auch so einen, ja, den Heiligen Geist habe ich dann gesehen, so ein unsichtbares, goldenes Licht, was mich durchs Haus führt quasi und Türen auf und zu macht. Und so. Und in dem Traum habe ich auch einen Mensch gesehen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, der ergraut war und so und ist dann wieder gekommen. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich diesen Mensch wirklich so im Traum wieder getroffen und kennengelernt und also in Real und der war auch wirklich ergraut und sowas und der hat das Gleiche getan und gesagt wie in dem Traum. Der Traum hat mir auch die Zukunft vorausgesagt und da habe ich echt, ja, das ist schon verrückt, aber der Herr erscheint auch in Träumen und so. Aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Das habe ich gehabt, wo ich neu zum Glauben gekommen bin und ja, seitdem nicht mehr. Das war 2017, 18, 20 sowas, aber seitdem nicht mehr. Aber am Anfang habe ich da schon und ich kenne auch den Herrn durch seinen Geist, ja auch eine lebendige Beziehung und so. Und klar, Gott redet auch durch sein Wort, man muss die Bibel lesen, aber seine lebendige Beziehung, du kennst ihn und so und du weißt, wer er ist und das ist real. Gott ist Geist, unsichtbar, aber real und du kennst ihn. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ciao, Bruder, gell. Ciao, ciao. So, ich mache dich ein bisschen schlau, so, vor dem Sintflut, hör mal zu, nee, nee, jetzt hör mal zu. Guck mal, du bist so einer, ich habe noch nicht mal Wort geredet, du lachst mal drüber. Vor dem Sintflut ist es der Kumbutapa. Was ist denn unterhalten, wie was vor dem Flut war, Mann? Was für einen Sinn ergibt, dass so ein Blut, um über die Vorflut zu reden? Du redest mir von 2000-Geschichten, du redest mir nicht von... Habib, habib, guck mal, ich komme mal runter. Lass uns mal lieber darüber reden, was ist das Konzept des Islams, wie man gerettet wird. Erzähl uns, du bist doch Moslem. Gerettet wirst du, indem du immer reinbleibst, verstehst du? Im Gedanken, so wie in Praktiken. Was bedeutet das, immer reinbleiben? Rein, das heißt, sich vor dem richtigen Gott zu beten, in die Knie zu gehen und gute Taten zu tun, beten, rein zu bleiben, immer mit Abdest zu leben. Verstehst du? Das ist ein richtiger Moslem. Hör mir mal zu, hör mir mal zu. Kennst du Bauchnabelhügel? Bauchnabelhügel. Googelt alle mal, Leute, Bauchnabelhügel. Bauchnabelhügel, genau. Bauchnabelhügel. Schau, du weißt mal, was er sagt. Bauchnabelhügel. So ein Typ, das ist unglaublich. Gott der Bibel sagt, egal wie viel du dich wechselst, dein Herz bleibt immer dreckig vor mir. Jeremiah 2, 22. Verstehst du? Und der Hinduist, Buddhist denkt auch, dass er den richtigen Gott hat. Was macht denn dein Gott zum richtigen Gott? Erzähl mal. Was für Billo-Argumente? Möchtest du mich nicht verstehen? Willst du global denken oder willst du dich auf einen Punkt sehen? Wie kann man dich auf einem Punkt sehen? Wie ist das Konzept, um gerettet zu werden? Erzähl mal. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sicher. Ich habe dir das gesagt. Das reicht ja nicht. Allah sagt, ich habe meine Pflichten. Allah sagt, du hast deine Pflichten, deine Gebote. Du musst immer mit Abdest bleiben. Im Gedanken, so wie in deiner Seele. Verstehst du? Dann bist du ein guter Muslim. Dann gehst du, guck mal, wir Kurden, wir haben die ISIS bekämpft. Die Leute, wo du hier darstellst, wo du darstellst und denkst, das sind Muslime, die haben wir bekämpft. Wir haben die ISIS alle bekämpft. Was macht sie denn zu Nichtmuslimen? Was macht sie denn zu Nichtmuslimen? Was haben sie getan, was Wormit nicht getan hat? Erzähl mal bitte. Du kannst jetzt nicht ein bestimmtes Volk oder ein bestimmter Muslim mit anderen vergleichen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht jemand mit Jesus vergleichen. Verstehst du, was ich meine? Das geht nicht. Ich kann auch nicht jemand mit mir vergleichen. Das geht doch nicht. Mein Lieber, du sagst, dass der islamische Staat, die Muslime des islamischen Staates gar keine Muslime sind, weil sie diese und diese Handlung getan haben. Was haben sie für Handlungen getätigt, was Mohammed nicht getan hat? Bitte. Mohammed hat das nicht getan. Unser Prophet hat das nicht getan. Der hat das Gleiche getan, was wir Kurden, der hat die bekämpft, der hat die Götzenanbeter alle bekämpft. Verstehst du, was ich meine? Der hat das, was nicht sinnvoller, das hat er weggeschafft. Verstehst du, was ich meine? Was hat der islamische Staat? Als allererster, als allererster hat er doch die Araber, sowieso, 90 Prozent der Araber sind keine guten Muslime. Guck mal, Okay, dann sag mir mal, wenn du dich so gut vom Islam herkennst, wer hat den Islam verbreitet? Waren das die Kurden oder waren das die Araber? Nach den Propheten, das erste islamische Staat war Shadati. Shadati, das war ein kurdisches, islamisches Staat. Und dann kamen die Mervaniten und dann kamen die Ayubiten. Die erste Uhr, die erste Triebwerke, das war Al-Jaziri, das war ein Kurde, das war vier, fünfhundert, das war schon im Mittelalter. Wenn die das, wenn die Kurden nicht so schlau wären und nicht nach dem Koran gegangen wären, die hätten dieses Wissenschaft nicht... Wie sind die Kurden denn überhaupt Muslime geworden? Die Kurden waren die ersten Christen. Die waren die erste Ahura Mazda. Ja, das waren die ersten. Aber wie sind die Kurden? Guck mal in Farkin, Diyarbakir ist die erste Kirche. Die ist älter wie jede andere Kirche. Du erzählst das deinen Leuten nicht. Die erste Volk, wo Muslime waren, das waren... Wo sind denn die Kurden, die heute sagen, Hamdulillah Muslim, wir sind überhaupt Muslim geworden? Ihr wart ja noch nie Muslime. Was ist mit euch passiert? Die waren nicht Muslime. Die Ashabis sind nach Diyarbakir gekommen. Die sind gekommen und die sind vom Christentum, von alleine sind sie Muslime geworden. Glaubt mir das, von alleine, ohne einen Turten. Die haben das direkt angenommen. dass sie Islam gezwungen hat, ne? Und wie eure heutige Gelehrte das gesagt haben. Nein, weil die Kurden haben gelebt mit der Originalbibel, aber ihr lebt ja nicht mit der Originalbibel. Ihr seht ja die Wahrheit nicht. Wenn ich jetzt die Originalbibel... Ich danke dir, ich danke dir, mit Originalbibel. Wir leben nicht mit Originalbibel. Was für ein Typ. Dass ich mir das auch noch antue, das ist ja unglaublich. Ich habe auch, wie nennt man das? Selbstverletzung. Der Dr. Schiff verletzt dich immer selber. Servus, Servus, mein Bester. Hallo, mein Bester. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch. Hier, guck mal, wo der Prophet, wo der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, angegriffen worden ist. Eine lange Zeit angegriffen wurde, gedemütigt. Was weiß ich, was gemacht worden ist mit denen. Die Sahaba haben gesagt, wir müssen zurückgreifen, ja? Zurückschlagen. Lange, lange, lange hat er nichts getan. Lange, lange hat er nichts getan. Bis der Engel, Gabriel, die Botschaft gegeben hat, dass das in Ordnung ist und dass Allah damit zufrieden ist. Lange, lange hat er das hinausgezögert und hat nichts gemacht, obwohl die angegriffen worden sind. Das ist Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Okay. So sieht es auf mein Bester. Als der Allah, Mohammed, befohlen wurde, die Menschen zu bekämpfen, bis sie leiden. Nicht die Menschen zu bekämpfen, sondern die Angreifer zu vertreiben und gegen die Angreifer, gegen die Hochmütigen zu kämpfen. Nicht Menschen. Was sind Menschen? Die sind alles Menschen. Die sind alles Menschen, oder was? Es gibt Täter, es gibt böse Menschen, es gibt gute Menschen. Beruhige dich, beruhige dich. Was ist denn dein Problem? Ich kann auch emotional werden. ich versuche gerade, dich zu beruhigen. Beruhige dich. Ja gut, aber was verstehst du da? Du hast die eine Seite jetzt von Mohammed gezeigt, was ist da mit der anderen Seite? Welche aus irgendwelchen Lügen, Hadithen, holst du dir irgendwelche Sachen raus und denkst, das wäre die Wahrheit. Das ist dein Problem. Ja? du musst dich beruhigen. Lest den Koran und beweise alles nur mit dem Koran. Okay, Suche 9, und töte dir auch, wo ihr sie auch immer findet. Kenn ich. Beruhige dich, nicht nervös werden, Beruhigung. Wenn sie aber aufhören, dann hört ihr auch auf, weil Allah ist barmherzig, als ergeben. Beruhige dich, beruhige dich, alles mit dem Koran. Ja, ja. Ich meinte, ich suche 2 Vers 191 bis 194, ich meinte, ich suche 9 Vers 29, die letzte Etappe im Mohammeds Leben. Lies uns das mal bitte vor. Ja, sag mir, sag, du weißt es doch schon, erzähl doch. Mach doch keine Rätsel aus der ganzen Geschichte. Mach doch keine Rätsel. Beruhige dich, deine Stimme nicht laut machen. Mach doch keine Rätsel aus der ganzen Geschichte. Immer krank tranquilo. Immer diese Philosophie. Immer tranquilo machen. Tranquilo. Ja, ja. Alles klar. Ja, Allah. Habib. Allah sagt in 9 Vers 29, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Der sagt nicht, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen oder kämpf gegen diejenigen, die euch vertrieben haben. Nein, kämpf gegen diejenigen, die nicht sagen, dass Allah der Gott ist und Mohammed der Gesandte ist. Aus welchem Grund, in welchem Zusammenhang ist dieser Vers herabgesandt worden? Schaust du dir das auch an oder ziehst du dir nur nur diesen Vers raus, ohne es zu verstehen? Weil Allah, weil Allah keine Lust mehr hatte, im Krieg sollen wir das tun. Ja. Im Krieg sollen wir das tun. Im Krieg. Weil Allah keine Lust mehr hatte. Ja, ja. Im Krieg. Im Krieg. Ja. Was ist daran, was ist daran nicht zu verstehen? Im Krieg. Hallo. Hallo. Der Islam befindet sich dort seit 1400 Jahren im Krieg. Wer greift denn die ganzen Muslime jetzt in diesem Moment an? Sind das die Muslime oder werden die Muslime getötet? Wenn die Muslime, mein Lieber, wenn die Muslime die Macht hätten, würden sie ganz Deutschland auseinandernehmen? Wenn die, guck mal, es gibt so viele Muslime in Deutschland, wo sind die Attentate? Wo wird irgendwas in Deutschland in die Luft gesprengt? Seit wie vielen Jahren leben Muslime in diesem Land? Hast du schon mal gesehen, wie es aussieht? Was laberst du da? Let's mal lese ich die Bild-Zeitung. Deutsche Kinder konvertieren zu Istan. Das ist der Typ. Ich kann mit dem nicht mal ein normales reden, Gespräch führen. Ist das ein Typ, Mann? Labert, labert, labert. Lass doch mal andere reden, Mann. Ist das ein Typ? Raus. Boah. Unglaublich. Ich wollte ihm sagen, hast du schon mal gesehen, wie ein Weihnachtsmarkt in Deutschland aussieht? Wie die Kirchen auf einmal aussehen? Polizei steht davor. Weswegen? Wegen Juden, Buddhisten, Hinduisten? Ist das ein Typ, in Deutschland? Wo sind Attentate? Anschlag? Jede Typ, mach mal die Nachrichten auf. Wir sehen nur, das Muslime Anschläge verüben. Ist das ein Typ, Mann? Kamelurin in seinen Kopf. Das kannst du keiner erzählen, Mann. Der labert einfach, labert einfach. Ist unglaublich. Beruhig dich doch. Ich hab doch gesagt, beruhig dich mal. Die ganze, diese emotionalen Kochen und Übertönen und so. Was ist das, Mann? Haben die alle Ausbildung bei Hansi gemacht oder was ist das? richtige Ausbildungskamp dieser Dauer-Propagandist, ne? So süß. Moin, Amir Brash, grüß dich. Hallo, mein lieber Gott segne dich. Hallo, Gott segne dich. Ich hab nur kurz, bitte, nur zwei Sachen ganz kurz. Erstmal zu diesen Typen mit Islamen und Kurden. Die Kurden, beziehungsweise viele Jesiden wurden zwangsislamisiert nach der islamischen Expansion. Da war nix mit Friede, Freude, Ayakuren. Das war eher Zwang. So viel zu dem. Und zum anderen, Leute, bitte, ich brauch kurz seine Reichweite. Heute am Steindamm in Hamburg, da war ja letztens diese Demo. Ach so, heute gegen diese Kalifaten, ne? Genau, heute hat ein kurdische Kurden, ja, die Kurden machen da Druck, ja, ich weiß. Ich wurde angerufen, hört man mich? Ja, ja, man hört sich. Auf jeden Fall, Leute, was ich sagen will, ist, bitte, bitte, wenn ihr in der Nähe wohnt oder die Möglichkeit hat, hinzugehen, geht hin, schließt euch den Leuten an. Es sollen nicht nur Kurden sein, da sind auch 100 andere, aber trotzdem, macht Statement, zeigt denen wir sie mehr. Dankeschön. Gott sei Dank. Dich auch, mein Lieber. Ciao. Ja, heute ist ja Kundgebung gegen das Kalifaten, ne? Habe ich auch schon mitbekommen, Hamburg, ne? Steindamm, glaube ich, auch, ne? Hallo. Hallo, Gabriel. Gott segnet schon deine Familie. Wie geht's euch auch gleich? Wie geht's euch? Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mashallah, mir geht's auch gut. Ich habe nur eine Frage, ne? So, als wenn ich jetzt mit Ihnen diskutieren oder schreien, oder so, aber Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat nichts anderes gemacht, außer, er hat gesagt, bitte nicht zu Figuren, halt, ne? Macht keinen Fetter zu Gott. Er hat nur was Gutes gesagt. Ich meine nur halt, ne? Er hat nur was Gutes gesagt, der Mohammed? Ja, sallallahu alaihi wa sallam, ja. Er hat nur was Gutes gesagt, er hat nie irgendwas Schlechtes gesagt, ne? Nein. Als er gesagt hat, in Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und beißt in den PIN jetzt deines Vaters, ist das schön? Ist das gut? Nein. Vielleicht, guck mal, es gibt, guck mal, es gibt Hadithe, die wurden bezahlt, dass sie so lügen sollen. Ach so, die wurden bezahlt, dass sie lügen sollen. Natürlich. Es gibt Leute, zum Beispiel, ich sag ihm mal, beispielsweise, ein Christ, beispielsweise, der ein Priester, beispielsweise, er hat Kinder misshandelt, sind alle Priester schwul, also keine Ahnung, wie soll ich sagen, nein. Nur weil einer gemacht, dass einer gelogen hat, einer sagt, ich war Christ, mir gefällt der Christ nicht, ich bin Moslem geworden, einer sagt, ich bin Moslem, das heißt nicht, wenn du den Menschen siehst, dann kannst du alle sagen, gibst du überhaupt einen Gott, sallallahu alaihi wa sallam, so, weiß ich meine, du sollst nicht an Menschen, wer glaubt, glaubt, wieder glaubt, glaubt, wir sind alle Menschen. Ja, warum, wenn jemand glaubt, warum lässt der Mohammed, die Menschen nicht einfach glauben, an das, was sie glauben wollten und hat sie zum Islam gezwungen, ne? Wer, wo steht das, dass in der Koran steht, Surat al-Bakara, boah, ich weiß nicht, 246, la, ich weiß nicht genau, la, ikra, für den, gibt nicht in der Religion Zwang, Bruder. Verstehst du meine? Wenn du Menschen siehst, da kannst du nicht sagen, der so, der so, nur Allah ist der Richtige, der wahrhafte Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm. Alle Propheten haben zu ihm gebetet. Wo ist er da? Da ist er weg. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir sind alle Menschen. Wenn du glaubst, so glaubst du, glaubst du, wir sind alle aliens. Guck mal, ich rede ganz vernünftig mit ihnen so, ich will nicht jetzt schreiten, boah, wozu, weil ich meine, wir reden, wir sind alle Menschen. Ja, guck mal, ich habe schlechte, zum Beispiel, Erfahrung mit Serben, du hast selbst mehr, aber der hat das, guck die Menschen nicht. Weißt du, wie du glaubst, Wir können alle miteinander nicht umgehen, aber der Islam will ja nicht mit uns Menschen nicht umgehen. Das ist nicht. Weil der Islam sagt, in Surah 3, Vers 111, äh, 3, Vers 110, dass Allah ihnen das Überlegenheitsgefühl gibt. Verstehst du? Dass er sagt, ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Und da haben wir ein Riesenproblem. Wenn die Muslime auf einmal sich die Legitimation geben, über dein Leben zu herrschen, weil sie denken, dass Allah ihnen das so mitgegeben hat, dass sie über dein Leben herrschen, dass sie das verbieten, was du gerne machen möchtest. Verstehst du? So einfach leben, wie du willst. Ich kann dir sagen, zum Beispiel, trink keinen Alkohol. Beispiel. Was? Ich sage dir zum Beispiel, ein Wort. Ich sage dir, trink keinen Alkohol. Oder geh nicht fremd, deine Frau. Nicht gut. Was kann ich noch machen, wenn du das immer machst? Ich habe Islam anderes kennengelernt. Ich habe nicht mit Gewalt gelernt. Ich kenne den Islam nicht als Gewalt. Du hast den Islam nicht mit Gewalt kennengelernt? Nein. Wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Natürlich hast du den Islam auch nicht mit Gewalt kennengelernt. Aber wärst du in Syrien und so aufgewachsen? Ja, das kann sein, Bruder. Es kann sein. Guck mal, ich sage dir, es kann sein. Ich sage nicht, nein. Zum Beispiel, guck mal, wenn mein Vater, zum Beispiel, er sagt, zum Beispiel, zum Beispiel, du musst ihn heiraten, du musst ihn heiraten. Und sie will nicht. Das ist was anderes. Das ist mein Vater, so sein Charakter. Ist das ein Islam? Der Charakter, wenn dein Vater ist. Beispiel jetzt. Wenn ich Hass habe, der Islam sagt nicht, du sollst ihn hassen. Ich kenne keinen Islam. Ich bin dagegen, der jemand, der Menschen. Ich, ich, also du bist Deutscher, ich arbeite mit dir zusammen. Guten Tag, guten Tag, fertig. Willst du das essen, willst du das nicht essen? Ich habe was, willst du das, komm zu mir, sitzen, wir reden, das ist der Islam. Es ist Islam, ey, du bist katholisch, ey, du bist vangelisch, mach die Welt, du Ungläubiger. Nein. Ja, aber was machst du, wenn Allah auf einmal im Koran sagt, bekämpft diejenigen, die nicht an mich glauben? Was machst du denn dann? Nein, Allah sagt nicht bestimmt nicht. Das war in der Zeit, wo Dings vielleicht, weil ich denke, ich kenne den Koran nicht aus, wenn ich alles so, weiß ich meine. Du hast ja noch gar nicht den Koran gelesen, sei ehrlich. Ich bin, na klar habe ich den Koran gelesen. Nein, du lügst mich an. Wallah, ich habe den Koran gelesen, warum soll ich dich anlügen? Ich renne von mir. Ja, hast du den Koran verstanden, überhaupt? Nicht alles. Ja, super. Ja, und was, guck mal, der Mohammed, hat nie gesagt, geh zu den Menschen, hau die kaputt oder mach das, nimm das, er hat gesagt, oh, natürlich hat er das gesagt, natürlich hat er das gesagt, er hat gesagt, guck mal, du kennst Mohammed, sagst du mich auch mal ausreden lassen oder willst du nur reden? Nein, du sagst immer, nein, so und so, du redest immer so. Ja, ich möchte ja Beweise bringen, verstehst du? Ich will ja nicht, dass du einfach irgendwas in den Raum wirfst und Mohammed genau das Gegenteil von dem, was du da sagst, sagt. Ja, okay, halt die Rede. der Mohammed hat ja gesagt, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann setzt sie unter drei Alternativen, Islam annehmen, Jizir bezahlt oder den Kampf gegen euch. Verstehst du? Der Mohammed hat die Menschen gezwungen zum Islam. Das ist ein Vermächtnis, das der den Muslimen mitgegeben hat. Ich weiß nicht, was mit dir gewohnt ist, dass du über Islam oder Mohammed, Sallallahu alaihi wa sallam, redest so. Ich weiß nicht, du bist gerade veräppelt oder was? Nein, ich sage, ich frage dich, ich sage, wie weit, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich sage dir, dass dein Prophet gesagt hat, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann setzt sie unter drei Alternativen und du sagst, dass ich, was erzählst du denn da für Quatsch? Naja, okay, wenn du so denkst, dann denkst du halt. So, wieder sagst du, wenn ich so denke, ich sage dir, was dein Prophet gesagt hat. Ich sage dir, ich wünsche dir guten Tag, guten Tag und so, alles Gute. Ich wünsche mir guten Tag. Ich wünsche dir Allah, dich für Recht leiten, das wäre es. Ich will dich jetzt mit dir nicht schreiten oder so gut. Ich will dich jetzt mit dir nicht schreiten, ja genau, als sein musste. Ja, du bist doch nur einer, der benutzt nur Hadiths. Ja, dein Kur'an sagt das genau. Mit dem Koran kommst du nicht weiter, weil wir haben gegen alles einbereit. Du bist ja noch nicht mal in der Lage, zu sagen, es gibt so viele Hadiths, die sind falsch. Ich hole jetzt mein Koran, dann will ich das verprüfen, was du sagst. Du kannst sagen, was du willst, aber willst du sagen, du verstehst auch jede Stelle im Koran? Ich lese ein Tafsir dazu. Du verstehst das so, wie du es verstehen willst? Ich lese ein Tafsir dazu. Tafsir? Ich lese ein Tafsir dazu. Ja, ja, wie viele Tafsire gibt es? Und hast du dir ein Tafsir ausgesucht, ganz genau, was deinen Gelüsten passt? Und wie viele Tafsir-Schreiber gibt es auf der Welt? Ich gehe nach den Tafsir-Demokassir. Wie viele Tafsir-Schreiber gibt es auf der Welt? Oder nimmst du dir irgendeines, was dir am besten passt? Willst du damit zufrieden? Die großen vier Koran-Kommentatoren. Ja? Auch Ibn Khatir hat Verse übersetzt, die sind eine Katastrophe. Und was jetzt? Wer? Ibn Khatir. Was ist damit? Hat Verse übersetzt, die sind eine Katastrophe? Ibn Khatir hat Verse übersetzt oder interpretiert? Interpretiert. Warum sagst du denn übersetzt? Interpretiert, oder? Ich bin kein Deutscher, ich heiße nicht Carsten. Ich heiße nicht Carsten. Ja, aber ein Mindestmaß an sprachlicher Kenntnis sollte man schon haben. Ja, aber du verstehst mich doch, oder nicht, mein Bester, oder? Ich muss dich ja korrigieren, Gott sei Dank, du verstehst mich doch. Du verstehst mich doch, oder? Gott sei Dank, ich ja ausländisch. Da will ich mal einen deutschen sehen, der ins Ausland geht, wie schneller eine Fremdsprache lernt. Bitte für uns Zuge 1923 lesen. Les mal, les mal, ich hab jetzt den Koran nicht vor mir. Ja doch, muss mal Hassanat sammeln. Allah ist wirklich... Ich glaube dir, wenn du lest mir vor, ich glaube dir, ich vertraue dir. Aber jetzt auf einmal vertraust du mir ich vertraue dir doch, ich vertraue dir doch. Nur du hast vorhin gesagt, warte mal, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Du hast vorhin gesagt, es gibt Menschen, die sind auf diese Welt gekommen, um das Böse zu verbieten und das Gute zu verbreiten und so weiter und so fort. Was hast du denn, was für ein Problem hast du denn da? Das ist doch gut, oder nicht? Nein, aber wenn du dann hingehst und denkst, dass das von Gott kommt und dann deine Religion anderen aufzwingst und sie nicht leben lässt, so wie sie wollen, dann hast du ein Problem damit. Ja, okay, aber guck mal, mein Bester, ich hab... Ich weiß, dass du nichts einschränkst. Ja, aber ich hab Arbeitskollegen auf der Arbeit und überall, ich hab noch niemals jemanden etwas aufgezwungen. Brate, Brate, wenn du zum Beispiel hier die Deutschen siehst, du siehst, dass die gerne in die Kneipe gehen, Bierchen trinken, Darts... Wir sollen die doch machen, Bruder, gib mir Marsch vorbei, Bruder, was lebst du da? Hier ist das am Arsch vorbei, aber Allah geht das nicht am Hintern vorbei, verstehst du jetzt? Was sagt denn Allah dazu? Allah subhanahu wa ta'ala. Im Zuge Al-Imran, Al-Imran, Ayah 110. Ihr seid die bessere Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Also wenn die Deutschen auf einmal in ihren Kneipen abhängen, dann verbieten die Muslime ihnen das, weil sie das nicht machen dürfen, weil das Haram ist. Wir verbieten das und empfehlen das. Wir verbieten das und empfehlen das. Ich bin nicht fertig, Mann! Erzähl, erzähl. Erzähl. Wenn also die Deutschen so was machen, dann kommen sie zu Stimme und sagen, du lebst auf Allahs Erde und Allah hat das verboten. Wenn du nicht parierst, dann musst du in die Ewigkeit gehen. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, wir empfehlen sowas den Verwandten und unseren Freunden in unseren Kreisen, aber nicht irgendjemanden. Du verstehst schon wieder das, was du verstehen willst. Würdest du mich gerade verarschen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, wir sollen unsere Verwandten und unsere Nächsten vor dem Höllenfeuer warnen. Das habe ich nicht gemeint. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Wieso sagst du... Du bist Lügner, du benutzt diesen Vers. Du benutzt diesen Vers. Ich gebe dir eben die Antwort und du akzeptierst das einfach nicht. Das ist dein Problem. Das ist die Rede von Äpfeln, du kommst mit Birnen. Ich habe gesagt, wenn die Muslime eines Tages die Oberhand haben, dann verbieten sie das Verwertliche und gebieten das Gute. Und wenn zum Beispiel du hier in Deutschland siehst, dass die Deutschen einfach so leben, wie sie möchten. Sie gehen in Restaurants, trinken Bier, Alkohol und sowas, was sie möchten. Sie hängen ihre Kneipen ab oder gehen zum Fußballspiel, machen Brülle, dies, das. Ja, sollen die doch machen. Ich komme auf den Gedanken, hey, Mann! Sollen die doch machen, Bruder, was ist los? Auf den Gedanken, guck mal, du. Hey, da kommen die Muslime auf den Gedanken und sagen, nein, heute ist Schluss, jetzt herrscht Scharia und jetzt werden andere Gesetze herrschen. Okay, aber wie kommst du? Zumachen, Kneipen schließen, Etablissements zumachen und so. Also lässt Allah und die Muslime die Menschen nicht leben, wie sie wollen. Verstehst du das jetzt? Okay, gut. Ich habe dich verstanden. Aber wie kommst du auf diese Idee, dass Muslime irgendwann die Oberhand haben? Durch Geburtenrate. Geburtenrate? Ach, du weißt nicht, was das ist, ne? Ich muss dir wieder helfen. Ja, natürlich, weil ich weiß nicht, was Geburtenrate ist. Okay, erklär mal, was ist denn Geburtenrate, das Landgubrate? Ja, wir machen viel mehr Kinder, die Deutschen haben viel weniger Kinder, irgendwann sterben die aus und so werden die Muslime immer mehr. Was bedeutet das, umkehrschluss? Also die Muslime werden immer mehr und die Deutschen immer weniger. Und siehst du? Aber ist das nicht ein natürlicher Ablauf? Aber ist das nicht ein natürlicher Ablauf? Was kann man jetzt dagegen tun, wenn man die Muslime mehr Kinder gebären und die Deutschen keine? Also sind die Muslime schon? Das meine ich doch gar nicht. Das meine ich doch gar nicht. Aber wenn ihr eines Tages die Oberhand habt, werdet ihr versuchen, eure Scharia über die Köpfe der Nichtmuslime zu implementieren. Ja, Bruder, aber guck mal, okay, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich vollkommen. Aber guck mal, die Scharia herrscht doch nicht mal in den muslimischen Ländern. Ach, Scharia herrscht nicht in den muslimischen Ländern. In welchen Ländern ist die Scharia? Ach so, in Afghanistan. Außer dieser Fake-Scharia in Saudi-Arabien, das ist auch Fake. Fake-Scharia? Fake-Scharia. Was ist denn daran Fake? Fake ist erstmal, die haben die ganze islamische Welt betrogen und belogen. Slatko, bitte, was machen die, was Scharia nicht sagt? Die machen zum Beispiel die Arbeiten mit vielen zusammen, die Kriegsverbrecher zum Beispiel sind auf dieser Welt. Brate, was ist denn die Strafe für jemanden, der zum Beispiel Diebstahl begangen hat? Handabschreiben. Sehr gut. Genau. Was ist die Strafe für jemanden, der zum Beispiel beim Ehebruch erwischt wird? 100 Peitschenhebe. Nein, das ist der Tod. Nein, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich weiß es besser als du. Slatko, brate. Slatko, brate. Ich weiß es besser als du, Slatko. Dragan. Brate, brate. Dragan, ich weiß du, weißt du, sagst du nicht. Nein, der Mohammed hat gesagt, der Koran sagt das, ja. Ja. Aber guck mal, okay, gut. Ich habe dich versandelt. Aber guck mal, was sagst du zu einem Gesetz jetzt in Deutschland? Mohammed ist ja der wahre Gott von euch. Und er sagt, wenn ihr jemanden bei dir hat, dann muss ich reinigen. Okay, dann stelle ich dir eine andere Frage. 129 Fälle, Vergewaltigungs, Kindesmissbrauchsfälle in Deutschland. Das war letztens in der Bild, 129 Fälle, zweieinhalb Jahre Bewährung. Gut? Das ist natürlich schlecht. Das ist eine Katastrophe. Und, aber da, aber da, wo die Scharia zum Beispiel, da wo die Scharia allerdings, sowas, man kommt auch nicht mal auf die Idee, sowas zu tun, mein Bester. Bist du dir sicher, unter der Scharia, 100 Prozent, das beste Gesetz aller Gesetze. Hallo, 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 Brate. Und dann kommst du in ein Hotel auch noch dafür. Hotel, kriegst du alles in ein Auto. Playstation 5 bekommst du, du bekommst einen Fernseher. Brate, muss leise sein, muss hören. Wenn unter der Scharia, wenn eines Tages Scharia herrscht und der muslimische Mann sich dann ein Baby heiratet, dann darf er das legal. Ist das okay? Nein, das ist verboten. Was laberst du da für ein Scheiß? Du wirst dich verspieren. Was laberst du da für ein Scheiß? Was für ein Baby heiraten? Du darfst ein Baby heiraten. Bist du hängengeblieben? Komm mal, halt. Das ist deine Religion, nicht ich. Halt die Fresse, da steht nirgendwo im Koran. Was laberst du, was scheiß? Du musst nicht mich beleidigen, du musst deinen Koran beleidigen. Das steht nirgendwo im Koran. Lüg dich, du bist ein satanischer Lügner, nicht ein einfacher Lügner, ein satanischer Lügner bist du. Und nur irgendwelche minderbemittelte Menschen glauben dir, die dir folgen, die selber minderbemittelt sind. Und Gott möchte, dass du für alle Ewigkeiten gerettet sein sollst. Und deswegen kam er auf die Erde, um allen religiösen, Religiositäten und allen Religionen ein Ende zu setzen. Als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er für deine Meinung und die ganze Schuld der Menschheit bezahlt. Verstehst du, mein Lieber? Und heute hast du die gute Möglichkeit, weil du das Evangelium gehört hast, eine Entscheidung für ihn zu treffen, für den Herrn Jesus Christus und deine Schuld zu bereuen und deine Seele in Sicherheit zu machen. Hey, hallo. Darf ich mal was fragen? Ja. Wieso hast du entscheidet, um kein Moslem mehr zu sein? Ja, weil der Koran nicht das Wort Gottes ist, Mohammed niemals ein Prophet war und Islam falsch ist. Und du bist geboren als Moslem? Ja, genau. Und wieso sagst du so was? Wieso sagst du so was? Wieso? Weil ich die Wahrheit sage. Wir müssen immer die Wahrheit sagen. So war uns Gott helfen. Okay, ist deine eigene Sorge. Aber der Koran sagt, dass wir lügen dürfen. Das ist nicht gut. Amdolillah. Amdolillah für was? Weil solche Sachen passieren. Amdolillah. Ja, sehr schön. Wusstest du eigentlich, dass der Allah die Erde auf dem Rücken eines Baals trägt? Tragen lässt? Ich denke gar nicht, dass du Moslem warst. Ich denke wirklich nicht. Na, was ist dein Name? Amir. Amir. Ja. Was ist deine Herkunft? Iran. Iran. Bist du geboren in Deutschland? Nein. Du bist geboren in Iran? Ja. Okay, und wieso bist du, sag mal, zu diesem Weg gekommen? Ja, sage ich ja, der Allah lügt ja über die Bibel, der Allah lügt über Jesus Christus, der Allah lügt über alle. Aber eben gerade hast du gesagt, dass Koran nicht das Wort von Gott ist, doch? Von Allah. Ja, genau. Aber jetzt sagst du, ja, dass der lügt. Achso, was ist das denn? Ja, derjenige Autor des Korans lügt, ja. Das ist wahr. Okay, und wer sagt das? Der Allah sagt, dass das Lügen erlaubt ist bei ihm. Zuge 3, Vers 28. Nö. Nö. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. Aber das stimmt nicht. Okay, möchtest du deinen Koran rausholen? Du bist ja der gute Moslem. Wollen wir deinen Koran? Ich brauche gar nichts zu holen. Ich habe es hier. Ja, dann mach mal auf. Was mach mal auf? Du sagst, dass es in Islam erlaubt ist zu lügen. Das ist gar nicht so. Zuge 3, Vers 28. Schlag auf. Der einzige Grund, wenn du erlaubt bist zu lügen, ist, wenn du die Frieden behalte, aber sonst nicht. Also es ist doch nicht erlaubt zu lügen. Was? Du hast doch gerade gesagt, es ist nicht erlaubt zu lügen. Und dann machst du Ausnahmen. Das ist nur eine Ausnahme, ja. Wenn du die Frieden behalten darfst. Weißt du, was du für ein Low-Class-Level-Gott hast? Der macht immer Ausnahmen. Ausnahmen, ne? Okay, und was willst du jetzt? Bist du jetzt christlich? Was willst du? Ja, genau. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ein wiedergeborenes Kind Gottes. Okay, du glaubst in fünf Bücher. Sechs, sieben, achtzehn, zwanzig Bücher. Wie viele Bücher sind von der Bibel? Glaubst du denn nicht daran? Nein, ich glaube in die Bibel, ja, aber nicht die zwanzig Staffel danach. Das glaube ich nicht. Dein Prophet hat doch gesagt, dass du daran glauben sollst. Er selber hat daran geglaubt. Was? Dein Prophet hat gesagt, dass du daran glauben sollst und die Tora ist nicht verfälscht, sondern Abidawut 4449. Du hast jetzt Tora mit Islam? Was sagst du? Bitte was? Was hast du eben gerade gesagt? Ich habe gesagt, die Tora ist nicht verfälscht. Dein Prophet hat gesagt, die Tora ist nicht verfälscht. Tora. Du redest jetzt über irgendwas anderes, Mann. Ja, was ist denn das Alte Testament? Woraus besteht denn die Bibel? Du redest jetzt über Tora. Hast du eigentlich geraucht oder was? Ja, du hast eindeutig... Du bist ein Typ, du bist wirklich so ein Typ, der nur Hass versucht zu machen. Ich rede ganz normal mit dir. Auf einmal, wenn man dich erwischt... ganz normal mit dir. Was? Und du bist auf Beleidigung. Für was? Für was denn? Ich frage dich nur, hast du einen geraucht? Aber wieso beleidigt du mich? Ich habe dich nicht beleidigt, ich habe gefragt, hast du einen geraucht? Wirklich wahr, weißt du, am Ende von deinem Leben, ja, dann wird alles über dein Leben gefragt. Ja, wird alles gefragt? Alles wird an dir gefragt. Ja, und dann kannst du nicht mehr reden. Für diesen Hass, was du aussprichst, du kannst nicht mehr reden. Was wird denn denn gefragt? Wie dein Gott ist? Wie dein Prophet ist? Welches Buch du liest? Wie heißen denn diese zwei Engel, die das fragen? Mal gucken, wie viel Ahnung du hast. Was? Wie heißen die zwei Engel, die Allah schickt, um dich im Grabe zu befragen? Mal gucken, wie viel Ahnung du von deiner Religion hast. Wie geht es ganz schnell, rennt er raus, der kleine Lügner. Moncaronaki, genau. Daucht einfach ab. Spidi Gonzales hat er gemacht. Spidi Bi, Spidi Bo, dieser Muslim kam aus Mexiko. Ich geh kaputt. Jetzt, jetzt, man, ist auch da, Lesa. Lesa, kannst du mich denn einfach nicht in Ruhe lassen? Warum musst du mich bedrängen? Lesa, ich kann doch einfach nicht mehr. Lesa, hör auf damit. Du sollst mich nicht mehr bedrängen. Lesa, das war Spidi Bi, Spidi Bo. Ja, das ist echt heftig, ne? Und dann zieht er noch Maske an, der hat, natürlich, schweiß. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Ex-Muslim. Ex-Muslim. Ja, Allah möchte dich in die Hölle werfen. Jesus will dich retten. Was kann ich für dich tun? Ich wollte dir was zeigen, ich will deine Meinung dazu hören. Liebe Schwester, wir sind uns nicht begegnet, haben leider nie zusammen gebetet. Ich wusste nichts über dich, bis zu jenem Tag, als ich zufällig den Titel las, Tot im Gericht. Ich fing an zu lesen, erfuhr, dass du einen Mann und einen Sohn hast, dann der große Schock im nächsten Satz, ich las, dass du schwanger warst. Meine Neugier ließ mich nicht mehr los, ich verschlang die Worte, bis zu dem Punkt, als ich erfuhr, warum der Täter dich ermordete. 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war dein Blut. 18 Stiche und das wegen deinem Kopftuch. Mir schnürte es den Hals zu, weil du meine Schwester im Glauben bist. Mein Herz pocht jetzt noch und ich frage mich, wie kann sowas passieren in einem Land, das sich so aufgeklärt und modern hält, was die Gleichberechtigung Menschenwürde an höchster Stelle steht. Hier in einem Land, in dem man frei zu sein scheint, ob als Homosexueller, als Punk oder Nonne, wenn man meint. Ein Land, dessen Geschichte uns erzählt, wohin Hass und Ausgrenzung führt. Denn auch ein Land, welches nicht versteht, sich nicht rührt. Ex-Muslim. Warum? Weil euch das Kopftuch stört, weil es ein Feind will. Was ist das? Hallo Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch Amir, wie geht's dir? Ja, handel Jesus, mir geht's gut. Wenn ich den Herrn Jesus Christus an ihn überdenke und seinen Namen erwähne, dann bietet mein Herz immer auf. Amen. Amen. Amir, ich habe kurz eine Frage. Ja? Ich lese die Bibel und momentan bin ich bei Matthäus. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Kapitel es ist, aber es ist, glaube ich, ein ziemlich weit am Anfang. Und da steht, ja, es gibt nur einen Weg zu beten und das ist ja das Vaterunser, denn Gott weiß, was wir brauchen und was wir möchten. Ich sage nicht, da gibt es nur einen Weg zu beten. Nein, ich habe keinen Weg, es ist mir leid, ich habe mich falsch artikuliert. Aber ja, weißt du, was ich meine? Welchen fest ich meine? Ja, du kannst ja mit mir das Vaterunser sprechen. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und gib unser tägliches Brot und vergib unsere Schuld, wie auch wir, wir geben unseren Schuldigen. Hör uns aus der Vernunft und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. betet, die Bibel kennt zwei Adressen der Anbetung. Einmal den Herrn, der Herr sagt ja, was ihr mich in meinem Namen bittet, das werde ich machen oder euch geben. Und er hat ja auch beigebracht, als er in der menschlichen physischen Form war, uns beigebracht, wie man auch zum Vater betet, wenn man zum Beispiel das Vaterunser spricht. Genau, ja. Also es ist nicht mit mir sowohl das Vaterunser sowieso zu sprechen, als auch zum Herrn Jesus Christus zu beten. Okay, gut. Ja, genau. Das Problem ist ja, bevor du gehst, die Juden hatten zu dem Zeitpunkt doch nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam ja erst, als der Herr Jesus auferstanden ist von den Toten und aufgefahren war zur Himmel und dann hat er den Heiligen Geist gesandt und der Heilige Geist kam dann auf die Gemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 2 zu Pfingsten. Bis dahin hatten die Juden ja, die waren ja noch nicht wiedergeboren und sie hatten nicht den Heiligen Geist. Also hatte der Herr Jesus ihnen ein perfektes Gebet, eine Vorlage, eine Schablone gegeben, wie man perfekt betet. Aber nachdem der Heilige Geist kam, Apostelgeschichte 2, dann musstest du keine Vorlage mehr haben zum Beten. Dann haben wir ja den Heiligen Geist, der uns dann halt, wozu wir dann fähig sind, dann ganz frei, ohne Schublade oder ohne Schablone zu beten. Frei. Und das steht jetzt in Judas Brief, Kapitel 1, 20 oder in Petrus Brief war das, glaube ich, Sekunde, nee, das ist in Epheser Kapitel 6, Vers 18, die zwei Stellen. Jetzt beten wir im Heiligen Geist. Vorher hatten wir nicht den Heiligen Geist, aber jetzt haben wir den Heiligen Geist und jetzt können wir frei im Heiligen Geist beten. Ja, okay. Das war's. Danke, ne? Kurze Frage noch, bevor ich gehe. Darf ich kurz vor euch noch, dass Vater Unza auf Serbisch sprechen, bevor ich gehe? Ja, klar. Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich der Vater Unza war und nicht irgendwelche komische Sachen. Nein, 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 das war schon das Vater Unza. Okay, okay. Die Leute haben es da bestätigt, siehst du? Nee, jemand schreibt, er beleidigt. Moment. Nein, das war ein Troll, Mann, das ist er. Achso, okay. Ja, gut. Damit ich es nicht einen Tag, ne? Warte, ich muss mal den Typ den Apriat Kufar, warte, dem muss man ganz schnell ein Stummstallpaket geben. Also aus mit mir. Stummstallpaket. umsonst auch noch. Ich kriege ein richtig schönes umsonst Stummstallpaket. Wie gnädig der Anruf ist. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das ist der Grund, warum der Herr Jesus eben den Juden damals oder die Jünger, die noch nicht den Heiligen Geist hatten, eben diesen Vater Unza gegeben hat, weil die wussten nicht, wie man betet. Perfekt, ne? Ja, immer nur die Vorlage gehabt. Hallo Osman, grüß dich. Ja, wir gehen auch mal auf dem Chat, wie Geschwister, Gottes Segen euch allen. Gott segne dich und deine Familie Osman. Ja, euch auch, euch auch. Ich habe das jetzt so ein bisschen mitverfolgt. Was sind die Koram-Schriften? Also ich kenne das gar nicht. Kumran. Ja. Die Kumran-Schriften, die wurden gefunden kurz vor der Staatsgründung Israel 1947, 47, 48 und die waren in Höhlen am Toten Meer verschiedene Tonkrüge mit den Schriften des Alten Testaments. Alle Schriften des Alten Testaments, also das komplette Alte Testament, wurden dann gefunden. Und diese Schriften sind 2200 bis 2300 Jahre alt. Also die wurden datiert circa 200 vor Christus. Und das ist die komplette Bibel. Und man hat herausgefunden, dass diese Schriften, also die Bibel, die man da gefunden hat, mit der unserer Bibel heute absolut übereinstimmt. Ohne Fehler. Amen. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Das heißt, die Bibel ist vollkommen ohne Verfälschung bewahrt. Hammer. Halleluja. Ja, also was jetzt so Religion angeht, ich schaue mir das jetzt gerade so ein bisschen an, so alles. Ich weiß nicht, wie es Namen und das heißt Zweifel, aber ich habe da so ein paar meiner Bedenken, so meine Religion zum Beispiel. Ja. Es gibt ja jetzt zum Beispiel, wenn man die Bibel lesen möchte, ich bin da verwirrt, zum Beispiel gibt es ja diese Luther Bibel, dann gibt es ja noch die Orthodoxen haben ja auch, da gibt es zum Beispiel, die Orthodoxen haben ja noch über 60 Bücher oder so. Was soll man denn lesen? Die Bibel hat 66 Bücher, aber da hat man eben ein paar nicht biblische Bücher hinzugefügt und die brauchst du aber und das sind die Apokryphen, aber man kann das genau unterscheiden, was sind die Apokryphen und was ist die Bibel? Also erste Buch Mose bis Offenbarung, das ist die Bibel, 66 Bücher. 29 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament ergeben 66 Bücher. Alles andere, das sind die Apokryphen, die brauchst du nicht zu lesen. Das sind nicht kanonische Bücher, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Und welche Bibel, also ich sage euch mal so, ich will jetzt nicht so über, ich will jetzt nicht so viele Bücher lesen. Ja. Gibt es irgendwie so eine kompakte Bibel, also so eine Bibel, wo alle steht? Nein, du musst dich durch das Wort Gottes durchkämpfen. So viel sollte dir schon Gott wert sein, dass du Zeit nimmst für ihn, Zeit opferst. Der Herr Jesus, also beziehungsweise Gott hat der Israel aus der Gefangenschaft, aus Ägypten, rausgeholt, in die Wüste und dann sagte, ich will mein Volk herausführen, damit sie mir opfern. Das heißt, du musst Gott bereit sein, dein Bestes zu opfern. Zeit, Mühe, Geld. Ja, dann sieht man, okay, dein Gott ist dir was wert. und was ist jetzt so der Unterschied? Also, ihr seid ja jetzt Freikirche, oder was seid ihr? Nein, wir sind wiedergeborene Christen. Ja, okay, also jetzt nicht so hier Orthodoxe oder so. Nein, nein. Ja, das ist cool. Und wie kann man, ja, das klingt jetzt so komisch, weil im Islam ist ja komplett was anderes. Wie kann man denn so eine Nachricht von Gott erhalten? Indem du betest, indem du fragst, Gott, ich suche dich, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, wer du bist. Wenn es dich gibt, zeig dich mir, gib mir eine Nachricht. So ganz, ganz ehrlich, so wie du mit mir gerade redest. So kannst du direkt mit ihm reden, weil er hört dir ja zu, der hört dir alles, was du sagst und alles, was du denkst. In letzter Zeit beschäftigt mich das Vorgang. Ich habe voll Angst, wenn ich jetzt mal einfach so mal sterbe oder so, dass ich dann, stell mal vor, ich lande in der Hölle oder so. Ja, natürlich. Ja, klar. Diese Angst, die du hast, ist richtig. Das ist schon wichtig, sagen wir mal so. Sehr, sehr wichtig. Das ist das Wichtigste, was es gibt, weil wenn du schon sagst gerade, wenn dir heute Abend Gott bewahre, was zustößt und du stirbst und du warst nicht mit Gott, du warst mit dem falschen Gott oder ohne Gott, da bist du verloren in der Ewigkeit. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. also gleich, wenn du jetzt gleich weggehst von diesem Stream, bete zu Gott, sag Gott, ich habe Angst, was auf mich zukommt nach dem Tod. Wer bist du? Ich will dich kennenlernen, sodass ich bei dir bin nach dem Tod, sodass ich sicher bin, sicher bei dir bin und Gott wird sich dir offenbaren, 100 Prozent. Das hoffe ich, Alter. Na gut, ich habe mich dann zu bedanken. Vielen Dank, Reser, vielen Dank, Abend. Gerne, gerne. Alle guten Tag und Ehre dem Herrn. Gott bewahre dich. Danke, vielen Dank bei euch. Lies die Bibel, fang an, nicht Zeit verlieren. Gerne. Ja, das mache ich echt. Aber welche? Es gibt ja, also nimm die Schlachter 2000, die Übersetzung Schlachter 2000, die ist ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, nicht so altdeutsch und so weiter. Das ist mir egal, aber so Schlachter 2000. Aber ist für dich ein bisschen leichter zu lesen. Ja, Schlachter 2000. Ist eine gute Übersetzung. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich. Alles klar, Mann, ich bedanke und Ehre dem Herrn. Gottes Segen. Ja, das war ein guter Junge, ne? Der ist genau jetzt auf dem richtigen Weg. Der sucht. Ja. Und Gott wird seine Gebete erhören, auf jeden Fall. Hallo? Hallo, mein Lieber. Das ist eine Frage. Kann ich meine Frage stellen? Ja, bitte. Kann man sich auch als Teufel anmelden? Wo? Als Teufel anmelden? Wenn man ein Beispiel, man möchte nicht in den Himmel kommen, man möchte Schätan werden. Wie geht das? Du musst einfach so bleiben, wie du bist. Da bist du schon Schätan. Du musst nichts machen. Einfach so bleiben, so wie du jetzt bist. Also guter Mensch sein. Ne, du bist nicht guter Mensch, weil du hast tausendmal schon gelogen, du hast tausendmal schon gestohlen, du hast tausendmal schon gelogen. Kann noch nie gestohlen. Doch, du hast schon mal einen Kugelschreiber genommen, was dir nicht gehört hat. Ne, noch nie. Hast du schon mal ein Kopierblatt genommen von der Firma irgendwo, wo du gearbeitet hast? Nein. Hast du schon mal ein Lied runtergeladen? Nein. Ja, ja, komm. Ist gut. Also siehst du, du bist kompletter Lügner und Betrüger. Jetzt lügst du mich schon ab. Ja, da habe ich nicht. Ich habe noch nichts zu gucken. Ich höre Spotify Premium. Ja, eine Frage. Ihr Kuffar sagt doch immer, Kamelurizum. Ja, siehst du? Das ist ein Klaut. Das ist ein Klaut. Ja. Subhanallah, nein. Subhanallah, nein. Aber siehst du doch, dass du als Moslem so betrügst, direkt hier live, vor allen Leuten. Wallahi, nein. Ich bin ein gläubiger Moslem, ich mache, was im Koran steht. Wallahi, du hast gelogen. Wallahi. Wallahi, nein. Beweis mir Gegenteil. Allein, wie du hier jetzt schon lügst. Jeder hat uns gelogen. Mehr mehr ein. Ich bin so gelogen, Leute. Nein, nein. Du hast in deinem Leben schon mal geklaut, mit einem Bonbon, Brötchen, irgendetwas. Ja, ich habe schon mal geklaut. Aber sie sagt, was er will, das habe ich noch nicht. Du hast sogar, du hast noch nie getohlen. Du bist kein guter Mensch. Du hast gesagt, du bist ein guter Mensch, bist du nicht. Du hast als Kind. Ja, als Kind habe ich geklaut. Das heißt, ich gebe ich auch zu. Also, da bist du kein guter Mensch, du bist ein Dieb. Ja, ich bin ein, ja, ich bin ein Dieb. Ja, bist du auch. Du musst, ja, bin ich auch. Natürlich, ich habe auch als Kind geklaut. Also, wirst du auch erst ein Scheitan. Nein. Ja, klar, ich war ein Scheitan, bis ich zu Herrn Jesus gekommen bin und gesagt habe, Herr Jesus, ich war der größte Scheitan. Ich habe alle Sünden gemacht, wie du gesagt hast, du sollst das nicht machen. Ich habe alle deine Gebote gebrochen. Ich kehre um, vergebe mir nichts. Ich bin ein Kuffar. Nein, ich bin ein Gläubiger. Ein wahrer Gläubiger. Nein, Wallah, nein. Wallah, ja. Du glaubst nicht an Allah, wajal. Nein, ich glaube nicht an Jungfrauen, also Jungfrauenhäutchen zaballan. Ja, dann bist du Kuffar. Aber warum willst du Jungfrauenhäutchen im Himmel zaballan? Weil Allah so will. Allah will, dass Jungfrauenhäutchen zaballan. Das ist das schönste für ihn. Ja, Subhanallah, ja. Du bist eine Nähmaschine. Ja, Subhanallah. Du willst, dass Allah die Jungfrauenhäutchen wieder zusammennäht, damit du wieder wegballast die Jungfrauenhäutchen. Das ist die Allergib mir neue. Neue Jungfrauenhäutchen. Ja, Subhanallah. Das ist eine wunderschöne Himmelvorstellung. Wunderschön. Jeder will reinkommen. Und Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, der beste Prophet, den ich je gesehen habe. Nein, ich will keine Jungfrauenhäutchen zaballan. Warum? Meine Mutter ist ja auch im Himmel und ich schäme mich, wenn ich weiß, dass meine Mutter da auch ist und ich bin den ganzen Tag am Jungfrauenhäutchen zaballan. Aber der Islam ist der richtige Weg. Ich kann dir auch beweisen, nur mit einem Koranfest. Ja, okay, sagen wir, deine Mutter ist auch jetzt da im Himmel, ja, und du bist am Ballern, diese Jungfrauen, die ganze Zeit. Ist das eine schöne Vorstellung für deine Mutter? Nein, Subhanallah. Ja, also. Aber es ist so. Allahs Plan. Was ist, wenn ein Moslem im Himmel sagt, ich meine Wunsch ist Allah, Allah, gib mir diesen ehrenwärtiger Mann, ich will den Ballern bis in aller Ewigkeit. Das ist mein, mein, mein Wunsch. Wenn ich, also wenn ihr LGBTQs. Ja. Nein, Subhanallah, Also, wenn ich jetzt. Oh, man, vielleicht auch kein Mensch haben. Warum, ihr wisst doch selber, der Islam wird siegen in Deutschland. Warum seid ihr noch kein Moslem, Subhanallah? Islam ist in Siegen, ja. Da sind ein paar Leute in Siege, Muslime, ja. Soll ich ein Koranfest spielen, abspielen, ihr wird direkt Muslime werden, Subhanallah? Ja, mach mal ein Koranfest, die werden alle jetzt Muslim. Ja, wenn ich diese Koranfest spiele bei Allah, möge Allah meine Zunge verbrennen, wenn ihr kein Muslime werdet, Subhanallah. Okay, mach, ich will gucken, ob der Armee Muslim wird. Wenn ihr das wird, dann werdet ihr. Ich möchte hören. Ja, wartet doch kurz, Subhanallah. Ich muss kurz den Vers suchen. Warte mal. Jetzt kommt jetzt so. Jetzt kommt, braucht das Musik. Das hat unsere Propheten, das hat diese Versie durch. Das hat gar keine Suche geschrieben. Das hört sich immer an. Ihr wird hier sehen, und ihr wird schockiert sein. Ihr wird die Islamkollung. Subhanallah. Super Tesla. Ja, Subhanallah. Das war unser Propheten, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Nein, hör auf, du bist ein, du betrollst hier. Ja, hab ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Hallo? Amir, nimm mal deine Geste, Amir. Hallo. Hallo. Hallo? Das sind doch deine Geste. Morgen, moin. Kannst du dir erklären, warum du kein Mosel mehr bist? Ich glaube nicht, dass die Erde auf dem Rücken eines Wales ist. Glaubst du da dran? Ich glaube da dran, ja. Sehr gut. Sehr richtig. Nein, Spaß, ich feiere dich, Bruder. Du bist der Heftigste. Ich schau jeden Tag, dann kriegst du auch, ich schau dir auf YouTube, du bist der Heftigste. Ich hörst dir. Du bist der Heftigste. Ich bin selber auch unterwegs hier im Hetzmobil. Ich bin hier genauso... Aber du bist auch ein Heftigste. Ich bin hier noch ein bisschen die Heftige. Ah, schön. Sehr gut. Immer viel Hezologie betreiben, ne? Immer viel Hezologie, genau. Maria statt Scharia, ne? Maria statt Scharia, genau. Okay, mein Mann. Ich gehe wieder runter, ich mache Platz für jemand anderen. Gott segne dich, mein Bruder. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Mach's gut. Mach's gut, Schatzscharia. Hallo, hört man mich? Ja, okay, okay. Geht's euch gut? Alhamdulillah. Das freut mich doch. Aber ihr wisst schon, dass die Muslime durch die Geburtsrate mehr werden als die Christen, ne? Das wisst ihr schon. Ja, aber Quantität ist nicht Qualität, ne? Das hat doch nichts damit zu tun. Hauptsache, die Mehrheit siegt am Ende. Ne, der Herr Jesus wird die Mehrheit alle in die Hölle schmeißen. Wann kommt denn der Jesus auf die Erde? Der Jesus kommt erstmal zurück, um seine Braut Christi, seine wahren wiedergeborenen Diener, abzuholen, bevor er seine Zorn über die Welt freien Lauf lässt. Das ist die Apokalypse. Und wie lange wartet ihr schon drauf? Das kann jede Sekunde passieren. Das nennt sich die Entrückung, wenn er uns abholt. In einer Millisekunde holt er uns ab in den Himmel und der Rest der Menschheit kommt unter Feuer hier auf der Erde. Ah, okay. Und wenn du die Entrückung verpasst und deine Familie und du die Entrückung verpasst, dann musst du leider auf der Erde die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurchgehen, durchmachen. Kommt er mit den Engeln auf die Erde? Das kommt, der kommt dann zurück am Ende dieser Drangsalzeit, dieser Apokalypse, um noch die letzten Reste der Menschheit zu retten. Aber erst muss ungefähr drei Viertel von der Menschheit sterben. Wie werden die sterben? Durch Kriege oder wie? Ja, genau. Der Herr lässt dann zu, dass der Satan eben die Weltkriege macht, anzettelt und hungersnötet solchen Bürgerkriege. Lies Offenbarung ab Kapitel 6. Da steht alles drin, was auf dich zukommen wird und deine Familie, wenn du die Entrückung verpasst. Also sollte ich am besten zum Christentum konvertieren? Nein, zum Christentum, da gehst du verloren. Du musst zum Herrn Jesus kommen und Sünden vor ihm bereuen, dein ganzes Leben, was du getan hast, dieses böse Leben, was du verpasst. Hat das Christentum nichts mit Jesus zu tun? Das Christentum ist Blödsinn. Wir konvertieren nicht wie in Islam, in eine andere Religion. Du kommst zum lebendigen Gott und nimmst die Beziehung zum Gott auf, nicht dieser Religionstourismus. Das bringt dir nichts, das wird dich nicht retten, Religionstourismus. Da konvertieren, da konvertieren, nein. Du kommst ein für alle Mal zum lebendigen Gott und fängst deine Beziehung mit ihm an, keine Religion. Amen. Also sind die ganzen Priester und Pfarrer und die ganzen Pops und wie die alle heißen, alle falsch. Alle falsch, alle verloren, ja. Aber die lesen doch aus der Bibel, wahr nicht? Nein, die lesen aus der Bibel und verstehen nichts, weil die den Heiligen Geist nicht haben, weil sie nicht wiedergeboren sind nach Epheser 1, Vers 13 und Johannes 3, Vers 13. Aber ihr habt den Ruf, dass ihr so eine Sekte seid, also viele sagen das und auch so auf TikTok, also ihr beiden, die seid ja gebrüht. Wir können sagen, was sie wollen. Der Herr Jesus sagt selber, nur wenige werden in den Himmelreich kommen. Aber steht nicht in der Bibel, dass es auch eine Kirche gibt oder sonstiges? Die Kirche sind wir, seine Gemeinde. Das Wort Ekklesia, griechisch bedeutet Gemeinde, Versammlung. Du kannst es auch Kirche nennen, aber das ist eine geistige Gebäude nach 1. Petrus, Kapitel 2. Ist das jetzt eine Sünde in die Kirche zu gehen? Bitte? Ist das eine Sünde, in die Kirche zu gehen oder nicht? Richtig nicht. Das ist so, als wenn du in den Hammam gehst. Ist das Sünde, in den Hammam zu gehen? Nein. Das ist unwichtig, was Gott betrifft, wenn du in den Hammam gehst oder in die Kirche gehst. Das wird dich nicht retten. Die Rettung ist eigentlich allein den Herrn Jesus Christus. Wenn du vor ihm kommst, trittst in einem Gebet und sagst, Herr Jesus, ich gebe mein Leben dir jetzt. Ich kehre meinen Rücken zu den Sünden, die ich getan habe, mein Leben lang. Ich habe vor der Ehe Sex gehabt. Ich habe gelogen. Kann ich euch was aus der Bibel fragen, was gemeint ist? Ja. Okay. Und zwar, das ist Paulus. Warte, ich will nichts Falsches sagen. Ich google kurz. nichts, dass ich was Falsches sage. Ganz kurz. Moment, kurz. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, die ihr auch im Chat zuhört. In eine Kirche zu gehen oder so bringt nichts. Ihr müsst eure Beziehung mit Gott anfangen. Ihr müsst euch selbst abstimmen, dem Bösen, was ihr in euer Leben getan habt. Musst ihr vor dem Herrn Jesus bereuen und dann erst könnt ihr zu ihm kommen. Ohne Buße könnt ihr nicht wiedergeboren werden. Ihr müsst von euren bösen Taten, die ihr getan habt, Reue zeigen vor dem Herrn. Und dann kommt ihr zu ihm und dann seid ihr errettet. Ihr müsst der Sünde und der Welt absterben. Dann gehört ihr zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die ihr errettet sind und der Rest der Menschheit kommt in die Hölle. So einfach ist es. Warte, warte. Leider. Darf ich kurz den Vers sagen? Ja, bitte. Lukas 26. Sag den Vers. Lukas 26. Also 14, 26. Ich wollte schon sagen, Lukas 26. Gibt es ja gar nicht. Lukas 12? Nee. 14, 26. Lukas 14, okay. Ja, sorry. Ich bin auf Baustelle. Hier ist ein bisschen laut. Und diese neue App von Bibel ist auch so behämmert. Lukas, die haben das schlechter gemacht. Die App war gut und dann haben die es erneuert und dann ist sie jetzt behämmerter geworden. Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Damit ist gemeint, man kann das auch anders. Das Wort hassen kann man auch übersetzen, weniger wertschätzen. Also hier geht es darum, dass der Herr Jesus die erste Nummer sein will in deinem Leben. Du musst alles für ihn hinter dich lassen. Deine Frau, deine Kinder, dein Leben, steht ja auch, du musst auch dein Leben wenig wertschätzen, um zu ihm zu kommen. Sonst nimmt er dich nicht an. Du musst dich und der Welt absterben. Zu der Welt gehört auch deine Familie. Die gehören auch zu der Welt. Du musst die Welt hinter dich lassen, wenn du zu Gott kommst. Erinnerst du dich, als Gott Mose berufen hat auf dem Berg Sinai? Wo er zum Wusch geredet hat? Genau. Der hat gesagt, niemand soll sich mir nähern. Außer Mose. Alleine. Du musst alleine aufsteigen auf dem Berg Sinai zu Gott, um mit ihm in ein Gespräch zu treten. Ohne Eltern. Also sollte man noch eine kurze Frage, ich frage jetzt allgemein so ein bisschen, wenn die Mutter jetzt zum Beispiel Jesus nicht anerkennt und die nicht mag oder sonstiges, wie auch immer, soll man da die Mutter verstoßen? Nein, nein. Wenn du zu Gott kommst, musst du alles andere vergessen. Das ist damit gemeint. Alles andere hinter dich lassen. Weniger wertschätzen als Gott. Sonst kannst du nicht zum Gott kommen. Okay. Verstehst du, so wie Mose alleine zu Gott aufgestiegen ist auf den Berg. Der hat nicht seine Eltern mitgenommen. Der Herr hat gesagt, niemanden darfst du mitnehmen. Alleine nur du. So wirst du auch immer vor Gott stehen. Du kannst nicht deine Eltern mitnehmen im Gericht und sagen, ja, die sollen mich unterstützen. Nein, die werden selber Probleme haben im Gericht. Jeder für sich selber wird für seine Taten, für seine Worte, die er gesprochen hat, für seine Gedanken, die er gedacht hat, muss er Rechenschaft ablegen. Jeder für sich alleine. Da kann dir keiner andere helfen im Gericht, wenn du vor Gott stehst. Alleine bist du auf die Erde gekommen und alleine gehst du auch. Du hast nur den Gott mit dir, sonst hast du keinen. Wie sind Gedanken jetzt auch nicht? Du darfst mal keine schlechten Gedanken haben. Nein, darfst du nicht. Gott scannt. Gott scannt deine Gedanken. Wenn du zum Beispiel etwas Böses denkst über einen Menschen. Wenn du denkst, oh, ich könnte dem jetzt so den Kopf umdrehen, weil du so hassen kannst. Meinst du, Gott sieht das nicht? Meinst du, Gott sieht das nicht, wenn du auf einmal auf die Frau eines anderen Mannes schaust, nur weil sie sehr hübsch ist auf der Straße, obwohl das nicht deine Frau ist. Die gehört dem Mann. Da komme ich ja in die Hölle. Das mache ich jeden Tag 24-7. Siehst du? Und deswegen sagt Gott, komm zu mir, mein lieber Kiki, und bereue es, dass du so böse und unrein bist, dass du sündig bist. Bereue deine Sünden von mir, kehre um und lass mich dich retten. Aber im Islam darf man vier Frauen doch haben, oder nicht? Ja, Islam. Islam ist auch nicht von Gott. Ja, aber irgendwie Islam, also der Islam ist irgendwie für Männer geschrieben worden. Männer haben da irgendwie mehr Vorteile als im Testament. Ja, genau. Ja, genau. Der Gott der Bibel will, dass ein Mann eine Frau, aber der Gott des Islams will ein Mann vier Frauen oder noch mehr. Und das ist im biblischen Sinne Hurerei. Unzucht. Wenn du mehrere Frauen hast. Gott hat ja auch nicht Adam und Eva und Sabine und Claudia geschaffen. Nein. Adam und Eva. Satz schon. Hm. Naja, ich weiß nicht. Also ich werde es mir mal überlegen und alles durchlesen. Dann gucke ich mal, was in der Bibel so alles drinsteht. Und ja, ich mache mich mal schlau. Bete vorher. Sag Gott, wenn es dein Wort ist, gib mir ein Zeichen. Ja, okay. Ich mache mich mal schlau. Dann komme ich die Tage nochmal bei euch hoch und dann reden wir darüber. Ja, gerne. Okay, dann schönen Tag noch. Danke dir auch. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen. Gottes Segen, Kikis. Ja, das ist das. Wenn sie immer mit den gleichen Anschuldigungen kommen. Aus dem Lukas-Evangelium, als der Herr sagte, wer seine Eltern und sein Leben und alles, was dazu gehört, nicht hasst, der kann nicht zu mir gehören. Kann man ja auch weniger wertschätzen. Du sollst deine Eltern lieben, aber dass den Herrn Jesus Christus mehr als alles andere lieben. Ja, genau. Hier geht es darum, dass der Herr den ersten Platz in deinem Leben haben will und alles andere musst du hinter ihm anstellen. Das sagt er auf dem Kolosserbrief. Der Apostel Paulus in allem den ersten Rang. Ich gebe mal die Stelle. Kolosser 1,18 und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. In allem. Also der erste Rang in deinem Leben muss Gott haben, der Herr Jesus. Und dann alles andere. Und dann kommt deine Familie, dein Ehemann oder deine Ehefrau, deine Kinder, dein Auto, was weiß ich, was du gern hast. Die müssen erst nach Gott kommen und nicht andersrum. Ja, erst meine Familie und dann Gott. Oder auf derselben Stufe. Gott, meine Familie ist alles gleich für mich. Nein. Ja, ganz, ganz wichtig. Der Herr Jesus an erster Stelle und dann kommt lange Zeit gar nichts und dann erst Familie oder Freunde oder Ehefrau, Ehepartner, was auch immer. So meint das der Herr in Lukas 22. Äh, was soll ich? Lukas 14. So ist das gemeint. Wer nicht zu mir kommt und achtet nicht weniger alle Menschen um ihn herum, seine Familie und so weiter, kann nicht zu mir gehören. Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, ähm, äh, irgendwo habe ich das von einem Islamkritiker gehört, dass in einem Hadith steht, dass angeblich, äh, also kläre mich auf, als ich falsch liege, ob, äh, dass, äh, Mohammed, äh, bisexuell war, dass er auch Sex mit Jungs hatte, mit Knaben, jungen Knaben, irgendwie so habe ich das gehört. Kannst du mich da aufklären? Oder gab es da sowas in der Richtung? Es ist ja so, dass der Muslim auch 300, äh, frische Knaben bekommt im Himmel. Ja, das habe ich auch gehört, genau. Genau. Aber ich meine, ob der Mohammed auch bisexuell war. Irgendwie sowas habe ich in der Art gehört, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen frage ich. Da gibt es solche Handlungen, dass er zum Beispiel den Brauch von, äh, von Männern küssen lässt und so weiter, ne? Oder dass da eben, äh, Amir kennt da sogar ein, ein Hadith, wo eben, äh, Afrikaner nackt auf ihn, äh, ja, rumreiten. Und der da ist auch... Oh mein Gott! So eine kranke Ideologie, ohne Witz. Aber ey, ich danke euch, dass ihr darüber aufklärt, weil diese Ideologie überschwemmt Deutschland und Europa. Das ist eine schlimme Ideologie, wirklich sehr, sehr gefährlich. Und, äh, danke wirklich, dass es euch gibt. Okay? Also, alles Gute, ja? Ja, danke dir auch. Aber Amir kann doch was dazu sagen über diese Bisexualität oder was, ne? Der ist, glaube ich, weg. Der ist weg, oder? Wo ist er? Nee, ich glaube, der ist noch da. Amir? Amir? Der ist auch stumm. Erklär mal an mir, vielleicht, weiß er mehr, vielleicht hat er irgendwas gehört in der Richtung. Aber der ist, glaube ich, ausgestiegen. Kann gut sein. Ja, es ist ja so, dass, in islamischen Ländern gibt es das Batsche-Basi. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört? Nein, was ist das? Das ist mit Kindern, Jungs, sich zu vergnügen, bis man halt eine Frau hat zum Heiraten, ne? Ach, du Scheiße. Ja, das nennt sich Batsche-Basi, das ist islamische Kultur. Das ist, also ich weiß jetzt nicht, wo genau diese Sachen stehen im Islam, aber da muss es irgendwas geben, sonst würden das, zum Beispiel die Afghanen nicht machen, die Irana nicht machen. Und so weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, dass auch so viele Menschen noch immer noch an dieses Buch glauben, obwohl es so oft zerpflückt wurde von Islamkritikern. Es ist ja auch so offensichtlich Schwachsinn, dieser Koran. Allein Polygamie erlaubt, allein diese unmoralischen Verse, Unterdrückung der Frau, der Ungläubigen, Tötungsbefehl. Es gibt so viele schwachsinnige Verse und ich verstehe es nicht, dass so viele Muslime noch daran glauben. Es ist für mich unbegreiflich. Es ist ein Phänomen. Ich verstehe es nicht. Ja gut, 99,9% der Muslime kennen diese Sachen ja gar nicht, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, die beschäftigen sich nicht. Das sind so eure Muslime, das stimmt, ja. Aber diejenigen, die es wissen, okay, die sind wahrscheinlich dann auch in dem Sinne auch radikal in ihrem Glauben und stehen auch dazu. Die stehen einfach auch dazu. Jetzt haben wir auch kein Problem damit, mit diesen Sklavinnen halten, Dschihad machen, die Männer um die Ecke bringen, ihre Frauen zu versklaven. So, na, die IS schämt sich nicht ihrer Religion. Das ist es. Die sind mir sogar lieber, also ich mag die, ich hasse sie, aber ich meine einfach, die sind wenigstens ehrlich, nicht so heuchlerisch. Die gefährlichen Moslems sind diejenigen, die das so vertuschen und dann, das sind diejenigen in den Anzügen, die in der Politik arbeiten. Die sind gefährlich, weil die machen das Gleiche, die Islamisierung und so weiter. Ja, genau. Durch solche Leute, die eben das ignorieren, diese schlimmen Stellen im Islam, wächst der Islam. Ja, man kann den Islam nicht richtig offenlegen vor allen Leuten, wie der ist. Das ist das Traurige. Aber der Islam wird sowieso nicht Fuß fassen in Europa, weil Gott sagt in seinem Wort, genau, Gott wird eine Diktatur entstehen lassen in Europa und die Muslime selber werden versklavt werden und die europäische Bevölkerung zusammen mit den Muslimen werden in eine Diktatur hineinkommen, wo sie dann versklavt werden. 666 Antichrist. Aber ich finde es auch gut, dass solche, du hast ja bestimmt von der Demo gehört in Hamburg, ich finde es gut, dass sie ihr Gesicht zeigen. Das ist wichtig, weil dann stehen die Deutschen auch auf und machen auch was dagegen. Das ist gut, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber du kannst deine Hoffnung eigentlich nicht mehr auf diese Welt setzen, weil wenn du die Bibel kennst, weiß, dass Gott diese Welt bestrafen will bald. Also die Welt geht sowieso unter, da bin ich mir auch sicher. Deswegen sollst du gar nicht auf sowas wie die Welt setzen mit AfD und dass die Deutschen aufwachen und den Muslimen so dazwischen gehen und die Riegel vorschieben und den Islam auch halt gewillt, kannst du vergessen. Gott hat das dafür gesorgt, dass so viele Hunderte von Millionen von Muslimen hier reingekommen sind, weil er die Muslime gebraucht für eine Sache, was er demnächst mit den Deutschen und den Europäern veranstalten will. Er will große Bürgerkriege. Ja, Bürgerkrieg, da bin ich mir sogar sicher, dass das früher das Schwerste passiert. Da steht auch in Offenbarung Kapitel 6, kannst du lesen, da steht, dass der Herr den Menschen also ein Schwert noch dazu gibt, damit sie einander da hinschlachten sollten in Europa, in Amerika, im Westen. Warum? Weil diese Leute, diese Europäer und Amerikaner den Herrn Jesus gekannt haben, aber ihn verworfen haben, das Evangelium und in ganzer Sünde gelebt haben. Deswegen holt der Herr Muslime hier hin und nach Amerika, stationiert sie, damit es, wenn es losgeht, damit die Muslime auch schön gewaltbereit sind. Weil der Herr kann ja nicht Buddhisten hier hinholen, weil der weiß, Buddhisten, die werden nicht so gewaltbereit sein, wenn es darum geht. Also holte Leute, die schon reinschlagen können. Ja, man kann was sagen, was man will über Buddhisten, aber das sind wirklich friedliche Leute, die machen keine Probleme. friedlicher als Muslime und die werden da nicht einfach so losschlagen. Aber bei den Muslime siehst du ja, du musst nur die Nachrichten lesen. Es ist einfach die, die ist Gott auf dem Fall. Proportional an ihrer Bevölkerungsanteil sind die Gefängnisse voll, voll von Muslimen. Die Frauenhäuser, die muslimischen Frauen, die davon, das sind fast 100 Prozent, was weiß ich, 98 Prozent der Frauen, die von ihren prügelnden, mordenden, schlagenden, messerstechenden Ehemann fliehen um ihr Leben in den Frauenhäusern. Alles Muslim. Ich sag's immer wieder, Krebsgeschwür ist der Islam auf dieser Welt. Der Herr braucht sie aber, wie gesagt. Ja, aber trotzdem, Mohammed hat mit dieser Ideologie die Welt vergiftet. Also der hat wirklich so schlimm war, wirklich was der gemacht hat. Ja. Gut, dann bedanke ich mich, ja, und Ex-Muslim ist leider weg, der ist gar nicht mehr da. Ja, okay. Nächstes Mal komme ich rein. Ja, alles klar. Vielleicht kannst du ihn ja fragen, wenn er wieder online ist, bezüglich dieser Bisexualität, das würde mich echt interessieren, vielleicht weiß ich nicht. Wenn ich jetzt kurz in Shisha war, er ist Doppelapfel, jetzt brauchen wir eine Kante. Okay, alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute, ja? Alles Gute, ihr auch, mein Lieber. Kurzes Segen. Ciao, ciao. Also ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, ja, ihr dürft nicht eure Hoffnung hier auf die Welt setzen, auf gar keinen Fall. Das können Atheisten machen, die eben keine Hoffnung haben und die kennen die Zukunft nicht. Wir aber, die die Schrift kennen, die Bibel, und wir wissen ganz genau, die Prophezeiung, was Gott vorhat. Das ist eine Idiotie, auf die Welt, die Hoffnung zu setzen. Wir wissen ganz genau, was Gott in der Offenbarung, in der Apokalypse mit der Welt vorhat. Der will diese Welt zerschlagen und der will demnächst drei Viertel der Menschheit ausrotten. Und da kannst du nicht dein Herz hier an der Welt hängen. So oder so sind wir doch der Welt abgestoßen bei der Wiedergeburt. Ja? Also das ist für Leute, die die Bibel nicht kennen, keine Ahnung haben von der Prophetie, ja, die setzen halt ihr Herz und ihre Hoffnung auf diese Welt. Aber das dürfen wir nicht tun, auf gar keinen Fall. Diese Welt wird sowieso von Gott gerichtet werden bald. Also es ist schlau, Buße zu tun, aus der Welt auszusteigen, vor dem Herrn treten, ja, Buße zu tun und dann in seine Herde, in seine Gemeinde eingehen und auf ihn warten, dass der Herr uns abholt zur rechten Zeit. In der Filmentschlüsselung World War Z, geht mal auf YouTube, ja, Reza Arapour entschlüsselt World War Z, den Film mit Brad Pitt, der Zombie-Apokalypse. Da erkläre ich alles, alle Sequenzen des Films anhand der Bibel und den Versen, genau, wann was kommt, ja. Da gibt es eine Stelle, da ist ja Brad Pitt mit seiner Familie und die haben einen bestimmten Zeitpunkt, wo der Helikopter kommt und sie in den Himmel entrückt. Und die dürfen diesen Zeitpunkt dich verpassen. und in letzter Sekunde schaffen sie es dann bis zum Helikopter und dann wird entrückt. Ja, das ist einfach die Symbolik dahinter. Aber wenn du das verpasst, die Entrückung, dann musst du mit den Zombies, die auf der Erde, wenn die sich alle den Köpfe einschlagen werden, demnächst, ja, musst du draufgehen mit denen, leider. Das wird also eine schreckliche Zeit auf die Menschen zu rollen, wovon die Menschen keine Ahnung haben. Aber wenn die die Bibel gelesen hätten, wären sie vorbereitet und wären errettet. Könnten gar nicht in diese Zeit hineinkommen, weil die Menschen eben keine Ahnung haben und weil sie den Gott nicht kennen, lässt Gott sie sozusagen dahin gehen in ihr Schicksal, als sie sie fallen. Das ist das Problem. Und die Muslime genauso, die werden genauso Opfer werden bald hier in Europa, weil die kennen ja 666 nicht. Die kennen ja diese biblischen Prophezeiungen nicht, was mit denen noch geschehen wird. Sie denken, dass sie hier nach Europa gekommen sind, damit sie Europa übernehmen können. Nein, der Herr lässt solche dreisten Sachen nicht einfach ungestraft. Stell dir mal vor, ihr Lieben, ihr geht in ein anderes Land, um Schutz zu suchen, weil in eurem Land euer Leben in Gefahr ist und dann dreist sagt ihr, ja, jetzt übernehmen wir das neue Land. Obwohl ihr dankbar sein sollte, dass ihr überlebt habt und das andere Land euch aufnimmt. Nein, dreist, ja, jetzt übernehmen wir das andere Land. Und Gott wird solche Menschen, die undankbar sind, die ungerecht sind, die dreist sind, die frech sind, hier richten auf der Erde bald und wenn sie tot sind, später in der Ewigkeit, in der absolute Hölle, in den Feuersee. Und das ist das Ende. Das wird hier richtig, richtig Fahrt aufnehmen, der Islam und so weiter. Ihr seht ja, dass die Einschläge immer näher kommen. Das, was ihr gesehen habt, da mit der Kalifatstaat und dass sie das gefordert haben, dass sie nur kleine Einschläge das wird immer schlimmer werden. Die ganzen Messerstöchereien und so weiter, was geschehen ist, die letzte Zeit, was sie überhand genommen hat. Misshandlungen und so was von Frauen etc. In den Kindergarten, in den Schulen, dass die Kinder aus Angst konvertieren. Ihr seht ja, die verdichten sich die Nachrichten. Und Gott erlaubt das, damit die Menschen in Deutschland aufwachen und denken, oh, 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 wir gehen bald unter. Dazu noch, parallel noch zu dieser sozialen Unruhen, kommt noch die finanzielle Unsicherheit, die Wirtschaftsunsicherheit. Und wenn das zusammenricht mit diesem Chaos zusätzlich, was wir noch haben hier, ja, dann beginnen die Spiele. Dann beginnen die Schlachter. Offenbarung Kapitel 6. Dann geht's los. Jeder gegen jeden. Und zwar deswegen, weil die Menschen eben den Herrn Jesus verworfen haben. Sie wollten nicht errettet werden. Jetzt müssen die auf der Erde durch. So einfach ist das. Und das ist gerecht. Ja genau, 666 auf Griechisch ist dann Allah, mit den zwei Schwertern gekreuzt. Dann die Schlange, diese Allah da und dann dieser Strich, ja, Exzess, wenn man das umdreht, ja. So ist das. Deswegen muss man halt alles dran setzen, die Menschen zu retten, zum Evangelium zu bringen, zum Herrn Jesus, damit der Herr Jesus sie rettet, damit sie noch bei der Entrückung dabei sind. Ja, wenn sie die Entrückung verpassen, ist vorbei. Dann kommen sie in die Apokalypse und dann werden die gerichtet. Die Muslime genauso. Deswegen ist das Blödsinn, gegen die Muslime zu sein. Wir müssen auch die Muslime retten. Ja, da sieht man, dass die AfD eine Verführung ist für die Christen. dass die AfD die Christen von ihren geistigen Aufgaben ablenkt, um sie wiederum an diese Welt zu binden, ihr Fokus auf die Welt zu richten, damit sie wieder ihre Hoffnung hier auf das Weltliche setzen. Und das ist fatal. Versteht ihr, ihr Lieben? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eben, danke schön, Khalifat ist so Gottesstaat im Islam. Das ist ein Khalifat. Deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig in diesen letzten Stunden und Minuten, wir sind kurz vor der Entrückung, dass wir eben so viele Menschen wie möglich retten, damit sie auch in das Boot steigen, so wie bei Titanic, so viele Menschen wie möglich in diese Rettungsboote rein, weil die Welt ist schon am Untergehen. Ganz, ganz wichtig. Und nicht auf die AfD gucken, auf die Situation hier auf der Erde. Nein, wir sind in der Ruhe, in der Ruhe des Herrn Eingehens, wir sind in der Ruhe und wir müssen die Menschen auch in die Ruhe bringen, damit sie auch aus diesem Chaos da draußen aussteigen und zur Ruhe kommen und in Sicherheit kommen und auf den Herrn Jesus setzen. Wann macht Armin ein Fantreff? Armin macht Fantreff nur mit Leuten, die Seite auf Null haben, vorher. Seite auf Null und den Kamel-Origin zu singen, dann kommt er dazu. Was ist ein Templer? Ah, Bruder Pavlos. Die Templer waren eine Organisation, die eben von der Kirche irgendwann mal verfolgt wurden, weil sie eben sehr mächtig waren. Die Tempelritter, die wurden von dem Philipp der Schöne, von dem französischen König Philipp der Schöne zerschlagen und ihr Orden aufgelöst und die wurden dann halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jacques de Molay, ihr Großmeister des Ordens, wurde auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber die haben ja heute noch Bestand. Einige sind ja geflohen und leben ja heute noch. Die Hochgrade der Freimaurerei sind auch die Templer gerade. Der König von Frankreich den Orden zerschlagen. Man hat ja die verhaften lassen alle. Deswegen Freitag, der 13. dieser Unglückstag. Tempelritter sind böse, sie verehren Baphomet. Das sind Hochgrad Freimaurer. Und so weiter. Dritter Tempel. Nein, aber die Vorboten. Das dritte Tempel ist sozusagen die Weichenstellung für den dritten Weltkrieg. Also der Tempel wird gebaut und für den Messias, aber vorher wird er der Antichrist sich in den Tempel setzen. Zweiter Thessalonischer 2 und sich selbst zu Gott machen und er wird dann ein Götzenbild aufstellen im Tempel und die Juden und die Juden werden darauf reinfallen. Und das ist der Beginn des Weltkrieges und Israel kommt total unter Beschuss. Das ist aber die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels, die Drangsalzeit. Die ersten dreieinhalb Jahre werden noch relativ friedlich verlaufen, aber wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt und den Tempel verunreinigt, dann wird Israel unter Beschuss kommen. Gott wird dann als Zorn über Israel, weil sie das getan haben, den Antichristen geglaubt haben und Götzendienst betrieben haben, wird Gott Israel ihren Feinden ausliefern. Und das ist die muslimische Achse. Dann werden die Muslime Israel angreifen, die gesamte muslimische Liga. Und dann bricht auch der Weltkrieg aus, wovon ja der Herr Jesus Matthäus 24 spricht. Zacharia 12 spricht der Herr davon, ich lese mal vor, ich mache Jerusalem zum Taumel für alle Völker ringsum. Und auch über Judah wird das kommen bei der Belagerung Jerusalems. Ja. Und ich werde Jerusalem zum Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Völker der Erde werden sich gegen es versammeln. Ja. Also es wird ein Weltkrieg geben, wo jetzt auch Israel im Fokus, im Zentrum des Weltkrieges sein wird. Und dann kommt der Herr Jesus runter vom Himmel, um die restlichen Juden zu retten, die den letzten Drittel aus Versace, Heire 13, Vers 8. Ja. So wird, das ist die prophetische Reihenfolge demnächst, was auf die Menschen, auf Israel zukommen wird. Dann muss ich 2. Thessalonische 2 lesen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Textstelle in der Bibel. 2. Thessalonische 2, das kommt des Antichristen, die Entrückung. Genau, die 70. Jahrwoche aus Daniel 9, die zweite Hälfte wird ganz schlimm werden, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniel, diese letzten dreieinhalb Jahre, da wird der Satan vom Himmel mit seinen Dämonen verbannt werden, endgültig, sie haben keinen Zugang mehr zum Himmel, sie werden auf die Erde geworfen, der Zugang wird geschlossen zum Himmel und dann hat der Satan großen Mut. Und das ist offenbar im Kapitel 12, wenn er los, sein Zorn, wenn der Satan zornig ist. Und dann beginnt auch der Dritte Weltkrieg. Der Bau des Dritten Tempels wird jetzt demnächst kommen, aber vorher, bevor der Antichrist auftritt, werden wir ein Drück sein. Also es kann sein, dass wir noch etwas von dem Bau des Tempels mitbekommen, aber nicht mehr den Antichristen. Und das steht ja in 2. Thessalonischer 2, dass wir, also die Brautchristen, solange sie noch auf der Erde ist und der Heilige Geist, der noch hier auf der Erde ist, in der Brautchristi erst beiseite geschafft werden müssen, weil wir das Kommen des Antichristen aufhalten. Ja. Und das ist die, das kann, keiner kann das in Zeitung schätzen, aber wir sind dem Ganzen sehr nahe. Ihr seht ja, dass die roten Kühe schon bereit stehen für die Tempelweihe. Also es sind noch, ich weiß es nicht, Sekunden, Minuten, Stunden, daher müsst ihr auf euch Acht geben, ihr Lieben, dass ihr wirklich noch einmal in euch kehrt und noch einmal fragt, euch selbst und natürlich dem Herrn, den Herrn, bin ich wahrhaftig ein Kind Gottes, bin ich von neuem geboren oder hänge ich an irgendwelche Religion oder hänge ich noch an dieser Welt. Ja. Keine 50 Jahre mehr laut Roger Libby, nein, man kann auch keine Zeitangaben geben. Natürlich wissen wir, dass das nicht mehr lange dauern wird, aber nein, sollte man solche Sachen nicht sagen wie keine 50 Jahre. Kein Mensch weiß das. Aber es ist nicht mehr viel Zeit, ja, das kann man sagen, weil wir sehen, dass die Zeichen der Zeit eben vor der Tür stehen. Wenn wir nicht so berichtet, nein, keiner kann eine Prognose geben. Du bist German, du bist kein Prophet. Der Zeitpunkt ist egal, der Heil ist wichtig. Genau, das Heil ist wichtig. Wieder ein Lieb in der Nacht für die Leute, wo der Herr Jesus kommen wird und sie dann auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß man, wie lange der Antichrist regieren wird? Also Antichrist wird auf jeden Fall mindestens dreieinhalb Jahre regieren. Das ist eine Regentschaft auf der Erde, bis der Herr Jesus rückkommt und Israel also errettet und den Antichristen beseitigt. Ja, genau. So wird das sein. Ach, du bist das, Abi. Was passiert? Warum bist du raus? Amir, hol den rein, den Abi. Was hast du gemacht? Ja. Abi, was ist das für ein komisches Gesicht und komischer Name? Sieht aus wie ein Hindu. Mit Kacke. Nein. Nein. Ich bin Adriano. Adriano Celentano. Siehst du nicht, wie ich aussehe? Ich bin Adriano schon wieder raus. Was ist das? Schmeiß den jemand raus oder was ist das? Ja, ihr Lieben, so wird das laufen. Das ist der prophetische Plan Gottes. Dazu Daniel 9 lesen. Daniel 9, 2. Thessalonischer 2. Daniel 11. Ja, der Daniel 11, 38 zum Beispiel wird der Antichrist, den Gott der Festungen, zusammen mit dem Diktator aus Europa, dem Tier aus dem Meer, aus Offenbarung 13, anbeten. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Daniel 11, Vers 38, diesen Gott, den seine Väter nicht kannten. Also der Antichrist, er ist ein Jude und der wird nicht den Gott seiner Väter, also Abraham, Isaac, Jakob, sondern den Gott der Festungen und das ist Jupiter, der höchste römische Gott, verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien, mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele zu Belohnungen Ländereien, also er wird auch den Leuten belohnen, diesen Götzendienst wirklich da mitmachen. Und dann kommt das, Daniel 11, Vers 40, der Angriff der islamischen Achse auf Israel. Zur Zeit des Endes, also die Endzeit, das Ende über Israel, zur Zeit des Endes, aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nords mit dem Wagenreiter und viele Schiffe mit ihm losstürmen und die Länder einringen in Israel und sie überschwemmen und überfluten. Es wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen, diese aber werden mit der Hand, diese werden seiner Hand entfliehen. Edo, Moab und die vornehmsten der Ammoniter, also bestimmte Gegenden werden auch bewahrt werden. Es wird auch eine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. Ägypten kommt unter Beschuss. Da wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeit Ägyptens bemächtigen und werden Lubia und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus dem Osten und das ist dann schon der Kriegsplan, wie es dann abgeht in Israel, wenn die Muslime dann angreift. Da steht das alles eins nach dem anderen. Genau, Daniel 11, Abfärts 38, steht eben über den Antichrist. Das sind diese Stellen, die ihr euch merken müsst. Daniel 11, 38 bis 40, Antichrist, der Angriff der Muslime auf Israel, Saharier 12, Vers 2, Jerusalem wird der Hauptschauplatz sein des Dritten Weltkrieges, 2. Thessalonicher 2, Abvers 5, die Gemeinde hält das Kommen des Antichristen auf und muss erst durch die Entrückung weg sein von der Erde, damit der Antichrist aufkommen kann, tauchen kann und übernehmen kann. Das ist der Fahrplan. Und die Muslime kennen das alles gar nicht. Die kennen ja die Bibel nicht. Die kennen die Prophezeiungen gar nicht. Die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Die sind also völlig ausgeliefert demnächst in Europa. Die wissen gar nicht, was in Europa noch auf sie zukommt. Die kennen ja 666 nicht. Offenbarung 13 kennen sie nicht die Diktatur, die auf Europa zuholen wird und die Muslime dann auch versklavt wird. Und weiß man, wie der Antichrist aussieht? Nein. Was man weiß eben ist, dass er ein sehr, sehr charismatischer Führer sein wird und dass Israel auf den Rhein fallen wird. Israel wird ihn als Messias anerkennen, wovon der Herr Jesus in Johannes 5 gesprochen hat. Ich komme im Namen meines Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Also ihr nehmt mich als Messias nicht an. Jener aber, der kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Und das ist der Antichrist. Also Israel wird dann den Antichrist bis nach rüber aus der Region von Europa. Das sind Europäer, die rübergegangen sind. Also das sind die Kontinente, die am meisten im Evangelium betroffen waren und die haben es verworfen. Hört ihr mich, ihr Lieben? Hörst du mich? Hörst du mich? Pavlos, hört man mich? Ah, okay, alles klar. Reza und Pablo, ihr habt das so ausgelegt, dass der dritte Tempel Jesus und seine Gemeinde ist. Nein, da hast du schlecht zugehört. Da hast du schlecht zugehört, da hast du was falsch verstanden. Der dritte Tempel betrifft Israel, nicht die Gemeinde. Wir haben mit dem dritten Tempel nichts zu tun. Ja, der Tempel ist, ist, sozusagen betrifft Israel, nicht die Gemeinde. Ja, es gibt einen himmlischen Tempel und es gibt einen ehelischen Tempel. Diese zwei dürfen nicht miteinander vermischt werden. Seine Gemeinde ist sein Leib, ja genau. Aber Israel ist ja auch die Spiegelung seines Leibes, aber auf der Erde. Ja, so sagt der Herr Jesus ja in Johannes Kapitel 2, Vers 19, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Ja, und das, es gibt natürlich ein Tempel, ein himmlischer, den machen wir aus, die wiedergeborenen Christen, es gibt einen irdischen Tempel und das ist für Israel. Genau. Ich hoffe, du hast es verstanden, Robi. Ja, ich weiß, dass es Israel betrifft, aber der dritte Tempel wird ja Jesus und seine Gemeinde, nein, der dritte Tempel ist für Israel nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist schon längst entrückt. Das Leib, der Leib Christi, seine Braut oder sein Tempel wird abgeholt für den Himmel. Nach Epheser, ähm, Sekunde, äh, Epheser 1, Vers 12 war das, glaube ich, ähm, ich sage dir die Stelle, ähm, ähm, Oh, mein Handy ist auch gleich voll leer. Ja, also es gibt zwei Bünde. Einmal betrifft es das irdische Volk Gottes und den irdischen Bund mit Israel. Und einmal der neue Bund. Ja, nach Jeremia 31, 31. Der neue Bund beinhaltet A, die Braut Christi und B, das neue Jerusalem, also das neue Israel. Die zusammen mit der Braut Christi den neuen Bund ausmachen. Aber die Israeliten, die nach der Entrückung während der Drangsalzeit zum Herrn kommen, nach Sacharie 13, Vers 8, die gehören nicht zur Braut Christi. Sie sind zwar errettet, sie gehen in diesen neuen Bund ein, nach Lukas 22. Was ist denn hier? Aber sie gehören nicht zur Braut Christi. Was ist hier passiert, oder? Nein, nichts. Ich habe dir nur ein bisschen erzählt hier von der Prophetie und wie es demnächst laufen wird, anhand der Bibel hier in Europa, auf der Welt. Dass man keine Angst brauchen muss vor der Islamisierung und so weiter. Sondern das ist alles geplant und das hat der Herr erlaubt. Das hat er alles in seiner Macht. Und das lässt der Herr zu, damit eben die Europäer, Amerikaner und was weiß ich, bis nach ganz Osten in Australien alle bestraft werden. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist die Strafe dann, weil sie den Herrn abgelehnt haben, ne? Ja, genau. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, auf das sie gerettet werden. 2. Thessalonischer 2. Und diese Prophezeiungen, die Bibel, kennen noch nicht mal die Christen. Die wissen ja gar nicht, was auf die zukommt. Gar nicht. Die meisten Christen haben null Ahnung von Prophetie. Null. 0,001% der Christen, die wirklich die Bibel, wirklich studieren. Die kennen das. Aber sonst, sonst haben die gar keine Ahnung. Das ist eine Theorie. Nein, wir brauchen Sie. Ich würde für Gäste hochheben, wenn du weg bist. Hallo Brot oder Favlos. Ja, die Alex hat das geschrieben. Die braucht die Rechte. Weil der Bruder damit dann, wenn er weg ist, damit die... Wenn du hier drin bist, Bruder Rieser, damit die ja weg hochkommen kann. Ach so, ja. Armin, hast du gehört? Was denn? Wenn du weg bist oder so, damit die Leute hochkommen können, die Admins. Nee, Alexa braucht das. Bruder Rieser, kannst du Videos dazu empfehlen? Ja, der Bruder Rieser auch. Das sind mehr Rieser. Ja, die Alexa braucht das, weil die hat es geschrieben. Ich bin ja später dazu gekommen, so gesehen. Ach so, ja. Habe ich die doch gemacht oder nicht? Nee, mir ja, aber Alexa nicht. Alexa, schreib mal kurz irgendwas, damit ich dich sehe. Erx 28, ich bin wiedergeboren. Ich bin kein Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Du solltest auch nicht Christ sein, sondern wiedergeboren sein. Wir werden zwar von außen Stehende als Christen bezeichnen, die dem Christus nachfolgen, aber wir selber nennen uns nicht so. Wir sind Kinder Gottes, die von neuem geboren sind. Für uns gibt es keine Bezeichnung. Und mal Bruder Rieser. Ja, bitte. Da hast du recht gesprochen, wo du sagtest, die meisten kennen tatsächlich Prophezeiungen gar nicht. Die wissen null, was auf die zukommt. Und gerade Katholiken und Orthodoxen, wenn man die fragen würde, was passiert denn eigentlich so in Zukunft mit der Offenbarung, keine gefunden, die können das auslegen. Nicht ein einziger. Die würden sagen, wir haben alle keine Ahnung davon. Nicht, wenn die Kirchväter haben ihnen die Ahnung davon. Ja. Das ist ja heftig. Ja, wenn du wüsstest, dass zum Beispiel demnächst der Herr Jesus doch zur Entrückung ansetzt, dann würdest du noch AfD wählen. Sag, ich hole dich nächste Woche ab, wenn du bereit bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du wahrhaftig bist. Würdest du dann noch AfD wählen? Niemals. Gott auf den Herrn. Und dann zerschlage ich die Welt. Nachdem ich dich abgeholt habe zur Entrückung in den Himmel, zerschlage ich dann die ganze Welt. Würdest du dann noch AfD wählen, weil die AfD wird auch zerschlagen. Ja. Ich bin Jesus. Ich war kein Eindruck. Rieser ist so hart wie der Riese entfernen. Oh Mann. Hörst dich. Das wird nur nicht wahr sein. Ja, ich bin wieder gesund. Danke euch, meine Lieben, für die Gebete. Heftig. Was sag ich denn jetzt? Amir. Ah. Leibsichtbarkeit eingeschränkt, sonst nichts? Ne, sonst nichts. Leibsichtbarkeit eingeschränkt. Ach so. Da musst du einen Neustart machen. Bruder, Danny hatte das auch. Und dann hab ich gesagt, neulter, zwei Sekunden später bei der Wecke, also in zehn Sekunden Neumarkt machen. Bis gleich wieder. Ich mach Neustart. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ich hab den Brief bekommen und ich wusste nicht, wo ich diesen Brief bekommen hab. Da war kein Absender, gar nichts. Ich pack diesen Brief aus. Kleinen Moment. Ich schließe ihn euch vor. Und dann, danach hab ich mich getauft. Ich hab ich erkannt, dass Jesus Christus der einzig wahre Weg ist. Und auf diesem Brief, der ist rot, da stand nur für dich. Ich schließe ihn vor. Ich schließe dir jetzt ganz vor. Ich lese so einen Teil davon. Also, mein Kind, ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Psalm 139,1 Ich weiß, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst. Psalm 139,2 Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinen Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du, äh, durch mich lebst du und existierst du. Du bist mein Kind. Also, er hat mir, also, ich hab einen Brief bekommen. Und am Ende steht drauf, alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Ich hab geweint. Und eine Woche danach hab ich euch getauft. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Tschüss. Danke dir, mach's gut. Danke dir, ciao. Ja, ja, ich kann mal dünner was sagen. Hey, Armin, ich habe nur eine Frage, ne? Eine schnelle. Ja. Ich habe manchmal zugeguckt und die Leute sagen die ganze Zeit dieses Wort, dieses ABK. Und wer ist das überhaupt? Was sagst du? Die Leute, die reinkommen und sagen ja manchmal ABK, ne? Ja. Ich meine, also, was ist das? Also, wer ist das? ABK ist ein YouTuber, der damals auf mich reagiert hat, vor fünf Jahren. Er hat über eine Million Abonnenten und der selber Moslem. Und das war ein sehr, sehr fataler Fehler, dass er mich erwähnt hatte. Und dann ging das natürlich hin und her. Und das hat für YouTube eine riesengroße Welle geschlagen, dass ich durch ihn sehr viele Menschen erreichen konnte und den Islam, den Erdboden gleich gemacht habe. Also muss man, also ist er sehr bekannt oder geht? Der ABK ist sehr, sehr bekannt, ja. Viele, viele kennen ihn. Ach so, ja, ich habe keine Ahnung, weswegen. Ja, du kannst ja einfach mal bei YouTube eingeben. ABK Ex-Muslim, dann siehst du schon. Also, wie schreibt man das? Also, ABK. ABK. Einfach ABK. Ja, okay, ich gucke mal, was da... Okay, mein lieber Gott segnet für deine Familie. So, ihr Lieben, ich gehe mal ein bisschen jetzt offline. Ich gucke mal, ob ich gleich nochmal live komme. Ein paar Sachen erledigen. Dann hören wir uns dann zu Gott, wie gleich, ja. Gott ist Segen, haltet immer am Ende Jesus Christus fest. Und lasst ihm mal zu, dass euch Religionen irgendwie was, äh, sagen sollen. Denn Religionen sind vom Teufel, das wissen wir. Und der lebendige Gott Jesus Christus ist gekommen, um uns weg zu holen von zu lassen. Lachnummer kannst du den nennen, der ein sechjähriges Kind geheiratet hat. Hast du verstanden, Chettin? Jetzt kannst du nochmal Lachnummer sagen. Oder den, der sich von einer Ziege hat, überwältigen lassen. Du Lachnummer. Gottes Segen. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Chettin. Chettin. Alles gut, ciao. Ja. Was haben die euch angetan, Mann? Nichts. Das sind gute Leute. Das sind feine Leute. Warum hat dieser Elfwister dann so ein Profilbild? Welches hat dann? Keine Frage, bist du Illuminati? Äh, nein. Aber was haben die euch angetan? Warum bist du dann für die? Ja, okay, wenn jetzt eine Frau draußen geschlagen wird, bist du dann nicht für die oder so? Ich weiß nicht, was ich mit dir nehmen, hä? Also, wenn eine Frau von der Illuminati draußen geschlagen wird, wo denn? Nein, nee, nee, okay, warte, bist du schwarz? Nein, aber du bist doch auch so, dass die so... Das hört sich richtig an mir zu müssen. Was hat das mit dem Schwarz zu tun, hä? Nee, aber guck mal, er sagt ja, ich bin kein Illuminat, deswegen dachte ich für dich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der ist ja ganz fertig. Der ist ja wirklich fertig. Das ist Döner-Universität. Der gut sieht. Ich danke, dass du hier warst. Döner-Universität Offenbach. Wahnsinn. Das liegt auf den Herzen, Mike. Hey, warum habe ich Verstoßwarnung bekommen wegen der Universität? Was soll das? Du musst rein und raus kommen. Das gibt es doch nicht so was. Dabei will ich das Gute für die Menschen. Das gibt es nicht so was. Geh mal rein und raus, Bruder Reza. Guten Tag, meine Bruder. Ich wollte euch einfach nur mal Gottes Segen wünschen. Ich will einfach mal sagen, dass ich es richtig schön finde, was ihr hier macht. Gott segne dich von meiner Familie. Gottes Segen, mein Bruder. Danke, mein Bruder. Wollte ich euch einfach nur mal gesagt haben. Macht weiter so. Meine Frage, mein Bruder. Willst du von neuem geboren? Willst du von neuem geboren? Ja, Amen. Mein Bester, ich habe eine Frage. Willst du von neuem geboren? Natürlich, mein Bruder. Ja, so soll es sein, mein Bester. Keine Religion, nur die Bibel allein? Also, ich... Auf jeden Fall die Bibel allein, ja. Aber ich finde natürlich auch den orthodoxen Glaube sehr schön. In einer Richtung, weil meine Freundin ist gerade in Griechenland sehr lange. Und dadurch kam ich auch sehr zur orthodoxen Kirche. Finde ich auch sehr schön. Aber an für sich ist es einfach der Herr Jesus Christus. Ja. Mein Bester, ich kann dir jetzt schon sagen, weil die orthodoxe Kirche hat ja eine ganz andere Lehre als das, was die Bibel hat, ne? Das wollte ich dir auf jeden Fall sagen. Weil Religionen sind ja von Menschen gemacht. Religion fordert, du musst was tun, damit du im Paradies kommst. Die Bibel sagt, du musst glauben, um im Paradies zu kommen. Da ist der große Unterschied. Hast du das verstanden? Weil ich höre dich jetzt nicht, mein Bester. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, alles klar. Ich habe gerade gesagt, ich weiß, wenn ich vom Herr Jesus Christus stehe und dann mit meinen Taten, was ich getan habe, das erlöst mich nicht. Weil ich ein Sünder bin wie jeder andere von uns. Das Einzige, was uns errettet, ist die Gnade. Genau. Aber das sagt nicht die Orthodoxie. Die Orthodoxie sagt, du musst ja was tun. Die Orthodoxie sagt ja, du musst eine Taufe machen. Die Babytaufe zum Beispiel. Weil die Taufe gibt ja den Heiligen Geist, sagt die Orthodoxie. Und das ist eine Irrlehre, eine Falschlehre. Die Bibel sagt, du musst Buße tun und dann sich taufen lassen. Weil der Glaube dich rettet. Markus 16, 16 und Epheser 1, 13. Und wir sehen, eine andere Lehre. Aber die Bibel spricht in Römer 16, 17, 18. Wer eine andere Lehre hat, als das, was wir euch gelehrt haben, meidet sie. Denn sie dienen nicht unserem Herrn Jesus. Deswegen dient die Orthodoxie nicht unserem Herrn Jesus. Das bedeutet, die haben einen anderen Jesus als das, was in der Bibel steht. Verstehst du, was ich meine? Deswegen kann man nicht mit ihnen sympathisieren, beziehungsweise ein Fleisch werden mit ihnen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du kannst dir mein Video anschauen. Fixiertes Video, das ist viral gegangen. 150.000 Aufrufe. Drei Fakten gegen der Kirche, weil wir sind die Kirche. Wir sind die Eklassiergemeinde, Versammlungen, Kirche. Das müsstest du ja auch wissen, ne? Laut 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Schau dir das an, das ist sehr, sehr wichtig. Mein bester, bewahr dich vor die Ehelehren. Du bist ja von 9 geboren, hast du ja selber bezeugt. Ja. Das ist sehr gut so. Dann bist du ein Bruder, dein Glaube. Nehme ich erstmal auch so an. Ja, mit der Zeit wird das alles offenbart. Aber hüte dich vor die falschen Lehren. Der Herr Jesus hat immer wieder gemahnt. Die ganze Bibel basiert nur auf Warnungen fast mit hütet euch vor den falschen Lehren. Weil es gibt nur eine Lehre, nicht Lehren und die Orthodoxie. Da gehe ich automatisch auch auf den Kommentar ein. Weil einer sagt, warum habe ich Abu Bergkrat oder wie er da heißt, Bergland blockiert. Ich habe mit denen eine Debatte geführt. Das könnt ihr auch in meinem Video sehen, habe ich gezeigt. Die glauben an eine falsche Trinität. Die sagen, Jesus ist kleiner als der Vater. Würdest du das auch so sagen? Auf keinen Fall. Siehst du? Und das glauben die Orthodoxen. Und die sagen, nicht Menschensohnfleisch. Die bezeugen auf Hypostase. Der Menschensohnfleisch ist untergeordnet gewesen. Philippa 2, 6, 8. Aber der Sohn Hypostase war doch immer gleich. Er ist ja der Allmächtige. Und da sagen die Orthodoxen. Nein, der auch. Und das ist die große Feinheit. Siehst du, was den anderen Jesus die vertreten? Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Schau dir das an. Wirklich. Ich habe Videos und Beweislage dafür. Gehe in meinen Kanal. Einmal die drei Fakten. Und einmal, wo ich mit Abu Bergland da geredet habe. Und dann gibt er selber mit seinem eigenen Mund zu. Dass du es nochmal siehst, was die Orthodoxen glauben. Alles klar. Mach ich. Gott siegt in dich und deine Familie. Euch auch. Schönen Sonntag. Danke dir auch. Bruder Reza, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Sehr schön. Hey du. Hey du. Hey du. Was machen Sachen? Warte, kein Mero. Kali Mero. Geh doch in mein Video rein, Kanal. Also TikTok-Kanal. Und da sagt Abu Bergland in sein eigenes Mund. Das ist ein kleiner Gott ist. Und er bezieht sich auf Sony Postase. Also ich habe Beweislage. Was hast du? Hey du. Gottes Segen. Hey du. Hey du. Hey du. Tag-a-gol-a-le. 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 Tag-a-gol-a-le-da-le. Tag-a-gol-a-le-da-de-da-du-u-ta-da-la-ka-ti-te. Nur für euch. Nur für euch. Das ist das Sonntags-Ständchen. Ja. Gottes Segen. Was liegt dir auf den Herzen? Ich bin gerade hier online, sehe das, und ich bin gerade ein bisschen zur Ruhe geworden, weil ich mich nur im Chat mitgeteilt habe. ich bin deutsche mein sohn ist christ mein sohn ist jeden tag freudig wenn er im kindergarten irgendwas lernt und es wird mir hier gerade zumal hat aufs übelste mein kind platt gemacht wo ich mir denke das kann nicht sein das ist ein fünfjähriger der durch das christentum verarbeiten konnte dass unser vater verlassen hat es kann doch nicht wahr sein dass man nicht mal mehr irgendwo die freiheit hat irgendwo dazu zu gehören also dein sohn wird schikaniert meinst du von den muslimischen kindern nein nein ich bin jetzt gerade hier reingekommen wollte mich einfach nur hier beteiligen und ich finde es langsam eine frechheit du kannst ja gar nicht mehr irgendwas machen ohne dass es eine sünde ist kannst du mal die grundlage noch mal klein ich habe das nicht ganz genau verstanden einfach nur reingekommen weil ich das hier gesehen habe mit konvertieren zum islam wir wurden damals verfolgt also ich komme aus einer gegend wo viele christen sind und alles und habe damals einen islamischen mann kennengelernt der wollte mein sohn los werden also beziehungsweise uns töten das war extrem meine patentante ist kirchenvorstand mein sohn konnte durch das christentum mit vielen umgehen und alles aber ich finde schon heftig dass wenn mein sohn nur irgendwas zitiert oder sonst was er macht das mit einer freude er macht das mit einem gewissen stolz dass selbst das als der teufel abgestempelt wird wenn ich das nur lese was lieben darf ich kurz nicht so frechheit ich habe das geschrieben so ich wusste erst nicht ich kann es erklären also ganz kurz ja du bist eine völlig fremde person du hast geschrieben mein sohn ist stolz christ zu sein so meine auseinanders verarbeitet ich kenne dich nicht ich wohne nicht in einem briefkasten darf ich das bitte erklären also ich kenne dich nicht ich weiß nicht wie alt dein sohn ist ich habe nur auf das wort stolz reagiert dass du gesagt dass mein sohn ist stolz drauf da habe ich nur geantwortet stolz kommt vom bösen man sollte dankbar sein mein sohn ist fünf die kannst du dich wagen ich weiß nicht wie alt dein sohn ist keine ahnung es ist geht mir nur ums prinzip dass stolz vom bösen kommt und nicht wie alt dein sohn ist weiß ich nicht verstehst du und daraufhin geht die komplett ab und dreht komplett durch es ist nun mal so stolz kommt vom bösen entweder wird es begreifen oder eben nicht aber greift mich nicht so an ich habe nichts falsch gemacht ja das ist richtig wir sind nicht stolze christen gibt es nicht weil wenn du stolz bist dann kannst du nicht christ sein wenn du christ bist und ich weiß doch nicht bruder ist woher soll ich das denn wissen ja das hast du schon richtig gemacht nur die hat das jetzt sehr persönlich genommen ja die hat das sehr persönlich genommen und hat nicht verstanden den hintergrund den geistlichen hintergrund dahinter das stolz eine schlechte tugend ist eine also etwas schlechtes ja ich weiß doch nicht dass sie so um fünf ist woher soll ich das denn wissen naja ok ich gehe darunter danke euch ja das segen gottes segen gottes segen ja genau richtig wir sagen nicht von uns dass wir stolz zu christen sind weil gott sagt ich widerstehe dem stolzen und dem demütigen also dem bescheidenen gebe ich die gnade es gibt auch leute die sind bescheiden aber also die wirken bescheiden sind aber so trotzdem stolz aber so nach außen wirken sie so bescheiden aber innerlich sind die doch sehr sehr hochmütig ja es dort war bei den sataner jetzt sein stolz brach den zum fall weil das hochmut geführt hat ja genau möchtest du was sagen ja ja dankeschön noch mal alles was ihr macht die ganze zeit vor allem bei haben die oder so da macht man das späßchen über gott was ich gar nicht gut finde ich meine es gibt auch ganz viele christen die haben nicht so viel ahnung von der bibel und dann gehen die in irgendwelche leist von irgendwelchen muslimen und ja dann machen die sich da lächerlich und das man sollte schon aufpassen dass man nicht da reingehen soll wenn man von der bibel nicht so viel weiß und eigentlich mit pavlos oder so meinte ja dass alle orthodoxe irgendwie falsche lehren machen oder so das stimmt ja eigentlich gar nicht so wirklich ich meine ja ich meine die baby taufe ist noch mal so eine andere geschichte aber ich meine das ja oder nein was denn baby taufe ja machen wir da ok wo steht das in der bibel da steht nicht jetzt um die in der bibel drauf aber da steht ja drauf dass die priester sozusagen die macht dazu haben halt irgendwie zu taufen warum soll das ja nicht wie das in der bibel dass wir babysäuglinge taufen soll kommen wir sicher mit kinder in der darf man taufen ich komme mit babysäuglinge wo steht das in der bibel darf man die nicht taufen apostgeschichte 38 tut bus und dann lasst du dich taufen kann ein baby zu tun da hast du die antwort die selber gegeben siehst du und da habt ihr doch alle ehelehrer und das ist ein ehlehrer du kannst ja das kind hier wirst du ihre gute und dann lasst du dich taufen das kommt ihr sagt einfach macht drauf und dann mach immer buster also auf wen soll ich mehr auf den menschen und auf gott auf gott siehst du dann die bibel sagt doch eine anordnung eine regel ja also die regel ist muss zu tun und dann sich taufen lassen wer eine andere also wer diese regel missachtet der achtet das wort gottes richtig siehst du das ist jetzt selber gesehen wenn die weg und die orthodoxie gehen nach der bibel da ist die wahre wahrheit ja okay ich meine das ist ja nicht nur bei der orthodoxie das ist ja in jeder kirche der katholische kirche orthodoxe evangelische sind alle katastrophal ich habe mal eine frage was was bist du denn orthodox okay ich habe eine kurze frage oder geschweige jetzt katholiken auf die straße gehen und das evangelium verkündigen also das tun das orthodoxe menschen das machen ja rausgehen und dass die gar dass der pastor und die ganzen die markie rausgehen bibeln verteilen gutes tun das wort gottes predigen auf der straße ich habe noch nie orthodoxen gesehen ich habe noch nie katholiken gesehen wieder noch die evangelische kirche ist sind bekehrte christen evangelisten aber die rausgehen aber keine orthodoxen so ich habe noch nie einen gesehen nicht einfach orthodox und die rausgehen man siehst das ja nicht das muss ja nicht aufgenommen werden das wird ein gar nicht einen einzigen gesehen in meiner stadt seit sieben jahren ist eine einzige jetzt muss ja nicht in einer stadt sein ja aber wo denn zeig mir mal wo denn man ja in dessenloch gibt es auch nicht in neues ordentlich in hause dagegen gibt es gar nichts weiß wenn ich denn zwischen deine kirche gewalt dass ich denke das museum gehen dann sehe ich so bilder gemalt hübsche bilder was götzen bilder für mich sind dann gehe ich dahin die atmosphäre dann sehe ich große statuen maria wo ich mir denke woher wisst ihr dass die mutter so aussah ist ihr euch sicher dass maria so aussah und dann sehe ich ja auch natürlich dass sie sich dann niederwerfen und dann ihre gebete machen also es tut mir leid aber ihr seid götzen den ob es wahrnimmt oder nicht aber ihr praktisch sind keine götzen anbeter das ist einfach nur ein abbild kurze frage aber die bibel sagt du sollst du kein abbild machen also gehört du gehäust das wort gottes das ding ist gesagt nein nicht guck mal die bibel sagt du sollst du kein abbild machen da bist du noch kein abbild verschlagen alten testament müsste man diese ganzen statuen zerschlagen ja warte mal kurz habe ich recht orthodoxe beten maria an die nennen es anbeten an heilige was das denn das ist also wenn die bibel sagt gesagt ich kein bild machen noch ein bild nicht machen dann auf dem bild gehen schon auf den punkt dass sie maria anbeten schon allein eine statu zu aufzurichten zeig mir bitte das für bitte gebet der maria macht das mal nach doch jetzt das für bitte gebet das ihr nennt es ja für bitte dann zeigt man den menschen was ein für bitte gebet der maria ist genau ich will wissen wie das macht ich will das mal hören jeder orthodox ist anders ich weiß ja nicht genau du bist jetzt die orthodox was weit vertreten das bitte macht mit das für bitte gebet an maria oder eben einen anderen heiligen kannst jetzt ruhig sagen kein problem schäm dich das für bitte ist einfach nur dass du halt manchmal dieses gewicht wie das geht so ein gebet mehr wie macht es mir macht das macht doch mal bitte ich will es hören manchmal ein gebet warum soll ich jetzt irgendwie machen wir wollen doch wissen wie so ein gebet geht was er da tut einfach neutral wollen wir wissen wie das geht was sie da tut das ist doch wenn du schon die orthodoxie vertreten tun kannst du dieses gebet machen dann müsstest du eigentlich richtig stolz sein auf das gebiet beziehungs für bitte für bitte dann macht bitte die wir eigentlich dass da die verbindung war weg wir jetzt reden bitte warte sagt noch mal die verbindung war schlecht bei dir er gesagt ich weiß ja nicht welches gebiet ich jetzt nehmen soll einfach irgendein einzeln nehmen eins das was du meinst das ist eine für bitte an die maria neben eins ist egal was du musst es nicht bis ende sagen so ungefähr bist du die hälfte mindestens so oder wenigstens ein anderer sozusagen beten würde also für bitten würde zur mutter maria dass sie mir helfen soll oder doch mach mal ja genau genau mach mal davon also erstens ich selber bete nie zu mir sondern nur zu jesus aber ihr macht das doch orthodox es gibt doch dafür für gebete als beziehungsweise für bitte kannst du ein machen ja heilige mutter maria hilf uns das so zu sagen achtung eine hilfe zu jesus christus den alleinigen warte aber warum sagst du warum du bist ja so in deinem götzendienst und ein wahnsinn drin dass es gar nicht mehr mit kriegst weil du bist der hinein geboren dein vater und deine mutter haben das von klein auf seit du ein baby bist in dein gehirn eingetriggert alleine heilige maria mutter helfen wir weißt du für mich anrufe ich ruf doch nur gott an ich ruf doch nicht weil ich ruf nicht mal die ich ruf nicht mal die propheten wieder noch die noch die engel an nur den warum soll ich ein mensch anrufen und sagen maria hilf mir nein ich sag herr hilf mir gott kannst du bitte er wurde wenn ich sage und siebzig vers 12 lesen soll 79 vers 12 für uns zum herren bitten und nicht dass wir sie anbieten sie soll uns zum herren zu beten was ist jesus christus und niemand anders und das auch nur was wir erwähnten wir um hilfe bitten psalm 71 vers 12 wenn jetzt ein heiliger ja ein heiliger der immer gut war und zu jesus mein gott eile mir zur helfe hast du mich noch aussprechen hast du gehört was das wort gottes gesagt wenn wir die bibel lesen ja also noch mal oh gott sei nicht ferne von mir mein gott eile mir zur hilfe so einfach ist das wir bilden eine zeige haben die haben die juden für bitte gemacht für abraham haben die auch zu starten aufgerichtet von abraham und von mose und haben die auf mir bitte gemacht haben die auch so startung gemacht von den propheten und gesagt oh ihr heiligen propheten hilft uns ihr heiligen propheten oder erzengel michael erzengel gabriel engel des fürstens helft uns das haben die gemacht ihr seid gützendiener der sache oder denny einer hat das gemacht und weiß dass da passiert ist dann hat er richtig ärger bekommen weil dann ist er gekommen das haben mit samuel war es glaube ich na soll sich nehmen das war mit saul und der hat das gemacht und dann kam ja der prophet obwohl er ja gestorben ist also entschlafen hat gesagt was rufst du mich was stört du meinen prägen ich will noch ganz kurz was sagen zu den orthodoxen gehen auf den jetzt auch mal sagen warte bitte geh mal bitte auf deine knie und das meine ich wirklich nicht böse geht bitte auf deine knie wer bist du gott bin ich auf dem weg bin ich errettet bin ich errettet du bist nicht nur immer du bist als christ geboren sondern du musst dich entscheiden ein christ zu werden wie das gibt es das gibt es gar nicht christen geboren ich bin als christ und du musst dich entscheidend ich bitte dich vom ganzen herzen die demütig auf deine knie dann gott widersteht den hochmütigen den demütigen ihn gibt der gnade denn jeder der sich selbst erhöht der wird erniedrigt werden jeder der sich selbst erniedrigt der wird erhöht werden darum demütige sich und getragen ja frag ihn frag ihn gott bin ich auf dem richtigen weg ist das der wahre weg komme ich so in den himmel offenbare ist mir danke dass du hier warst oder es bringt nichts es ist einfach zeitverschwendung weil da können wir jetzt tausend mit ihnen reden der ist da der muss der muss busse tun ja ja man muss sie langsam an die wahrheit heran führen vor allen dingen schreibt hier rein pavlos warum hast du angst vor abu bergland aber bergland hat mit mir ein gespräch geführt über eine stunde und über eine stunde hat er bewiesen dass er sagt und zeugt das beweis video habe ich mein kanal tiktokanal könnte reingehen und er sagt jesus ist kleiner als der vater und schon hat er sich selber zerstört das war's aber bergland ist schon geschichte warum soll ich jetzt noch mal mit dem reden wenn der wenn er von selber bezeugt dass jesus ein kleinerer gott ist und soll ich noch mit dem reden ein versteckter unitarier färg ist zum beispiel geht ja mit den ganzen orthodoxen mit diesen abu bergland diese ganzen leute das ist dem scheiß egal das ist der aja bitte toni toni kommt doch noch mal bitte hoch das wäre sehr gut toni und erzähl doch noch mal was der flex gemacht hat bitte für die ganzen zuschauer hier ich bitte dich toni bitte toni komm mal bitte ganz kurz hoch das ist sehr wichtig damit die zuschauer das von dir höre also erzähl noch mal die komplette geschichte über flex leute nimmt das war auf und als immer toni ja erstmal gottes segen gottes segen ja die geschichte ist ganz einfach erzählt ich habe ja nach bruder amir gesucht und ihn dann irgendwann auf tik tok entdeckt und er war keine drei wochen auf tik tok dadurch bin ich auf andere streams auch aufmerksam geworden und dann war ich ein zwei mal in seinem stream habe so ein paar sachen ausprobiert hier dieses geschenke system da ein bisschen herausgefunden und weil ich damals noch nicht wusste wie man die glocke einstellt habe ich immer immer bruder amir verpasst und war drei vier fünf mal bei einem stream und irgendwann hat sich das herausgefunden hatte weil ich dann eben weil ich ja durch bruder amir auf tik tok gekommen bin halt durchgehend bei ihnen im stream und dann schrieb er mich privat an nur mit dem folgenden satz wie geht sie ja wir müssen unbedingt reden sprechen und dann hatte ich darauf geantwortet was was kann ich für dich tun und dann meint er will wir müssen telefonieren nummern ausgetauscht rief er mich an und sagte ja ich habe verfolgt dass du in anderen streams bist und dass da nur die also das ist nicht kurzer so weil wir haben knapp 20 minuten telefoniert dazu dass sie da die irre verbreiten vor allem der kleine also ich konnte mir denken wer mit der kleine wem meint der kleine kannst ruhig die namen sagen ja später später als das gespräch sagt man so ein bisschen fortgeschritten aber meinte dann auch ja pavlos und ist immer aufgefallen dass die streaming zahlen von gesunken sind dass die zuschauer keine lust mehr haben der damals 2000 zuschauer und dass die quasi ja auch das beleidigen beschimpfen in dem sinne keine lust mehr haben lange rede kurzer sinn ich dadurch dass ich noch frischer hatte ich natürlich ich kann weil falls das record wird muss ich ja auch die wahrheit sagen daraufhin meinte ich zu ihm ja mir schon aufgefallen dass das bei amir so ein ansturm an muslimen ist dass er quasi so die leute nach und nach abfertigen muss weil sonst müssen die anderen zu lange warten im umkehrschluss war mir aber bewusst er rief mich nur an weil es darum ging dass er gesehen hat dass er jemand drei euro in hut geworfen hat und jetzt auf einmal nicht mehr da ist und auf einmal in den anderen streams ist und dort ich sag mal so bewusst sein geld lässt jetzt mal so negativ konnotiert und das war der einzige grund weil von den 800 700 600 zuschauen ist doch klar warum weißt du also theoretisch müsste er dann 500 leute jeden tag anrufen wenn es ihm nur um den glaubt nur um den heiligen geist gehen würde müsste er jeden tag 500 leute anrufen ich angeschrieben weil es um geld geht ja und da sehen wir ganz klar okay der junge mann der hat die spinnen die hosen an und sowas lasse ich mir doch nicht hingehen er hat dich angeschrieben und beziehungsweise anrufen wollen und so weiter statt die anderen 700 leute bei mir die ja bei mir drin sind ja und einsatz einsatz noch dazu natürlich das hat man erst mal abgehakt dann ist ja woche für woche monat für monat vergangen und wenn das wieder thematisiert wurde hat man ja sich auch gedanklich damit anders beschäftigt weil es ja auch eine zeit dann eben zurück lag und ja man hat sich so gedacht also nachhinein hat man sich so gedacht dass ihnen also das ist jetzt nur meine meinung das wird kein vorwurf sein aber es wirkte so auf mich dass er euch brüder vor dem bus wirft um quasi mich wieder zurückzuholen um fünf rosen zu kriegen also ihm war das quasi werden so wird es auf mich wahnsinn 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 gut ich gehe wieder runter das ist ja ich danke dir mein bester dass du dass du hier warst gott segne dich und deine ganze familie danke euch aus gott segne 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 meine freunde also ich denke die ganze zeit nach und bei mir ist es so dass ich weiterhin bibel fester werden muss und ich finde es wirklich sehr sehr schön wie viel ihr euch damit beschäftigt und wie was für eine große eloquenz hier an den tag liegt ich wollte aber kurz rein gehen vorhin zum thema mariengebete wo der junge glaube ich ein bisschen überfordert war mit dem aber maria gegrüßt seist maria wo ich einfach sagen möchte dass das eigentlich nur eine rezitation des lukas evangeliums ist beziehungsweise eine situation nehmen das ist nicht die rezitation die es ist du bist ja diese katholische richtung na genau ja ja genau er hat eine orthodoxe richtung er hat ein anderes gebet bei euch eine katholische ist sich die rezitation vielleicht der erste satz gegrüßt so seist du maria und da kommt die ganze hinzufügung der her ist mit dir aus genau dass er kommt die hinzufügung die nicht mehr mit der bibel konform ist weil dann geht es geht dann geht das gebiet doch weiter macht doch mal das gebiet einmal sehr gerne gegrüßt seist maria voller gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den frauen und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder jetzt und in der stunde unseres todes armen siehst du wo steht das der letzte zeit wo steht das in der bibel genau ok ihr kennt wahrscheinlich dieses argument weil ihr habt euch sehr sehr damit befasst aber es geht ja darum dass es eine für bitte ist so wie wenn ich für euch brüder beten würde in einem anliegen wenn ihr zum beispiel irgendein anliegen habt gott behüte krankheit irgendwo und dann fragt ihr mich zum beispiel hey dominik kannst du bitte für mich mit beten das ist die für bitte in der bibel ist biblisch die für bitte an die brüder und schwestern die hier lebend sind und die so fragen kannst du für mich beten würdest du jemals sagen wir mal du siehst jetzt ries als bruder sagen jetzt mal so ja katholischer bruder er wäre jetzt katholik ob würdest du jetzt jemals sagen begrüßt seist du resa und so weiter würdest du dieses gebet noch aber die grüßte maria ist ja wieder aus der bibel grüßte 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 ist doch eine normale grüßung oder gott segne dich resa gebe mir die kraft und seite gibt es sowas wird man sowas machen ich würde jetzt nicht resa als voll der gnade zum beispiel bezeichnen wir sind doch alle unter der gnade jesu christi oder hat einer mehr unter 99 prozent der gnade da werden wir verloren das islam weil ein prozent könnte sein dass alle einen in die hölle wirft natürlich natürlich also das ding ist halt ich bin nicht gott um zu zu erklären oder beziehungsweise zu entscheiden wer voller gnade ist weil wir haben unterschiedliche ansichten was die interpretation des der bibel zum beispiel angeht ist kein bibelvers wo man das interpretieren kann nicht ein einziger teile ich hier sogar in jedem ostblock wie wir die menschen die meine maria anzubeten ich zeige jetzt eine bibelstelle wie es mal dort vor diesmal lokas kapitel 11 vers 27 27 27 sehr gerne auch genau dies hast du vor und dann reden wir einmal kurz also nur damit ihr bescheid ist ich lese gerade aus der einheitsübersetzung es geschah aber als er das sagte da erhob eine frau aus der menge ihre stimme und riefen zu selig der schoß der dich getragen und die brust die dich gestillt hat das war lukas ja 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 okay eine zu übersetzen ist richtig schoß getragen hat und selig die brüche die du gesogen hast ja richtig hast richtig zitiert würdest du sagen das ist richtig weil das hat ja auf jesus ja bezogen würdest du sagen korrekt das ist so wie wir es ja auch machen die maria verehren richtig ja dann diesmal ein vers weiter aber erwiderte ja selig sind viel mehr die das wort gottes hören und es befolgen aber ich sehe da den widersatz erwiderte was erwiderte ja jemanden ein ein noch noch etwa eine hinzufügung ja aber erwiderte bedeutet wieder es ist mir wieder das heißt legen ich nehme deine aussage nicht an ich gibt jetzt was anderes was besser ist nicht dass das ist nicht richtig ich stimme dir nicht zu wieder das wort wieder heißt dagegen ist ein anderes wort gegen er entgegnete also er nahm das wie der bruder schon sagt nicht an sondern da entgegnete sogar mit etwas anderem was höherem besseren was korrektem noch mal glückselig ist er der das wort gottes hört und das bewahrt ja das sind wir wir machen das die katholiken machen das andere aber jesus erwiderte glückselig sind viel mehr diejenigen die das wort gottes und bewahren das heißt wir haben wir sie noch glückseliger als maria mal machen wir jetzt aus morgen die leute die maria anbeten entschuldigung sagen wir mal sagen wir mal ehre bei ihr sagt es immer ehren ist kein problem komme ich mal mit euch mit also wir haben jetzt anhand der bibel herausgefunden dieses ihre ist eine falsche richtung aber das was jesus sagt ist schon richtig ist ja klar ist er sie jesus absolut ja gut dann willst du jetzt darauf hören oder willst du noch immer oder willst du jetzt jesus er wieder schau mal ich finde es immer schwierig mit einzelnen versen zu argumentieren weil ich hier nicht geht jedoch römer kapitel 1 25 römer kapitel 1 erst 25 25 sie vertauschten die wahrheit gottes mit der lüge sie beteten das geschöpf an und verehrten es anstelle des schöpfers gepriesen ist er in ewigkeit amen ja soll ich noch einen kommentar dazu machen oder möchtest du dazu was sagen sag du erst mal okay sehr gerne also sie beteten das geschöpf an und verehrten es anstelle des schöpfers aber wir tun ja nicht maria anstelle des schöpfers verehren wir verehren gott vollkommen verstehst du auf was ich hinaus will wir ehren sie aber es steht im vollen umfang quasi sie vertauschen die wahrheit mit der lüge sie beten das geschöpfern und verehren es anstelle des schöpfers als also ich sag mal was anderes habt ihr nicht sogar ein gottesdienst für maria in der römisch katholische kirche wir haben die das rosenkranz ja das rosenkranzgebet das ist noch mal ein on top bonus wir gehen jetzt auf den gottesdienst ein der 15 august ist ein gottesdienst für maria gemacht oder ja warum machen wir gottesdienst für einen mensch das ist ja nicht gottesdienst im sinne von es ist ja nur über die bezeichnung des gottesdienstes dass es halt ein raum geschaffen wird wo man maria verehrt aber nicht als dem gott dienen in dem fall das ist eben ein bisschen eine schwierigkeit mit der deutschen sprache ein anderes wort dafür gibt ich gebe meine ehre keinem anderen sagt gott in jesai 42 versagt ja genau aber wir aber kein aber doch 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 weil wir nicht die ehre weil wir nicht maria anstelle von gott anbeten ist maria eine mittleren wir in gott und den menschen laut der römisch katholische kirche und dann kommst du auf die ich kenne ich weiß worauf du dann hinaus willst du sag einfach nicht worauf ich hinaus möchte ist maria eine mittlerin nein sag einfach ist maria eine mittlerin zwischen gott und den menschen laut der römisch katholische kirche ihre dogmen ja genau erste timotheus kapitel 2 vers 5 lesen danke erster timotheus welcher ist es 2 kapitel 2 vers 5 ja denn einer ist gott einer auch mittler zwischen gott und menschen der mensch christus jesus also maria nicht abacken nein aber der mittler ist ja auch nicht so ist ja auch nicht gemein immer resa resa warum bist du so resa warum stehst du zu warum sagst du immer aber resa aber resa der die ganze zeit aber resa du musst doch aufmachen du weißt doch du siehst doch anhand der bibel und anhand dem was die bibel da sagt kannst du doch nicht anfangen für bitte bei maria zu meinen heilige anzurufen und hast du nicht gesehen ich erinnere mich noch damals als ich angefangen habe mit facebook da hat mich ein da hat mich ein griechisch orthodoxer angeschrieben und da hat er gesagt aber du hast gar keine ahnung von gebet ich werde dir jetzt zeigen wie die orthodoxe kirche betet und dann hat er mir so ein link geschickt von seinem pfarrer da hat er erst mal angefangen ich glaube zehn minuten einfach erst mal nur die heiligen anzurufen heiliger christophorus wir beten zu dir und bitten dich dass du für uns weiter und weiter und weiter und ein ja genau und dann dachte ich will wo ist denn da gut wo ist der jesus was für heilige christophorus und so johannes gesosten muss dagegen sogar die orthodoxie spricht das ist auch noch mal lustig das war sehr sehr verstörend mit anzuhören sehr sehr verstörend war der heilige gyros auch dabei oder nicht bruder bitte ich weiß es nicht ich habe keine ahnung was die alles heilig nennen und anbeten das war das heißt heilige gyros ich weiß es nicht ich frage ja nur ich habe keine ahnung von diesen sachen ich habe eine ahnung von wort gottes und diese neben sachen habe ich keine ahnung das ist sehr sehr heftig was du gehört habe wo ich denn der jesus ist der jesus kommt nach heiliger gyros er ist an 100 stelle das ist genau wie bei muslimen wenn man sagt ihr betet diesen stein an da sagen die nein 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 der stein verehren wir aber das ist nicht anbetung dass du verehrung verherrlichen wir du verhörst du auch deine mutter ja ja ich bete und preise meine mutter ja genau verherrliche meine mutter ausglock jetzt gebe ich dir noch was darf ich ein 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 vers ranbringen kannst du mal bitte hier ob 42 8 aufschlagen was steht denn hier auf 42 8 so nehmt nun sieben jungstiere und sieben wieder geht hin zu meinem knecht job und bringt ein brandopfer für euch da mein knecht job soll für euch für bitte einlegen denn auf ihm nehme ich rücksicht so dass ich euch nichts schlimmes antur denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie ein knecht job das ist das ist ja nichts anderes hat der job gesagt gegrüßt seit man kann ich sag jetzt einfache franz jahren der hieß jetzt franz der freund gegrüßt seist du franz ich bitte dich um kraft o franz und sie bitte bete für mich um franz hat job so gemacht oder hab hier einfach normales schönes gebet gemacht und beispielsweise gesagt ja vater ich bitte dich gedenken meine brüder und schwester die leiden dass du die hilfe dass du ihnen kraft gibst dass du denen helfen tust und 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 welchen gebiet hatte er gemacht was denkst du schau mal ich würde das mit sowas beantworten ich bin zum beispiel also da muss ich auch sagen ich bin großer fan von amis arbeit bei der aufklärung über den islam und er sagt auch immer friede und gnade des herrn jesus christus sei auf euch es ist eine grußformel das steht schon das steht doch in der bibel so hat paulus beispielsweise sogar angefangen zu reden mit euch aber das hat das ist doch nicht mal die sehnung musik das ist doch kein gebet nein aber das ist ja quasi ein gruß ein ein das ist der herr jesus christus das ist doch kein mein besser wenn ich sage die gnade des herrn jesus christus sei mit dir ja das ist doch das ist ein aber auch eine verehrung an den jesus aber das aber mein bester das ist doch nicht so vergleichen was ja maria macht okay genau aber gegrüßt sagst du maria ist ja keine keine kein gebet es ist ein gruß ein hallo ein was sagst du dazu dass dein eigener papst der papst leo x 111 also leo der dreizeh in 18 18 jahrhundert das war 18 92 oder rundschreiben gemacht hat du musst immer bedenken jetzt spricht aus der person der republika hat er direkt so angefangen wie wir beten maria an so hat er angefangen hat er das auf welcher sprache hat er das gesagt hat er das auf na wie heißt die sprache ob gott latein er hat es wahrscheinlich das ist wahrscheinlich auch italienisch gemacht und ja also die sprache des vatikan ist eigentlich latein und alle gelehrt dazu ist natürlich auch italienisch gemacht weil er rundschreiben gemacht hat wie beton aber das ist ja genauso übersetzt meint man kann die sache nicht übersetzen und da sagt man wie bei den arabischen falsch übersetzt das problem ist dass auch mit arabischen sprache und latein ist eine sehr komplexe sprachen wo es mehrere bedeutungen oft gibt es keine muslime die ich gehe oder eine kirche rein ja das war nicht lange her ich gehe in eine kirche rein und ich nehme ein zettel daraus direkt steht da drinnen wir bitte maria um kraft soll man maria um kraft bitten nein das nicht da steht er sogar drinnen da steht in deren briefen drin weil der papst das so sagt der franzisco zum beispiel der fand der papst franzisco ist ich glaube benedikt war das ich bin einfach in kirche reingang einfach so random reingehen und dann war da so das hat immer sehr gebet da war so ein zettelchen habe ich den zettel vor ein jahr war das habe ich den mitnehmen lassen und ich gucke mir da an da steht direkt der erste sagt so zitat von denen die bitte maria um kraft satten ja das kann ich das kann ich auch nicht nachvollziehen also wenn das ist ja deine kirche wir dürfen nicht was vergessen die haben ja maria beispielsweise gesagt maria sind frei wo sie sind frei das ist etwas mit dem ich auch sehr hartere in der katholischen kirche und darum bist du kein katholik mehr wenn du dagegen bist bist du gegen die dogma und wer gegen die dogma ist es kein katholik ich weiß ich sage ja auch ich habe damit ich sage nicht dass ich das gänzlich ablehne ich müsste ich müsste mich mit mit der argumentation dessen beschäftigen um was es geht es geht also so viel ich das verstanden habe ging es darum dass maria unbefleckte empfängnis aus der logik sein müsste weil damit der unser herr jesus christus keine erbsünde mit nein jetzt erkläre ich die eine logik der jesus christus ist sündenfrei und nicht mit der erbschaftsünde verbunden aufgrund dessen weil er nicht gezeugt ist wie zwei menschen zeugen ja sondern er ist doch einfach durch das wort einfach entstanden und bedeutet es ohne einen geschlechtsakt in die welt kommen also hat er mit der erbschaftsünde schon deswegen schon nicht mehr zu tun also brauchen wir nicht eine sündenfreie maria diesbezüglich das kapitel 11 46 47 vor da sagt maria selber mein retter so den herr jesus christus ja mein retter genau genau das 11 welcher 46 47 da steht das doch genauso drin also sehen wir dass maria ein retter benötigt der retter ist der jesus christus vor was muss gerettet sein natürlich für ihre sünden weil jesus christus ein opfer da brachte an die an den tag wo jesus christus hoch aufgefahren ist ein johannesevangelium ja ich glaube johannes 18 müsse das sein dann lass mal kurz überlegen da hat maria ihn ja festhalten wollen und so weiter und hat ja jesus gesagt ich muss das zu meinem vater aufhören damit alles erfüllt wird und da die komplett alles erwidert weil sie wollte die noch als sohn weiternehmen aber die ist nicht mehr dass dies nicht mehr die mutter nichts mehr die muss denn jetzt als gott ansehen und sich unterordnen noch mal welche du hast ja auch gesehen als als der herr jesus christus von seinem von den leuten gefragt wurde wie war das noch mal die szene als der zu sehr zu maria gesagt hat frau was habe ich mit dir zu schaffen genau wo die maria ein befehl geben wollte und dann hat er gesagt frau was habe ich mit der sie nie als mutter richtig angesprochen nicht ein einziges mal und die reaktion von maria und die reaktion von maria sieht genau verstanden wer der jesus christus ist hört auf ihn also macht was er sagt macht was ja klar wusste sie denn wenn sie hat natürlich genau warum sieht denn die maria solche von den orthodoxen anders aus als die maria in der katholischen kirche ja ich würde ein foto von dir aus block also ein mr bien foto nehmen und dann sagen kommt alle zu mir guck mal hier ist unser guter ostloch würdest du nicht beleidigt sein der heilige gyros jetzt jetzt im ernst nein jetzt spaß beiseite wenn ich jetzt mr bienen nehmen würde hier hat ungefähr aus wie du ja da zwei augen ein schnuppert kleine zähne im mund so ungefähr ja und ja ja und dann würde ich sagen das ist der ostblock würdest du nicht sagen moment mal resa was tust du da ich sehe nicht so aus wie kannst du so vorgehen du kennst mich doch gar nicht wie das ist eine beleidigung ich finde ich finde die karikatur mit mr bien schon lustig aber guck mal mr bien strahlt ja was aus das ist ja so eine lachfigur oder mein foto ich würde mein foto nehmen und sagen dass du dass du das bist ist das nicht eine beleidigung die gegen war würdest du nicht sagen das bin ich nicht was erlaubst du dir da sowas zu machen obwohl du nicht weiß wie ich aussehe ich verstehe ich verstehe den punkt auf jeden fall mit den mit den ikonen verehren natürlich verstehe ich verstehe den punkt ich weiß nur nicht ob ob unser herr jetzt beleidigt wäre wenn man an ihnen gedenkt dadurch also maria meine ich mit maria mit maria statuen und bilder jede maria sieht anders aus würde die maria denn nicht erdingens werden also sagen moment mal so sehe ich gar nicht aus jetzt aus der reinen logik raus als mensch zum beispiel würde ich auch nicht wollen dass bilder von mir falsche bilder von mir sind aber in einem historischen kontext zum beispiel wir haben ja auch andere aber es gibt es so ne sagt immer aber resa ich gebe dir jetzt was was richtig klar ist klarer als jedes wasser auf dieser erde ja erste timotheus kapitel 3 1 bis 5 und wenn du gerade so ist wie ich dir was dazu sagen die römisch-katholische kirche vertritt den zölibat und du musst den zölibat einhalten das bedeutet kapitel 4 1 bis 5 du musst den zölibat einhalten und das niemand heiraten wenn du natürlich auch eine kirche erleiden möchtest so du hast die speisegebote genauso wie jeden freitag wo du auf fleisch verzichten musst wenn du an richtiger katholik bist und die jetzt ließ mal erste timotheus kapitel 4 1 bis 5 ja der geist aber sagt ausdrücklich in späteren zeiten werden manche vom glauben abfallen sie wenden sie werden sich betrügerischen geistern und den lehren von dämonen zu wenden getäuscht von heuchlerischen lügnern deren gewissen gebrandmarkt ist sie verbieten die heirat und fordern den verzicht auf bestimmte speisen die gott doch dazu geschaffen hat dass die die zum glauben und zur erkenntnis der wahrheit gelangt sind siehst du sie mit dank sagung zu sich nehmen siehst du was macht die römisch-katholische kirche verbietet zu heiraten und verbieten und du denkst du das ist bezogen auf eine kirche verbietet zu heiraten da machen wir es ein bisschen einfacher damit du auch den kontext verstehst und den bezug auch darauf geben ein kapitel zurück kapitel 3 1 bis 5 kapitel 3 da siehst du jetzt was muss der bischof dienst machen also muss der bischof mann einer frau sein muss er verheiratet sein muss er kinder haben der bischof ist jetzt mal das vor und dann hast du die antwort mein freund er muss nicht verheiratet sein er muss das wort ist glaubwürdig wer das amt eines bischofs anstrebt der strebt nach einer großen aufgabe deshalb soll der bischof untadelig mann einer einzigen frau nüchtern besonnen sein und würdiger haltung gastfreundlich fähig zu lehren er sei kein trinker und kein gewalttätiger mensch sondern rücksichtsvoll er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig er muss seinen eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und allem anstand erziehen wenn einer seinen eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll er für die kirche gottes sorgen was heißt denn in seinem eigenen haus gut vorstehen wenn sogar noch kindernamen nicht genannt er muss seine kinder christliche erziehen und wenn er es nicht mal das schafft wie wird er dann für die gemeinde gottes also für die kirche sorgen also ist doch ein muss oder ich sehe ich verstehe ich hier das wort kinder wie als die gemeinde verheiratet mit allen menschen da in der gemeinde und an ihnen damit ist nicht nur um diese tradition beizubehalten ist unfassbar nein langsam aber bitte langsam aber die letzten zwei sätze die letzten zwei karten aber bitte aus welchem geist nicht aber ich habe dies nicht auslachen et cetera wir können noch aus bekannten die letzten zwei sätze also die letzten zwei versen noch mal langsam vor langsam ja er muss seinem eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und allen anstand erziehen wenn einer seinem eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll er für die kirche gottes sorgen so dass sie nicht auslösen ziert wird aus blog du siehst du das differenziert wird seine eigene familie muss ja erstmal sich darum kümmern und wenn er das nicht mal schlappt wie will er denn die kirche gottes denn die gemeinde gottes führen du siehst dass das unterschieden wird zwischen seiner familie und der gemeinde ja da muss ich auch sagen ich habe das vorhin falsch verstanden ich habe das jetzt hast du es verstanden ich verstehe das natürlich also du verstehst dass das was die katholische kirche da macht mit zölibat und der priester ist nicht verheiratet und lehrt sowas auch noch verstehst du das ist absolut nicht biblisch ich würde aber auch nicht sagen dass es der bibel widerspricht weil in dem zusammenhang wenn wir bei mir nicht weiter sagt paulus sogar also der heilige geist spricht das sind dämonische lehren wenn man sowas macht du sagst das widerspricht nicht er muss aber du meinst jetzt erwarte ich lese mal weiter er darf keine neue er darf kein neu bekehrter sein damit er nicht hochmütig wird und dem gericht des teufels verfällt er muss aber auch bei den außenstehenden einen guten ruf haben damit er nicht in üble nachrede kommt und in die falle des teufels gerät das bezieht sich ja gar nicht die antwort nicht finden wenn du ein kapitel sogar weiter liest kapitel 4 1 bis 5 was wir gerade gelesen haben vers 1 gerade in späteren zeiten dämonische lehren kommen die verbieten zu heiraten und die speisen zu genießen genau darauf bezogen ja da haben wir es doch paulus sind die sogar dämonische lehrer wie römer 16 17 18 auch sagt sie denen nicht unsere nennen jesus weil die ein widerspruch zu lieben und du willst ja sagen das ist kein widerspruch zur kirche und zu das wort gottes die bibel du siehst da gar kein widerspruch da steht du musst kinder haben und man eine frau sein um die christlich zu erziehen und damit du dann da gut vorstellen kannst und dann eine gemeinde erziehen kannst also kirche und da und die kirche sagt nee du musst für die badmacher du siehst ja kein widerspruch ja genau also im umkehrschluss ja was ist wenn ich jetzt nur verheiratet wäre und kein keine kinder hätte dürfte ich dann ein sein amt bekleiden das steht zumindest nicht im widerspruch finde ich weil wir schauen noch mal bei vers 2 deshalb soll der bischof untatlich man einer einzigen frau er darf nicht ehebrecher et cetera sein aber er muss nicht verheiratet sein das impliziert man besser einheitsübersetzung ist sogar schwach übersetzt da steht tatsächlich muss aber du findest aber anhand der einheitsübersetzung gebe ich dir vers 4 und 5 und dann erkennst du dass es ein muss ist auf kontext basiert mal wie kann denn einer kinder bekommen ohne eine frau zu haben schnappt er sich auf ein kind und sagt dass mein kind oder wenn er kinder hat falls er kinder hat muss er die gehörsamen anstand erziehen da steht drin er muss die wenn er kinder hat muss er die erziehen nicht mehr also du hast ja so drauf wenn er hat aber wenn er nicht hat dafür trotzdem leiten stimmt nicht da steht drin er muss die kinder haben und er muss sie erziehen sonst kann er nicht wie die gemeinde gottes und also für die kirche sorgen okay vielleicht vielleicht muss man dann von einer anderen übersetzung das noch mal schauen so wie es hier in der einheitsübersetzung sagt es ganz klar er muss doch noch mal 4 und 5 doch mal vor er muss seinem eigenen haus gut vorstellen kommen seine kinder in gehorsam und allen anstand erziehen wenn er kinder hat muss er sie in gehorsam das muss bezieht sich auf gehorsam und allen anstand erziehen nicht aber dass er kinder haben muss das ist nicht wenn er zieht er die wand oder nein falls er kinder eine kleine puppe die annabelle heißt oder mein bester wenn er keine kinder hat dann muss er sie natürlich nicht in gehorsam und anstand erziehen wenn er keine kinder hat wie wie du musst lies mit den ersten sagst du machen nein er steht seinem eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und es steht nicht er muss kinder haben und sie in gehorsam und wenn er keine kinder hat wie will er denn für die gemeinde gottes um weil du dich ja in gehorsam übst mit deinen eigenen kindern sie erziehen muss und es gibt leute die können ihre eigenen kinder nicht vernünftig unterordnen wie wollen wir denn eine gemeinde gottes führen da kommt ja jeder und macht mit dem was er will mit dem mit dem priester bestehst du das ist das ist das was gott von dem von dem priester verlangt genau dass das er falls er kinder hat sie so gut erzielen muss man da haben das heißt ein verheirateter mann der kein kinder hat der darf nicht eine gemeinde führen warum ist man wenn er noch nicht mal kinder hat die er in unterordnung hält wie will er dann die gemeinde gottes sorgen der muss geübt sein in unterordnung halten seine kinder seine eigenen kinder so beweist er dass auch im stande ist für ordnung zu sorgen autoritär in einer gemeinde gottes meine freunde noch mal ist es ist noch mal den ausschlag wir machen das noch einmal ließ bitte jetzt hier um fünf langsam noch mal langsamer vor er muss sein doch eigenen hausgut auf den ja er muss seinen eigenen hausgut vorstellen dass die antwort er seinem haus im haushalt und wenn er nur genau wenn er die fassade streicht wenn er die schön gestrichen hat dann darf eine kirche sorgen das kann doch nicht wahr sein du text das doch ja aber ihr checkt es doch bitte auch dass man dass man aus diesem satz nicht hervorrufen kann dass man kinder haben muss das schießt noch mal vor er muss seinem eigenen hausgut vorstehen wer ist sein eigener haus mein freund wenn du ein haushalt hast und nur mit deiner frau lebt dann hast du doch auch ein haus wo du gut vorstehst oder nicht ja genau ich muss ich muss die küche sauber halten ich weiß immer die boden schimpfen und wenn er nicht in den boden putzt dann dafür die kirche nicht sorgen jetzt hast du frau gesagt aber die haben ein zölibat zum beispiel eine kirche die dürfen keine frau haben ja interessanterweise weißt 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 du wieso das zölibat eingeführt worden ist ja warum sagt man aus fetterles wirtschaft weil die betrieben worden ist ich glaube es war erst im 13 jahrhundert nagel mich nicht mehr sagt jetzt warum ich sage jetzt warum weil die ganzen leute ihre ganzes geld und ihre erbschaft an ihre kinder vererbt hat statt die kirche wirtschaft genau genau ja genau und und da haben ein problem die kirche dachte sich nie ich will geld weil so zölibat das wort gottes die bibel dass das war jetzt eine argumentation nein ich sage nur dass die traditionen nicht der der bibel widersprechen tue ich sie verarschen nein 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 ich will dich nicht verarschen ich will ganz ruhig mein bester ja ganz ruhig sagt hoffentlich mein bester nicht verführen jetzt gerade zur wut das ist das ist eine große sünde lass mich nicht vom im wut verführen hören wir jetzt ganz genau zu ja der muss seinen haus gut vorstehen wenn es nicht schafft dann darf er auch die kirche nicht leiten weil dass die kirche nicht vorstehen und sorgen kann genau warum hat dann jetzt die römisch katholische kirche eine zölibat um gegen die korruption anzukämpfen dies damals gab was um gegen die korruption anzukämpfen die es damals gab oder nenn es wie du willst weil leute also ist wenn sich korruption wenn man sein geld seine kinder verärbt korruption ja wenn man kirchliche gelder veruntreut natürlich was ist das ach so dann gehen wir gegen die bibel ich kann doch jetzt auch nicht wenn ich politiker bin vom staat geld nehmen und es an meine kinder vererben das erzählst du dann nein es ging darum dass ihr eigenes geld was sie verdient haben an die kinder gegeben haben so viel ich weiß aber danach will mich jetzt auch nicht was so viel ich weiß ging es um kirchliches geld so und da steht dort drin er muss die kinder und die frau christlich erziehen ja du hast keine kinder das ist weißt du was ich meine erst steht nicht dass der kinder haben muss wenn er auch hier machen wir jetzt machen das muss ja eine frau haben nein er muss aber auch wenn eine frau hat darf er nicht ehe brechen so wie wir alle nicht man ein wenn er eine frau hat darf er nicht meine römisch katholische kirche als priester oder als bischof anstehen genau ja aber wie gesagt du musst eine frau haben warum risa bitte mach du bitte ich habe mich lieb Freunde er ist verhärtet leider ja danke dass du hier warst ich wünsche dir einen schönen tag noch wiedersehen ja das ist schon grauenhaft das ist wirklich traurig wie verhärtet er hat den vers vor sich dass ein ein priester oder ein gemeinde ältester egal wie du den jetzt nennst ein bischof verheiratet sein muss kinder haben muss weil wenn er keine kinder hat wenn er darin sich schon nicht bewiesen hat als guter führer seines eigenen hauses hauses wenn er sich schon da nicht bewährt hat wie will er dann die gemeinde gottes führen also versteht ihr noch nicht einmal ein verheirateter bruder der keine kinder hat er darf eine gemeinde nicht führen er muss kinder haben und sogar sich darin bewährt haben weil was wäre wenn der verheiratete bruder auch kinder hat aber die kinder machen was sie wollen die springen auf seinen kopf rum darf er darf er eine gemeinde führen wie wird das für die gemeinde sorgen verstehst du das ist das ist dreifache bedingung um eine gemeinde zu sorgen und die katholiken erfüllen noch nicht mal die erste bedingung nicht mal eine also der priester im katholizismus darf noch nicht mal verheiratet sein also genau das entgegengesetzte gebot was in der bibel steht das ist katholiken sind einer antichristlichen lehre unterworfen und deswegen erste katholik kapitel 4 in späteren zeiten werden diese menschen dämonischen lehren anhängen das heißt diese dämonen lehren das gegenteil weil sie anti gott sind diese dämonen lehren sie das gegenteil was das wort gottes lehrt und so kommt es dass viele bischöfe und kardinale und so weiter an kinder ran gehen weil sie natürlich diese bedürfnisse haben die sexuelle bedürfnisse und die können das nicht ausleben in der ehe weil das sind verboten ist also gehen die an jeden ran der in ihrer nähe ist das sagen zum beispiel auch so freuen sich die dämonen was sagen bei den otto resa was sagst du zu vergewaltigten frauen denn mein bester du kannst das mal kurz warten stumper geht bruder danny bitte manieren bei manieren also ihr habt keine manieren warte ich komme gleich zu deiner orthodoxie keine sorge du kriegst schon gleich dein ticket bitte bruder danny ganz ehrlich ich raus also auf jeden fall wenn ich das schon sehe dass orthodoxen die priester da diese waffen da segnen mit weihwasser ja mit weihwasser und die freuen sich ja auch zum beispiel da gibt es ja auch viele die sich darüber freuen die finden das sehr gut weiß ich jetzt nicht aber es gibt einige die finden das sogar sehr gut zum beispiel mit den abu der bei uns in der gruppe ist der abu abu ich hole dich mal bitte hoch weil du hast ja die ganze nee 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 das ist dieser christian david den hole ich den den schmeißig weil wenn ich den jetzt hoch holen er lande ich in der ehrenanstalt dieser abu ähm der hat ja mal einen orthodoxen gefragt und dann hat der orthodox gesagt was meint das dass dieser orthodox hat gesagt ich würde euch freikirchler alle nackentherapie machen der orthodox hat das gesagt ja ich würde mit euch freikirchler alle wenn wir an der macht wenn wir an der macht wären wie damals wenn wir die macht hätten dann würden wir alle euch ja ja wir wissen ja was die finger ist sind ich weiß es ja die katholiken genau orthodox der jetzt hier eben oben war ich weiß nicht was möchte sie wieder reintun ist kein problem jetzt können wir reden richtig so richtig wir kommen bald nach deutschland wir kommen bald nach deutschland die ukraine ist schon am ende wir kommen nach deutschland und dann werdet ihr sehen was ihr mit euren zu und ich weiß dass du dass du in hamburg lebst mein lieber du wirst dich dafür rechtfertigen was du gegen uns was war klasse dem bruder geht hier leute da 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 sind ja das sind muslime in christen gewandt das war die bereitigung von den frauen dieser aufnahme von die resa warte ganz kurz okay okay und jetzt machen bringt du willst du umbringen ist doch kein problem das ist ja sehen wir da sehen wir dass sie nicht unseren hängen jesus sind ihr dient den teufel ihr habt den teufel als krasser und der war ein das problem das sind ja dämonen ihr sagt sogar dass vergewaltigte frauen selber schuld haben wenn sie vergewaltigt sind es gibt sogar aufnahmen von euch wo resa ganz klar gesagt hat dass sie eure da war gerade gedroht die zuschauer haben es doch gerade gehört du hast gerade gedroht was macht ihr denn ja 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 wir kommen heute sind ja okay du willst du willst du schiller kreuzieren obwohl wir die nackentherapie ist meine langen fingernägel und fuß aber hier geht es darum was die orthodoxen für den geist haben ja das ist jetzt was was bedeutet auch per sich weiß was dein name bedeutet auch per sich meine eier amir 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 ja 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 ihr seid nicht jetzt wünsche euch einen wunderschönen tag mein bester warum warum hast du so viele antworten steht nicht gelingen über die wesen über deine feinde die Der ist auch Kiel. Der ist auch Kiel. Der Mann ist auf dem Auto. Kiel hat mir gedroht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was meinst du damit? Ich hab doch gerade gesagt... Blingelingeling, hier kommt der Eiermann. Blingelingeling, Blingelingeling, hier kommt der Eiermann. Kiri, kiri, kiri. Bruder, was ist los hier? Der Deutsche muss ausgelöscht werden. Das ist der Plan. Aber es kommt unter Wanderung. Das ist ja vollständig. Warte mal, was ist mit dem Mustafa? Was hat der denn gesagt? Das habe ich nicht gesagt. Blingelingelingeling. Patient. Bist du im Bett? Dann kommt der mit Kirchen drum. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, Kiri, jetzt zu deiner Frage. Was mit der FAIR geht? Ich kann das nicht nennen. Kiri, kiri, kiri. Du willst sie antwortüren. Dann lass mal Bruder Reza reden. Dann hat man diesen Respekt. Warte mal, jetzt raus, wo man das Traugige ist. Warte, weißt du was das Traugige ist? Diese ganzen Kontrollen. Wer hat euch gedroht? Sie schmecken wild vor den Muslimen, weil sie Angst haben vor den Muslimen. Deswegen zeigt es ja auch wie leid, wie arm ihr waren. Wer hat euch gedroht? Aber ihr habt Angst gedroht? Warte es nicht über Muslim, Chris. Es ist der Zionist, der euch beide benutzt. Beide Religionen sind von Zionisten. Christus Bewusstsein ist keine Religion. Es ist ein Zustand. Bitte warte, bitte warte. Auf Wiedersehen. Ihr seid doch beide in der Falle. Ihr labert hier euch gegenseitig. Das ist doch der Plan der Zionisten. Ja, Reza, weißt du wer das ist? Das ist ein Schauspieler, der war fünf Jahre im Fernsehen. Sechs Jahre im Fernsehen war er. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Du kannst die Kamera anmachen. Sechs Jahre war der im Fernsehen. Bruder, was ist das Thema erstmal? Das Thema ist was. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Thema. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Thema. Sag mal was das Thema ist. Dann können wir weiter reden. Ja, mach ein Thema auch. Der Thema, da steht doch Deutsche Kinderkonvertieren. Ja, dem gebe ich recht. Aber der CNL steckt dahinter. Warum laufen die Christen mit der IAL-Fahne rum? Ihr wisst schon, ich will den Namen nicht... Warum? Ich verstehe das nicht. Also beide dienen dem... Guck mal, dem Saturn-Gott. Der Saturn-Gott ist Satan. Wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht, dann könnt ihr lange streiten. Entschuldigung. Ja, aber der Saturn wird doch von den Muslimen verehrt. Dieser schwarze Stein... Aber Bruder, wenn du das... Wenn du das Kreuz zusammenfaltest, das Kreuz, hast du einen Cube. Ja, und was verehrt ihr im Mekka? Was steht da? Ich bin kein Problem. Ich bin Jeside. Ich bin vor euch da gewesen. Vor allem. Nein, natürlich nicht. Stimmt, Jesiden waren vor Adam und Eva. Vor uns. Wer denkt Adam ist... Nein, nein, warte mal. Die Geschichte beruht auf 12.000 Jahre. Laut Sachen, die in der Türkei, in Mesopotamien gefunden worden sind. Und was sagt die Bibel? 6.000 Jahre, ne? Ja, genau. Ja, dann stimmt sie nicht. Ne, Mustafa, gib mir die Datierung in die Quelle, bitte. Quelle? Hör auf! Hör auf, du Idioten, Bruder. Du hast dich angestellt, gerade wie ein... Ey, zeig mal Quelle, dass wir an der Impfung sterben. So hört sich das an, Alter. An der Impfung sterben? Zeig mal Quelle. Bruder, Wissenschaft hat gesagt. Quelle-Katalog. Otto, Quelle-Katalog. Nein. Ich danke euch. Egal. Der Deutsche soll ausgelöst werden. Was geht's, Bruder? Es geht um die Verfassung, 18 und 19 und was. Weil die Person und der Mensch sind zwei Paar Schuhe. Was hier, der Personenkult hier von der römisch-katholischen Kirche aufgebaut worden ist, soll... Entlarv-TV, möchte ich gerne was sagen. Der Deutsche ist der Letzte, der den Schlüssel hat, zum Menschsein zurückzukehren. Und die Welt ist hier im Ersten Weltkrieg noch. Und der kann ihn beenden. Das hat Frieden bedeutet. Lass mal bitte den Entlarv-TV reden. Ich hab aber nicht geredet, Bruder. Nein. Und das ist lieblich. Ich hab nicht geredet, der so warte. Bruder, Reza, weißt du, wer das ist? Ne. Der bei GZ-SZ fünf Jahre lang, ne? Ja, ja. Der hat bestimmt auch schon unterschrieben mit dem Blut. Weißt du, was der uns erzählt hat? Ja, ja. Ihr seid bezahlte Leute, glaub ich. Reza, Mesa. Ich kenn euch nicht. Ihr habt eure Beiträge. Sei ruhig, Mann. Der meinte, der ist da ausgestiegen aus diesem Filmgeschäft, weil er herausgefunden hat, dass seine Kollegen da gewisse Symbolik machen und gewisse Rituale mit kleinen Küken. Und dann ist er ausgestiegen und macht jetzt eine Wahrheitsbewegung. Ah. Das ist heftig, ne? Das kannst du uns erzählen. Welche Kollegen sind das? Nimm die mal. Nimm die mal die Namen. Welche Kollegen waren das denn mit kleinen Kindern? Der ist auch selber befreundet sogar mit den Kollegen. Ah, guck mal, das ist so raus. Der ist sogar noch befreundet. Der ist dieser heftigste, gute, schlechte Zeiten, Star. Der hat sogar mit Chindi ein Video gemacht. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist ein richtiger, der ist ein Deutscher. Aber ich weiß den Namen nicht mehr. Der hat auch den Top. Das ist ein Topstar in Deutschland. Den kennt viele. Der ist, ich glaube, sogar auch schon so wie David Otega. Der ist wie David Otega. Der hat aber eine fünf Jahre bei EG ist. Gss. 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 braucht Hilfe. Und er weiß nicht, wie er da wegkommt. Ich habe gesagt, nur die Wiedergeburt rettet, aber... Nein, er hat schon unterschrieben, um in diesen Kreisen mitzumischen. Es ist vorbei. Der denkt, er kann raus, aber er kann nicht raus. Nein, nein, nein. Der ist vorbei mit ihm. Nochmal zu sagen, ich... Der sagt schon mal, der sagt ihm, dass Jesus Christus und so weiter, der sagt, das ist der Satan, der sagt auch die Bibel, das Wort Tal und deswegen Satan. Ich so, wie hat er das zusammen gereimt? Ja, der kämpft jetzt gegen das Wort Gottes und gegen den Herrn. Bruder, der hat doch... Bruder André, Bruder André. Warte mal, wer will denn hier hoch? So. André, du wolltest noch was haben, Bruder? Nein, nein, alles gut. Gut, dass du direkt hochgekommen bist, André. Ja, Bruder Paulus hat mich eingeladen. Weißt du, wie viele der jetzt schon entloved hat, der entloved TV? Deswegen nennt er sich auch Entlarv-TV, weil er sehr viel entloved hat. Das ist der Doktor der Entlarvungsthechnologie. Ey, der hat nicht die Leute entlarvt, der hat sie versklavt. Versklavt-TV. Erst entlarvt, dann versklavt. Bruder, Riesa, der hat... Alle geht's jetzt rein bei mir. Bruder Riesa, der Orthodox hat doch mir gedroht, oder nicht, ne? Ja, ja, klar. Ja, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wo mein Haus ist? Wo mein Haus wohnt, oder dein Haus, oder? Ja, der hat gesagt, ich weiß, wo du in Hamburg wohnst. Und der hat gesagt, warte, wenn wir kommen. Ja. Ja, ist doch kein Problem. Arnicht, Bruder Danny, wenn du den Zoom beendest, bitte den Zoom speichern, genau diese schöne Stelle nehmen und schon veröffentlicht und zeigen, was die Orthodoxen sind. Das ist schön. Und dann zeigst du... Ja, du speichern das, Bruder Danny. Nimm dir diese Zeit. Ja, ja. Weil schön die Leuten zeigen, dass die Orthodoxen eigentlich wie die Muslime sind. Ja. Nur voller Hass. Ja. Ja. Nochmal zu dieser Geschichte mit dem Verge, was er mir vorgeworfen hat, wo ich darüber gesprochen habe, weil man weiß, dass eben Gott die schlimmste Art von Züchtigungen über einen Menschen bringen kann, ob jetzt ein Mann oder eine Frau, um ihn zu bestrafen. Das sieht man im Alten Testament, ja. Zum Beispiel hat man das in Hosea oder in Jesaja Kapitel 13, wo es steht, Sekunde, ich lese das mal kurz. Jesaja 13, Abvers 17. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen, also über schwangere Frauen und Babys, und kein Mitleid mit den Kindern haben. So wird Babel, die Zierde, der Königreiche, der Ruhm und der stolze Kaldäer umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Ja. Das ist zum Beispiel eine Stelle, wo Gott sagt, ich werde die erwecken und dann werden diese Leute solche Sachen mit euch machen, mit den Frauen. Aber weil sie eben die Bibel nicht lesen, sondern sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Maria-Statuen anzufertigen. Und zu lutschen und zu küssen, weil die lutschen auch Maria-Statuen. Genau. Den ganzen Tag Maria-Statuen anzufertigen, wissen sie nicht, was Gott in der Bibel sagt. Und das ist das Problem. Und was ist das denn? Mit anderen Worten, meine Lieben, dass ihr es alle versteht, der Herr hat eine schützende Hand über einen Menschen. Aber wenn der meint, natürlich gewisse Sachen zu machen, kann der Herr die schützende Hand weglassen. Und dann kann alles Mögliche in dem passieren. Das Schrecklichste überhaupt kann dann passieren, weil der Herr die schützende Hand weglässt. So einfach ist das. Wenn du ein Problem damit hast, hat dein Problem mit Gott fertig. Genau. Und weiterhin hier sei er 13. Und ihre Kinder werden vor ihren Augen zersch... ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändigt. Ja, ich will das nicht. Also ganz, sonst kann der Stream enden. Ja. Sagt der Herr. Als Sucht, als Bestrafung lässt der Herr das zu. Und weil sie eben den Gott der Bibel nicht kennen, sondern sie ihren eigenen Gott gebastelt haben, kapieren sie nicht, wenn etwas auf der Erde geschieht, was Schlimmes, dann denken die, ja, das war Zufall. Ein Beispiel. Einer schreit jetzt auch ein kleines Mädchen. Machen wir es sogar noch besser. Ein Baby fast. Ein ganz kleines Kind. Und Gott, also der David, Prophet David, hat sich gegen Gott versündigt. Was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, ich werde jetzt dein Leben und dein Leben deines Kindes verlangen. Also er hat, Gott hat im Gericht gesprochen, dass sie sterben werden. Kind und David, weil David eine große Sünde gemacht hat. Ja, also David jetzt nicht, David wurde ja begnadigt, der durfte ja weiterleben, aber das Baby halt von ihm. Ja, genau. Und dann hat David ja richtig bereut und hat der Herr ja gesagt, okay, ich verschwore nicht, aber das Kind, aber das Leben deines Kindes nehme ich trotzdem, damit du die Strafe, die Züchtigung bekommst. Zucht nennt sich das. Und Gott hat die Möglichkeit, Leben zu nehmen und Leben zu geben, weil er ist Gott. Und dann hat Gott die Schüsselhand weggemacht und so wurde das Kind sehr schwer krank und ist durch die Krankheit dann gestorben. Und David hat gesagt, was geschehen ist, ist geschehen und kann ich nicht ungeschehen machen. Und jetzt muss ich weitermachen. Genau, das war Züchtigung für den David. Das heißt, Gott hat eben das Erstgeborene, also diesen Erstgeborenen von David, Getö, damit David eine Lektion erfährt, was es bedeutet, solche schwere, bösartige Sünden zu begehen. Und der Herr kann sowas machen als Züchtigung. Das war ein Beispiel von vielen anderen Beispielen. Man muss sich die Perspektive anschauen, warum, weshalb alles passiert ist. Beispielsweise, wenn unsere Brüder und Schwestern, gedenkt an unsere Brüder und Schwestern, die in anderen Ländern sind, so, die Scharia herrscht da jetzt plötzlich. So, das Land war gottlos, der Herr hat zugelassen, dass dann eine gottlose, also ein richtig radikaler Staat dann kommen wird, weil Römer 13 der Staat hat letztendlich Gott immer ausgewählt und dann hat Gott dann die Scharia da letztendlich zugelassen und dann passieren doch ganz schreckliche Dinge. Du weißt, ihr wisst alle, was die Scharia macht mit uns. An Kinder, an Frauen, an Männer, an jeden. gerichtet, da ist ja keiner verschont. Das liegt daran, dass der Herr, wenn der sagt, ich tue meine schützende Hand weg, dann wird für nichts mehr garantiert. Da kann alles passieren. Gott hat verschiedene Möglichkeiten in seinen Händen jemanden zu züchtigen, jemanden zu bestrafen. Und die schwerste Strafe oder Züchtigung ist eben der Tod. Das ist dann die höchste Züchtigung der Strafe. Züchtigung insofern, dass er eventuell nicht mehr daraus lernen kann, weil er der Tod eingetreten ist. Aber das ist die höchste Form der Strafe, wenn ein Mensch eben in Ungnade gefallen ist bei Gott. Und das betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Das betrifft sowohl ein Baby als auch einen Greis von 95 Jahren. Kein Mensch ist vor der Strafe Gottes gefallen, weil alle Sünder und jetzt ein Baby, natürlich ist kein Sünder, aber Gott kann auch so ein Baby von der Erde nehmen. Er rettet ist er ja. Und er rettet ist es ja. Aber er kann durch dieses eben andere Leute eine Lehre erteilen. Ja, genau. Das ist so schön. Die Brüder Reza, die lesen alle das Alte Testament nicht, geschweige das Neue. Das Neue spricht ja auch noch davon. Aber die lesen nicht. Wenn die Korinther beispielsweise lesen würden, wissen die sofort, dass der Herr eine Zucht sprechen kann. Mit gewaltiger Form sogar auch noch. Ja, ja, klar. In 1. Korinther 11 sehen wir ja, dass eben Apostel Paulus sagt, einige von euch sind schon tot. Einige von euch sind schwer krank, weil ihr das Abendmahl in unwürdiger Art und Weise genommen habt. Also Gott hat sogar Todesstrafe gegeben, den Korinther. Manche Geschwister wurden dann mit dem Tode bestraft. Und wo der Reza, dann gibt es noch eine andere Art, statt noch eine Züchtung. Dann gibt es noch die Art, wie jemand auf die Probe stellt. Würdest du auch zu mir halten, wenn es dir auch schlecht geht, wie in guten oder in schlechten Zeiten, sollst du ja zu uns sein, wie in Hiob beispielsweise. Und dann der Herr kann dann sagen, ich will jetzt die Schützner Hand jetzt weg und ich will jetzt wissen, ob du in die schlimmsten Situationen deines Lebens, die schrecklichsten Situationen, Vergewaltigung ist eine der heftigsten, sogar Tod, noch heftiger und, und, und. Und dann wird er ja sagen, ja, du willst doch da zu mir stehen, wenn sogar alles, ähm, das alles mit dir passiert, aber er wird nicht so viel zulassen, was du selber nicht ertragen kannst. Immer an der Grenze nicht über der ganze Zeit. Den gesenkt doch einer an Hiob. Ja, also jetzt schreibt hier einer im Chat, äh, warum, also der Orthodoxe schreibt hier im Chat, warum wir aggressiv sind zu den Orthodoxen. Das muss man sich... Ach so, einer, der sagt, wieso unser Kopf soll gesehen rollen, na? Das ist unfassbar. Weil der Orthodoxen ist bedroht. Ja, aber warte, wir müssen die Ungerechtigkeit ertragen, oder, Reza? Ja, 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 nein, ich sag nur, wir müssen diese Ungerechtigkeit ertragen. Das ist halt nun mal so. Ich weiß, das ist, man will am liebsten, äh, Auge um Auge, aber nein, 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 wir müssen ertragen. Ja, genau. An der Orthodoxen, guck mal, an den Orthodoxen will ich was sagen, die Sekir, wie er da heißt, ja? Ähm, möge der Herr dir vergeben, möge der Herr dich segnen, möge der Herr dich wirklich, also möge der Herr wirklich noch geduldig mit dir sein, und dich ziehen zu dem Herrn Jesus Christus, na, und wir bewegen für dich. Äh, Christlicher, ich hol mal den Abo hoch, Abo nimm mal bitte an. Überall Abus, ey, ich krieg schon langsam Paranoia, ey. Ja, das ist der aus unserer, äh, Gruppe. Ach so, okay, aber auch Abo, Wahnsinn. Aboos und Ibus. An der ganzen Chat hat ihr aber jetzt verstanden mit der Zucht und mit auf Probestellung, schreibt man ja oder nein. Damit die Leute es dann, äh, damit wir einmal sehen, ob ihr es auch verstanden habt eigentlich, was das bedeutet, schützende Hand drüber halten und schützende Hand wegzulassen. Die haben Resas Worte einfach verdreht. Die haben einfach gesagt, so, Resa befürwortet sowas, und so, das stimmt gar nicht. Resa hat nur gesagt, wenn Gott züchtigt, dann züchtigt er. Oder Resa, oder Resa, du hast ja gewarnt von Lothar Gassmann, da macht er Trinity TV ein Video und sagt, wie kannst du es wagen, den Lothar Gassmann, und dann auf einmal kommen Juras Leute von der Potsheimer Gemeinde da, verflucht soll zu sein, und dann, weißt du was, da hat dieser Heuchler, da hat dieser Judas nicht einmal was gesagt. Natürlich nicht. Da hat er nicht einmal, weißt du warum? Ich sag dir warum. Weil sie dich alle hassen, steigt er mit aufs Boot, weil dann kriegt er auch noch was schön ab, er will ja auch was vom Kuchen abhaben, weil wenn er jetzt auf einmal gegen andere schießt, dann wenden sie sich gegen ihn, der Feind meines Feindes ist mein Freund, deswegen. Ja, klar. Ja, Bruder Resa, aber er hat ein persönliches Problem mit dir, der hasst dich persönlich. Damals, der Twitter TV, der hat ja die ganze Zeit ununterbrochen nur gegen dich geschossen, nur gegen dich damals. Der war richtig. Ja, das ist ein Dämon halt, ne? Der Feind meines Feindes ist ja Warte, Christli, Abo? Ja, also Abo ist mein Name, Also Abo ist mein Spitzname. Gottes Segen, kannst du das einmal erzählen, wo du mit diesem Orthodox geredet hast, wo er, wo du weißt doch, das ist schon ein bisschen länger her, da hat er doch zu dir gesagt, am liebsten würde ich die ganzen Freikirchler alle, was hat er gesagt? Hallo? Ja, was soll ich denn? Nein, für die Zuschauer, bitte für die Zuschauer. Wie bitte? Ich hab die. Ne, den versteht man nicht, der hat keinen guten Empfang oder so, hör mal. Der redet, aber es kommt nichts drüber, ich hör nichts. Ja, der hat sehr oft schlecht den Empfang, sehr, sehr oft. Oder Reza, kannst du das, es haben ein paar Leute geschrieben, nein, nicht alles, die haben das nicht ganz verstanden, manche Leute. Kannst du ihnen ein anderes Beispiel geben, damit die es verstehen, was Zucht ist, was Probe ist? Gott hat ja das Leben aller Menschen in seiner Hand und er entscheidet, ob ein Mensch als Baby in den Tod geht oder als Fünfjähriger, als 20-Jähriger, als 40-Jähriger, als 90-Jähriger oder als 120-Jähriger. Gott entscheidet, wann ein Mensch geht und durch welche Todesart. Und diese Todesart oder beziehungsweise diese Strafe, nämlich die Todesstrafe, benutzt der Herr als letzte Mittel, wenn seine Gnade für jemanden abgelaufen ist, um zum Beispiel einen anderen Menschen durch diese Todesstrafe eine Lektion zu erteilen. und nicht nur der Tod, sondern schwerste Gewaltverbrechen benutzt der Herr, um einen Menschen zu züchtigen, um ihn von einer schlechten, von einem schlimmen Weg abzubringen oder um ihn bescheiden zu machen, um ihn von der Hochmut runterzubringen, damit er es leichter hat, den Weg des Herrn zu gehen. Ja, und da sehen wir im Alten Testament, dass der Herr eben Völker gewählt hat, die eben Israel angreifen sollten, weil Israel dann abgefallen ist und Götzendienst betrieben hat. So hat der Herr eben andere Völker geholt, die eben die Frauen, die israelitischen Frauen, geschändet und die Männer getötet haben. Und das sagt der Herr ja auch. Deswegen werde ich jetzt die Meda erwecken gegen euch, die eure Frauen das und das antun werden und euch sozusagen in die Sklaverei führen werden. Und so weiter und so fort. Jetzt so Babel zum Beispiel, ja. Ja, und das ist das Problem. Und die Menschen verstehen nicht, dass wenn ein Gewaltakt da draußen passiert, hier eine Vergewaltigung oder was weiß ich, was ist da draußen für Sachen passieren, dass der Herr dieses Böse benutzt, dass er das erlaubt, dem Teufel solche Sachen zu tun, weil er eben den Menschen eine Lektion erteilen will. Und manchmal lernt der Mensch eben nur aus diesen schmerzlichsten Lektionen. Es gibt Dickköpfe, die kannst du nicht mit einfach bitte lass es sein, davon abzubringen, von seinem Vorhaben. Der wird nicht darauf hören. So einen Dickschädel, da muss man schon ein bisschen anders behandeln. Und Gott weiß, wie man einen Dickschädel wiegt. Und zwar mit den härtesten Maßnahmen. Das ist das. Bruder Pablos, möchtest du ein Stream machen, weil ich beende erst mal den Stream? Ja, eine gute Sache jetzt, ne? Weil ich gehe jetzt essen. Der Bruder Amir kann das. Bruder Bruder Amir, machst du ein Stream? Amir ist schon am Schlafen. Abi Amir ist am Schlafen. Ja, komm, da mache ich ein Stream, ich zeige gleich da mein Gesicht. Dann kann ich den so anmachen, wenigstens. Oder Rese, wenn du dann kommst und so, dann zeige ich gleich mein Gesicht. Ich kann ja mitreden. Wenn ich dann fertig gehe, gestern kann ich mich dann zeigen. Ja. Wie ihr wollt. Das Amir live geht. Da mache ich ein Bild rein, kann mein Thema ansprechen, ist nämlich gar kein Problem. Ich kann mitreden, nur ich kann mein Gesicht gleich erst zeigen. Die anderen haben es jetzt auch nicht verstanden, jetzt, ne? Was Probe und Sucht ist. Bedeutet, entweder, es gibt keine Mitte, es gibt keine Zufälle, etwas. Entweder du willst gezüchtigt, oder entweder du bist auf Probe gestellt. Eins von beiden. Möglichst du beten, und der Herr wird es dir sagen. Wenn du dich schon mal da verstehst, in kurz. Ja, dann mache ich jetzt ein Stream an, dann folgen mir jetzt alle, dann mache ich jetzt einen an. Bis gleich. Auf jeden Fall an die 300 Zuschauer, nehmt den Herrn Jesus Christus an, werdet von neu geboren, Religion rettet nicht, nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Verlasse die Kirche, denn Kirche kommt nicht von Gott. Kirche ist Museum. Guckt euch die Kirchen an, schaut euch die Zustände an, schaut euch mal an, was die katholische Kirche gemacht hat, die orthodoxische Kirche, oder auch die groß evangelische Kirche. Es geht nicht um das Wort Gottes, es geht eigentlich nur um die Bereicherung, Tradition, und auch ihre Religionen, und was sie da hinzugefügt haben, das hat mit Gott überhaupt gar nichts zu tun. Lest die Bibel, werdet von neu geboren, wie es in Johannes 3, Vers 3 geschrieben steht. Ihr müsst auf eure Knie gehen, euch demütigen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Wer sucht, der findet. So. Dann geht alle bei Pablos rein. Danke erstmal, dass ihr alle hier wart. Danke an alle, die gefolgt sind. Gottes Segen, Bruder Reza und Amir und Bruder André. So Gott will, komme ich vielleicht später nochmal. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich habe nur eine Frage. Ich wollte nur wissen, wie dieser Hadith heißt, wo der Morbeter von Schwarzen geritten wird. Den suche ich schon die ganze Zeit. Das kostet dich 4,99 Euro, heute im Sonderangebot. Eigentlich 19,99 Euro. Das wird einfach geritten. Das sind Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Ach so, danke sehr. Da könnt ihr mich schon rauspressen. Gott, das muss ich. Gottes Segen. Ich habe einfach geritten, als kannst du keine erzählen, Bruder Reza. Afrikaner reiten in Mohammed, heftig, ne, Das kannst du keine. Ich will immer gerne wissen, was man sehr krass hat, was ich gesagt habe. Reza, stell dir mal vor, was die uns übermitteln über Mohammed, dass der Mohammed sowas getan hat. Stell dir mal vor, die Leute würden uns, das sind ja Leute, die ihn lieben, die uns sowas über ihn erzählen. Was ist da mit den Feinden von ihm? Ja, ist schon heftig. Ist brutal. Ja, das ist heftig. Wenn das die Leute sind, die ihn lieben und sowas über ihn übermitteln, was ist da mit denen, die ihn hassen? Was kommt denn dann da raus? Ja, das ist Hardcore. Ja, ist ja wirklich Hardcore. Bruder, ich habe doch ein Video gemacht, ne, mit diesem Anas, Islam. Das hat schon 18, 19.000 erreicht. Ich mache schon, ob er reagiert darauf, weil der möchte auch gerne eigentlich mit Christen debattieren. Der ist doch so ein Typ, Mensch oder nicht? Der sucht auch sogar andere Leute. Du kannst ihm gefährlich werden, die hat er keine Lust. Ich hatte sogar extra deinen Namen sogar noch nicht mal erwähnt, damit er wenig Angst hat. Weißt du? Extra noch so gemacht, damit er auf jeden Fall kommt. Du hast aber diese Zeigefinger gemacht. Das ist Taliban-Zeigefinger gemacht. So, jetzt kommt der Warte. Da steht er an. Jetzt kommt eine Warte. Eine Warte? Warte, wir haben doch hier, Bruder, Bruder Riese, wir haben doch einen Ehrengass, der uns alle bedroht hat. Der Kir. Sag doch, was ist so dunkel, so weiß, und ich kann nichts lesen, die Otto, durchsieh euch bedroht. Komm doch mal hoch, mal lieber Kirai, dann kannst du uns doch einmal sagen, was du uns davor gesagt hast. Dass du uns die Zunge, na, dann doch einmal hochkommst. Wahnsinn. Möge der ihm vergeben. Gott in Sinn, Christi Shedawa, was liegt dir auf den Herzen? Was habe ich mit Zungen gesagt? Mein bester, Kirai. Kirai. Was hast du gerade wiederhol doch mal gerne, wiederhol doch mal gerne, was du gesagt hast, mein Bruder Dennis Teams, wiederhole es doch mal. Wir hören alles zu. Ich wiederhole es, im Sarkasmus, ja. Nein, nicht im Sarkasmus, nein, keine Ernsthaftigkeit, wiederhole es. Ja, das ist auch ernst, also das ist Sarkasmus. Nein, 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 du brauchst nicht so, nein, nein, du brauchst nicht so, ob ich mit den Dingen eben was machen. Das ist, nein, ich hab dich jetzt gestorben, deine Ernsthaftigkeit. Zeig mit Ernsthaftigkeit, was du gesagt hast. Bitte schön. Ich hab dir gesagt, im Sarkasmus, ja, bei dir gesagt habt, dass ihr von Orthodoxen bedroht worden seid, ja, wo ihr kein Beweis zeigen könnt, immer noch, darauf warte ich immer noch, ja. Bei was dem Beweis? Ja, ich möchte den Beweis von dir haben, dass ihr von Orthodoxen bedroht worden seid. Ich habe einen Beweis, da hat eine Orthodoxe mich mal bedroht und das habe ich sogar einmal öffentlich gemacht. Dann schick mir bitte das Video. Und von dir, wo mir doch alle gerade bedroht. Also das war Sarkasmus gewesen, ne? Ach das war, ach so, jetzt Sarkasmus, ne? Also nimmst du das ernst, dass Russland nach Deutschland kommt? Ach so, du sagst jetzt, das war Sarkasmus, was mit unseren Zungen passieren sollte, wegen unserer Zunge. Spiel, spiel das ab, spiel bitte das jetzt ab. Was hast du gerade gesagt? Und sag mir, dass ich das gesagt habe. Hast du nicht gerade gesagt, wegen unserer Zunge, da war da was mit uns passiert? Das habt ihr doch gesagt. Ihr habt doch gesagt, dass ihr von Orthodoxen bedroht. Der ist so fertig, ein Bruder Rieser, der ist so fertig. Das kommt davon wegen Kiel. Der Name ist schon Programm. Kiel. Zeig doch, dass ich das gesagt habe. Der hat das gerade gesagt, dass ich unsere Zunge abschneiden würde. Zeig doch das. Machen wir doch ganz ein paar. Ganz ein Chats. Wart ihr bei Bruder Denny ist live dabei? Habt ihr das mitbekommen, was er gesagt hat? Weißt du, was das Problem ist? Der hat auf einmal Angst bekommen. Nicht, dass das jemand, der Polizei schickt und dann auf einmal sie gegen die Alpria-Adresse. Schick das doch zur Polizei. Schick das doch zur Polizei. Hatte Angst bekommen? Also Eierplatter bekommen. Alle Zeugen mit Ja. Schick das doch zur Polizei. Schick das doch. Also ich habe genug Zeugen, mein lieber Kedai. Ja, das hast du auch. Das ist doch dein Recht. Ja, du. Aber guck mal, ich kann auch gerne zur Polizei gehen. Ich kann auch gerne zur Polizei gehen. Ich liebe dich. Ich liebe auch meine Feinde. Und ich sage dir, möge der Herr die Gnade mit dir haben. Möge der Herr die vergeben. Hör auf damit. Komm doch zu dem Herrn Jesus Christus. Geh doch nicht zu dieser Orthodoxie, die eine Teufelsreligion ist. Ach so. Nun mal so nebenbei. Also es gibt genug Videos, wo ich euch auch anzeigen kann. Gerade das mit Montana Black, wie ihr verunstaltet habt, das kann sehr, sehr teuer werden. Ich sage das nur mal so. Aber... Der will die Brüder im Herrn wegen einem Satanisten anzeigen. Ja, ein Satanisten. Der Montana Black hat ein ungedrehtes Kreuz an sein Gesicht in TikTok und der sagt zu mir, ich würde euch anzeigen, seht ihr, wen er beschützen möchte? Natürlich, der Satan beschützt. Also ist das ungedrehte Kreuz ein Satan-Symbol? Was ist ungedrehte Kreuz? Benutzen das Satanist? Benutzen das Satanist? Komm, du willst doch hier trägt dich reden, mein Besser. Benutzen das Satanist nicht? Komm, antworte. Benutzen sie wohl, aber sie wissen es selber nicht, dass das 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 Petrus-Kreuz ist. Benutzen die auf einmal. So, ihr Stumpf-Paket. Oh, haben die benutzt, ne? Da hast du dir selbst einen Knockout gegeben. Und weißt du was? Mit unwissenden Menschen reden wir nicht. Ja, benutzen wir auch, ne? Was ist ein Satz? Nein, der hat aber schon seine Gesinnung gerade offengelegt, dass er einen Satanisten schützt, wie der liebt diesen Satanisten Montana Black und der hasst die Kinder Gottes, die gegen den Satan vorgehen. Das ist die grausame Wahrheit von Menschen, die nicht Kinder Gottes sind, die sich hineingeschlichen haben und so einen Anstrich haben von Christlichkeit. Das ist das Grausame da dran. Unfassbar. Ungedrehtes, ungedrehtes Kreuz an sein Gesicht und dann wird gesagt, ja, da könnte ich euch richtig auseinandernehmen. Unfassbar. Das Ganze keiner sieht. Das ist ja auch orthodox. Der ist ein Freimaurer, der hat sogar einen seiner Finger tätowierten Pyramidzeichen. Ja gut, das ist aber der Gott der Orthodoxen, die beten ja auch das Dreieck mit dem Auge an. Die Pyramide mit dem Auge hohes an der Spitze. Und deswegen drehen sie auch alles, das ganze Kreuz um, die Katholik. Und das ist natürlich die grausame Wahrheit, wer diese katholische Kirche führt. Die Schrift spricht ja von einer Hure, Hure Babylon, die die Kinder Gottes verfolgt hat und besoffen ist sogar von dem Blut der Heiligen. So traurig. Traurig wie die Simbruder Reza. Traurig. Ich habe manchmal keine Worte dafür. Ich meine, das Gespräch vorhin mit dem Katholiken, das hat mir den Rest gegeben. Ich habe fast meinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja, das stimmt. Das Wort Gottes sagt, dass wir Katholiken von Dämonen geleitet werden, aber das Wort Gottes sagt, dass wir Ehrlehrer sind, aber und so einem Menschen kannst du nicht mehr helfen. Das ist vorbei, ne? Das Wort Gottes sagt, ja, die katholische Kirche hat dämonische Lehren, aber das ist schon, das ist vorbei. Dasjenige, der braucht wirklich professionelle Hilfe dann, so jemand. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hier, warte, du bist zurück. Hier, Bruder Reza, willst du? Da. Nein, 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 nein. Ja, ich will mit ihm reden, aber ich will nicht. Aber. Bruder, werd doch bitte nicht beleidigend mit professioneller Hilfe. Ich will dich nicht beleidigen, aber du bist ein Kind des Teufels. Bruder. Ich will aber nicht dich beleidigen. Das ist nicht meine Intention, du Kind Satans. Aber. Bruder. Du bist mein Bruder, aber du bist meine Schwester eigentlich. Aber. Aber du bist eine Schwester. Ich will mit dir reden, aber ich will nicht reden. Darf ich darf ich bitte kurz was anführen? Also ihr sagt immer, ihr erkennt ja immer den Geist der anderen Menschen, aber welcher Geist ist das eigentlich, wenn man sich über andere Menschen lustig macht? Welcher Geist hatte Prophet Elia, wo er sich über den Prophet lustig gemacht hat und gesagt hat, wo ist denn dein Gott? Schläft er gerade und hat komplett über ihn gesprochen? Welchen Geist hatte Prophet Elia? Weiß, sage uns. Dachte ich mir schon. Komm, nächste Frage. Aber. Aber selber lacht der dann. Ich will nicht lachen. Ich will nicht lachen. Aber. Ich lache euch nicht aus. Wirklich, bei Gott, ich lache euch nicht aus. Ostblock, ey, meinst du nicht, dass wir dich eigentlich lieben, Ostblock? Ich lache euch nicht aus, aber ich lache nur mit euch. Ja, ich lache wirklich gerade mit euch. So wie du doch immer gerne lachst, Amir. Ja. Und darf ich eine Sache sagen? Ich lache bei Allard Wein. Das ist wirklich Berechtigung. Und ich sage, ich sage das wirklich mit aller, allerhöchstem Respekt und mit großer Liebe zu euch. Ich danke euch wirklich gerade Amir, der uns aufzeigt, mit welchen Gesinnungen wir es zu tun haben, wenn radikale Islamisten hier auf deutschen Straßen sind. Ich danke euch wirklich für eure Arbeit und ich danke euch auch, wie, mit was für einer Intention ihr missioniert. Wirklich, Dankeschön. Und das meine ich gerade aus vollem Herzen. Oh, nee, Entschuldigung. Warte, warte. Ich wollte dich nicht rauschmeißen. Das war wirklich außersehen. Das war wirklich außersehen. Komm mal wieder rein, mein Bester. Das war außersehen, mein Bester, wirklich. Okay, hat mich schon gewundert. Vergib mir, das war außersehen. Vergib mir. Hat mich schon gewundert. Wir könnten doch gerne einfach respektvoll miteinander umgehen. Und das wäre doch das Schönste für uns alle. Und ich glaube, dadurch dienen wir unserem Herrn am ehesten, wenn wir uns in Liebe ermahnen und nicht uns gegenseitig beleidigen. Aber wir lieben dich doch. Lassen Sie mich doch, dass die römisch-katholische Kirche falsch ist und dass du umkennst und von neu geboren sein sollst. Das ist eure Interpretation der Bibel. Das ist in Ordnung für mich. Okay. muss man von neu geboren sein oder muss man nicht von neu geboren sein? Ja, man muss von neu geboren sein. Ja, die römisch-katholische Kirche zeugt nicht davon. Die sagt, du musst getauft sein. Und danach erhältst du auch die Firmung beispielsweise. Naja, steht ja auch in der Bibel drin, die Firmung, ne? Nein, das ist aber, da bezeuge ich nochmal, dass ich mich für den Glauben entscheide. Dass ich mich für den Glauben entscheide. Es widerspricht dir der Bibel. Gebt die Taufe den Heiligen Geist, wie die römisch-katholische Kirche es so sagt? Äh, Entschuldigung. Gebt die Taufe den Heiligen Geist, wie die römisch-katholische Kirche es sagt? Oder gibt der Glaube den Heiligen Geist? Warte, ich hab's grad nicht richtig verstanden. Sag's bitte. Ich hab am Anfang mich kurz einmal verplappert. Also, gibt der Heilige Geist, na, also kommt der Heilige Geist in dir, wenn du getauft bist, oder kommt der Heilige Geist in dir, wenn du glaubst? Wenn ich glaube und die Taufe erhalten habe. Die Kirche sagt, aber die Taufe. Die Taufe, dann später gibt's andere Sakramente, wo du dich entscheidest dazu. Guck mal, die Kirche sagt, die Taufe gibt den Heiligen Geist. Lies mal Epheser 1, 13. Moment, ich muss kurz hier... Pavlos, hat Anas Islan geantwortet? Ich dachte, jetzt jemand schreibt ein, Anas hat geantwortet, aber nein. Hat mich so früh gefreut. Nein, der hat nicht geantwortet. Der macht auch immer. Ich will mit dir reden, aber der Pavlos ist mit dem Bruder Amir. Das geht nicht. So macht Anas. Pavlos, bitte dich. Ich bitte dich. Wir müssen doch nicht uns lächerlich machen und andere oder mich in dem Fall sich über den Schluss nicht machen. Ich will dich nicht lächerlich machen, aber ich bitte vielleicht doch lächerlich machen. Was denn jetzt? Das ist doch Kinderkram gerade. Mein Bester, wir machen's noch ein bisschen gemütlicher. Die Taufe gibt den Heiligen Geist laut der römisch-katholische Kirche. Lies ja Epheser 1, Vers 13 und dann will ich ein Aber hören. An alle Zuschauer, seht ihr gerade, wie hier immer gearbeitet wird, wie Leute ins Lächerliche gezogen werden. Kannst du bitte wieder 1, Vers 13 lesen? Natürlich. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Ja, bitte. In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. In ihm habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Ja. Okay. Und wo ist jetzt das Aber? Weil die Kirche sagt doch, die Taufe gibt den Heiligen Geist, nicht der Glaube. Was machen wir jetzt? Die Kirche? Ich müsste kurz nachschauen, ob die Kirche... Das sind ihre Dogma. Wozu taufen die Babys? Die Babys taufen die nicht aus Langeweile. Dogmataufe. Schauen wir kurz, wie das... Das ist eine der Sakramente, mein Bester. Genau, ja. Ja. Die Kirche sagt, du musst getauft sein, um den Heiligen Geist zu bekommen, sonst bist du nicht gerettet. Punkt. Willst du gegen die Kirche sein oder für die Bibel? Ich möchte gerne noch das Dogma dazu lesen. Und das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen... Er kann doch nicht sagen, kennst du nicht die sieben Sakramente der Taufe, die sieben Sakramente der Kirche? Natürlich kenne ich die Sakramente. Ja, was ist denn? Ist die Taufe ein Sakrament? Ja, klar ist die Taufe ein Sakrament. Gibt die Taufe den Heiligen Geist laut der Kirche? Ich weiß nicht, ob er alleine den Heiligen Geist gibt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich danke dir, mein Bester. Ich danke dir. Nee, weil dafür schafft das nicht. Ich schaffe das nicht, wirklich. Das reicht. Bruder, Abo, tut mir leid. Du hast lange gewartet. Bitte rede. Bruder, ich habe nicht viel zu sagen. Ich bin sowieso verkühlt. Ich höre einfach zu, okay? Okay, mein Bester. Mein Bester, an Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gottes Segen. Bruder Reza. Ja. Das ist aber heftig, ne? Jetzt wollte er zeugen, dass die Kirche doch nicht mehr den Heiligen Geist gibt, wenn man tauft. Er wollte das jetzt verdrehen. Er wollte seine eigenen Dogma verdrehen. Kannst du niemanden erzählen. Nein, nein, nein. Das ist ein Härtefall. Die Wahrheit soll man, der Herr Jesus sagt ja auch, werft nicht eure Heiligkeit vor Säulen, ne? Nicht die Perlen vor die Säulen. Die Wahrheit ist nur für jemanden, der auch wirklich die Wahrheit sucht. Aber wenn jemand so verhärtet ist, ja, dann kannst du nicht mehr helfen. Ja, traurig. Deswegen sollen wir uns dann auf Leute konzentrieren, die die Wahrheit suchen, wirklich, aus ganzem Herzen. die offen sind, so wie ich damals offen war für die Wahrheit und offen gesucht habe und der Gott hat mir offen und ehrlich die Wahrheit gezeigt, was auf diese Welt vor sich geht. So einfach ist das. Und er hatte mich dann zu sich geholt dadurch, indem er mir die Wahrheit gezeigt hat. Ich war aber wie ein Wissenschaftler neutral. Ich bin neutral an die Sache rangegangen und wollte wissen, was am Ende meiner Reise rauskommt bei der Wahrheitssuche. Wer hat dir das Sagen? Was ist die Menschheit? Woher kommt sie? Wohin geht sie? Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Also Gott gibt, dass es Gott gibt, wusste ich immer. Ich wollte nur wissen, wer er ist. Und der Herr hat sich Schritt für Schritt sich mir offenbart. Ja. So einfach ist die Sache. So einfach. Ja, genau. Gott singt mal. Hallo. Grüß dich, Herr Mart. Hi. Grüß dich. Ich wollte nur fragen, ob ihr mir eine gute Debatte empfehlen könnt auf YouTube, auf Deutsch aber. Boah, auf Deutsch. Muslim gegen Fressen. Also Imam gegen, ja, auf Deutsch finde ich keine. Weil ich habe Ex-Muslim schon gefragt, aber er hat nur auf Englisch. Ja, kannst du vergessen, auf Deutsch gibt es keine. Ich wollte doch mit einem Imam reden, die flüchten doch. Ein Imam hat mir erst mal zugesagt, der Ahmed Schicka Puppa, der sehr, sehr gute Freund mit Marcel Kras. Und dann hat er gesehen, oh, wenn ich da doch antrete, werde ich jetzt einen Uppercut bekommen. Und deswegen hat er gesagt, der kommt nie wieder. Ja, ganz. Der hat mir geflüchtet. Hast du dich niemals gefragt, lieber Emmert, warum so ein Pierre Vogel oder ein Abulbara niemals zu einer Debatte antreten? Ich weiß nicht, warum. Doch, du weißt, warum. Aber der Grund, den weißt du eigentlich in deinem inneren, tief in deinem, wie weißt du das? Denkst du, weil die sich nicht trauen? Natürlich, die würden sofort vor allen Leuten losgestellt werden. Hey, Mats, ich fordere hier Fugel. Fugel hat mich blockiert. Ich fordere anders heraus. Anders reagiert nie wieder. Ich fordere diese ganzen anderen Leute heraus. Diesen echten Imam. Was macht der? Der ist sogar einmal mit mir reingegangen, hat mir geredet. Ich habe mir eine Frage gestellt. Was ist mit Kinderehe in Islam? Oh, ja, das müssen wir einmal besprechen bei der nächsten Besprechung, wenn wir die Debatte da machen. Weil das ist ein sehr großes Thema. Und eine der Knockout-Verse für den Islam. Und deswegen machen wir es bei dem nächsten Gespräch. Der ist nie wieder gekommen. Ihr habt es gesehen. Der ist nie wieder gekommen. Der schreibt mir auch nicht mehr. Der ist nie wieder gekommen. Der hat mich sogar in Instagram gepostet. Ich will die Debatte machen. Er ist nie wieder gekommen. Weil er Angst hat. Scheiße, ja. Ja, gut. Du kannst, guck mal. Hey, Mats, red mir, Bruder, Reso, red mir, Bruder, Amir, über den Herrn, Jesus Christus. Der Amir zeigte doch so vieles, dass der Islam falsch ist. Meinser hat dir eine Quelle gezeigt, was nicht echt ist. Hat er nicht alles der Amir mit jeder Quelle belegt? Ja, aber ich war ja auch bei den anderen da drin. Ja, die anderen. Was haben die anderen? Die ziehen hier wirklich aus dem Kontext raus. Bei uns gibt es kein Tastier. Die ziehen ehrlich aus dem Kontext raus, die anderen. Wir haben die Djokovide ja leisten. Die haben ja auch genau so alle widerlegt. Ja, aber was würdest du denn sagen, welches ist unglaubwürdig beim Islam? Warte mir doch mal, guck mal, ich brauche nur nicht mal auf Interpretation reingehen. Ich gehe mal auf reine faktische Basis auf. Ja, rein faktisch. Die Bibel ist doch älter als der Koran. Das ist ein Fakt. Die Bibel sagt in Galater 1, Vers 8, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. 600 Jahre später kommt Mohammed, ein Engel kommt von Himmel herab und erzählt auf einmal ein anderes Evangelium, weil er bezeugt, Jesus ist nicht Gott. Obwohl Jesus dort der Bibel Gott ist. Gut, wir haben Koranstelle in der Suche 3, Vers 3, da sagt Allah selber, dass die Tora und das Engel Allahs Wort ist. Okay, warum hat dann Allah erstens sein eigenes Wort verfälschen lassen? Warum hat Allah keine Prophezeiung, was älterste Koran, älterste Jadis, älterste Bibel ist, wer Mohammed prophezeit? Warum hat Allah nie generell sein Wort schützen können und bewahren können und 600 Jahre Zeit genommen? Und wollte erst korrigieren, nach 600 Jahren, obwohl jemand schon darauf gewarnt hat. Ich habe das, kennst du Issam Bayam, äh, er macht? Ich habe mit dem, ich habe mit dem geredet, du kannst dir das anschauen, habe ich gepostet, ja, fast 40.000 Views hat das. Na? Ja. Weißt du, was er mir gesagt hat? Und? Ist doch egal, wer uns prophezeit. Er hat zugegeben, dass niemand die prophezeit. Und dann hat Issam sich einen Gewaltigen ausgeschossen, einen sehr Gewaltigen ausgeschossen, weil dann habe ich ihm das erklärt. Und dann hat Issam gemerkt, alles klar. Der konnte nicht, der hat sogar sein Gesicht ausdrucken, musst du nur sehen, sein Gesicht ausdrucken, hat es mir zugeschnitten mit dem Getälder, ja, ne, das ist schon, schon richtig, was du sagst. Sein Gesicht hat mehr als tausend Worte geredet. Und dann war die so gesehen alles vorbei, weil er gemerkt hat, der wurde es wirklich. Und dann siehst du auch nochmal von Joker, den habe ich auch nochmal mit dem geredet, weil er sagt, Christen sagen, also Jesus sagt so, die heiligen Hunde. So reden die, ne? Ja, und dann habe ich ihm das dann erklärt und da war Joker ganz mundtot. Wo ist der Ex? Na, wo ist der Ex-Müslie? Ja, Ex-Müslie ist hier. Okay, Joker, der bisschen äfft dich, ne, Bruder? Der so, Ex-Müslie hat gesagt. Der ist so, fertig, ey. Joker ist der Anführer der Muslime in Deutschland. Ja, ja, der macht seine Fußnägel lackieren und ist anführbar. Wer sich auf einmal aufspielt, ne, null Ahnung von nichts, aber... Mann, 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 Mann bei jahren oder wieder da heißt nicht mal er kann argumentieren deshalb ich habe von ihm wirklich bruder resa viel erwartet von isam wirklich ich habe wissen erwartet ich habe richtig so böse intellektuelle art erwartet aber ich habe nicht erwartet dass er wie ein euro schiesa muss um redet erzeigen wir meinen lieben welchen ich ganze zeit anreden kann ich bin neben am essen was bedeutet johannes 3 vers 5 ganz einfach ihr müsst aus wasser und geisten von neuen geboren sein sonst kommt ja nicht in reich der himmel hinein das heißt der heilige geist ihn du empfängst wasser ist die symbolische art weil damals ein testament ist das wasser dich gereinigt gegen den sünden und heute reinigt dich natürlich das blut des jesus christus erste johannes brief kapitel 1 vers 7 und wir wissen dort der feser kapitel 2 das wasserbad ist das wort gottes also jesus christus und sein blut hat uns gereinigt den neuen boden uns gegeben hat deswegen kam auch aus seiner seite was wir auch wiederum sehen wasser und blut wenn wir die symbolisch wiederum sehen wasser was das blut was verflucht worden ist bereinigt worden ist und dann sehen wir das blut ist rein und das blut reinigt uns ein von unseren sünden er ist johannes brief kapitel 1 vers 7 damit ist nicht die taufe gemeint was die katholiken orthodoxen bezeugen weil johannes der täufer sagte ich taufe nur mit wasser weil er war taufe der buße aber der nachmeld kommt wird auf mit dem heiligen geist oder mit dem feuer feuer ist natürlich das heilenfeuer heilige geist den du empfangen wirst in den du jesus christus annimmst weil er in feser 1 vers 13 steht geschrieben dein glaube gibt dir den heiligen geist der verheißung mit der versiegelung und dann bist du gerettet das bedeutet wiederum dein glaube rettet dich warum weil das blut des jesus christus dich alles bereinigt hat wenn du wieder geboren bist lässt du dich taufen markus 16 16 wer glaubt und getauft ist ist gerettet wer aber nicht glaubt der ist nicht gerettet seht ihr dein glaube rettet dich deine taufe ist nur ein akt dass du zeugst und beweist dass du wirklich gläubig bist gottes segen ganz viel eigentlich aber dass dieses bild von dieser bild zeitung hat mich gerade gestört und ich weiß gar nicht das thema was hier gerade redet ich bin gerade eben reingekommen aber das steht man steht da ist das islamisten aufmarsch mitten in deutschland ja genau also der herr jesus christus ist die einzig wahre wahrheit unser gott unser retter er rettet uns und der islam eine katastrophe was von teufel gezeugt ist ok was wenn was was wenn plötzlich die buddhisten den ganzen tag verbreiten dass beide religionen von abraham stammen und alles scheiße ist und die man die buddhisten eine eine die buddhisten eine ehe lehre eine satans religion was zum teufel ist und daher mir genau das gleiche im prinzip also jetzt gehen wir wieder auf die sammlung bist du muslim nein ich bin orthodox also ich bin orthodox christ ich komme aus serbien ungarn und du willst mir jetzt die samm verteidigen oder wie nein aber so ähnliche aussagen gibt es bei uns auch und das war die ähnliche aussagen gibt es in die bibel auch nein nein in der politik in den in den bild die politik ja aber du machst doch hier politik mit einer bild zeitung warum warum lockst du hier leute rein die über 250 leute hier drin sind mit dieser bild zeitung überschrift und dann sagst du das ist die wahrheit was gerade in deutschland abgeht und ich nutze es als instrument bitte nimm du ich bin am besten ich bitte dich sonst ersticke ich erstickt doch mittels scheißegal so ein orthodoxer christ bist du siehst du da habe ich deine liebe gesehen wie egal hat der fest 22 gesagt an die brüchte werdet ihr sie erkennen und du bist gut so machst du hier gesagt meine lieben orthodoxe sind wie die muslime die haben den selben geist den selben geist möge der herr wirklich geduld mit ja möge daher mit der geduld mit deinen aussagen haben ja und dann wenn die scharia kommt bist du der erste der mein name schreit das hast du auch wieder von der bild zeitung oder du hast doch weiter gelesen bestimmt deswegen naja sie müssen wir sind bestimmt mit dem ich so genau so dass alle schule und glaubt nicht jeden scheiß was die sozialen medien euch predigen in euren in eurer kleinen hinweg meine lieber mein lieber ich möchte eine aussage von dir ich will wissen dann meine ich bin ruhig bitte jetzt ruhig ich möchte einen dialog führen also ich möchte dass du bezeugt dass mohammed nicht ein prophet ist wenn du das bezeugt weiß ich du bist kein du bist kein muslim wie bitte noch mal bezeuge dass mohammed nicht dein prophet ist er ist kein prophet natürlich ist er mein prophet auch abraham ist mein profil ich glaube was das alte testament gesagt hat und das alte testament sagt dass nach jesus noch einer auf dieser erde erscheinen wird mit der gerechtigkeit mit der wahrheit und wenn das die das wo steht 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 das in deiner bibel steht das ja so genau in meiner bibel einer bibel heißt der mohammed wo steht das drin kapitel und vers bitte nehmen nennen bitteschön mein lieber müsli also dass man gehört wie kaputt und fertig man sein muss ne heftig ja deswegen kann ich das manchmal gar nicht glauben dass so orthodoxe so drauf sind ich habe schon einige sachen gesehen aber so krank zu lügen er wollte sich als orthodox ausgeben so ein auf ich bin christ und da steht die bibel unfassbar ich hoffe ihr erstickt an euren bildzeitungen und euren titeln an was ihr glaubt ihr seid lächerlich ich bin das spiegel ich bin das spiegel von euch er labert die gleiche scheiße wie eure anderen vorhanden ist das herrlich lauter fische wurde vergiftet von einem von einer jüdin ja genau jetzt geht er jetzt kommt die angst jetzt geht er raus und das heftige ist ja dass diese leute die einfach so hier friedlich marschieren für ein kalifat selbst die sind nicht richtige muslime weil wir wissen eigentlich jihad machen die die haben nicht hier so wie son die redner hast du gesehen wie die aussehen mit ihrer frisur wieso diese rapper frisuren ist ja ja und die sind ja sozusagen für diese sicher muslime schon zu radikal ist und die diese radikal anscheinend sind ja immer noch nicht richtig radikal also ich habe ich nicht für die radikalen sind diese muslim interaktiv immer noch nicht radikal genug das ist doch alles kompletter wie krank die realität was ist jetzt hier genau sache hallo ich habe ein bisschen was mitbekommen diese islamisten hier die aufmarschiert sind das sind eigentlich laura ist aber ich ehrlich was wirklich keine rassist oder sonstiges interessiert das auch nicht mehr aber ja diese islamische religion ja was ich nicht verstehe ist bevor die gegen christen oder sonstiges treffen oder sich gegenseitig fitner machen wollen warum behält man sich das nicht für sich einfach das verstehe ich nicht weil alle dazu aufruft nach vorne zu marschieren und lautstärke weiter zu fordern und das waren die muslimen die leute haben schon ein bisschen ahnung haben die schon die kamen aber die wissen selber nicht was im koran was ist aber was zu tun ist wenn sie die mehrheit bilden ganz genau weil ihre fatwas und ihre islamischen schriften ihnen das sagen die mit ihrer islamischen schriftlich bitte nicht oder die bohren auch selber schatz dann alle haram schweiz ist haram und hat sie gerät den alkohol halal das ist doch eine andere geschichte es gibt als öfter muslimen es gibt schrott muslime so für mich sind alles schrott muslimen recht offen und ehrlich für mich ist alles schrott da wir haben doch alle keine ahnung die labern mit ihren propheten dies und das große sagt euer propheten ich bin nicht kurde nein nein ich bin aber kein kurde wenn ich bin aber mehr einer wusste wir was sagen ja bald doch für dich so weit das für dich lasst du ja und dann ist wenn zum beispiel die ganzen gruppierungen innerhalb des islams aufeinandertreffen die größten untergruppen sind da die sunni und schien am besten sehen was dann abgehen wird wenn die einen den anderen als kerfel betitelt ja das ist ja nicht wenn ich sowas mit kriege und höre ich weiß nicht warum es ja wenn ich ja gar nicht mal gar nicht gar wo warte deutschland ist ein richtiges pulver fast von so vielen gruppierungen innerhalb des islams das ist so wenn wir jetzt zum beispiel einem islamischen land wenn die werden hätten jetzt schon losgelegt den einen auf den anderen tag für zu machen und dann zu bekämpfen ihr blutverlust erklären die ganzen sufis die hier leben die sind als erstes dran dann die ahmadia dann schadier dann die materie und wie die sich alle nennen die jihadisten untereinander sind ja auch untergruppierungen und die werden sich dann gegenseitig wegen einer bestimmte lehre fertig machen das so verrückt so gefährlich ist der islamische staat in afghanistan hat die taliban die sind denen nicht hart genug die haben die auf minen sitzen lassen sie sagt auf minen die sagen dass den kuffar die taliban die muss man nacken therapieren und was ist denn ja wenn taliban schon kuffar sind ja was ist dann hier die euro-schicha muslime hier also die euro muslim in europa leben die sind aliban das ist mali das ist mali das ist mali dann kapital 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 macht hier dings bete den moschee kapital war die größte satan ist das ist kein kapital brah ja aber da siehst du mal also die sind die nicht kapiert aber nicht leider das ist das problem die sind denn nicht hart genug ja was ist denn die deutschen muslime hier die sind wahrscheinlich für die noch schlimmer als christen so wie er und so wie alkohol wie gesagt er weiß noch dass ich hier ja 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 du bist zwar vielleicht mein feind du bist ein kerf ja aber du bist immer noch besser als diese ganze muslimit über den koran genau das ist so wichtig die sind unter christen naja ich muss auch weiter los habe ich wollte kurz du musst von neuem geboren werden du musst von neuem geboren werden sagte herr jesus in johannes 3 um in das reich gottes zu kommen wenn du es nicht bist musst du die echte gedanken machen darüber naja und seite ciao ciao dankeschön 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 für euch bitte viel dankeschön euch auch dankeschön danke ja möge der wirklich geduld mit dem haben und ihn weiter ziehen ja muss ich mir vorstellen ich stelle mal vor du gehst nach saudi arabien nimmst kreuze somit zwar mit 1000 leute und sagt die die etablierung der christlichen kirche in saudi arabia ist die einzige lösung die würden uns ein kopfkürzer machen besser guck mal der lacht ja auch guck mal hier vorne wie der lacht weil der däckige vollpfosten guck mal wie wir hier reinkommen und euch auserlangen er lacht sich schief über die ich kann nicht hören er hat richtig Spaß über diese Bollos heftig ne Ressa ja aber das ist genau richtig so in was für einem Land Ressa ich weiß meinst du wenn ich die macht hätte wie ich da reingeballert hätte so ich komme das willst du nicht nimm kalifat willst du wir müssen geliehen du kriegst richtige khalifa kein Problem kriegst du schon mach dir keine Sorgen da Dauer im Wald wir können keine Blockhütte im Wald aufbauen wo drauf steht Dauer wo Dauer wo drauf steht du weißt ja was Dauer ist ne auf Persich Dauer Streit Streit ja Ärger heftig heftig ne salutiert steht stramm ich bin der Leader VR boah weißt du wann der meint ne ich bin der Führer VR ne ja Adi ja Adi du weißt ja das Adis Buch ne in der arabisch muslimischen Welt Nummer 1 die lieben Adi weil er die Juden halt so behandelt hat heftig ne da gibt es einen hier bei der Bruder von Arafat die sind alle nach den Feinden der Juden benannt worden ne heftig heftig direkt betroffen sind mit diesem Kampf zwischen Israel und Palästina und Palästina und Palästina und Palästina und dieser Kampf ist eigentlich schon im alten Testament und Philister genau begründet und das wird noch richtig richtig Fahrt aufnehmen in der Einzahl dieser ewige Kampf zwischen Philister und den Israeliten und der Herr sagt alles klar der Kampf lass die Kämpfe beginnen Mal schauen, wer gewinnt am Ende. Und wenn ihr Israel anfasst, ist es so, als hättet ihr dir mein Auge abhört angefasst. Steht so in den Zahlen. Ja. Aber gut, die islamische Welt, inklusive Philister, die Palästinien, so werden ja zwei Drittel von Israel töten. Zacharia 13, 8. Ja. Aber der letzte Drittel wird übrig bleiben, steht da. Und sie werden meinen Namen anrufen. Und sie sagen, der Herr Jesus ist unser Gott. Und dann werden sie bekehren zum Herrn. Und dann kommt der Herr runter. Der Rieser. Ich musste was erzählen. Heftig. Guck mal, ich bin gestern da. Ich bin in den Kino gegangen, hab mir einen Film angeschaut. Dieser Film hieß Abigate. 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 Hast du den Trader mal gesehen? Nee. Aber ist ja schon wieder ein Horrorfilm. Ist so ein Horrorfilm. Aber so ab 16 halt. Und wie die das ab 16 gemacht haben, keine Ahnung. Das ist voll heftig. Ich eigentlich. Ähm. Wir müssen reingehen und das mal anschauen. Da habe ich einfach so gesagt, komm, wir gucken das jetzt mal und wir entschlüsseln den mal. Einfach so. Einfach so. Mal schauen, ob da wirklich was versteckt ist und mal schauen, ob das Israel widerspiegelt. Wir haben gesagt, es muss mindestens eine Person sein, die Israel widerspiegelt. Mit den jüdischen Gesichtsteilzügen. alles jüdisch. Und da muss jemand, und da habe ich gesagt, diese Person muss dann, es kommt jetzt drauf an, was da jetzt passiert, ne? Wenn es jetzt, welche Epoche es anspricht, mit der Offenbarung eben was. Aber ich habe gesagt, gut, da muss es die gerettete Person sein, die eine von den 144.000 ist. Ne? Also die dann am Ende neu geboren werden und bereinigt werden. Guck dir das an. Es fing so an. Abigail, ein kleines Kind, ja? Ein kleines Kind, was dann empführt wird. Es wird dann sofort, sofort, direkt die erste Stelle, sofort wird durchstochen, durch einen tiefen Schlaf gelegt, durchstochen, symbolisiert dann den Tod, was sie da am Hals bekommen hat. Ja, ja. Die vertritt die zwei Naturlehren, die ist einmal Mensch und die ist einmal Vampir. Ja. Und dann zeigt die dann, dass sie erstmal liebvoll ist und zu diesen ganzen Menschen ist. Und dann kommt Israel, also diese Person als Frau, die war eine Frau, und die war, die war die einzige, die nach Israel aussieht. Alle anderen waren so Heiden halt, aber die war die einzige, die wie Heiden aussieht, wie Israel aussieht. Und dann sagt die zu dem kleinen Kind, wo die dann auferstanden ist, von diesem Schlaf, die wurde erstmal sogar in ein Tuch reingetan, also wie Leinentuch, ja? Ja. Na? Und dann auferstanden in einem anderen Ort und dann haben die einen Bund zwischeneinander gemacht. Wie empführt den eigentlich? Weil Israel hat die verworfen und dann macht die einen Bund, weil die hat ja den entführt mit so ein ganzes Team. Und dann hat die gesagt, wir machen jetzt einen Schwur, na? Dass wir uns einander achtgeben. Ja. Und dann haben die einen Schwur gehalten. Ja, genau. Und dann kommt noch was. Und dann, wo der Schwur gehalten worden ist, dann haben die jetzt was gemerkt, dann war das jetzt dieses normale Zeit halt. Jetzt kommt die Offenbarung, wo Jesus Christus wiederkommt, als richtiges Gericht. Da habe ich doof vorgemerkt, da habe ich auch sofort die Person, die mir gesagt, jetzt kommt das Gericht, was die Offenbarung widerspiegelt, das richtige Gericht und so weiter, in der siebenjährigen Drangserzeit. Weil dann kommt sie und sie hat dann jeden weggeschlachtet. Jeden Einzelnen. Na? Und warum hat die das gemacht? Am Ende hat die das gesagt. Am Ende. Die steht dann da und die sind da alle vor ihr. Und dann hat die gesagt, ich habe euch alle reingetan mit einem gewissen Grund. Na? Ja. Der Grund war, ihre ganzen Sünden aufzudecken. Ihre ganzen Sünden wurden dann gesagt. Ja, richtig. Und da war einer dabei, der lauwarme Christ. Und da habe ich gesagt sofort, das ist der lauwarme Christ. Der war der mit seiner Kreuzkette, der aber so lebt, wie er will, aber mit seiner Kreuzkette, wenn es hart auf A kommt, kommt dann wieder, ne, Jesus, bitte hilf mir. Und dann, guck jetzt, dann hat der das Kreuz genommen und wollte sich schützen davor. Da hat die das Kreuz genommen und auf den, ne, eingestochen, ne, eingestochen und hat den richtig ausgespuckt aus seinem Mund letztendlich. Der lauwarme Christ hat es richtig so weggeschmissen. So, ich habe mit denen nichts zu tun. Und dann wollten die doch alle auf, äh, heilig machen. Aber dann hat die, äh, richtig alle Sünden von den einen aufgezählt. und gesagt, was für Menschen ihr seid. Und deswegen kommt das Gericht so gesehen über euch. Und weißt du, was noch krass ist? Ja. Die hatten alle Angst vor dem Vater gehabt. Der Vater war der, der Häftigste dann so gesehen, ne. Hatten wir symbolisiert dann damit die Trinität, Vater, Sohn, und die haben gesagt, wir sind alle eins. Ja, 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 ja. Und dann ein Heide, dass, äh, diese Person Frau, wo ich sagte, dass die Blodine voll tätowiert, ist so, das ist der Heidenvolk. Und sie hat das Mahlzeichen bekommen. Ja. Und weil sie dann jetzt einer der Bösen war und deswegen musste sie auch, ne, geschafft werden. Und dreimal Kanzerraten überlebt hat von einem Menschen. Nur, nur die, äh, Israel-Gesicht hat. Israel, ja, ja, genau. weil, weil die, die musste dann, am Ende ist der Vater gekommen, guckte das an diese Szene, kommt der Vater, wie sie jetzt auch richten, aber sieht, die ist vollgedeckt, vollgedeckt mit das Blut. Vollgedeckt, das Blut des Lammes. Ja, das Blut des Lammes, ja. Ja, ja, ja. Ihr habt natürlich überlebt, weil ihr das Blut des Lammes hatte, durfte dann nicht gerichtet werden vom Vater und so durfte die hinein. Unfassbar. Die haben einfach die, die haben einfach die Bibel kopiert mit diesem Film und jetzt habe ich den Herrn gespottet. Ja, sicher. Aber ein ganzer Film, ich konnte das nicht fassen. Ja, da siehst du es mal mit deinen eigenen Augen, ne. Wenn man einmal das durchschaut hat, dann sieht man diese Dinge. Mit Glauben, da brauchst du auch Glauben, ne. Ich konnte das nicht glauben. Ich wollte, ich dachte, komm, und dann dachte ich, das ist schon schwer, nicht check das irgendwie alles nicht. Wo der Film Abigail heißt, ist ein Kino gerade, Abigail, wo ich den Film fertig gesehen, dachte ich mir, was? Ich konnte alles vorhersagen, so gesehen, weil ich genau wusste, wenn die das kopieren, dann wird auch das passieren. Ja, genau. Abigail, die Frau David, die eben auch nach dem Tod ihres Ehemannes, dann die Frau Davids wurde, ne. Da haben wir auch die Symbolik, ne. Der Ehemann musste sterben und dann wurde die Frau David. Abigail symbolisiert eben Israel, die eben die Frau, der Herr Jesus wird ja auch Davids Sohn genannt, der Spross aus dem Stamm David, der Löwe Judah. Mit David gleichgesetzt, ja. Da ist die Symbolik mit Abigail, die Frau in der Bibel. Und wo der Reza, diese Frau, wo die, bevor sie mit dem Blut voll war, also Blut, also Ketchup, sag ich jetzt hier wegen TikTok, mit Ketchup voll war, musste sie so gesehen sterben. Die wurde da richtig durchbohrt, ne. Ja, ja, sie musste natürlich, klar. Die musste auch wiedergeboren werden, ne. Wiedergeboren werden, genau, genau. Das meinte ich, genau. Die musste von Neuem geboren werden. Und dann hat sie sich auch mit denen zusammengehalten. Und die hat auch gesagt, den Schwur, den wir gehalten haben. Die wollte erst mal die auch richten, aber wegen den Schwur, ne. Und haben dann gegen den Satan gekämpft. Und der Satan wollte dann alle, da war einer, der hat den Satan kopiert, ich wusste sofort, weil der hat auch kopiert. Der wurde auch durchbaut. Er wollte sich als falscher Messias ausgeben. Er wollte sich als den Guten ausgeben. Na, und dann wollte der Israel komplett vernichten und die Wiedergeburt und den Herrn Jesus sowieso. Aber hat er nicht geschafft. Der wurde dann komplett vernichtet. Der wurde komplett, und so waren die alle dann, ne, mit Ketchup umrandet. Ja. Und konnte dann bewahrt werden letztendlich. Aber sie wurde durchbohrt, ist dann auf den Boden gelandet und so, wir dachten alle, die war dann tot gewesen. Und dann sehen wir, sie ist dann auch verstanden. Dann wollte der Satan sie kontrollieren. Diese Person wollte dann sie kontrollieren. Und die hat sich nicht kontrollieren lassen, weil sie den jetzt gehört, zu dem Herrn Jesus. Und wollte dann den Satan vernichten. Und so haben die Satan vernichtet. Also der, der Jesus kopieren wollte, das kennt. Ja, genau. Also die Galater 2 heißt, ich bin gekreuzigt mit Christus. Also die Braut ist ja auch mitgekreuzigt, gestorben, auferstanden. Bei der Wiedergeburt. Und so ist das, ich habe das gesehen. Ja, ja, ja. Wenn du die Bibel kennst, glauben wir, dass du wiedergeboren bist, dann siehst du diese Dinge. Oder wenn es das war, ich konnte das selber nicht fassen. Wie detailliert das aber war. Wie konnte ich von dem Film, wo ich nicht mal den Trailer sogar zu Ende geguckt habe, wo konnte ich schon wissen, wer auf jeden Fall überleben wird. So, wo ich wusste, das symbolisiert Israel. Die wird jetzt, ich habe auch gesagt, die hat jetzt, ähm, das, Hedgeup, ne, angezogen. Und so wird die auch bewahrt werden. Na, und ich habe auch gesagt, wenn die jetzt gerichtet wird vom Vater, dann verstehe ich nichts mehr. Aber dann wurde sie nicht. Wurde sie nicht. Die durfte gehen. Und die war voll mit Hedgeup, voll. Das zeigt, wo die Offenbarung, die Stelle steht, Herr, wer sind die, die, äh, die weißen Kleidern zu uns kommen. Dann sagt der Herr, das sind die, die das Blut des Lammes in der Drangsalzeit sich reingewaschen haben. Ja, genau. Und da dachte ich mir, das sind diese 144.000, außer in diese Israeliten. Symbolisch. Ja, genau. Also die 144.000 sind die Erz-Erstlingsfrüchte, die werden direkt nach der Entrückung anfangen zu erfahren, die kommen direkt zum Glauben. Wir kommen auch direkt zum Glauben, ja. Ja, genau. Das sind die Erzlingsfrüchte. Und der Rest von Israel wird später kommen, der letzte Drittel. Das ist dann der ganze Israel. Aber die 144.000 werden zusammen mit dem Lamm auf dem Ölberg stehen und mit dem Restüberlebenden von Israel in das tausendjährige Friedensreich zusammengeführt werden. Ja, genau. Gottes Segen. Du musst den Film an dem, Bruder, du musst den Film wirklich mal nehmen. Du willst ihn auf denselben Entschluss kommen. Ja, das erinnert mich an einen Film, an so einen Horrorfilm, den ich vor einiger Zeit geschaut habe. So ein Horrorfilm mit Nonnen. Und diese Nonnen, die haben dann so gesagt, bei einer Szene, die meinten so, lasset uns zu Gott beten. Und dann haben die sich niedergekniet und alle, haben einmal begonnen, Maria anzubeten. So krank. Alle so heilige. Und davor sagen, ihr lasst uns zu Gott beten. Das ist krank gewesen. Da war ich schockiert. Das war Wahnsinn. Ja, genau. Dass der Herr Jesus eben die 144.000, die Erstlingsbrüche, die mitten, in der Mitte der Drangsaalzeit rüberfliehen nach Moab, nach Jordanien, er wird sie ja wieder zusammenführen am Ende der Zeit. Er wird sie rufen und zusammen auf dem Ölberg stehen. Berg Zion, auf dem Tempelberg. Und der wird seine 144.000, diese Erstlingsfrüchte, mitbringen und zusammenführen mit den letzten Dritteln. Und dann geht es ab in den tausendjährigen messianischen Friedensreich. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 1. Kann jemand das vorlesen von den Brügge-Schwistern? Ja. Vers 1. Ja, warte. Soll ich dir das vor? Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben. Amen. Genau, das sind diese Erstlingsfrüchte, die der Herr aus Moab herausführt und eben nach Jerusalem führt und den letzten Drittel, den er rettet hat, zusammenführt mit den 144.000. Also die Moabiter sind dann die Jordanier, ne? Jordanier, ja, ja. Deswegen werden die Jordanier an dem Grenzgebiet von Israel die Apokalypse überleben. Heftig, ne? Wie präzise, dass aber auch alles geschrieben steht und die Leute dann immer noch nicht glauben wollen, ne? Obwohl der Herr von Gezeiten her das alles so geschrieben hat und dass das sich auch so erfüllt, das ist für mich so krass. Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Muslim überleben will, Amir, jetzt, wenn er das hört und denkt, was ist, wenn Joachim und Riamat kommen, wo, in welchem Staat, in welchem Land kann ich überleben? Ja, Jordanien. Warum? Weil die Jordanier die Juden diese 144.000 Flüchtlinge hier aufnehmen. Kann ich einer von den Brüdern in Jesaja 16, Vers 4 lesen? Ja. Ich küsse ich hier da, wo da, wo? Willst du noch was sagen? Dann tue ich jetzt paar runter. Okay, ich glaube, der ist nicht mal da. So, Jesaja 16, Vers 4. Ja, warte. Jesaja 16, Vers 4. 16, Vers 5, ja. So, hab ich sofort. Lass meine Flüchtlinge bei dir einkehren, Moab. Sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber, wenn der Bedrücker nicht mehr da ist, das Zerstören aufgehört hat, die Gebeitätigen von der Erde weggefickt sind. Genau. Das heißt also, diese 144.000, die flüchten nach Moab, nach Jordania und Jordania. Da sagt der Herr zu den Jordaniern, nimm meine Flüchtlinge auf. Und die Jordanier nehmen diese 144.000 Juden auf. Ja, genau. Dreieinhalb Jahre, ne? Dreieinhalb, ja, genau. Und nach den dreieinhalb Jahren kommen die wieder, nach dem Ende der Drangsalzeit. Dann weiter, Vers 5. Jetzt kommt es zum tausendjährigen Reich. Dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zalt Davids ein Richter, der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fördert. Amen. Das sind gewaltige Verse. Das heißt also, Gott sagt zu den Arabern, Jordaniern, nimm meine 144.000 Flüchtlinge auf und später hole ich die wieder ab. Und dann sagt er, dann wird dein Thron aufgerichtet und ich werde der Messias über die ganze Erde herrschen in Gerechtigkeit als Richter. Ja. So wird das sein. So. Jetzt kommen Kunden rein. Jig, was seht ihr auf den Herzen? Jig, Gottes. Ja, hi, grüßt euch. Ich habe nur kurz ein, zwei Fragen. Eigentlich mehr oder weniger an Armir und Resa. An dich aber auch eigentlich, Pavlos. Armir und Resa, ihr seid Brüder, ne? Ja, leider, ja. Leider. Naja, mich interessiert eigentlich nur, wie Resa zum Glauben gekommen ist. Wie Ahmed zum Glauben gekommen ist, weiß ich. Es hätte mich nur mal interessiert, wie Resa, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich habe einfach versucht, die Wahrheit herauszufinden und ich habe immer nach Gott gesucht und Gott hat mir die Wahrheit gezeigt und hat mir gezeigt, wer er ist und am Ende stand Jesus Christus. Also du hast dich vorher auch mit dem Islam beschäftigt und was? Ja, ja, den Islam habe ich schon mit 14 Jahren verlassen. Ja, okay, okay. Ich habe schon herausgefunden, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und da war schon für mich sofort Islam vorbei. Da wusste ich, okay, Islam ist nicht die Wahrheit, es muss aber eine andere Wahrheit sein, weil Gott gibt es ja trotzdem. Nur weil jetzt Islam nicht die Wahrheit ist, heißt das ja nicht, dass es keinen Gott gibt. Nein, der wahre Gott ist immer noch da. Jetzt muss ich ihn suchen. Und dann hat der Herr Jesus am Ende der Wahrheitssuche, nach 20 Jahren Wahrheitssuche, hat der Herr Jesus das nicht mehr offenbar. Wahnsinn, ja, Halleluja. Ja, Amen. Und ich wollte noch mal kurz fragen, euch beide, oder eigentlich euch drei, auch Parlos, was für eine Gemeinde besucht ihr? Also, ja, also guck mal, ich habe meine Brüdergemeinde besucht, ja, weil die Brüdergemeinden an sich die gesunde Lehre auch vertreten. Nur ich habe die Brüdergemeinde jetzt nicht so lange her verlassen, aufgrund dessen der Lauer-Varmität in der Gemeinde. Und auch aufgrund dessen, weil die jetzt plötzlich, wie die auf einmal darauf kommen, vorher haben die nicht vertreten eigentlich, oder vielleicht habe ich das nie einfach nur gewusst, mit Orthodoxen das Brot brechen wollen. Vor meinen Augen. Und das ist eine Katastrophe. Ich habe auch einige Gespräche geführt, aber die machen sich eins mit der Finsternis. Und dann gab es noch andere Punkte, wo ich jetzt aber jetzt auch nicht so war, wir waren jetzt Punkte, wo die jetzt nicht richtig urteilen konnten, aufgrund dessen eine Sünde konnten die nicht beurteilen und haben auch mit Absicht gesagt, der Älteste, also wir reden schon den Höchsten. Und er sagt, doch, ich werde das nicht beurteilen. Nachhinein hat die Person sich sogar tatsächlich entschuldigt, nicht die Älteste, sondern die Person, die sich versündigt hat und gemerkt hat, was eine Sünde das war. Aber der Älteste will es bis heute noch nicht beurteilen, dass es eine Sünde ist. Unfassbar, dass selbst der andere, der versündigt hat, das gemerkt hat, aber der Älteste es bis heute noch nicht gemerkt. Ja, und dann habe ich die verlassen. Ich besuche keine Gemeinde jetzt mehr. Klar ist man nie abgeneigt für eine gesunde Gemeinde, aber finde man eine gesunde Gemeinde. Ja, ich verstehe, was du meinst. Nein, wir leben in der absoluten Endzeit. Find die mal. Ich verstehe. Die will ich mal sehen. Wie bitte? Wenn du eine gesunde Gemeinde, Bibeltreue, 100% Bibeltreue Gemeinde findest, die will ich sehen. Absolut. Also ich besuche eine Gemeinde, EF Siegburg heißt die. Unser Motto ist, wie wir machen, wir sind komplett Bibeltreu. Wie heißt die? Wie heißt die? Der Name nochmal? EF Siegburg, also Evangelische Freikirche Siegburg. Siegburg, den kenne ich nicht. Ja, das ist bei Köln. Was hast du mal gehört? Nie in Köln. Also Siegburg, ja genau, das ist halt ein Ort da in der Nähe von Köln. Ja, genau. Überner Raum, glaube ich, Köln-Burner Raum. Ja, genau. Ja, wir sind eine absolut Bibeltreue Gemeinde, also bei uns geht es nichts über das Wort. Unser Motto ist auch die Brüdergemeinde auch geredet. was wir sollen. Wie bitte? Die Brüdergemeinde haben wir auch so geredet. Bei uns, wir sind eine Bibeltreue Gemeinde. Ich verstehe, was du meinst. Es ist schwer, eine richtige Gemeinde zu finden, aber ja, so groß will, findest du auch noch eine. Ja, und jetzt bin ich mit meinen Brüdern so, klar, wenn heute Sonntag zum Beispiel, wenn du dann einen Bruder in der Nähe hast oder eine Schwester, ja, dann kannst du mit denen zusammen das Boot brechen, weil wenn zwei unter drei meine Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Klar ist es dann keine 100% Gemeinde, weil der Älteste fehlt, weil es muss ein Ältester da sein für die Gemeinde, ne? Ja, aber eigentlich sind wir alles die Kirche. Wir sind alles die Kirche. Ja, klar, natürlich, nur wenn man es richtig macht nach der Heiligen Schrift, aber trotzdem kannst du dann das Boot brechen Gottesdienst halten am Sonntag, wenn du nur einen einzigen Bruder oder Schwester, wenn du den herst, der wiedergeboren ist. Ja, Und Reza und Amir, ihr besucht hier eine Gemeinde? Nein, nein, wir waren in einer Brüdergemeinde und dann haben wir herausgefunden, dass sie die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und dann sind wir weggegangen. Ja, dann sind wir weggegangen und das war es dann mit Gemeinde. Nein, also ich mache das nicht mehr. Was der Amir macht, ob er sich in eine Gemeinde begibt oder nicht, das ist seine Sache, aber ich mache das nicht mehr. Ich kenne eine Schwester, die hat 13 Gemeinden oder sieben Gemeinden besucht, nein, in Hamburg, nicht eine davon war wie Bibel, nicht eine einzige. Die hat mir die Ehe die Reine namentlich genannt. Die Zeit der Gemeinde ist vorbei. Der Herr Jesus sagt ja in dem Sendschreiben auf dem Baron Kapitel 3 Abvers 16 zu Laodicea und damit enden die sieben Sendschreiben mit der Laodicea, also die Geschichte der Christenheit endet mit dem Sendschreiben an Laodicea und der Herr Jesus sagt zu dieser Gemeinde, weil ihr weder heiß seid noch kalt, sondern lauwarm, spare ich euch aus aus meinem Mund. Das heißt, die Endzeit Christenheit wird gekennzeichnet sein von Lauheit. anders handelt. Wir wissen ja, was in den letzten Tagen passieren soll. In der zweiten ist mehr als weit. Zuerst muss der Abfall kommen. Der große Abfall ist da, die Lauheit ist da. Jetzt fehlt nur noch die Entrückung. Aber mein Besser, ich will dich kurz prüfen. Ich will gucken, ob du die gesunde Lehre ver- weil wir sollen es ja immer gegenseitig prüfen, du, mich ja genauso. Nicht, dass du jetzt was Falsches stehst, wenn ich jetzt Fragen stellen möchte. Also nur die Bibel allein, auf jeden Fall mein Bester, ja? Auf jeden Fall, absolut. Einmal gerettet, immer gerettet? Kann ich selber nichts zu sagen. Ich würde jetzt selber behaupten, ja, aber ich glaube, man kann auch abfallen. Nee, man kann nicht, also laut der Schrift kann man ja nicht abfallen. Okay, ich verstehe, was du, ja, okay, ich verstehe. Ja, also du hast dich nicht verstanden. Kannst du. Aber ich glaube, also einmal gerettet, immer gerettet, würde ich schon ja sagen. Ich kenne mich aber da jetzt nicht in der Schrift gut genug dafür aus, um wirklich an... Kann ich mir die gute Bibelstelle geben? Ja, gerne, gerne. Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28 steht da drin, in meiner Schafe hören meine Stimme und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Johannes 10, nur? Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28 Ja, okay. Das wäre, oder die habe ich mir sogar mal markiert hier. Genau, eine wunderschöne Stelle, weil das zeigt sie ganz klar, wir sind gerettet. Dein Ach-D würde ich auch sagen, weil nie einmal gerettet ist, ist gerettet. Ja, genau. Nein, versiegelt, Epheser 1, Vers 13. Glauben ist ja nicht alles, aber vom Glauben kann man halt auch abfallen. Glauben kann man ja nicht mehr. Ja, aber nicht ein Kind Gottes. Ja, genau. Der Glaube an das Kind Gottes oder eines Wiedergebildes. Nein, das war, glaube ich, einer Meinung. Ja, richtig. Er ist versiegelt. Ein Kind Gottes ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30. Und Gott bewahrt die seinen, die ihm versiegelt. Das ist seine Brautgemeinde. Die holt er ab bei der Entrückung. Richtig. Er lässt ja die Braut nicht fein für eine andere, sondern seine Braut ist seine Braut. Ja. Und die schützt er. Du wirst ja auch alles geben, damit deine Braut geschützt ist. Absolut. Siehst du, genau so ist das. Gehen wir weiter. Trinität mein Messer, also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alle drei ist ein Wesen, ein Gott und keine Randordnung. Absolut. Erste Mose, die ersten Verse schon. Erste Mose 1, Vers 26 ist noch stärker, finde ich. Also da kann man nichts daran rütteln. Ja. Was noch? Glaubst du an die Vorentrückung? Ich bin Offenbarungsthema, ich weiß nicht, ich habe da nicht so eine feste Meinung zu. Ich weiß es nicht, wie das genau mit der Entrückung sein wird. Ja, okay, so suchend auch, weil du ja nicht die Antwort kennst. Ja, da auf jeden Fall noch suchend. Ich bin jetzt seit ein, zwei Jahren wirklich tief im Glauben und bin jetzt immer im Bibel am Studieren. Man sieht das ja, mein Lieber, ich sehe gerade Bilder von deiner Gemeinde und ich sehe, dass die Frauen alle unbedeckt sind beim Gottesdienst. Ja, das ist aber, das ist aber, ja, klar, okay. Ja, und da geht es schon los. Aber wie begründest du das? Das ist ja in 1. Korinther 14, wird das, glaube ich, aufgefasst. 11, oder 11, 11, genau. Da wird das aufgefasst. Und ich würde jetzt mal selber so behaupten, wenn das wirklich so wäre, dass das wirklich eine Pflicht ist, für jeden, für jede Frau sich zu bedecken, dann wird das nicht nur einmal so undeutlich gesagt werden. Sehr deutlich. Das ist sogar sehr interessant, was eine schöne Weisheit hinterher ist. Da steht da sogar noch drin, die sollen sich ja bedecken um den Engelwillen. Ja, was meint der Herr mit um den Engelwillen? Um den Engelwillen bedeutet, die Engel können nicht in die Herzen reinschauen der Menschen. Gott schon. Aber um den Engelwillen hat der Herr das so eingerichtet, dass die Engel unterscheiden können, ah, da ist eine, die ist wirklich Gottgehorsam. Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Na, wir können viel reden, aber ein Bild spricht immer tausend Worte. Ja, und ein Zeichen der Unterordnung der Frauen generell als Autorität, dass die Frauen die Autorität des Mannes anerkennen und eben der Emanzipation entgegenwirken. Das ist das Problem. Richtig. Aber ich habe auch noch weitere Bilder gesehen, dass sie mit Gitarren und so weiter da... Ja, absolut. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, doch. Also die haben damals einen Pauk und Trompeten Mauern eingerissen. Ich wüsste nicht, wo die keine Musik machen sollen. Nee, 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 nee. Der Gottesdienst im Neuen Testament ist etwas ganz anders als, wir dürfen zum Beispiel jetzt nicht Breakdance machen und so weiter, Rap oder so, ne? Ja, das machen wir ja auch nicht. Wir haben eine Bass. Das geht doch in die Richtung. Wir machen moderne. Wir machen moderne. Wir machen moderne. Moderne Rockmusik und so weiter mit Gitarre und dies und jenes. Ja, was macht ihr das? Moderne Rockmusik? Wir machen ganz normalen Lobpreis, wie man den auch überall anders in Gemeinden hört. Nur halt wir halt auch mit Schlagzeug, was aber überhaupt nicht verwerflich ist. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, die das untersagt. Und jetzt, mein lieber, ihr Lieben oder beziehungsweise Bruder Pavlos, in der Gemeinde, wo wir waren, wo die die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet haben, wo wir rausgegangen sind, da haben die auch noch damals noch nur ein Klavier gehabt. Und wir haben gesungen, nur mit einem Klavier begleitet. Danach, als wir rausgegangen sind, was glaubt ihr, was sie für den Lobpreis gemacht haben danach? Mit Gitarre, Schlagzeug. Ja, aber Reza, kannst du mir, jetzt nicht böse gemeint, aber kannst du mir Stellen nennen aus dem Neuen Testament, wirklich? Wahrscheinlich wird das dann ja nur in den Briefen aufgegriffen werden, wo sowas denn verboten wird? Ich kenne keine. Ja, wie haben wir denn die Gemeinden in dem, es heißt, er singt und lobpreist dem Herrn Lieder. Ja, das heißt aber nicht, dass du jetzt da hingehst und daraus eine Partymusik machst. Wir verkünden dir den Tod des Herrn Lieder. Ihr könnt euch unsere Gottsdienste ja auch angucken auf EF Siegburg, es gibt auch einen Kanal auf YouTube. Ja, EF Siegburg. Also, jedem das Seine, der eine wird es, es gibt viele kontinuative Brüdergemeinden, die uns schlecht reden, aber bei bestem Willen, ich sehe bei uns in der Gemeinde nichts Schlechtes. Also keine Schlechtes. Eine Rubrik Frauenabende, da steht Frauenfreizeit, wenn man Freundinnen sucht. Frauen, die Freundinnen suchen. Also nicht Schwestern im Herrn, sondern Freundinnen, so wie Weltmenschen, Freundinnen. Hier steht auch immer so Gott kennenlernen, aber nie Jesus Christus kennenlernen. Ja, ja, das Wort Jesus ist ja immer Gott, ja, ja, immer Gott. Bei uns jetzt, oder was? Ja, ja, wir sind auf der Webseite bei uns. Aber trotzdem reden wir absolut Jesus Gott, also Jesus ist Gott, das ist ja, da gibt es nichts dran rumzulassen. Aber das ist dieses typische evangelische, freigeschliche Gemeinde. Aber wenn wir jetzt anstatt Jesus Gott sagen, ist da doch nichts bei. Ja, aber die meisten falschen 50er sagen immer nur Gott und nie den Herrn Jesus. Das ist das Problem. Ja, also klar, man kann jetzt oberflächlich sich ein paar Sachen angucken, da hat doch irgendeiner geschrieben, glaube ich, wenn man Musik über alles stellt, das tun wir ja auch nicht. Ihr könnt euch ja den Gottsdienst mal angucken, der wird auch live geschrieben jeden Sonntag und dann kann man sich vielleicht ein besseres Bild machen. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Was? Auto-Abenteuer mit entspannten Sauna-Events. Sauna-Events? Was? Das muss man klein gehen. Was sind Sauna-Events? Also wir haben Männerfreizeiten und Frauenfreizeiten. Und auf unseren Männerfreizeiten bauen wir auch eine Sauna auf für uns. Na ja, ja, ja. Wie, seid ihr jetzt untereinander nackt? Man muss doch nicht nackt in die Sauna gehen. Es gibt doch... Ich kann jetzt zeigen, der angezwungen in der Sauna geht. Ja, ich gehe nie nackt in die Sauna. Mein Lieber, wenn man zusammenkommt in die Gemeinde, dann verkündet man den Tod des Herrn, so sagt er, Jesus. Ja, wenn ihr zusammenkommt, meinen Tod zu verkündet. Nein, das ist echt schade, das ist echt schade, dass ihr urteilt. Es ist echt schade, dass ihr oberflächlich urteilt, ohne irgendwelche... Mein lieber Jig, nein. Nein, es geht darum, dass diese Gemeinde, die du jetzt auch besuchst, äh, es sieht so aus, als ob die auch sich einreiht wie alle anderen Laufwandgemeinden, wo die halt die Frauen unbedeckt... Am Rese beim besten Willen. ...unbedeckt, äh, als Abendmahl kommen, wenn jeder am Abendmahl teilnehmen kann, die Frauen predigen, äh, predigen auch Frauen bei euch? Nein. Nein. Okay, wenigstens selbstverständlich. Aber Zunggeräte macht ihr nicht, ne? Nein, machen wir auch nicht. Okay. Ja, gut. Aber Sauna-Events ist alles klar. Sauna-Events! Sauna-Events! Aber was für ne coole Gemeinde ist! Sauna-Events! Das ist schade. Aber jetzt hab ich nicht die Sauna-Events. Aber mein lieber Jig! Vielleicht machen wir auch Poker-Events! Aber, aber warte mal, jetzt kommt auch fest. Macht die wirkliche Sachen bei der Sauna-Events halt, ne? Ja, guck mal, das ist halt die Schade. Jetzt macht ihr so... Nein, was meint ihr mit Sauna-Events? Das ist so hilarious. Das ist so hilarious. Das ist so hilarious. Das ist so hilarious. Tut mir leid, aber das kam jetzt gerade so trocken, ey. Guck mal, ich kann ja verstehen, dass das für die ersten so ein bisschen komisch vorkommt, vor allem, wenn man... Ja, man... Die ersten denken ja sofort, man geht nur nackt in die Sauna. Aber das muss man ja auch nicht machen. Und was ist das... Was ist daran schlimm an, an Sauna gehen? Was ist denn daran schlimm? Das ist doch kein Freizeitverfahren lieber. Das ist so komisch rüber. So, komm Leute. Als Gemeinde, komm, wir gehen in den Sauna-Gang. Ja, ey, das machen wir ja auf unseren Männer-Männer-Zeiten zum Beispiel. Da sind wir unter Männer-Männer-Zeit zusammen in der Sauna? Wie bitte? Sauna-Männer zusammen in der Sauna? Nein, auf keinen Fall. Das wäre noch heftiger. Das wäre wirklich die Torte gewesen, ne? Nein, das wäre noch heftiger. Das wäre die Torte gewesen. Das wäre die Torte gewesen. Ihr dürft doch nicht immer so oberflächlich bewerten. Naja, gut. Du siehst ja... Also mit Sauna-E-Manns habe ich erst mal verstanden. Ich dachte erst mal... Und das meine ich jetzt wirklich. Ich dachte jetzt Sauna-Klubs oder... Nein, auf keinen Fall. Nein, schau mal. Wir machen alle vier Jahre zum Beispiel eine Männer-Freizeit. Da wird alles Mögliche aufgestellt. Wir machen da Sport. Das ist einfach so ein Urlaub für Männer. Dann sind wir nur unter Männern und da werden auch Sauna aufgestellt. Jungs. Jungs. Entschuldigung, Jungs. Darf ich mir eine Frage? Ja, bitte, Hadi. Ganz kurz. Sorry, ich habe schon lange gewartet. Du hast lange gewartet. Ja, sorry. Alles gut, ich gehe raus, ne? Gottes Segen euch noch. Gottes Segen. Sehr bewertet, aber... Es tut mir leid, dass ich lachen muss. Aber es ging nicht. Alles gut. Es war sehr, sehr lustig gerade. Trotzdem falsch bewertet. Das ist kein Sauna-Club oder sonst was. Nein, ich weiß es. Aber das kam mir sehr komisch rüber. Alles klar. Gottes Segen. Ciao, ciao. Adi. Ja? So, was liegt dir auf dem Herzen? So, eine Frage, Jungs. Ich bin Muslim zuerst, ja. Ja. Und so, da steht hier, Muslim kehrt um, bevor es zu spät ist. Ich weiß nicht, ob ich zu spät bin oder noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, ja? Ja. Gut, sei Dank. Guck mal. Wenn die Wahrheit nicht bei dem Islam tun, dann wo muss man suchen normalerweise? Oder welche Religion ist die Wahrheit? Bibel. Bibel. Ich habe die Bibel versucht zu lesen. Und ich habe hier ein paar Punkte, ein paar Fragen. Ja. Ja. Ich habe in Bibel so gelesen, ja. Und wie zum Beispiel steht hier in Bibel, also will eine Frau also sich nicht bedecken, so lassen sie sich das Haar abschneiden. Wenn es für eine Frau schädlich ist, abgeschnittenes Haar zu haben oder geschüren zu sein, dann bedecken sie den Kopf. Ja, genau. Ich habe mich so überlegt und ich habe mich gefragt. Die Bibel spricht hier über den Hijab, über den Kopftuch. Und ja, von der christlichen Seite, ich finde, alle die Frauen tragen kein Kopftuch, die christliche Frauen. Und von der anderen Seite, die islamischen Frauen, sie tragen alle alles Kopftuch. Ja. Ja. Und so, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, die steht hier auch in Bibel. Und eine Schweine spattet wollt, die glauben aber, es wird der Gold nicht. Darum soll es euch unrein sein. Von dieser Fleisch sollt ihr ja nicht essen, noch eher als anrühren, denn sie sind euch unrein. Ja. Und ich habe mich so auch gefragt, warum ist die christliche Menschen, sie essen Schweinefleisch und sie essen andere Fleisch und so, aber die muslimischen, die essen kein Schweinfleisch. Ja, also diese zwei Fragen hast du? Ja. Ja, ja, ja. Ah, okay. Zu der ersten Frage, warum sich christliche Frauen nicht bedecken, also in einer richtigen Gemeinde, beim Gottesdienst, bedecken sich Schwestern. Ja, also ich kenne Schwestern, die sich, also ihre Haare bedecken beim Gottesdienst. Natürlich, dass heutzutage eben die meisten Christen lauwarm sind und die Frauen bei dem Gottesdienst ihre, also ihr Haupt, ihre Haare nicht bedecken. Das liegt natürlich an der Zeit, in der wir leben, in der eben die Christen nicht mehr so richtig brennen für den Herrn, sondern sich selber vollbringen. Aber trotzdem ist das nur im Gottesdienst, ja, nicht, dass jetzt die christliche Frau überall sich bedecken muss. Nein, das steht in 1. Korinther 11, dass wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde, dass beim Gottesdienst die Frau eben als Zeichen, dass die eine höhere Stellung annimmt über sich selbst, also eine höhere Autorität und nicht selbst Autorität ist, dadurch gekennzeichnet ist, dass sie halt ihr Haupt bedecken, dass sie was auf dem Kopf hat. Der Mann dagegen darf nichts auf dem Kopf haben, weil er ja das Haupt der Frau ist. Und Gott ist ja, also Herr Jesus ist ja das Haupt des Mannes. Deswegen darf der Mann sein Haupt nicht bedecken beim Gottesdienst. Aber die Frau schon, weil der Mann ist das Haupt der Frau. Ja, aber ich gucke ja, wo steht ja die Gemeinde, steht ja leider nicht. Da steht nur einfach, will eine Frau also sich nicht bedecken, aber... Ja, das erste Korinther 11, lass uns leben. Ne, ne, ich meinte, das steht ja nicht in der Gemeinde oder auf der Straße. Steht, das ist generell. Nein, das stimmt nicht, das steht in der Gemeinde. Aber wo steht das, kannst du mir zeigen? Sekunde. Ja. Weil hier bei mir, wie gesagt, steht nicht in der Gemeinde oder auf der Straße, steht einfach generell. Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Stelle, wo man den Kopf bedecken soll? Erst unter 11 steht geschrieben, wenn du betest oder weiß sagst. Das ist nicht, hallo, das ist nicht durchgängig. Das bedeutet, da wo du beten tust oder da wo du weiß sagen tust, und das ist in der Gemeinde, weil eine Frau darf nicht predigen, weiß sagen bedeutet dann, sie repräsentiert ja in der Gemeinde was und sie predigt automatisch mit ihrer Taten. Und dann soll sie in der Gemeinde dann ihr Haupt bedecken und sich unterordnen. Aber wenn sie betet, soll sie dann natürlich genauso unterordnen. Oder wenn wir zusammen beispielsweise schön die Heilige Schrift lesen, ja und dann soll die ihr Haupt auch dann bedecken. Ja, aber dass er sieht, dass wirklich, dass diese Stelle 1. Korinther 11 die Frauen in der Gemeinde in den Zusammenkünften bedeutet, kann bitte einer den Vers 17 lesen? Ja. 1. Korinther 11, Vers 17. Ja, genau. Rosa, willst du das mir zeigen? Ja, ja, der Bruder liest sie, damit du siehst, dass das in der Gemeinde ist, bei den Zusammenkünften, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst. Das aber kann ich, ich liest es doch mal, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass euer Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Ja, das geht also um die Zusammenkünfte. 1. Korinther 11, wo die Frau sich bedecken muss und der Mann nicht. Risa, ich habe an dich bitte eine Frage. Du hast gesagt, du warst Muslim und konfrontiert zum Christentum, weil Muhammad hat ein Kind geheiratet, oder? Ja, genau. Ist das richtig? Ja, genau. Ich würde dich fragen, wie alt war Maria, als sie schwanger war? Da gibt es keinen Altersangaben. Die Bibel zeigt uns keinen Altersangaben, aber in anderen Stellen wissen wir, dass eine junge Frau eben erwachsen sein muss, um einen Heirat anzugehen, einzubuchen. Aber es steht nicht genau, ja? Nein. Und weißt du auch, wie alt war Josef, Ihr Mann? Das wissen wir auch nicht, das zeigt uns die Bibel auch nicht. Ich habe das im Talmud gelesen. Der Talmud ist aber nicht Bibel, das sind irgendwelche verrückte Wagen. Das ist nicht die Bibel. Talmud ist Talmud, das ist wie Bild-Zeitung. Genau, aber im Bibel steht, die Maria war eine junge Frau. Jungfrau, ja, die war jungfrau, aber nicht ein kleines Kind. Die war auch eine junge Frau, aber nicht ein junges Kind. Wie alt, wie alt normalerweise eine junge Frau, bis zum Beispiel bis 20, bis 25 oder bis 20? Ja, 20 kann man auch junge Frau sagen, 25 kann man noch immer sagen, junge Frau. Ja. Okay, okay. Weißt du, ich habe von zwei Priester, die sind evangelisch, und ich habe von zwei Video von einem Priester gehört, sie war zwölf Jahre alt. Krise haben nichts mit uns zu tun, ich bin Ex-Katholik. Das sind Leute, diese Katholiken, evangelische oder orthodoxe, sind ihr Lehrer. Das sind wir, als würde ich jetzt ein Ahmadiyya aus dem Islam jetzt bei dir zitieren. Oder Sufis. Die Sufis haben gesagt, dass man muss tanzen. Und dann würdest du sagen, die Sufis sind für uns gar keine Muslime, die haben gar kein Gewicht, die Sufis. Verstehst du? Okay. Das heißt, wie gesagt, steht nicht im Bibel, wie alt war Maria. Nein. Aber Josef war ein bisschen alt, oder? Nö. Auch das Alter wird nicht genannt. Weder bei Maria noch Alter. Keine von den zwei wird genannt. Aber im Islam, da wird das Alter von Aisha sehr genau bekannt. Nämlich sechs Jahre alt, als Mohammed sie geheiratet hat. Und mit neun hatte die Ehe mit ihr sexuell vollzogen. Ja, ja, genau, genau. Deswegen, ich frage. Ja, ja, genau, genau. Und dann war für mich vorbei. Ich würde auch wissen, weil ich habe so, wie gesagt, ja, ja. Wie gesagt, deswegen, ich habe das im Telmud so gelesen und ich war, ich war, für mich ein bisschen so schockiert. Und ich habe gesagt, nee, das ist falsch oder so, was sagt der Telmud. Deswegen, ich habe auch YouTube gesucht. Ich habe die anderen Bücher gelesen und so. Und die haben alle, alle, die sagen alle, die Maria war 12 und Josef war über 80 Jahre alt. Ja, das kann jeder in der Bild-Zeitung selber ein Buch schreiben. Ein jüdischer Rabbiner kann selber einfach Kugelschreiber nehmen und einfach schreiben, ja, Maria war zwei Jahre alt. Das kann er machen. Nur, dann hat er mit uns nichts zu tun. Ja, es gibt verrückte Menschen. Ja, keine Beweislage. Eine Beweislage ist nichts zu tun. Wir gehen nur nach der Bibel. Was ein verrückter Rabbi da schreibt, das interessiert uns. Wenn man wissen will, wo muss man suchen? Das sagt Gott nicht, wie alt Maria. Du kannst es nicht suchen, weil Gott es nicht uns gesagt hat, wie alt Josef und wie alt Maria war. Du kannst das nicht suchen. Kann man nicht. Das ist vollkommen egal, wie alt die sind. Die sind über die Reife, weil faktisch sie muss natürlich geistlich so sein. Weil erstens laut der jüdischen Tradition kannst du schon nicht heiraten, wenn du nur nur 13 bist oder so. Ja, wegen der Barmützer und so weiter. Du musst die jüdische Tradition schon mit betrachten. Ein bisschen, dass du schon auf jeden Fall kein Kind mehr ist. Wenn wir schon nur die jüdische Tradition anschauen, wo in die jüdische Tradition viele Punkte nicht mehr einstimmig ist eigentlich mit der Eingeschrift der Bibel. Und selbst da sind die alle über ihre Reife. Weil die auf ihre Reife warten müssen. Nicht nur die biologischen, sondern auch noch die geistlichen. Diese Frau muss doch den Haushalt führen. Und welche Kind kann den Haushalt führen? Ähm, guck mal. Adi. Adi, Adi. Ne, Adi, Adi. Ganz kurz, ganz kurz. Adi. Letztes Mal. Adi. Letztes Mal habe ich einen Priester gesehen und ich habe gesehen, wie auf einmal ein Baby auf dem Boden gekrabbelt ist. Da hat er dieses Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer wirst, dann werde ich dich heiraten. Ich war sehr, sehr entsetzt über diese Priester. Was hältst du von diesen Priester? Ja. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weißt du nicht? Ist das gute Aussage, was der macht, wenn der Baby auf Boden krabbeln sieht und sagt, wenn du ein bisschen größer wirst, dann werde ich dich heiraten? Ja, ja, genau, genau. Guck mal, Adi hat das so verstanden, der gibt dir keine Antwort. Ich gebe meine Antwort. Adi, so richtig. Wird spielen, ne? Wird spielen, ne? Adi. Also ich war letztes Mal mit einem Priester, Adi. Letztes Mal war ich mit Priester und dann war ein Baby auf dem Boden am krabbeln. Da hat er dieses Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer bist, dann werde ich dich heiraten. Der hat nicht dieses Baby genommen und hat gesagt, oh wie süß, so süß. Der hat Heiratsgefühle bekommen für dieses Baby. Was hältst du von so einem Priester? Ist das bedeutet, er hat nicht geheiratet oder was meinst du? Nein, er hat Heiratsgefühle für ein Baby bekommen. Kriegst du Heiratsgefühle für ein Baby? Ja. Nein. Sehr schön. Nein. Nein. Was ist das für ein Mensch für dich, wenn dein Baby anguckt und Heiratsgefühle bekommt? Ja, das weiß ich nicht. Normalerweise nein. Wenn man sagt... Ist das ein psychisch kranker oder ein guter Mensch oder was ist das? Wenn man mit einem Baby zum Beispiel? Du suchstsiume… Du siehst ein Baby… Die Applaus… Vor einem Baby sagt zum Beispiel, du bist sehr süß und wenn du groß bist. Ich will dich heiraten, dann wie finde ich das? meinst du oder ja dieser priester hat diese baby angeguckt anstatt dieser priester sagt ob ich süß du bist und so schnuckelig bisschen knuddeln und so hat er diese baby angeguckt hat gesagt wenn du größer bist dann werde ich dich heiraten baby an und kriege heiratsgefühle ist das normale wie soll ich das wissen ob das normale oder nicht nur mal was für ein mensch du bist das ist so krass wenn du zu mir nach hause kommst und mein baby sie sagst du ich wo ich bitte bin ich dass ich heiraten mein baby mein kleines tage alter baby guck mal guck mal bei mir sage ich nicht adi was ist ein mensch ich sage das ja was ist das für ein mensch für dich der ein baby anguckt und sagt ich werde dich heiraten einfach dumm dankeschön da hast du mohammed gerade als dumm bezeichnet sehr gut gemacht ok und was ist mit maria gesagt hast du gesehen ganz schnell mit hd dein prophet mohammed hat das gesagt das mit dem baby ich will dich heiraten ok ok dann dann du sagst du sagst du steht er steht hier muslimerkeit um um adi es ist vorbei spielerei bitte nicht machen hier ja ich kann wirklich nicht so 100 prozent mit und mit euch mich konzentrieren weil ich bin ich bin jetzt am fahren aber trotzdem ist ja und hast du gesagt so hat hat das gesagt oder ja genau und noch eine frage er steht auch die leute mohammed ist eine prophet vom gott so so ist die die islamische glauben und wie ich weiß die wie heißt das der sohn von von abraham isa glaube ich er heißt ich sag ja und er hat auch da war auch eine prophet von gott und hat auch ein kind geheiratet seine seine frau heißt ribika und sie war auch drei jahre alt nein sagst du auch nein das wieso nein kann eine dreijährige du weißt du wie eine dreijährige aussieht oder ja ich weiß ok kann eine dreijährige in einem brunnen wasserbrunnen einsteigen wasser schöpfen aussteigen kilometer weit laufen und ganze kamele bewässern aber ist auch hat das gemacht ich danke für gar nichts gesagt dass die rebecca soll drei jahre alt gewesen sein und kamele getränkt haben ein kamel trinkt 200 liter wasser wie macht das eine dreijährige 80 millionen mal hin und her laufen um ein kamel zu trinken überlegt doch mal ja ich habe ich habe das auch am anfang nicht glaubt aber wie gesagt danach habe ich in den mut und so im der mutter gelesen und da steht so so steht das war drei jahre alt und das ist genauso als würde ich sagen die sufis haben recht muss 80 mal im kreis drehen damit du aller besser empfängst würdest du sagen ja ich muss ganz kurz meine mein mikrofon stumm stumm ja ich bin ja da macht ich mal schon zwei minuten nur zwei minuten ja ja unglaublich also der verwendet talmut gegen uns von jüdischen rabinern die überhaupt keinen wert bei uns haben es genauso wie man erklärt hat dass wenn man zum beispiel den sufis oder ahmadia nimmt als beweisquelle gegen die um die muslime halt so das ist dasselbe umut gottes segen hallo zusammen wo steht die sache die ist denn drin mit dem baby wo der mohammed los bekommen hat ja genau das muss er muss er mir die raussetzungen in welchem buch nur ja der sucht ihr das haus wartet jetzt ok Bruder Reza, der älteste, hat mich heute angeschrieben, der so viel vermisst, ich komme zurück. Die Bestatter sagt, ich habe Füße gemacht, das ist jemand, da war eine Irre, was war falsch, das tut mir leid, nein, komm zurück. Umut, Musnad Ahmad, also von Ahmad ibn Hanbal, Band 6, auf der Seite 338. Okay, Musnad ibn Hanbal ist sunnitisch. Also ich muss zugeben, ich glaube weder an die sunnitischen Werke, Sahih Bukhari ist für mich schon ein Witzbuch, ist an der Schieh, ich bin alevitisch, schiitisch, genau. Für mich ist, gerade diese Sachen, was ihr hier diskutiert, haben wir letztens auf YouTube, in anderen Kanälen mit den Sunniten diskutiert, zum Beispiel, dass der Prophet verzaubert ist. Wir glauben nicht daran, die glauben daran, ihre Tafsire sind natürlich auch ein bisschen anders als uns rausgelegt, aber von mir aus, ich kann muss sagen, ich bin gebürtige Alevite, genau, Schiite. Ich glaube nicht an sunnitische Werke, besonders nicht Bukhari, es ist ein Witz. Beides ist das gleiche, Jafi. Ja, genau, auch für mich ist Bukhari ein Witzbuch, muss ich zugeben, also was da drin steht, das ist einfach, ich muss zugeben, ich habe mich schon tausend mal über... Hey, Omo, du akzeptierst doch Al-Kafi, oder? Du akzeptierst doch Al-Kafi, oder? Ja, ich akzeptiere Al-Kafi, aber du weißt, dass, ja, klar, aber du weißt, dass bei uns Al-Kafi nicht so wie Bukhari ist, dass alles, was drin ist, sei es ist. Das meinst du, oder? Also verbreiten diese Leute Lügen über deine Propheten, richtig? Wer verbreitet, wen meinst du? Also deine authentischsten Quellen, Al-Kafi ist ja so wie für die Sunni-Ku-Fahrer, bei euch ist Al-Kafi die authentischste und vertransmöglichste Quelle. Das heißt, mit anderen Worten, wenn da Lügen zu finden sind, dann hat dein Imam Jafel, der Überlieferer, Al-Kulaini, der das ja geschrieben hat, hat ja dann natürlich Lügengeschichten über deinen Propheten verbreitet, ne? Wer hat, jetzt erstmal, wer hat dann verbreitet, Imam Jafel Sauduq oder Al-Kafi, wen meinst du jetzt? Al-Kulaini ist doch der Schreiber von Al-Kafi. Ja, natürlich, aber er hat Al-Kulaini lügend erzählt über deinen Propheten, wenn man da drin was bringt. Das sind nicht unbedingt Lügen, er hat alles, alles mögliche, auch von den Sunni-Ku-Fahrern, auch von den Sunni-Ku-Fahrern. Ich sage dir, warum das ist er rediert. Ich sage dir, warum das so wert ist, weißt du, warum? Weil du dich schämst, weil es einige Sachen ist, Al-Kafi, die Unglaublichste. Nein, nein, nicht nur, nein, nicht wegen dem, nein, bei uns, wir sagen, ein Hadith, der in unserem... Hör mal zu, Bruder, ein Hadith, der bei uns in den Büchern drinsteht und der gegen den Koran oder gegen die religiöse Ethik oder sonst irgendwas widerspricht, da sagt Imam Jafel, den Hadith nimmt und schmeißt ihn gegen die Wand. Wir haben keine Bücher wie Sahebukhar, wo alles sah ist. Bei uns gibt es nur ein Buch, wo es sah ist und das ist Koran al-Karim, der Rest nicht. Der Rest, wenn er gegen die Logik oder gegen den Koran widerspricht, ist egal, in welchem Buch der steht, der gilt für uns nicht als, das ist bei uns die Grundlage. Ich hoffe, du kannst dich auch so... Akzeptierst du aber Kinder-Ehe, mein bester Umhof? Hä? Akzeptierst du Kinder-Ehe? Ich akzeptiere jetzt keine Kinder-Ehe. Also wenn du meinst jetzt, weil er eine neunjährige heiratet, bei euch im Christentum gab es ja auch mit 13 Jahren, 12 Jahren... Mein bester, mein bester, schau mal nicht auf andere. Erstens, in Christen gibt es gar nichts davon. Schon mal als erstes. Der zweite, schau mal nicht auf andere, schau mal auf dich selbst. Ja, ja, aber ich bin jetzt... Nein, 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 mein bester. Zieh mal dein Bein mehr heraus. Akzeptierst du Kinder-Ehe? Ja oder nein? So eine ganz einfache Frage. Ja oder nein? Also jetzt, ich akzeptiere keine. Zu unserer Zeit ist es vielleicht nicht üblich. Dann willst du den damaligen Zeit keine Zeit. Nein, nein, es kann sein, dass es zu der Zeit vielleicht üblich war, oder nicht? Nein, 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 nein. Aber Ruherei akzeptierst du doch. Mutter-Ehe, ne? Aber Ruherei akzeptierst du, ja, genau. Nein, du isst keine Ruherei. Mutter-Ehe ist keine Ruherei, der sagt. Mutter, es gibt Schrut. Wie man das macht, wenn du das ausnutzt, wie man anders macht, dann bist du du. Dann bist du derjenige, der... Wie kann man denn eine Frau zu Genuss nehmen, zu Genuss und dann sie genießen und dann die weggeben? Wie kann man das anders dann ausnutzen? Eine Probefahrt mit Frauen. Also, hör mal zu, eine Mutter-Ehe kannst du machen mit einer Frau, die normalerweise schon verheiratet war, oder nicht? Also, die halt verheiratet war und geschieden ist. Du kannst mit ihr, deine Schulnutzin, du heiratest sie, du musst ja auch genau ihre Wortgabe geben. Wenn du ein Kind mitkommst, ist es dein Kind. Alles kannst du machen, du machst es mit der Frau. Hä? Ja, 30 Euro auf den Tisch legen, geht doch klar, oder? Auf was? 30 Euro auf den Tisch legen, wenn sie das akzeptiert, oder? 30 Euro? Ja, 30 Euro, wenn die da akzeptiert und der Vater auch ja sagt. Ja. Der kann ja auch 10 Euro geben, der kann ja auch eine Handvoll Datteln geben. Wie nennt man in Deutschland, wenn man eine Frau... Schau mal, eine Ehe sollte länger dauern, natürlich für ein Jahr. Aber wenn du das nicht ausnützt, ich rede doch gerade darüber, wenn du das ausnützt. Nicht auch nicht, aber ich bin eigentlich rein, weil ich euch ein anderes Thema... Warte mal, Umut, Umut. Wieso weißt du, was die Sahaba gemacht haben, weil die kein Geld hatten, um die Frauen zu bezahlen? Also, die haben den so irgendwelche Sachen von geklaute Ware haben, die den gegebenen und Koran rezitiert. Und da haben die sich an den bedient. Wahnsinn, ne? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja, wir haben dich. Hallo? Wir können dich hören. Ja, wir können dich hören. Ja, mein nein. Ich habe gerade auch ein Wort. Also, jetzt hört ihr mich bestimmt, oder? Jetzt. Einen Moment. Jetzt ist es gut. Hört ihr mich? Ich habe das im Auto ausgesprochen. Ja, ich habe ja gesagt. Okay, super. Weiter geht's. Ja, ich höre. Ja, ich höre. Na, Umut, wenn ich mir jetzt ein Beispiel, ja? Ich mache dem Beispiel. Ich habe eine Frau, also, nee, ich sehe eine Frau, ich will sie heiraten, ich lege 30 Euro auf den Tisch und mit zwei Daten dazu, gleich noch drei Daten, wenn sie mit Mehrwert ist. Und dann frage ich dem Vater, er gibt mir den Segen, mit dem Imam abgesegnet heiratet. Wie lange? Drei Monate. Drei Monate habe ich halt mein Spästchen, genieße es richtig. Merke, doch nicht so die einen, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte, ich möchte was Neues. Drei Monate vorbei, und dann gönne ich mir halt die nächste, gönne ich mir die Schwester. Weil die Schwester ist mir ein bisschen schöner. So, dann die Schwester, drei Monate, vielleicht vier Daten, weil die schöner ist, und vielleicht im Vierzigen, weil sie mehr Qualität besitzt. Vater gibt Segen, habe sie dann, mache ich dann daraus vier Monate. Habe vier Monate aufgegönnt, gut, Vater immer verstorben, die Mutter ist da, dann halt die Mutter. Dann wird halt die Mutter halt reingenommen. Was machen wir jetzt? Dann gibt der Opa den Segen dazu, der Vater von der Mutter. Und dann gebe ich über 50 Euro, Qualität als ein Preis, wissen wir in gewissen deutschen Gebieten, ne? Und dann, dann geben wir sogar die Säge. Weil die Mutter schon ein bisschen älter ist, keine Ziege, dann eine Hohn nur, oder ein Ei. Und dann gehe ich gleich, die Mutter, der mache ich wirklich ein Jährchen, auch, da muss ich mir ein bisschen Spaß gönnen, ja? Dann, gut, da habe ich das Gepäck gemerkt, gut, dann muss halt die Oma ran. Dann machen wir jetzt. Okay, du kannst auf den Punkt kommen, du brauchst nichts übertreiben. Komm auf den Punkt. Ja, aber das ist doch so legitim, das wäre so erlaubt, wenn da jeder einstimmig ist. Also habe ich die ganze Familie auseinandergenommen? Ich habe die Töchter reingenommen, ich habe die Mutter reingenommen, ich habe die Oma reingenommen. Und das ist legitim. Das ist Helal. Kennst du überhaupt die Chirut von Mutter? Kennst du die Chirut von Mutter überhaupt? Erklär uns das. Ich frage, ja, kennt ihr die Chirut von Mutter? Erklär uns das bitte. Ja, ich frage euch jetzt mal, kennt ihr? Du musst uns das erklären, was das für eine Hurerei ist. Du kannst nicht einfach jede Frau heiraten. Oder eine, wo Jungfrau ist oder sonst irgendwas. Es geht doch gar nicht. Kein normaler Mensch. Es geht hier um die Hurerei, was von Gott der Bibel, Sex vor der Ehe, sehr, sehr schlimm, als Sünde gezeichnet wird. Und Sex mit mehreren Frauen. Und du musst einmal in deinem Leben heiraten, eine Schwester im Glauben. Und bis zu Tod euch scheidet diese Ehe aufgerechnet. Das ist die Heiligkeit. Was aber dein Gott oder der Allah im Koran erlaubt, ist Hurerei. Ist ja legitim, Mutter. Ich durfte die ganze Familie auseinandernehmen. Darfst du nicht. Ich sage, du kennst die Chirut nicht. Nein, nein, wenn meine Intention dahinter ist, sie zu heiraten, nicht wirklich zu lieben, aber gemerkt habe nach drei Monaten, nee, ich will nicht. So wie es mir die Zeit dir erlaubt, will ich sie nicht. Dann will ich die andere. Und immer der Segen kommt vom Vater oder von Opa da. Das ist immer der Segen vom Vater. So, ich habe den Segen bekommen, ich darf heiraten. Ich lege das Geld auf den Tisch und ja, dann gönne ich mir. In der Hauptzeit ist doch ein Salon. Darfst du einen heiraten, die Jungfrau ist? Ist doch immer ein Jungfrau. Ich habe doch gesagt, die Leute, die wir ein bisschen hatten, ist doch kein Problem. Die Mutter ist auch angenommen worden. Ja gut, aber sie heiraten im Namen Gottes, sie sind verheiratet. Und wenn die ein Kind bekommen, ist doch besser wie ihr Kissen, das macht die Diskotheken. Und ich bitte nur eine Kinderbekommen. Also das ist der Lall, die ganze Diskotheken, die einmal zu beobachten. Sieh mal den Vergleich rein, das heißt, wenn ich ein bisschen Geld gebe, zu einem Hoja gehe und mich billig verheiraten, dass er auch noch auf dem Vertrag steht. Heute ist der siebte, fünfte und achte, fünfte ist die Ehe dann wieder geschieden. Das nennt der Heiligkeit. Schau dir das mal, was Islam mit seinem Gehirn macht. Auf jeden Fall. Also ist Koran 24, Altstadt, Düsseldorf. Ja, Umut, das ist das Problem. Warum ist dir nicht bewusst, dass das Hurerei ist, was praktiziert wird, mit Geld Frauen zu kaufen, um die Frau sexuell zu genießen und danach ihr das Geld zu geben? Der Islam versucht, diese Hurerei, Prostitution einfach schöner zu machen und zu sagen, ja, das ist nicht Prostitution, das ist heiraten für drei Stunden. Ich kipp nochmal, keine Selbstliebe, das ist für drei Stunden. Nein, da ist mir drei Stunden. Du musst... Ohmut, kennst du den Scharia-Keller? Genau, das ist Euro 424. Was ist das? Was ist über den Nachrichten verkündigt worden, ist dieser Scharia-Keller. Die haben alle auf Zeit hier einmal kurz geheiratet, haben einmal hier gefühlt eine ganze Orgie gestartet und dann war es vorbei. Und was ist mit den Frauen? Ja, die sind benutzt. Du bist von anderen benutzt. Keine Ahnung. Eine Frau, die zum Beispiel keinen Mann abbekommt, ihr Mann ist gestorben, bevor sie auf der Straße geht und... Naja, du bist ja drei Monate für sie. Nach den drei Monaten ist weg. Situation der Frau aus, anstatt dir zu helfen, nutzt man natürlich die Situation aus. Was guckt ihr das an? Nein, nein. Weiß, was die Bibel sagt, weiß, was die Bibel sagt, weiß, was die Heilige Schrift, die Bibel sagt, wie es sein sollte, wenn die Frau geschieden ist, eine Witt, nicht geschieden, wenn die sogar verwitwet ist, also der Mann ist gestorben, dann muss die ganze Gemeinde für die Frau sorgen. Die ganze Gemeinde soll für sie sorgen, ohne einmal hier, dass jeder einmal rangeht und einmal sie beglückt. Nein, die ganze Gemeinde sorgt für sie. Und daran sehen wir die Heiligkeit der Bibel gegen die Unheiligkeit von allen. Ja. Nur euch dürften wir einmal beglücken hier. Was ist das denn? Einmal der Imam auch noch. Einmal kurz rein hier. Ja. Jeder soll auch sein, sich vom Islam abzuwenden und zum Herrn Jesus Christus gefunden zu haben. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Ja, die machen das ja für Sinnabes, gell? Ja. An die Dame von Umut. An die Dame von Umut. Wie findest du das, dass man eine Frau so benutzen darf? Sei mir ehrlich, an die Dame von Umut. Also, meine Frau ist auf jeden Fall. Also, ganz ehrlich, da gibt es auch Regeln. Und das ist wie eine Ehe. Das ist nicht so, als wenn du jetzt zum Beispiel Sinna betreibst. Das ist kein Sinna. Das ist Helal. Erzähl kein Quatsch. Das ist kein Sinna. Surah 424 ist Helal. Es ist unter Namen Allahs legitim geworden. Dass beispielsweise, wenn Umut verstirbt und du einen heiraten darfst und drei Monate mit ihm beglücken darfst, dann kommt der Nächste und dann wieder der Nächste und dann wieder der Nächste. Ja, legitim. Das will ich Sinna sagen. Was mit der Seele der Frau anrichtet wird. Das ist unglaublich. Ah, die Seele der Frau. Sie hat doch selbst frei zu entscheiden. Ob sie das will oder nicht hat sie selbst zu entscheiden. Ja, es geht doch nicht um die Selbstentscheidung. Es geht darum, dass Gott so eine Prostitution erlaubt. Mit Geld. Das ist keine Prostitution, damit geheiratet. Ganz normal. Ich gehe mit der Frau 30 Euro auf drei Tage. Das ist Heirat. Das meine ich doch, wenn du so ein Mann bist, der das ausnutzen möchte und sagt, hey, ich heiratet es für drei Stunden. Dann ist du deine Intention darin, dass du das ausnutzen musst. Ja klar, muss ich. Du darfst das ausnutzen. Da steht, suche 424. Die Frauen, die ihr genossen habt, geben das Geld. Wie nennt man diesen Vorgang in Deutschland? Eine Frau genießen und dann ihr das Geld geben. Wie nennt man das in Deutschland? Ich weiß nicht, wenn du deine eigene Frau genießt, wie nennst du das? Ja. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, aber du kannst eine Frau da draußen genießen und ihr das Geld geben, dann gehst du weg von der. Ich gehe doch nicht weg von meiner Frau. Jetzt sagst du, dass sich unterscheiden. Jetzt sagst du, dass du deine Frau verheiratet. In dem Sinne bin ich ja auch mit der Frau verheiratet. Wie, der Mann ist nicht bei der Mutter an diese Frau gebunden, die er genießt. Der kann danach wieder weggehen. Verstehst du den Unterschied zwischen einer Ehe, die bis zum Tod geht und einer Mutter, die genug für Genuss da ist? Du kannst dich doch auch scheiden lassen von der Frau weggehen. Du kannst dich doch auch scheiden lassen von der Frau weggehen. Nein, die Bibel sagen da sich nicht scheiden. Wenn wir nicht, der Herr Jesus hat gesagt, nur bist du tot ausscheidet oder bist du Ehebruch. Wenn einer von der Fremd biegt. Du bist nur tot, genau deswegen ist nicht so viele Christen hier geschieden. Erstens sind das keine richtigen Christen. Zweitens, weil die meisten... Zweitens, umut, hör mal genau zu. Umut. Warte mal, warte, warte ganz kurz. Umut, hör jetzt genau zu. Du hast jetzt Sünden anderer Menschen angesprochen. Sowieso, die sind die meisten laubarm. Wir reden jetzt anhand der Regeln. Bei euch ist eine Regel von Allah höchstpersönlich, dass deine Frau so viele Männer haben, wie sie möchte. Und das ist Helal. Das ist krank. Das ist krank. Dass die Frau die Beine breit macht. Für den Mann, für den Mann, für den Mann, für den Mann. Und das ist noch Helal. Von Allah noch gesegnet. Schön, da hat sie für die ganze Fußballmannschaft die Beine breit gemacht. Helal, sehr schön gemacht. Super Religion. Und dann Geld eben. Und dann reiß ich auf den Tisch. So wie es sich dann gehört. Allein, dass er meinem Bruder nicht zugehört hat und gesagt hat, Ja, du gehst auch zu deiner Frau und dann machst du nach Hause ab. Guck mal, was er da sagt. Ja, es steht das in Moulin, wie wir nirgendswo. Unfassbar so was. Es steht darum, dass Allah so was legitimisiert. Ja, aber du hast es doch nicht ausnutzen. Nee, steht nur drin, du solltest es genießen. Komm, sagen wir sogar, die Leute wollen es nicht mal ausnutzen. Die wollen wirklich mal drei Monate an deine Frau ran, wenn du tot bist. Ja, okay. Drei Monate hatten die jetzt deine Frau. Gut, er ist weg. Kommt der Nächste. Der hat jetzt auch drei Monate, deine Frau. Gut, er ist weg. Kommt der Nächste. Er hatte auch drei Monate. Er meint das alle. Alle meinen das ernst. Aber dann haben die am Ende gesagt, Ja, ich will doch nicht. Ist ihr gutes Recht? Halt eine neue zu suchen. Und deine Frau hat dann einen Mann nach den anderen. Und den hat 30 Jahre auf den Tisch. Sehr schön. Sehr schön. Und wenn die Frau mitmachen lässt, hat die, ja, da hat sie es verdient. Pech für sie, wenn sie halt die Beine bracht, für so eine, wirklich so eine Ideologie, die so dumm ist, dann hat sie Pech gehabt, wenn die ganze Fußballmannschaft reingelaufen ist. Genuss, sexuelles Genuss und danach Ehe Geld geben, der Frau Geld geben, ist per Definition Prostitution. Und im Islam wird das nicht Prostitution genannt, sondern Ehe, eine Mutter-Ehe. Das wird schön geredet. Das ist der Punkt, wie der Mieter. Da ist eine Ehe auf Zeit. Du gehst zum Hodja, gibst ihm Geld, du willst heute heiraten und dann machst du auch den Datum fest, an dem du dich von ihr scheiden lässt. Dann geht jeder ihre Wege. Ja, unfassbar. Das nennt man Prostitution. Und das ist die Definition Prostitution, ja. Und das will ich dem Umut ja, das wollen wir dem Umut ja eben klar machen, dass hier Allah Prostitution schönreden will. Nämlich, ja, das ist keine Prostitution, wenn ihr drei Tage eine Frau heiratet und dann ihr Geld gibt. Das ist Prostitution. Weil der Gott der Bibel sagt, Mann und Frau werden heiraten und bis das der Tod euch scheidet. Das ist Heiligkeit. Das ist heilig. Der Herr hat vorgehabt, damit die bis zum Tod freiratet sind. Aber Allah erlaubt bei euch, gönnt. Ja, was die Leute heutzutage machen. Ja, die ficken doch auch einfach so. Ey, TikTok-Sportlich, sag einfach beglücken. Beglücken. Ja, aber das sind doch keine... Ja, aber das sind doch keine... Das ist ja auch so, irgendwie geheiratet zu haben. Das ist auch ein Winner. Aber das sind doch keine Gläubige, das sind Atheisten, die da draußen Horrorerei betreiben. Das hat doch nichts mit der Bibel zu tun. Die Bibel sagt, das ist verboten, das sind Sünder. Warte, warte, ein Bruder hat gerade gesagt, das sind doch keine Gläubige, die das tun. Das sind Ungläubige, gebe ich dir recht. Aber bei uns gibt es auch solche Ungläubige, das Outnutzen, ne? Mit solchen Frauen, es gibt solche Leute. Ja, der steht auf Koran. Ja, und und steht da, du sollst es ausnutzen, du sollst jeder... Du sollst genießen die Frau, du sollst genießen die Frau auf Zeit. Und dann gibst du ihr das Geld. Du gibst ihr ihr Mahr, das hat nichts mit Geld zu tun. Ja, Mahr, genau so wie ich damals Mahr gegeben habe. Mahr gibt es auch bei normaler Heirat, oder nicht nur bei... Du verstehst du das nicht, wenn man eine Zeit festlegt, eine Zeit, wo man sich wieder scheidet und dann die Frau in dieser Zeit genießt. Und dann ihr dieses Geld gibt als Brautgabe. Das ist eine Schönredung von Prostitution. Genießen die Frau und ihr Geld zu geben. Das war aber das krass. Du hast einen Verstand und versuch dich zu verführen, damit du Prostitution betreibst und es dir nicht bewusst wird, dass du in Prostitution bist. Das ist krass. Oh, das verteidigen will. Okay, weil er ist der Mann. Er hat einen Vorteil daraus. Aber dass die Frau es verteidigt, das ist für mich die Höhe. Ja, das ist auch heftig. Dass die Frau das nicht erkennt und sagt, ey, bist du verrückt, mein Mann? Was sagst du da, Mann? Wie kannst du sowas überhaupt verteidigen? Was ist das für ein Buch, was wir da folgen? Das ist ja eine Unirrofungsfrau. Das ist mein... Die Frau kann doch selber entscheiden. Die Frau kann selber entscheiden. Okay, kann die Frau auch selber entscheiden, dass die Frau auch selber entscheiden, dass sie... Warte, warte, warte. Kann die... Warte, bitte. Kann die Frau auch selber entscheiden, dass ihr einen Ellbogen bekommt. Wie ist in Sura 4, Vers 34 steht, die 4 ist ganz schön bei euch, ne? Im Koran. Er mahnt sie, meinst du, mir wird und gib dir so einen Ellbogen von der Seite mit Abu Zaynik. Abu was? Das heißt, kuscheln. Er weiß, ich fühlst deine Augen. Abu Zaynik. Das Problem ist, der Kuhmann ist wirklich schwer zu verstehen für Leute wie ihr. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja, was ist der Sinn dahinter? Ein Mann, die meint die Sinn dahinter. Eine Frau, eine Rente-Karte zu mieten. Reza, eine Frau, eine Rente-Karte zu mieten, das verstehen wir den Sinn dahinter nicht. Reza, schau dir an, was Islam drauf hat. so wie er möchte. Das ist falsch. Dann erklär mir das doch bitte. Meine liebe Dame, meine liebe Ma'am, Ma'am, erklär es mir bitte, dem Suri 4, Vers 34, was daran zu verstehen ist. Erklär es mir. Suri 4, Vers 34, ist es wohl, erklär es mir mal. Ich habe jetzt den Koran nicht da bei mir, aber du kannst es mal vorlesen. Ja. Da steht drin, erst mal, die Frau, ja, dass sie, die ist natürlich, wenn die natürlich aller Gehorsam ist, dann ist es kein Problem, dann ist es alles top, alles sauber. Aber für diejenigen, wo wir nur befürchten, dass sie Ungehorsam gegenüber dem Mann ist, befürchten, er mahnt sie, meidet sie im Ehebett und ich bin so ein Ellbogen mit Abuseinic. Und schau mir das an, ich schau mir das an, erst mal, ich schau mir den Vers an. Ja, lies. Ich möchte, dass du genau liest. da steht Ehebogen mit Abuseinic. Mit was? Da steht Ehebogen mit Abuseinic, lies mal genau vor. Schau dir das an und lies mal ganz laut vor. Ich möchte, dass du das ganz laut vorliest. Ja, ich schalt kurz mein Laptop ein, muss kurz warten. Ja, genau. Ich schalte gerne. Die richtige Bibel wurde verfasst? Ja, Mensch, maam, warten Sie bitte. Maam, bitte, bitte. Wenn ihr von Frauen verprügeln habt ihr ganz verloren. Erst mal Frauen verprügeln, erst mal Frauen verprügeln und dann gehen wir zu. Maam, eins nach dem anderen, das Wichtigere zuerst, Frauen verprügeln. Erst kommt das Wichtigste, Priorität, Ehebogen mit Abuseinic. Das ist die Priorität. Ja, ich kann das sehr gerne. Ja, Abuseinic, aber nicht vergessen vorzulesen. Ich werde nochmal kommen, nicht jetzt, aber ich werde so viele, ähm, Ich möchte das so schön vorlesen. Zeig den 340 Leuten, Abuseinic mit Ehebogen, bitte. Verachtet werden auch, ja. Ja, meine Liebe, meine Liebe, du bist doch eine Muslime, ne? Wehe, du widersetz dich. Wehe, du widersetz dich, wenn du den Ehebogen kassierst. Witz, Umut, einmal vorlesen. Umut, lies einmal vor, dass ihr Frauen einen schönen Ellbogen geben dürft, einen Bodycheck. Lies mal. Bodycheck. Dann will ich sehen, ob sie das noch verteidigen tun mit Herz und Seele. Das will ich sehen. Umut, bitte. Ja, ich suche gerade, ich fahre gerade mal. Ja, ich fahre gerade mal. Jure 4, Kass 34. Jetzt kriegt die einen richtigen Schock ihres Leben. Jetzt denken die sich, was hast du, wenn die das verteidigt, also dann, dann haben wir alles. Dann ist richtig, Gaudi. Also da meint die jetzt richtig ernst. Surat Anissa, ja genau, Anantar. Die Suche für Anissa, die Frauen. Ich wette 500 Euro, der Weg hat nicht ganz vorlesen wollen. Also dann schick mir die 500 Euro, ich lerne eine Heide. Schick mir die von vorlesen. Dann lies mal bitte. Ja, ich lese dir vor. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Vermögen hingeben, darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen und diejenigen, die ihre Gatten Geheimnisse mit Allahs Hilfe waren. Und jene, deren Widerspenstlichkeit ihr befürchtet, aber mannt sie, meintet sie im E-Bett und schlagt sie. Wenn sie euch dann gehorchen so sucht, gegen sie keine Ausrede, weil ihr alles erhaben und groß. Und jetzt siehst du, schlagt sie, was hast du gesehen? Und jetzt will ich die Frau hören, wie die das verteidigen? Der sagt gerade ja, ein Frauen schlag ist so gut, hat er gerade gesagt. Ja, der ist der Mann. Und jetzt an die Frau. Ist das auch ja und für dich? Ist das egal? Ja, wenn sie wieder das Fenster ist, bei WBF Weather Undertaker. Gummir, rock, boom! Mike Tyson, Mike Tyson, hör mal zu. Wenn du, wenn deine, was steht, in der Bibel drin, eine Frau, deine Ehefrau, ungehorsam ist, widerspricht sie uns, nur ermahnen, aber doch nicht, doch nicht, mit Abu Zainik. Und wo steht hier Abu Zainik mit Ellbogen? Lies doch mal. Da steht, schlag, schlag, verfrügelt sie. Schlag, sie, du kannst auch dein Kind schlagen mit einer Backpfeife. Du stehst dich von Ellbogen. dann gib doch deine Frau jetzt eine Backpfeife. Ey, kannst doch machen. Nee, das geht dir doch. Ich möchte, dass seine Kinder oder eine Schlechtzeit die Gütte, da muss sie immer sagen. Wenn du hier gibst, wenn du hier gibst, ich möchte, dass sie noch sagt, was sagt deine Frau dazu? Was sagt deine Frau dazu, dass du sie verprügeln darfst? erzähl mal. Wenn meine gläubige Frau ist, dann sagt sie ist okay, aber die gläubige Frau ist, wenn meine Frau ist auf die Maule. Sorry, aber meine Frau ist leider nicht so ungehorsam wie eure Frau. Tut leid, tut leid, tut leid, tut leid. Das ist im MS-Mannes, wenn er befürchtet, sie muss noch nicht mal ungehorsam sein, sondern wenn der Mann das Gefühl hat, sie könnte, dass das jetzt noch nicht mal gemacht sondern vom gefühl her und dann waren die rechte rein und dann kommt einer der elbe mit abu seinig aber so richtig schön und dann die linke in die leber warum erzählt die frau nichts ganz ruhig geworden was sagt denn deine frau dazu meine frau akzeptiert dass ich bin das gutes gläubige frau ja die soll das sagen ich will das von ihrem mund hören was da ist die sprache weg was das ist ja wenn dir eine frau zum beispiel fremd gehen würde was würdest du machen der kopftuch nicht tragen will zum beispiel nein nein moment moment bei pavlos bruder liebe frau liebe frau von umo ist nicht liebe frau von umo du hast gesagt was ist wenn die frau fremd geht weißt du welche strafe auf ehebruch steht was mohammed gesagt hat was man machen muss die todesstrafe durch steinigung bei ehebruch da steht nicht erbogen mit amuseinig das steht aber seine koffe du musst mit mit steinen musst du streichen du musst die steine nehmen und auf kopf streichen bei ehebruch also haben die die ja verstehst du das was das was da erlaubt in so 434 recht das ganz normale verprügeln von frau in der ehe oder weiß dass er weiß was der song dazu ist manchmal aber nur manchmal habe frauen etwas auf die fesse verdient für alles hatte alle einen song leser das ist heftig das ist wirklich der wahre song dafür ne ist unglaublich jetzt wird das bei umo krisen bei der geschichte bei der ehe jetzt wird das nicht weil die frau bestimmt emanzipiert ist und dann wird sie den umut erschlagen frauen das haue gern besser verdient immer wirklich immer ja ja genau ja genau das ist die letzte sehr schön stark ja genau da steht auch schön alle krimmisch jeden tag abgeschnittene tpn is rein die tpn is rein ja 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 dank der verkehr mit babys bei den schiener ich hab ne frage mal Ja, das ist auch meine Frage. Findet deine Frau sehr schön, dass du geschlagen wirst? Ja, natürlich. Meine Liebe, findest du es sehr schön, das steht nicht in der Bibel, findest du es sehr schön, dass du geschlagen wirst? Findest du richtig, ne? Ich werde nicht geschlagen. Sagst du noch immer, am Didela Muslima, ne? Wer ist, sehe dich irgendwo in Frauenhäuser, wer ist, sehe dich da? Dann bist du eine Heuchlerin. Ja, ich habe eine Frage. Ja, ganz schön ablenken, ja, haben wir gemerkt. Okay, erzähl deine Frage. Du hast doch gerade, du hast doch gerade zu mir gesagt, Lies, ich habe dir gelesen, ich habe dir gesagt, wie der Stand bei uns ist. Eine Frau, die an Gott glaubt, die hält es auch ein, ne? Also, was willst du noch mehr? Du machst so ganz ein Witze, du hast ja gar keine Argumente. Du kommst hier mit Elbogen und sie mit Abkommen. Du kannst nicht, wenn der Mann befürchtet, dass sie ungehorsam sein möchte. Du kannst nicht, wenn der Mann befürchtet, so wie das steht, wenn ihr aber befürchtet, dass die Frau ungehorsam werden könnte, so schlagt sie. Ja, das ist ein Verprügeln, die Frau. Denn eure Bibel ist heilig ernsthaft jetzt. Eure Bibel ist auch nicht heilig. Da stehen Sachen drin. Hast du das gehört? Die hat bezeugt, dass der Koran nicht heilig ist. Auch nicht heilig. Habt ihr das gehört? Genau. Unser Koran ist nicht heilig. Eure Bibel ist auch nicht heilig, hat ihr gesagt. Also auch. Wie unser Koran, der auch nicht heilig ist. Das heißt, also die Frau ist raus aus dem Islam. Die hat den Islam als unheilig bezieht. Ja, zurecht. Jetzt musst du sie schlagen. Jetzt musst du einen Elbogen geben. Genau, genau. Jetzt musst du ein Ungehorsam. Jetzt musst du so runterladen. Was hast du gesagt über Koran? Und dann geht es so rein. Genau. Umhut. Umhut. Jetzt wollen wir sehen, ob du wirklich ein Muslim bist. Sie war ungehorsam. Sie hat gesagt, der Koran ist unheilig. Jetzt praktiziere mal. So hat der Herr das jetzt zusammengeführt. Jetzt, Umhut, bitteschön. Wir hören jetzt. Ich möchte Riechen-Ellbogen hören. Dann ist okay. Dann weiß ich, du bist Muslim. Ist er jetzt wirklich da dran? Ich stelle mir vor. Nein, nein, nein. Wenn der da dran ist, ne? Die gar nicht akzeptabel sind in eurer Bibel. Das müsst ihr ja auch mal sagen. Also einig, einig. Ich glaube, Umhut versteht den Versuch. Sie muss den einen Abstand mit der Elbogen geben. Ich finde ich Angst, dass sie gerade so zart gestritten ist, Umhut. Naja, die ist gerade widerspenstig, ist er. Ja, 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 ja. Naja, genau, genau. Ihr habt ja keine richtigen Argumente. Aber ich hätte jetzt auch mal eine Frage. Keine richtige Argumente. Deine Frau hat gesagt, der Koran ist unheilig. Gib dir einen Elbogen. Hab ich nicht gehört. Gib dir einen Elbogen. Ja, als Muslim, ich hätte nicht lange gezappelt. Mohammed ist höher. Umhut, wer ist der Chef bei euch? Hör ich sie oder du? Ich höre nur sie laut. Ja, sie gibt den, das was ich spiele. Ich bin ein guter Moslem. Ich lasse meine Frau auch aufsprechen, muss ich was zu sagen. Nein, als guter Moslem musst du Elbogen geben. Genau. Nies mal den Vers wichtig. Du hast einen kleinen Argumente. Ich korrigiere, Padocz. Schlag sie als guter Moslem. Umhut, hast mich gerade gesagt, eine gläubige Frau macht so was nicht. Eine gläubige Frau macht so was nicht. Ist eine gläubige Frau? Sogar meine Frau lacht den Arsch ab über euch. Keine. Meine Frau lacht den Arsch. Die gläubigen Frauen machen so was nicht. Hast du nicht gesagt, dass man nur die ungläubigen Frauen. Aber siehst du, deine Frau ist widerspenstig in der Hinsicht. Und die hat schön gesagt, dass Koran unheilig ist. Echt verzeihiget mein Mann gerade. Ja, ja, du, nein, man muss nicht verprügeln. Vor allem das Covid-Show, das ist eine Covid-Show, was ihr da betreibt, ne? Ich gebe Elbogen jetzt so. Ihr macht schon Ficke. Spare nicht an Elbogen. Spare nicht an Falshände. So machst du die Ehen kaputt, auch schneller, wenn man einmal den Koran zeigt. So machst du, gleich sehe ich die, wo in eine Scheidung endet. Spare nicht an Link und rechte Elbogen. Nein. Das ist reichlich geregnen. Tavlos-Werlinien. Lücke sich mit Elbogen, so reichlich regnen. Wenn etwas unheilig ist, dann muss man das so benennen, Mann. Hm. Hm, genau. Ich kann nicht sagen, Mensch, ihr seid einfach nur Witzfiguren. Das ist alles. Ja, Gott segne dich. Was hast du gesagt, du bekommst? Ich lag mit den Leuten irgendwelche falschen Sachen ein, ja, das ist echt unmöglich. Unmöglich sowas. Wirklich. Unmöglich ist, dass du den Koran als unheilig betitest. Das ist unmöglich. Ja, keine Argumente. Ihr habt überhaupt keine Argumente. Ja, keine Argumente. Hauptsache einfach nicht, dass es vor sich hinlabern. Was sagt der Abu Ex-Muslim dazu, zu dieser ganze Angelegenheit? Ich bin sehr, sehr am Ende gerade. Sehr, sehr am Ende. Meine liebe Frau von Umut, was machst du denn, wenn dein Mann auf einmal eine zweite, vierte Frau haben will? Die hört ja nicht mal richtig zu. Witzfigur, Comedy-Show. Was sagst du dazu, meine liebe Dame, dass du gut schön eine zweite und dritte Frau haben möchtest? Wo in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist? Das will ich gerne verstehen. Wo in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist? Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Wer ist der Erste und der Letzte? Ich frage dich, wo sagt Jesus? Ich frage dich, ja, ich beantworte dir genau so diese Frage. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Und da hast du die Antwort. Warum musst du eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Sie fragt dich, wo in der Bibel sagt Jesus, ich bin Gott? Ja, ich will dir diese Offenbarung 1 Vers 17, 18. Aber da ist die Antwort. Offenbarung ist ein Traum. Offenbarung ist ein Traum. Bringst du mir von Matthäus Lukas, der Nehmer. Dies von einem Traum. Weißt du, was sein Traum ist? Weißt du, was sein Traum ist? Suche 434. Deine Frau hätte schon, ne? Ja, Offenbarung ist ein Traum. Johannes, sein Traum. Erzähl mir von einem Traum, Alter. Ich bin ehrlich, Suche 434 ist auch ein Traum, ne? Wo Mohammed immer irgendwelche Glöckchen gehört und epileptische Anfälle bekommen hat, wo er sein Offenbarung bekommen hat. Ist auch ein Traum. Genau. Genau. Auf dem Baum ist ein Traum. Das sagt er doch selber. Ist ein Traum. Na also. Ich weiß. Guck mal, für mich bist du ein richtiger Mussel, wenn du jetzt eine Ellbogen gibst. Ich sag dir, wie sitzt du? Ja, ich kann dir eingehen, wenn du Bock hast. Nein, nein, du kannst eine Freude geben. Ich liebe meine Frau. Meine Frau ist nicht widerstrengend. Deswegen muss ich da dich machen. Normalerweise hat die Frau, die ist unheilig. Die hat deinen Prophet beleidigt. Und Allah beleidigt. Das Schimpfste, was es gibt. Wenn du deine Frau jetzt einen Ellbogen gibst, dann bin ich okay. Dann bin ich ruhig. Dann weiß ich mich. Schau mal, meine Frau hat mir eine Frage gestellt und du lenkst jetzt wieder ab, weil du keine Antwort hast. Warum eins? Wenn du doch ein bisschen drin, dass Jesus Christus selber sagte, ich bin der Erste und der Letzte und ich war tot und sehe, ich nehme von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wer ist der Erste und der Letzte? Allah. Also hat Jesus sich selbst als Gott betitet. Wo sagt Jesus? Das ist die Frage nicht. Soll ich es auf Arabisch? Ich glaube, du hast es noch. Omo, du bist doch gar nicht an der Antwort interessiert, oder? Umfassbar. Man gibt ihnen die Antwort, ihr hört nicht zu. Das liegt daran, morgen Gebet nicht fertig, jetzt Satan hat die in den Ohr reingepinktet. Das ist das Problem. Ja, und der hat nicht zu tief hier diese Ablusion gemacht. Die wollen jemanden auf euren Weg bringen, habt ihr überhaupt gar keine Argumente. Das Problem ist, meine liebe Dame, dass ich kein Kopfstuch bei dir sehe. Das ist keine Antwort auf die Spracherin, die man euch fragt. Das ist peinlich. Ja, möchtest du die Wahrheit? Ich möchte die Antwort haben. Interessiert du die Antwort? Würdest du sie dann annehmen? Würdest du sie die geben? Nochmal die Frage, wo in der Bibel sagt Jesus, ich bin Gott oder betet mich an? Wo? Ja, Offenbarung 21, 7. Nicht Offenbarung. Ich sage zu dir, Lukas Evangelium. Ich habe lauter Evangelium. Eure Evangelium. Okay, Johannes Evangelium. Johannes Evangelium. Kapitel 8 bis 58. Von Menschen hat geschrieben. Wieso? Auf einmal von Menschen hat geschrieben. Egal, was du gesagt hast. Ummut, ummut, ummut. Ich will kein Feindler machen, aber da wäre der dritte E-Bogen. Wie hat jetzt gesagt, laut Suche 3, Vers 3, was ist alles Wort ist in Giel, das ist das Evangelium, das ist alles Wort, die nennt es vom Mensch hat geschrieben. dritte E-Bogen. Ich meine, Uwe Muten, will ich du wäre. Ich hätte schon längst den vierten da reingemacht, aber ich bin ja nicht du. Ich wäre ein richtig guter, treuer Moslem, ey. Ein, zwei, Treterei, drei, vier, ein Ellbogen mehr, fünf, sechs, gib mir noch ein. Ich hätte dich nicht so gemacht, bis Männer, und dann bin ich reingerannt. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen, ein bisschen haue gern. Ich habe sie gern. Das ist der Song für Suche 4,4,4. Warte noch immer. Wo ist der Vers? Ich warte noch immer. Johannes 14, Vers 6, zum Beispiel. Da sagt Jesus Christus, ich bin Al-Haq. Wer ist Al-Haq, laut Islam? Das ist Hackfleisch, Al-Haq. Genau, der Bruder hat gesagt, es ist Hackfleisch, mit Leber und so. Wo ist der fährt? Umut. Wer ist die Wahrheit, laut Islam? Wer hat diesen Ehrentitel? Die Wahrheit. Derjenige, der die Wahrheit bringt. Und von mir. Wer ist Al-Haq, die 99 Namen Allahs? Bei uns ist es Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah, Jesus hat das auf sich bezogen. Jetzt hast du die Antwort. Ah, wo hat es sich auf sich bezogen? Johannes 14, Vers 6. Er hat sich auch bezogen, weil er von Hack kommt. Bei uns ist es nicht nur Gott, so ein jeniger, der kommt. Er ist Akkommenele. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, will es nicht, dass es eine Person ist, weil der Vater ist eine Person, er ist eine Person. Aber wenn ich mir jemanden dicke bin, das sage ich, ich und der sind eins, das bedeutet, wir sind ein... Ja, hat Mohammed denn jemals gesagt, ich und Allah sind eins? Nee, hat er nicht gesagt? Warum soll ich sagen? Wenn ich sagen würde, ich und Gott sind eins, was mache ich denn dann? Wenn was? Wenn ich, wenn Vater, Gott ist und Jesus Christus sagt, ich und Gott sind eins, was bedeutet das, Mohammed? Im Koran hat, im Koran sage ich, in der Bibel hat, allerdings Gott schon oft zu vielen gesagt, dass ich meine, Israel ist mein erstgeborener Sohn und jetzt ist es ein wichtiger Sohn, ist Israel der Ton oder was? Wenn Jesus Christus sagt, ich und Gott sind eins, was so was macht sich Jesus? Was soll das sagen? Er sagt ja, ich und, also nochmal jemand, das sind zwei Personen, versteht ihr keinen Deutsch? Was bedeutet denn, was bedeutet denn, du und deine Frau werden ein Fleisch? Wer denn ein Fleisch? Was werden ein Fleisch? Warum soll ich meine Frau ein Fleisch essen? Zwei werden ein Fleisch sein? Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Keine Ahnung, was dazu sagt, meine Frau lacht schon einen Arsch ab. Hör mal zu mir, weil sie ja kein Fall ist, die muss ja den Ellbogen von dir kassieren. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wenn du so weitermacht kassierst du auch eine, glaub mir. Ja, ja, auf jeden Fall ist es gar nicht so. Erst die Frau rangehen, erst richtig macht das hier, sondern muss man dir den Ellbogen geben, weil du nicht den Islam richtigen nachgäst. Ja, ja, der ist die Frau. ein bisschen mehr dann geht mit mir bitte weil durch der scheint ein bisschen mehr verstand zu haben als du ja nicht verstanden aber wir müssen sagen gott und also sagt ich und gott und was ist für mich rund und gott wenn du sagst ich und allah sind eins was was das bedeutet nicht dass ich gott bin das wird ich bin auf dem richtigen weg mit mir genau mit bitte rede doch mal bin ich sage ich um gott sind eins bedeutet nicht dass ich bin ich sage ich und mein chef sind eins bedeutet dass ich der chef bin oder was nein aber so gut wenn du gott erwähnt und zu sagst ich und gott sind eins so was machst du denn dann was mache ich denn dann ich weiß dass du machst du machst du machst du nicht weil wenn du das machen würde dann hätte er gesagt ich bin gott oder hat zumindest zumindest gesagt hey betet mich an ok möchtest du sehen dass die jünger ihn anbeten hat er gesagt hat er aus seinem und gesagt betet mich an mir natürlich wo hat er gesagt bietet mich an bringt mir den ganze zeit aus und die leute haben ihn auch angebetet oder was gesagt er hat es gesagt hast du kannst du jetzt verlange ich von dir dass du mit diesem vers bringst du sagst du bist ja noch nicht mal in der lage einmal ein vers aufzuschlagen dass ich habe ich habe die bibel offen sagt wo steht hebräer kapitel 1 sehen wir was dass jesus christus eingebetet wird von den engeln guckt euch das an hebräer kapitel 1 wenn zu welchen von den engeln hat er jemals gesagt du bist mein sohn heute habe ich nicht gezeigt und wiederum ich werde sein vater sein und er wird mein sohn sein vers 6 und wenn er den eingeborenen wiederum in die welt einführt spricht er und alle engel gottes sollen ihn anbeten versieben von den engels versagt er er macht seine enge zu wind und seine diener zu feuerflammen vers 8 aber von den sohn dein thron o gott wert von ewigkeit zur ewigkeit der zepter deines reiches ist ein zepter des rechts da hast du schön gesehen dass jesus angebeten wird von den ganzen engeln okay ist das so viel erzählt aber wo es sagt ich habe dich gefragt ich weiß nicht richtig nur eine frage ist so nicht so schwer zu verstehen ich frage eine frage du hast gesagt jesus hat auch gesagt betet mich an betet mich an wo steht das sagt mir das wo steht das nicht als ich das 7 was steht da drin dass ich sein gut bin vers 21 bei 21 bis 7 schau dir das mal in um und da sagt dass die bibel was erzählt oder unmut jetzt ihr habt markus evangelium lukas evangelium als ich mache johannes auf wo schützen johannes drin ich will es jetzt mal sehen wo jesus sagt ich bin gott der mächtige wo er sagt ich bin gott betet mich an ich meine gottes wir sehen dass bei johannes kapitel 14 vers 6 dass er der weg die weit und das leben ist der also nennt sich ein hat er nennt sich all halt was heißt das denn das sind nur ehrendite von allah nur allah gibt diese ehre sowas zu sagen oh nein 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 nicht nur ich möchte mal gesagt guck mal bei uns in die belieferung sagt auch immer alle an alle ich bin der erste und der letzte aber es hat mir die machte zu gottes erst und der letzte gesagt er gibt sich also einen den 99 namen allahs schau dir das machen was der schiede da macht macht habe ich den gemacht meine damen damit die mithört wenn ich du wäre ich hätte mir was habe ich denn gerade gemacht du redest du mit dem sachen gemacht und sagt was man liebt was anliegen weil er hat sich einen der 99 namen allahs gemacht gegeben ach so wie gott sein name ist auch einfach man ali ist auch ein name von gott von 99 name ist jetzt jeder der sich rahman nennt gott was bedeutet rahman auf deutsch sagt du es mir du weißt doch besser du kannst ja und jetzt wer ist dann schon durch waren wir sind nur relativ barmherzig wir sind aber auch sehr ungerecht nur gott ist kann zu sich selber den titel geben der barmherzige weil er durch und durch barmherzig ist ja ok und warum hat sich immer alle hatten hat er dann gesagt in der hd ist anna an augen warum bin ich der erste und letzte aber warum weißt du warum du kennst du kennst ja nicht mal und sagst ich würde ihn als gott bezeichnen nein immer mal er hat dann selber zu Leuten gesagt er denkt ich wäre gott ich bin nicht gott annau will die arbeit wie rasulallah ich bin der erste der an rasulallah geglaubt haben ich bin der letzte der berg ist bei ihm sein wird in ersterben und das hat sich damit gemeint denn du hast hier alles außen aus dem kontext raus und denkt also alle ist auch der letzte gläubige an alle oder was es gibt keinen anderen gläubigen außer alli nein du hast hast nicht verstanden ich sage er ist der letzte der bei ihm sein wird wenn er sterben wird das hat ihr mal ist selber gesagt und das war alles was das ist somit ihr bezeugt selber ihr spielten das soll koran verfälscht ist und dem verfälscht koran glaubt ihr was habe ich das ja okay gibt es den original koran wie man es ist hier kann ich irgendwo im internet forschen dass der originale koran einmal zu sehen ist keine ahnung musst du gucken ich meine bin ich nicht mehr schaue da gibt es nicht dann gerade für die menschen verbrannt worden aber wir alle sagen wir alle falsch rezitiert haben ist nicht der koran den ältesten von den ihr habt von utman ibn afan der dritte kalif also unser koran ist von ihm am alai es gab es ja nein von utman ibn afan ist der älteste koran den ihr habt das war es es gibt nichts älteres wer sagt das was sind deine quellen dazu dein islam selber sagt das aber du nimmst sowieso selbst hat mir zugegeben dass euer koran verfälscht ist aber an den glaubt ihr weil dann kommt die ali oder so der bringt euch den original koran er bringt nicht den original koran er bringt einmal nach und in dem koran was damit er überhaupt gemeint ist als immer als immer was heißt das ich erzähle dir mal was guck mal ja mal ich dann doch was das ist ja nicht sagt man warum du erzählst mir über über den ältesten koran ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt das weiß ich wie viele bücher eure biebeln sind die katholische die das weiß ich verschiedene art ihr habt nur 31 verschiedene version des korans wir haben keine version er habe ein koran die wörter sind die wörter sind überall gleich ihr habt aber nein das stimmt nicht ihr habt die zwei großen versionen war was und hafs das ist der koran das ist ein buch und fertig der mit ihm ist ja gar nicht was was ist dann guckte das wir müssen nur die koran öffnen da steht das so direkt schon drin ja aber ich weiß weil die frau guckt ja nie in koran rein da muss ein sogar 34 praktiziert werden der man genauso will ich genauso an ihm muss das manuskript in taschkent topkapi die haben abweichungen zu dem heutigen koran das sind die ältesten manuskripte die gefunden wurden auch die in sana stimmen nicht mit den heutigen koran versionen überein das ist ein desaster ja ja ich weiß was kann die saß das in eurer version ihr habt so viele versorgen mit dem auf seine leckung auf eine version da fehlen komplette bücher nein das fehlt bei dir und nicht zumal eine komplette bücher film bei euch ja was geht denn bei uns sagt mein manche bücher sind das leistet in der katholischen tippel ist was wenn was in der anderen sagt wovon der james king version nicht drin warum was ist das in übersetzung das sind nicht übersetzungen das sind versionen versionen übersetzungen sind zwei verschiedene sachen oder übersetzung ist übersetzung die muskripte erinnern ja auch nicht jetzt um und jetzt ja also das meine ich doch was man kann wenn es nicht nur mut bitte jemand darauf ein warum ist der älteste kuran und man die bin erfahren wo ist der originale koran wo ist der dort übersetze habe ich mehrere möglichkeiten das wort zu übersetzen in verschiedenen wörtern originaler koran um ort aber wenn ich in eine version haben version wo drei bücher nicht ein kuran sie möchte warum finde ich denn nicht warum blockierst du mich dauernd warum ja weil ich nicht auf antwort auf meine frage ja du antwort so genau so wie ich auch mein frage ich habe jetzt eine frage ich bin gott hast du nicht gebracht johannes 4 6 8 18 offenbarung 21 27 warum essen traum essen kaum ist der auch nicht mal james james king version da steht james king ist ein traum ist diesmal james bond version der ist diesmal james warum ist ein baum los das bringt nichts das ist nur kopfschmerzerei mit dem hol jemand anders hoch das ist nur hier graue haare machen ehrlich also wenn mir jemand sagt offenbarung ist traum und sowas und der nichts akzeptiert dass die jünger irgendwann anbeten also hallo die ganze die ganze bibel spricht von dem herrn und seine anbetung und im neuen testament heißt es hat der herr ist geboren ja der retter ist geboren in lukas 2 11 wir der herr geboren zu euch in jerusalem der herr und im alten testament heißt es er betet den herrn an sam 96 er wird richten die welt am neues testament der herr jesus ist ich bin boss gegen boss gegen marvin kann sofort hoch meine lieben er muss kurz war schuldigen geld und so ex mussten machen oder ja wenigstens 1 euro geld machen das recht ist doch besser so ich mag nur was ging es haben sie monaten geschenke sie mal geschenkt genau gemacht manche leiden schalter ich versuche ich versuche so sein zu sein wie dein profit in sogar 58 vers 12 um geld daraus zu haben so wie anas islam damit der fragen beantwortet ansonsten hatte das nicht getan unglaublich so sehr wunderbar er hat einer alten frau geholfen die bild war und nicht mal seinen namen verraten also 80 vers 1 einen blinden mann weggeschickt mit der runzelnden stirn und was war der kontext der kontext war weil ein profit ein sehr sehr bösartiger mensch war und einen blinden mann weggeschickt hat schwöre lüge er ließ mal bitte ja aber kann ließen mal alles vor was was ist davor und danach passiert und dann darüber urteilen weißt du du kannst über 80 selber lesen abvers 1 bis 4 abvers 1 bis 5 und das kostet 4 euro welches oder 80 weil schon schaltan lachte ich gerade aus ja genau dein prophet hat gesagt wenn ihr gehnt dann haltet euren mund zu denn der satan lacht euch aus genau allah mag das niesen hat sie aber wenn du gehst gehst dann halt dein mund zu sonst lacht nicht der satan das problem ist dass satan schon wieder in omnipotenz ist und omnipräsent der nach nur acht milliarden menschen aus doch also acht milliarden menschen gleichzeitig gehen da ist der satan überall oder was gleichzeitig der satan im islam ist einfach gut also schätan ist allgegenwärtig kann überall sein verstehe ja der ist in der nase der pinkel den ohren in acht milliarden ohren der schlägt die leute aus ja er wickelt sich um den pinis des mannes hinzuge 17 vers 64 das ist ein sehr sehr heftiges wesen wenn die eltern von muhammad allah nicht gekannt haben und muhammad gesagt hat wenn ich im namen wenn ich bismillah dahman daheim sagt so wickelt sich der satan um dein pinis ja ich bin ich kenne das wenn das ja also sie irgendwo in die gerüchte was sind das für gerüchte der märkte koran hätte gerüchte habt ihr das gehört ja ja der soll weiter das teufel sich um den intim berechtigten wo wir sind 64 tafsir al barawi ja aber wo steht es im koran ich würde es nicht ich würde es nicht ich würde es nicht ich würde es nicht ich würde siebsteen vers 64 ich habe gerade das ist unfassbar ist unfassbar ich mehr oder weniger so aberglaube legende und so ein blödsinn sollte leute malz zum einzujagen das besteck essen das haben auch aus den halben das heftige ist die praktizieren einfach diese ganzen zwangs neurosen von muhammad als er gesagt hat nicht das geschirr der juden benutzen wenn ihr nichts anderes findet dann wascht es gründlich und sowas das ist eine art rassismus noch eine einladung geschickt nehmen die doch an wenn ich die jetzt eine einladung schicke da steht auch nichts drin die muslime sagen zu mir muhammad war der sauberste mensch der welt und imam bukhari sagt er war voller läuse die auch gelogen damit bescheiden und dann ist er interessiert das kommt schon ich habe schon lesen er weiß doch gar nicht von oben und unten ist ich sage es ist uhr 17 fest 64 das steht nichts von wegkämpfen wirst du willst du was das feiner ist der ist nicht in der lage mit zuzuhören naja haben wir aber wir wissen noch selber dass du bist du hast du ruhig mein lieber schirm aber das ist das erste was war die mutter kommt gleich an der ist zum schiedlichen des schiedlichen islam konvertiert damit er machen kann mit babys der deutsche wie es geht mit dem kopf auf dem boden warum wie schön so ich dachte mir leidig wenn das selber betet wie kann er gott sehen also habt ihr unser gebet geklaut verstehe habt ihr mit händen nach oben gewählt was hände nach oben wie er nicht wie ich sage ich habe auch gebetet wort dieser gebiet so wie ihr wo erst mit dem kopf mit dem schön auf dem boden weiter es gibt noch weitere praktische stellungen die er machen ist oder ihr wasser akrobatik müssen noch machen müssen auch die knie gehen dieser gemacht ist aber auch auf den knien ist alles dann hat sich auch ergebeugt kann auch sein naja wo steht das dass er genau so gemacht da für ihr jeden als ein schritt ich meinte ich meinte keiner sein dass wir so beten wie er wir beten mehr wie ist als ihr selber so dass du mit dem kopf auf dem boden da hast du selber gemerkt du heuchler ich bin ja schon noch du hast du hast einfach gelogen ich habe immer kann jetzt bist du ein heuchler weil du hast geurteilt ja 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 und bei jesus richtung mekka gebetet das sind alles meine zeugen 300 ist alles meine zeugen ja jesus hat dann richtung dieses schwarze stein star gebetet oder was nein da ich weiß nicht in welche richtung angebetet hat aber aber ja bei euch ist es so dass sie richtung sagst du hast gebetet oder nicht also hat er jemand an die haben sah und die haben sagt kannst du mir einmal die schade sagen ich schade du eine leile heilallah war ich schade und der mohammed abdu war das ok hat jesus mohammed russon lala gesagt was jesus das gesagt die letzte stelle mohammed russon ich geh doch einfach nur noch kaputt ich kann doch nicht mehr hack und habe aber russon pavlos macht alles kaputt pavlos 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 yas hormonalicki a gesprochen würde die schade ausgebrochen hat damit weil seine eigene oma gab es schon als seine gemeinde gab es schon warum also vor dem islam ja was muss man immer noch auskommen ist weil allah wusste dass dass sie mir verfälscht wird weil er selber geschrieben hat hat er gesagt hat durch an die letzte religion sie ist vollkommen und sie wird vollkommen bleiben und davon wird nichts fehlen und bis heute der koran eins zu eins genau so geblieben die ja vom anfang an ist ein welcher weil welcher koran denn der von habs oder der von was wie willst du bist der einzige es gibt aber ein und reich verschiedene kräfte ein einzigen koran und alle anderen sind gefälscht ist kein blödsinn zeigen du kommst du gerade mit einer die von menschen umgeschrieben ist ja aber nicht weil ich muss den 42 a ist voran spielt was das brust song eines erwachsenen ist nicht mehr koran wo ist es der pro was das brust saugen eines erwachsenen ist aus dem koran rausgenommen worden wo ist es warum wurde nichts rausgenommen doch sei muslim 52 a ließ mal bitte die machen aus dir einen die machen aus dem baby muslim deswegen du sollst schön dumm gehalten werden und schön nachplappern also was koran ist einzeln so blieben und wenn ein hadith kommt wo gesagt wird im hadith dass etwas umgehört wurde im koran so ist ja ein käfer was du dann ist eigentlich ein käfer dankeschön wenn sie sagt dass im koran was fehlt ist ja ein käfer aber hat sie nie gesagt habt ihr es gehört die muslime was euer eigener muslim sagt ja auch wie eine kaffee da ist mit eine kaffee da eine kaffee da hat fast so viele hadith über die folgt wie kein anderer und die ist kaffee also eine kaffee da hat also mohammed hat eine kaffee da beglückt und das ist nur stress weiß was ich meine jetzt wird der probleme wiederlegen ja ich habe jetzt werde der probleme gegen die region als fitner weißt du ich zeige den islamen verständnisvoll und die zeigen den christentum hat gerade die mutter der gläubigen als kaffee sagen die christentum sporterei oder was ich verhalte mich so ich konfrontiert mich mit sporterei die ganze die mutter der gläubigen muslime eicher ist eine kaffee da hat er gesagt und jetzt machst du genau was an landen schieb links aber würde dich von einem islam liebt so sehr gut fitner der sagt ich werde selber große fitner machen zwischen den christen denn jetzt machen erst auch noch das kann sie kein erzählen doch die fitner selber erschaffen und da ist das nicht die eigenschaft von satan fitner zu stiften um die menschen durcheinander zu machen ist die fitner erschaffen ja aber er hat nicht den betrug also sagt er hat mich erschaffen dankeschön wir kommen beim islam nein allah hat die sünde erschaffen bei uns nicht bei uns ist der ursprung der sünde der satan also unser satan ist allah hast du doch gerade gesagt er hat die reisen da hast du nicht gesagt jetzt da und betet die glauben an den der jesus angebetet hat an den jesus der sohn gottes hat den vater angebetet und der vater gibt es jetzt zwei gotte bei zwei gottheiten weil in der hand ist es aber bei dir warum betet allah allah bietet nicht doch das eine lüge noch was heißt denn man kann man nur was heißt an das gebiet hast willst du das gleiche auf dem mann heißt an wir haben nicht dieses fehler gemacht wie immer was heißt allah was heißt allah allah also gott dass sein eigener namen dollar nicht also diesen fußballspieler salam nein ich meine dein gott den engen mag ist doch beten oder nicht ich glaube das war suche 33 vers oder amir weißt du du kennst den auswendig hatte ich schon mal rein suche ich habe eben was noch mit 233 im kopf wartet naja genau suche 33 56 richtig da steht drin dass allah betet so was 33 56 aber du musst auf arabisch schließen weil deutsch ist doch nicht vertrauenswürdig macht doch arabisch oder ist deutsch vertrauenswürdig gegeben hat oder nicht gar nicht gut aber das gebet gegeben hat aber nicht gemacht hat dass er nicht gegeben da steht nichts von geben da steht drin er hat man hat einfach gebetet mohammed dann gebetet oder so hat einfach gebetet auf deutsch steht segen aber das ist falsch übersetzt sallach heißt ja beten glaubt da steht sogar drin irgendwas mit juss salu im wieso wird das auch gesprochen hatte ich schon mal rein da kann ich euch das sagen ja richtig juss saluna juss saluna ja genau so juss saluna und das heißt bete er hat gebetet machen wir jetzt und genau das kommt alles von juss sali und juss saluna also bei sura 33 46 finde ich nix 56 und er ist segen gemeint damit ohne staatsgebeten unterschiedlich das heißt juss saluna segen was bedeutet baracka baracka ist auch sehen es gibt es gibt verschiedene wörter die auf einem wort zugleich gerade so wie bitte warum lügst du gerade so warum soll ich reden das ist nicht stimmt salat beten und baracka ist segnen salam ist frieden ja und juss salun ist beten weil in all adab almufrat 645 dass allah betet und da kommt das wort juss saluna vor siehst du das heißt dass er betet wo steht das drin 645 aufschlagen und nicht bellen es ist auch authentisch ja da steht sachi von albania genau da stand da in bahn jetzt ist über die kommen mit muslim an ok was im muslim besser ist von buchhari von imam buchhari das ist sein all adab almufrat man das auto gesagt das ist wort mir warum wird das dort mit beten übersetzt dass allah zehnmal für die gläubigen betet hör auf mit mir spielchen zu spielen nein siegelt das gebet hat zehnfach singen jetzt sagt bitte auf gib mir ein alladab almufrat 645 alladab almufrat 645 alladab almufrat 645 das ist mir neu kommt drauf ich widerspreche auch gelehrten das stimmt du hast recht wie wir haben jetzt recht dass ich ein paar gelehrte widerspreche heißt ja nicht weil der gelehrte ist muss ich ihnen alles zustimmen oder nicht stehen die kapuze es geht um die übersetzung ich meine gerade über ein kommentar war aber kurz und auch das beriehen hier ja guckst jetzt nach oder was da los mit der segnen gemeint damit du bescheid weißt allah hat mich zu selber bauten lüge man ist einmal vor was dann will das gewinnt so wie wenn es einmal vor was dann will ich nicht so heißt das so ich schwöre bei allah so zur bedeutung allein haben sie sagen warum ich wäre es nicht auf muhammad warum schwärst du nicht auf muhammad weil man nur bei aber schon unsere woche schwört allah auf muhammad der zeige mir zeigt sie 18 72 müsste das sein so 18 15 72 genau so 15 vers 72 ok dass die ep katir was schön was ich was ich süß finde ist dass die solche solche fehler vergleich als das nach oben war so wie ihr es behauptet vergleich mit solchen riesigen dingen die nicht mal vereinbar sind warum denn ein feiner macht ich sag mal ich finde das süß solche riesigen unterschiede einfach ich finde das auch muss in einer schieb macht finde ich auch sehr süß jetzt guck mal bitte und die ist vor alles gut ja meine lieben die kommen gleich alle hoch habt ein bisschen geduld er ist der ali hamza wenn man will wenn man will schwärter bei muhammad jetzt auch einfach wenn allah will ne ja ist doch ich hab doch davor nichts wenn er will ist es haram ist es haram wenn ich auf muhammad schwöre ist es haram wenn ich auf muhammad schwöre du bist nicht allah dass du auf muhammad schwörst also darf allah sünden machen herr allah hat auch wenn allah will er hätte keine und dass du gerade sagen allah hat auch zu sein ich bist so fertig warum bist du eigentlich ja nee das ist schick auf jemand anderes als auch auf muhammad schwöre warum schwöre dein schwöre abgetreten wenn er will macht er das damit solche leute mit deiner macke kommen wie du mit deiner macke kommen und sagt das ist ein widerspruch das ist kein widerspruch nein ist auf muhammad schwöre hat allah selber gesagt im koran dass er nicht auf muhammad schwört ja er schwört auf muhammad also selber widersprochen mama mir ihr dürft nicht auf muhammad schwöre weil das haram sind die auch nicht weil sie nicht aber sind ja also warum macht da lassen weil allah abkennen vergleichst allah mit der menschen ist ein erst vergleich man nicht mal eine regeln hat alle aufgesehen da hält sich die man seine eigene regeln also ist allein nicht jetzt verwechst du auch noch gott mit einem menschen selber ja wo bist du hängen geblieben das suche achten sie 68 42 dass er da schon schienbein ist mein bester wir gehen mal auf den punkt ein dass allah die regeln aufsteht und aber nicht mal seine eigene regeln hält und wenn allah will hält er sich nicht an seine eigenen regeln ja das ist nicht wenn er will hat auch sogar gemacht wo hat er was gesagt und sich widersprochen ja so auf 15 wenn er widerspricht sich sogar wenn er widerspricht sich sogar bei allahs und jetzt er hat er auch und jetzt er kann auch machen wenn er will und jetzt ein gott widerspricht sich sehr gut aber wenn er will hat kann er machen und jetzt ein gott widerspricht sich als wäre er jetzt reden wir hier von einem menschen groß oder was siehst du was ich meine wenn er will macht er das und er hat sich mal widersprochen er hat sich nirgendwo im kuram widersprochen erstens das warum macht er widerspricht sich sogar und jetzt warum macht er la sünde warum macht er sind der schwert auf menschen hier kann er machen die regeln aber das ist ja nicht selber ein gott der urheber von schirk aber ist kein problem wenn alle stelle erschaffen hat und wo hat aber selber schritte gemacht du bist mich jetzt verarschen wenn dein gott auf ein erschaffenes wesen schwört dann bist du ja besser als dein gott weil du würdest niemals auf den propheten schwören oder bei deiner mutter schwören oder bei dem leben geschworen ist also der das leben von muhammad höher als allah selber weil in der bibel heißt es es gibt niemanden höheres worauf gott schwören könnte als bei sich selber damit hat allah sich als sehr bei knockout gegeben die bibel ist der koran das sagt doch dein koran es gibt doch nichts größer als gott auf jemanden schwören kann in solcher regel nicht weil genau das hat halt einfach hochmut entfernen das ist hochmut wenn gott sagt er ist ein mächtiger wo es gibt nicht größer als er ist fertig du bist fertig du bist richtig fertig das geht erst ganz keiner 10 er sagt einfach dass ich hochmut wenn wenn gott sagt ich bin der größte das kann aber gar nicht behaupten war sein auch meine wörter umzudrehen egal sind alles mein zeugen damit du bist du machst mich du machst mich seelisch langsam fertig das muss ich schon zugegeben ali warum gibst du dein leben nicht in jesus ab du merkst doch jetzt selber lang sind die katastrophe du willst du nicht zugeben weil das dein stolz versuchst du versuchst mit betrügerischer art mich zu kommentieren aber das hält mein glaube noch mehr fest globen wegen deiner art zum beispiel wenn jetzt ankommen dass ich hatte vielleicht gemunkelt wenn du aufrichtig war von aufrichtigkeit sehe ich gar keinen drin in gar kein ja kann ich mich ohne hochmütig zu sein sehe ich mich aufrichtiger als ihr alle drei zusammen und da hat man jetzt ein hochmut gesehen ja ich weiß nicht groß als alle anderen von meiner eigenen perspektive das ist hochmütig du hast recht sollte man nicht aussprechen aber ich sage mir recht gegeben mein bester gibt daneben den jesus aber liebt dich der hat sein leben für dich gegeben damit du ewiges leben bekommst gottes mensch geworden damit wir alle frieden bekommen einen neuen bund die gnade jesus war das und heiliger geist reisen eins ein gott ein wesen wer von neun geboren es wird das ewige leben bekommen johannes drei fest drei wenn du nicht von neun geboren ist mein bester wirst du das recht gottes nie erben ist das nicht traurig dass du in der hölle gehst ali ali ja ist das nicht traurig dass du in der hölle gehst wo willst du was wissen mein bester ist mohammed denn im paradies ja mohammed hat du selber gesagt er hat keine ahnung wo ihn geht irgendwo das paradies versprochen aber er hat gesagt dass er immer inshallah ja weil wenn es der prophet ist also er weiß dass ich also kann sein dass in der hölle ist nein er hat sich anladen in einer situation wiedergegeben damit wir da so meist ähnlich ist wie wir damit wie ihn als vorbild sehen aber aber er wusste es nicht ob er im himmel geht also wir wissen nicht er wird ins paradies kann mein prophet ist ja er selber sagt ihn schon aber er hat sich so so hin verlegt damit ihn als vorbild sehen damit wir so handeln wie er also auch mit gelogen er weiß es nicht wenn allah will nimmt ihren morgens paradies morgen schon ist ja dann ist der fläche höhle dein mohammed ein größter vorbild in höhle und brennt schwöre bei allah wird ins paradies kommen jetzt weißt du nicht ich weiß so 46 er selber sagt er keine ahnung wo er hingeht und woher er kommt und schaue sagt er ich brauche allahs gnade damit ich errettet werde weil er selber ein sünder ist helfen wir alle brauchen anders daran dass gottes und so schreibt dass daran liegt die beim herzigkeit schon allein darin dass wir dass wir sogar gut sind und dann ins paradies kommen darin liegt auch die barmherzigkeit weil gottes nicht geschrieben hat dass du gut bist mein bester ali warum warum widersprichst du die die ganzheit selbst du schwörst dass muhammed im paradies geht wo muhammed selber sagt er braucht die das ist das krank aber ich will darauf schwören und jetzt ja da hat auf muhammed geschworen der wort auch spürt und das ist auch einmal daran machen bis hier ich komme an da wird auch ein bisschen crazy sagen ein bisschen haram machen oder eine marka hand schieren ich bin schon die sunnite ja und er sagt der islam ist ist ein moslem zu sein ist eine ganze gemeinschaft da trennt kein schien oder so prophet mohammed sallassi hat nicht gesagt ich bin eigentlich was da was du du bist ein richtiger gerade dort versuchte gerade uns beide zu trennen und dann ist das ist fitmer das kannst du kann das zehn bruder an mir gerade eigentlich zum gemacht der new age islam wir unten meine sich von islam präsentiere ich mit stolz ja mit stolz na sage ist das ist eigentlich kein sinn du hast den eigenen islam gewasstel es doch das ist das richtig das kamelo und auch das verstand kaputt machen Irgendwo gibt es auch eine Grenze, wir müssen auch an unsere Nerven denken, hallo? Ich habe schon gehofft, wer ist wegen dem gekocht? Ich schwöre und inshallah, ich schwöre und inshallah, das war krack. Das war wirklich heftig, ey. Ey, hier ist schon jeder. Was ist denn, Mathien? Ich bin die Funnies, aber ihr habt Angst vor uns. Mach mir ein bisschen knackig, in zwei Sekunden die Regel, ist dein Kamal verfälscht? Lass mich mit Armin reden, Armin hat mehr Ahnung vom Schiet. Ah, warte. Kahn hat gesagt, der wird dich jetzt kaputt machen. Ich bin Sonite, ich trinke kein Kamalorin. Du bist jetzt Sonite? Ach, du bist nicht Sonite. Ich bin Sonite, ich bin Schiette, ich trinke kein Kamalorin. Ja, du trinkst Männer sitzen. Ich schreib immer Schiat Ali. Genau, immer Männer sitzen im Mund nehmen. Kahn, Kahn. Was ist der Offenbarungsgrund von Surah 5 Vers 33, bitte? Der ist raus. Der wollte dich wieder legen und zack, weg. Ah, da ist er wieder. Sorry, mein Ding ist niemand anderes. Ich möchte den Offenbarungsgrund von Surah 5 Vers 33 wissen. Ich schreibe kurz was zu essen, meine Lieben, ich bin sofort da. Surah 33. Der Lohn derjenigen, die Kriegen führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Art Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allsamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen Händen und Füße westenseit abgehabt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie ein Schande in diesseits und im jenseit. Gibt es für sie gewalttätige Strafen? So, jetzt möchte ich dich bitten, was ist der Vers herabgesandt? Der Vers, wo du denkst, ich darf nicht aus meinen eigenen Gelüsten reden, aber sobald ich verstanden habe, will ich mir damit sagen, derjenige, der gegen den Gesandten ist, der muss gekreuzigt werden. Nein, ich will von dir wissen, warum hat Allah diesen Vers herabgesandt. Da muss es ja eine Geschichte dazu geben. Lass mich kurz den Tafsil von Imam Jafar Sadiq a.s. lesen. Ja, dann lies mal ein Tafsil von Imam Jafar Sadiq a.s. Mich macht es immer traurig, dass du und dein Bruder Christen geworden sind, als Iraner noch. Ja, wir wollen keine Mutter-Ehe-Leasing-Vertrag mehr. Wir wollen lieber zum Ehre kommen. Zum ehrenhaften Gott kommen, nicht zum unehrenhaften Gott. Ich glaube, ich habe Bukhari gelesen. So, lies jetzt bitte deinen Imam Jafar vor. Also, wir dürfen sowieso niemanden töten, bis der Imam a.s. kommt. Deswegen ist es bestimmt nicht für die Zukunft. Karan, halt mir keine Reden. Lies den Tafsil von. Lies den Tafsil von Imam Jafar Sadiq a.s. 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 Suche 33. Es ist Suche 5 erst 33, Mann. Ja, sehr gut. Was für ein Typ. Was ist jetzt passiert? Ist er weg? Ja. Wir waren es. Ruhig den nächsten Mal. Hey, Servus. 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 Amir, erzähl mal von deinem Partner Schiiten, der erschossen worden ist in Iran. Was für ein Partner Schiiten? Wurde doch ein Kollege von dir erschossen. Hä? Wer meint diesen Hells Angels Typen da, diesen verrückten Typen da. Warum wurde er erschossen in Iran? Ja, das musst du deine Kollegen fragen. Welche Kollegen? Ja, du hast ja gesagt, dein Kollege wurde erschossen in Iran. Ja, das ist doch ein Kollege von deinem Bruder. Der einzige Kollege von meinem Bruder ist der Kollegah, der Rapper. Das ist doch euer Landsmann. Kollegah ist Iraner, ja. Iran Kollegah. Er ist in Isfahan geboren. Erzähl mal, warum geht denn das so ab in Iran? Warum werden die Leute erschossen einfach? Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Scharia-Staat nach Islam. Deswegen werden die alle schön gut behandelt. Echt? Herrscht der Scharia, obwohl das Schiiten sind? Ja, natürlich, ne? Ja, natürlich, ne? Ich weiß mal. Ich weiß mal. Was hat er denn gemacht, dass er erschossen worden ist? Ja, genau. Kommen wir auf die Wichtigste. Aus. Er will nur rumfahren. Aus dem Bauern. Okay. Aus. Was? Pier Vogel? Ist mein Stream? Bärvogel. Nicht Pier, sondern Bär. Bärvogel. Bärvogel. Nein, das glaube ich nicht. Herr Vogel, kommen Sie. Ich lade ihn direkt ein. Kommen Sie, Herr Vogel. Ich lade mich so blockiert. Oder hat er mich entblockt? Nein, das sind irgendwelche Leute, die wahrscheinlich da den Namen genommen haben. Ja, 20.000 Follower. Ehrlich? Nein, das ist doch ein Troll. Ja, und Diamanten hat er auch so als Dings. Der gibt doch viel Spenden. Vielleicht ist das doch der echte. Nein, das ist doch der, den du letztes Mal bei mir reingeholt hast, dieser Troll, Mann. Ach, der ist ein Troll. Ja. Ihr Vogel hat 68.000 oder 70.000 Abonnenten oder so auf seinem Account. So traurig, ne? Da kommt er hin und man hat auf einmal sofort so viele Abonnenten, ist unglaublich. So die Christenheit ist am Ende, ne? Hey, warum hat diese eine ganze Zeit einen Eilan geschrieben? Rahimallah muss man schreiben, oder? So. So. Tafsih. Wer ist denn dieser, dieser bärtige Mann da? Auf deinem Foto? Das ist Ali, aleyhis salaam. Habt ihr den Menschen? Das ist der Rob, das ist mein Rob. Alles im Koran ist Ali. Wie die den verehren, merkt ihr? Wie die so Götzen verehren, wie ein Mensch, wie irgendein so Götzen verehren. Okay, bei mir kommt jetzt diese Kaffeezeichen, weil ich den Screenshot machen muss. Also, ich höre euch, aber ihr hört mich, glaube ich, nicht. Der Ali ist bei den Gott, ne? Nein, der ist kein Ali. Der ist, ähm... Schiete. Schiete. Ja, der sagt ja, durch Ali ist die Welt entstanden. Universum. Allah hat durch Ali dieses Universum geschaffen. Woher kennen wir das als Kopie? Ja, aus Kolosserbrief, ne? Bei uns in der Bibel. Und Johannesbrief. Äh, Johannesbrief. Alles ist für ihn und durch ihn entstanden. Entschaffen, genau. Das heißt, der Ali ist auch wieder eine weitere Antichristenfigur, wie tausende andere. Wenn der Herr Jesus sagt, viele Antichristen werden aufstehen. Unfassbar. Unfassbar, ne? Karl, wie lange noch? Ich hab's noch auf Deutsch übersetzen, dann kannst du mich groß machen. Was willst du denn zeigen? Bruder Reza, die Zeit müssen wir nutzen. Lacht mal den Menschen, dass Adam, ne? Und wo die Frau entstanden worden ist aus der Seite, das ist der Herr Jesus Christus. Ja, wenn Jesus sagt, Johannes... Ja, das zeig ich gleich. Der soll hier, Kunde ist König. Ja. Darte, Reza, du bist hier der Vernünftigste von allen. Ja, auch der Königste. Also... Ah, die kann man nicht erkennen. Lanatullah auf dieses iPhone. Nein. Allahs Fluch auf dieses iPhone, Risa. Boah. Nicht mal iPhones haben... Jess,слuvalli. Hanni, du hast doch selber Ali verärbt. Du hast ihn doch selber damals geliebt. Dann Janin, du musst mich auch ein bisschen verstehen... Ich hab das heftigste Lied immer gemacht. Er rennt straußen in Rumänien mit diesen Kreuz rum. Was? Ich habe Videos gesehen. Warum schlagt ihr euch selbst? Sag mal. Okay. Erstens schlagen wir euch selbst. Das ist das leichte Klatschen. Und das macht man als Trauer. Warum klatscht ihr euch, bis ihr Tetsch verpasst am Körper? Der Prophet, als Hussein a.s. geboren wurde, hat der Prophet seine Brust geküßt. Und seine Brust wurde vom Pferden über seine Brust gelaufen. Merkst du eigentlich, wie krank das ist, was ihr macht? Merkst du das? Nein, Alhamdulillah, ich mach das. Alhamdulillah, du stehst jetzt kaputt. Amir, ich hab gehört, du willst gegen Shia Hamza wieder debattieren, weil du wieder ein Knockout kassieren willst? Ja, runter mit dir. Runter. Besser blockiert auf ewig. Runter, weg. Eick. Typ, in den Kindergarten, oder was ist das? Da muss man den Nerven schonen. Lieber in einem Indergarten anstatt in einem Kindergarten. Oder ist er mit Adam? In der Stadt Inder. Ja, das ist die Härte. Nein, ihr Lieben. Der einzig wahre Gott ist der, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und seine Liebe dadurch uns bewiesen hat, dass er für uns bereit ist zu sterben. Sagt der Herr Jesus ja selber auch. Es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Was gibt's Schöneres auf dieser Erde, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind von Gott, unserem Schöpfer. Und dass er uns so sehr liebt, so sehr nahe sein will, dass er Mensch wird, um mit uns auf so einer nahen Ebene Gemeinschaft zu haben. Hallo. Ist das nicht wunderschön? Bruder Riesel, erzähl das gleich mit Adam, mit der Seite, was du verweist. Ja, Adam, genau. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, ihr studiert ja die Schriften und doch sind die Schriften die, die von mir zeugen. Das heißt, der Herr sagt, wenn ihr das Alte Testament studiert, so studiert ihr eigentlich meine Person. Meine Person ist in jedes Vers, jede Geschichte des Alten Testaments verborgen, verschlüsselt, hineingelegt. Und so beginnt es auch mit Adam und Eva, ja. Adam wurde, also Gott legt Adam in einen Schlaf, in Ohnmacht, das symbolisiert der Tod des Herrn am Kreuz. Und dann erst konnte die Braut, also Eva, entstehen, als die Seite Adams geöffnet wurde und die Rippe rausgenommen wurde. Und die Seite des Herrn Jesus wurde ja am Kreuz von dem römischen Soldaten durchstochen mit dem Speer. Und nachdem der Herr gestorben ist, ist seine Brautgemeinde entstanden, seine Gläubigen, die er auch die Braut Christi genannt hat, in Offenbarung. Und Eva symbolisiert eben die Braut Christi. Adam symbolisiert eben den Herrn Jesus Christus. Schon beginnt die Bibel sofort schon mit, mit Jesus Christus und seiner Gemeinde. Ja, genau. Ja, ist ja schön, ne? Guten Tag zusammen. Guten Tag, Asis. Ah, das ist lange nichts mehr gehört. Ich habe Sorgen, ich habe Sorgen gehabt. Ja, ich habe gestern noch mit Emil geredet. Und zwar, Kamelurin lecker. Hör mal, Emil, du hast gerade gefragt, der Grund, warum Sura 5 Vers 33 herabgesandt wurde, richtig? Ja, aber auch ich Suniten weiß ich ja, ich wollte wissen, was die Schia dazu sagen, weil er hat gesagt, Kamelurin gibt es bei uns nicht. Ach so, okay, okay. Aber bei Suniten weißt du warum, ne? Ja, natürlich. Du brauchst mir nichts davon zu erzählen. Ich weiß ja fast alles, was im Islam abgeht. Na, Asis, wann gibst du dein Leben denn Herrn Jesus ab? Wie lange noch? Ich habe dir gestern eine Hausaufgabe gegeben, Asis. Hast du das kontrolliert? Ich mache Wochenende keine Hausaufgaben. Also so wie die Schulzeit, ne? Ja, genau. Sag mir, sag mir, sag mir, heftig. Und Herr Aufbei, haben die bei mir zu lästern? Hör auf damit. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ein gerechter Mensch, Herr Aufbei haben die bei mich zu lästern? Hör auf damit. Mann, Amir, du musst dich glauben, was immer da unten steht. Ich habe gar nicht mit Hamdi geredet erst mal. Das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens ist, du musst nicht alles glauben, was die da unten schreiben. Das stimmt nämlich gar nicht. Und wenn das so gewesen wäre, dann würde ich Mann genug sein und dazu stehen. Vielleicht schämst du dich gerade und sagst, scheiße. Nein, 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 nein. Ich habe echt nicht mit Hamdi darüber gesprochen. Wallah. Okay. Ich habe überhaupt nicht mit dem gesprochen. Mal abgesehen davon. Hast du gesehen, was ich in meinem WhatsApp-Kanal gepostet habe für die Leute? Dass der Schaitan sich um den PINIS des Mannes wickelt und Dreier macht mit Frau? Ne, ich bin ja nicht in deiner WhatsApp-Gruppe. Häftig, ne? Ich nehme jetzt in deiner WhatsApp-Gruppe rein. Das ist Koran-Suche. Koran-Suche 1764, Tafsil al-Baraoui. Der Schaitan wickelt sich um 1,6 Milliarden PINIS und dann macht der Dreier mit den ganzen Frauen. Man erinnert. Ist das das, was in Asit? Ja, für diejenigen, die nicht Bismillah sagen vor dem Bambam-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Das sagt dann nicht. Dann wird der Schaitan sich nicht um den PINIS winden. Aber diejenigen, die vor dem Bunga Bunga nicht Bismillah sagen, da windet sich der Satan wie eine Schlange, wie ein Kondom um den Teil des Moslems und dann macht er eigentlich den Sexakt mit dem SEX-Akt mit dem muslimischen Frau. Das kannst du keinen erzählen. Wie hat der Mohamed das überhaupt so gesehen? Das wissen wir auch nicht für ihn. Aziz, merkst du nicht, dass das Aberglaube und das ganze Unsinn ist, auch dass Mohamed auf so ein Maultier in den siebten Himmel geritten ist und mit Allah debattiert hat, wie viele Gebete er machen muss? Er diskutiert ernsthaft mit Allah und er hat den Allah noch besiegt in Debatte. Nein, der hat das genehmigt bekommen. Genehmigt, indem er sagt, Allah komm, gewähre uns, dann sagt der Allah, ja okay. Dann sagt er, nein, der Mohamed, ich denke, die schaffen das nicht. Dann sagt er, ja okay, alles klar, dann gehen wir ein bisschen runter. Jetzt reicht aber. Dann sagt der Mohamed, nein, meine Oma schafft das immer nicht. Also der Mohamed weiß mehr als Allah. Guck dir das mal bitte an. Die diskutieren ernsthaft, der diskutiert mit Allah, dem Allmächtigen, dem Schöpfer über Himmel und Erde. Ist das zu fassen? Das war keine Diskussion, der hat darum gebeten. Ach, das war keine Diskussion? Willst du den hat diesmal aufschlagen? Der hat den doch gebeten darum. Ich habe dich immer am argumentieren. Weißt du, was argumentieren bedeutet, wenn du mit Gott argumentierst? Guck mal, es gibt Diskussionen und es gibt einen Dialog. Und das war ein Dialog. Ach so, deswegen hat er auch zu Allah gesagt, nee, das schaffen sie nicht. Und dann hat Allah gesagt, ja okay. Und dann hat er gesagt, nee, das schaffen sie schon wieder nicht. Dann hat Allah gesagt, ja okay, kein Problem. Dann hat der Mohamed gesagt, aber das schaffen sie schon wieder nicht. Aber Moses dem das gesagt hat. Moses hat ihm gesagt, hör mal, frag mal Allah, die schaffen nicht 50 Euro. Also hat er Allah gesehen, ne? Also wusste Allah nicht, dass die das nicht schaffen. Ne, Mohamed muss Allah korrigieren, ne? Ist das zu fassen, Asis? Ich sag mal so, im Koran steht ja sowieso nur drei Mal, ne? Drei Mal, ne? Koran. Was? Ich muss Ex-Muslim im Fernstand da. Was hat denn? Beschränkung. Ja, toll. Ich kann Ex-Muslim nicht mal reinholen. Steht hier, warte mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, ob das jetzt... Ja, geht nicht, ne? Das Live ist eingeschränkt. Eingeschränkt. Ja. Ich muss neu schaffen. Bruder, Armin, willst du live gehen? Ne, ich hab keine Lust, ich hab keine Nerven. Ich muss den Livestream tatsächlich neu machen. Immer das Gleiche mit TikTok. Ja, komm, ich mach den mal kurz neu. Alle Folgen, bitte. Alle Folgen. Bis später, Amir. Okay, bis gleich. Bis gleich.